Nalini Singh. Gilde der Jäger. Engelsmacht. Ins Deutsche übertragen von Dorothee Danzmann. Gelesen von Elena Wilms. Zulijuan ließ die große Metallscheibe nicht aus den Augen, die ihrem Thron gegenüber an der Wand hing und die ihr vor langer, langer Zeit ein Bewunderer geschenkt hatte. Sie war ein Kunstwerk, und aus diesem Grund hielt Lijuan sie in Ehren, auch wenn sich das Bild ihres damaligen Verehrers schon längst im Nebel ihrer jahrtausendealten Erinnerungen aufgelöst hatte. Diese Scheibe, mit ihrem seidigen Glanz und den kunstvollen Verzierungen am Rand, hatte etwas Besonderes. Etwas, das sie ansprach, zu ihr zu sprechen schien. Zulijuan fand dieses Kunstwerk immer noch faszinierend, obwohl es jetzt schon tausende von Jahren an derselben Stelle im Innersten ihrer Festung, im Thronsaal, hing. In der Scheibe konnte man sich ebenso gut betrachten wie in einem Spiegel. Aber sie war nicht annähernd so zerbrechlich. Vielleicht war das der Grund. Das Metall würde vielleicht mit der Zeit den einen oder anderen Kratzer abbekommen, aber es würde nie in tausend Stücke zerspringen. Es hatte den Ehrgeiz und die Disziplin der jungen Erzengel Frau Lijuan gespiegelt, später dann die Weisheit und Macht der älter gewordenen. Heute zeigte ihr die Scheibe, die durch den Krieg angerichteten Verheerungen. Draußen in der Welt hielten gar manche sie immer noch für tot. Und solange sie ihr Territorium nicht anrührten, ließ Lijuan sie gern in diesem Irrglauben. Ihre Generäle hatten ein scharfes Auge auf die Unversehrtheit ihrer Grenzen. Doch Lijuan ging eigentlich davon aus, dass noch nicht einmal Michaela überheblich genug war, eine Invasion zu wagen. Alle fürchteten sie. Gut so. Sie sollten sich vor ihr fürchten. Aber damit das auch weiterhin der Fall war, durfte erst einmal niemand die Frau dort im Metallspiegel sehen. Noch nicht. Auch wenn sie bereits wieder die schneeweißen Haare hatte, die alle Welt kannte. Zu Lijuan war mit Nachtschwarz im Haar zur Welt gekommen, aber dieses Schwarz verblasste mit der Zeit immer mehr, als entzögen Lijuans wachsende Macht und Stärke der Farbe ihre Kraft. Und als sie tausend Jahre alt geworden war, hatte ihre Mutter sie angesehen und verkündet, ihr Haar sei jetzt weiß wie Schnee. An diese Bemerkung erinnerte sich Lijuan noch ganz genau. Und wenn sie sich sehr anstrengte, gelang es ihr manchmal sogar, sich das Gesicht der Frau ins Gedächtnis zurückzurufen, die sie geboren hatte. Sie erinnerte sich allerdings hauptsächlich deswegen daran, weil sie wusste, dass sie ihre auffallenden Gesichtszüge von ihrer Mutter geerbt hatte. Heute zeigten sich in der Metallscheibe fast schon dramatisch fein gemeißelte Wangenknochen, die von innen gegen eine hauchdünne Haut drückten, die aussah, als würde sie bei der geringsten Berührung zerreißen. Unter der Haut verliefen dünne blaue Adern, in denen gut sichtbar das Blut pulsierte. Aber als erstes wären wohl jedem Betrachter die roten Blutgefäße um die palmuttartigen Iriden aufgefallen. Es sah so aus, als schwemmen sie in Blut. Das sah nicht nur so aus, es war auch so. Raphael hatte sie schwer verletzt. Sie war voller Zorn gewesen, und dieser Zorn war geblieben und hatte tief in ihrem Innern ein kaltes, ständig präsentes Eigenleben entwickelt. Niemand durfte Su Lijuan verletzen, und sie würde den jungen Emporkömmling in New York schon noch für diese Beleidigung büßen lassen. Sie würde ihn auslöschen. Aber zuerst sollte er zusehen müssen, wie sie seine menschliche Gefährtin zu einer Sklavin machte. Und um das tun zu können, musste sie Geduld haben, musste warten, bis sie ganz geheilt, wieder ganz hergestellt war. Nicht alles an ihr regenerierte sich wie erwartet, nicht alles wurde wieder so, wie es gewesen war, bevor Raphael versucht hatte, sie von der Erde zu tilgen. Mit schwachen, vor Anstrengung zitternden Muskeln hob sie die rechte Hand, um ihre Nägel zu betrachten. Sie waren in einem glänzenden Rubinrot nachgewachsen und bogen sich über die Fingerkuppen wie die Krallen eines sehr großen Raubvogels. Auch Lijuans Schneidezähne hatten sich verändert, denn sie waren im Gegensatz zu den anderen Zähnen in ihrem Mund, die rein weiß schimmerten, scharlachrot geworden. Das wirkte seltsam, aber schön. Ganz, wie es einer Göttin zustand. Nur funktionierten diese Schneidezähne noch nicht. Lijuan hatte versucht, die glühende Lebenskraft treuer Untertanen in sich aufzunehmen, die sich gern opfern wollten, damit ihre Gottheit schneller und unter weniger Schmerzen heilte. Doch ihre Zähne schienen noch nicht voll entwickelt zu sein, obwohl sie durchaus einen starken Eindruck machten. Noch drangen diese Zähne nicht durch menschliche Haut, und wenn Lijuan ein Messer nahm, um den entscheidenden Schnitt zu tun, schaffte sie es lediglich, ein bisschen Blut zu saugen. Doch das nutzte ihr nichts, da sie die ganze Lebenskraft der Person brauchte, die sich opfern wollte. Dazu kamen unglaubliche Schmerzen. Ihre Nervenenden schienen zu brennen, immer, in jeder einzelnen Sekunde, jedes einzelnen Tages. Die Knochen taten ihr weh. Ihre Flügel hielten sie nicht in der Luft. Nur ihr Verstand funktionierte einwandfrei. Sie legte ihre voll wiederhergestellte rechte Hand auf die Armlehne ihres Thrones aus Jade, der von sämtlichen Engeln, die ihn je zu Gesicht bekommen hatten, seiner reichen Träume und Albträume darstellenden Verzierungen wegen als wahre Kostbarkeit betrachtet wurde, und konzentrierte sich auf den Engel, der zu ihren Füßen kniete. Er berührte den Boden mit der Stirn und hatte die Flügel anmutig auf dem Rücken zusammengefaltet. Yijuan hätte nicht sagen können, wie lange er dort schon kniete. Auch konnte sie seine Gestalt nicht ganz klar erkennen. Ihre blutenden Augen gehorchten nicht immer so, wie sie sollten. »Sprich«, befahl sie. Ihre Stimme musste sich den Weg durch eine übel zugerichtete Kehle suchen und kam als rauer Flüsterton heraus, in dem unzählige Schreie wiederhalten. Der Mann fuhr ihr, hob den Kopf. Ach, es war der Schreiber. Sie erkannte ihn an den gelben Haaren, die ihm bis auf die Schulter fielen. Er richtete sich auf, legte die Hände auf die Schenkel, hielt beim Reden den Kopf aber weiterhin respektvoll gesenkt. »Meine Arbeit am Text der Prophezeiung ist beendet, Sire.« Yijuan pulsierte das Blut in den Adern. All ihre Sinne erwachten zu neuer Schärfe. Jetzt erinnerte sie sich wieder an die Aufgabe, die sie dem Engel in den Monaten vor der Schlacht um New York übertragen hatte, erinnerte sich sogar daran, die Prophezeiung, von der er sprach, als junge Engelsfrau selbst in einer alten Schriftrolle gelesen zu haben. Damals hatte ihr der Text nichts bedeutet. Sie hatte eine Ewigkeit nicht mehr daran gedacht, bis ihr die neuen Kräfte gewachsen waren und eine Stimme tief aus ihrer Erinnerung sie gemahnt hatte, die Schriftrolle mit der Prophezeiung ernst zu nehmen. Sie sei von großer Bedeutung. Ihre Gelehrten und Agenten hatten fast ein Jahr gebraucht, um den uralten Text aufzuspüren. Seitdem waren ihr seine Worte nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Im Gegenteil. Sie meldeten sich immer wieder von Neuem, wie ein Trommelschlag, der sich einfach nicht abstellen ließ. »Herzengel der Dunkelheit, Göttin der Albträume, Geist ohne Schatten, steh auf, erhebe dich, erhebe dich in deine Herrschaft des Todes. Denn dein Ende wird kommen. Dein Ende wird kommen. Durch die Hand des Neuen und des Alten. Ein Erzengel, geküsst von der Sterblichkeit. Ein Schläfer mit silbernen Flügeln, der erwacht, ohne seinen Schlaf geschlafen zu haben. Der zerbrochene Traum mit Augen aus Feuer. Zerschlagen. 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 »Sprich«, befahl sie dem Schreiber erneut. Die Stimme des Schreibers klang kristallklar an ihr Ohr. »Ich habe die Ursprünge der Prophezeiung bis hin zum Erzengel Kassandra zurückverfolgt.« Unwillkürlich schloss ich Lijuans Hand immer fester um die Armlehne ihres Thronsessels, bis sich die feinen Schnitzereien aus Jade tief in ihre Haut gedrückt hatten. Die feinen Härchen in ihrem Nacken reagierten auf eine durch und durch urzeitliche Art und Weise und richteten sich auf. »Bist du sicher?« Kassandra schlief schon unendlich lange. Sie war inzwischen mehr Mythos als konkrete Erinnerung. Eine Uralte, selbst für die Uralten. Aber in einem waren sich alle einig in den Legenden um sie. Als Kassandra aufstieg und Erzengel wurde, erhielt sie die große und schreckliche Gabe, in die Zukunft sehen zu können. Die Legenden berichteten weiterhin, dass sie den Schlaf gewählt hatte, als es ihr auch dann nicht gelungen war, ihren Visionen Einhalt zu gebieten, nachdem sie sich eigenhändig die Augen ausgerissen hatte. Die Augen wuchsen innerhalb eines Tages nach, und Kassandra war eine Stunde nach der Heilung einfach verschwunden, ohne auch nur das blutverschmierte Kleid zu wechseln. Die meisten ihrer Prophezeiungen waren im Laufe der Zeit verloren gegangen, und die wenigen, die man noch kannte und die niedergeschrieben worden waren, wurden oft nicht beachtet, sondern als Kritzeleien eines unbekannten Phantasten abgetan. Raphael ist der von der Sterblichkeit geküsste. Lijuan verstand bis heute nicht, wie an derart geschwächter Erzengel sie letztlich so dramatisch und fast tödlich hatte stürzen lassen können. Aber sie würde auf keinen Fall noch einmal den Fehler machen, ihn zu unterschätzen. Ich weiß nicht, wer mit dem zerbrochenen Traum mit Augen aus Feuer gemeint sein könnte, sagte der Schreiber. Aber bei dem Schläfer mit silbernen Schwingen kann es sich gewiss nur um eine Person handeln. Lijuans Hand kahlte sich wie wild um die Armlehne. Ihr Rückgrat geriet in heftige Zuckungen. Das lag an ihren Flügeln, die gleich nach ihrem Verstand und der Wirbelsäule nachgewachsen waren, weil sich der Heilungsprozess bei Engeln danach richtete, was jeweils als nächstes wichtig war. Sie waren jedoch noch sehr schwach und tendierten zu unbeherrschten Krämpfen, unter denen der ganze Oberkörper zuckte. Das wiederum behinderte die Heilung anderer, noch stark versehrter Körperteiler. Sie atmete tief ein und aus, durch all die wilden, ungezügelten Gefühle hindurch, die sie bestürmten, und sprach den Namen des Schläfers aus, der sterben musste. Alexander. Nazir war jetzt seit sieben Monaten auf der Jagd. Es war wirklich schon sieben Monate her, seit er Ashwini erzählt hatte, er sei jetzt bereit, nach einer Gefährtin Ausschau zu halten. Sieben Monate. Und immer noch hatte sie sich nicht gezeigt, sie, die zu ihm gehörte. Wusste sie denn nicht, dass er auf der Suche nach ihr war? Er saß hoch oben auf einem Balkon des Turms. Der Balkon hatte kein Geländer und Nazir knurrte. Langsam wurde er ungehalten. Ein gerade vorbeifliegender Kämpfer der Legion wandte den Kopf, um ihm einen fragenden Blick zuzuwerfen. Nazir starrte zurück, schnappte fauchend mit den Zähnen und freute sich, als der Mann mit den Fledermaus-Schwingen daraufhin seine Flugrichtung änderte und das neu geschaffene Heim der Legion ansteuerte. Ein Haus, das Nazir gut gefiel, obwohl es Wände hatte und Wände eigentlich nicht so sein Fall waren. Die Legion residierte jetzt in einem eigens für sie zu einem riesigen Gewächshaus umgebauten Wolkenkratzer, aus dem einige Fenster entfernt worden waren, um mehr Platz für Balkone zu schaffen, während die Innenwände, wo immer es möglich gewesen war, durch Glasscheiben ersetzt worden waren. In der Mitte war ein Flugtunnel entstanden, der Flügeln ausreichend Platz bot. Jetzt, da es kühler wurde und der Herbst die Bäume im Central Park in ein Meer aus roten, orangefarbenen und gelben Flammen verwandelt hatte, kamen auch die raffinierten, durchsichtigen Vorhänge zum Einsatz, mit denen die Zugänge zum Legionshaus von den mit dem Umbau beauftragten Ingenieuren ausgestattet worden waren. Wie Ilium Nasi erklärt hatte, bestanden diese Vorhänge aus einem Hightech-Material, das es den Legionären erlaubte, nach Belieben ein- und auszufliegen, während im Innern des Hauses trotzdem eine gleichmäßige Temperatur gehalten wurde. Flog ein Legionär durch einen dieser Vorhänge, so schloss sich dieser gleich hinter ihm automatisch. So war ständig dafür gesorgt, dass die Wärme im Haus blieb. Nasi, der jetzt seit zwei Wochen wieder in New York lebte, hatte sich kurz nach seiner Rückkehr ins Legionshaus geschlichen und war ziemlich beeindruckt gewesen. Was von den Decken und Fußböden im Innern so belassen worden war wie vordem, ragte in einer ungewöhnlichen Anordnung in den freien Raum, mit oft erheblichen Abständen zwischen den einzelnen festen Bauteilen. Nasi hatte besonders das üppige Grün im Haus bewundert, die Ranken, die man an den Seiten emporgezogen hatte und die bereits anfingen, festen Halt zu finden, und die kleinen Bäume, die ihre Wurzeln vorsichtig in der Erde ausstreckten, während rings um sie üppig blühende Blumen wuchsen. Nasi hatte es trotz der ungewöhnlichen Bauweise des Hauses geschafft, sich ganz bis nach oben vorzuarbeiten, ohne dass ein einziger Legionär seine Anwesenheit in seinem Haus mitbekommen hätte. Wahrscheinlich war Handschwinge, der Anführer der Legion, nicht gerade erfreut gewesen, Nasi auf dem Glasdach des Hauses auftauchen zu sehen. Aber er war Raphael treu ergeben, und Nasi war einer von Raphaels sieben. Deshalb bestand zwischen den beiden Männern ein gewisser, wenn auch von vorsichtiger Wachsamkeit geprägter Waffenstillstand. Nasi juckte beim bloßen Gedanken an die Legion jedes Mal die Haut, und seine Muskeln spannten sich an, ohne dass er etwas dagegen tun konnte. Sie waren so alt und so anders. Er musste oft gegen den Drang angehen, sie einfach zu beißen. Trotz oder vielleicht gerade wegen ihrer Andersartigkeit hatte er manchmal das Gefühl, als seien ihm die Kämpfer, die sich auf federlosen Flügeln durch die Luft bewegten, ähnlicher als alle anderen Wesen auf der ganzen weiten Welt. Nasi mochte keine Flügel haben, aber anders war er auch. Nur dass es siebenhundertsiebenundsiebzig Legionäre gab, während Nasi allein war. Du bist wütend auf uns, weil wir viele sind. Doch tief in deinem Innern ist dir bewusst, dass du einer von uns bist. Jämmerlich jung im Vergleich zu unserer eine Ewigkeit dauernden Existenz, aber mit einer uns ähnlichen, ganz ursprünglichen Verbindung zum Leben und zur Natur. So sah es der Anführer der Legion. Er hatte es Nasi vor nicht allzu langer Zeit mit feierlicher Miene erklärt, und Nasi hatte gespürt, dass der Mann glaubte, was er sagte. Falls man in diesem Fall von Mann sprechen durfte. Wie dem auch sei, der Anführer der Legion ahnte nicht, wie wenig Nasi mit der ursprünglichen Natur gemein hatte. Nicht die Natur hatte Nasi erschaffen, nicht die Erde ihn geboren. Er verdankte seine Existenz einem Monster. Einem Monster, dem er den Brustkorb aufgerissen hatte, um sein Herz und seine Leber zu fressen. Hier saß er nun, zeigte Zähne und musterte den Balkon, der sich zwei Stockwerke tiefer links von ihm befand. Anders als der, auf dem Nasi saß, und auch anders als die meisten Balkone dieses Gebäudes, verfügte der unter ihm über ein Geländer. Nasi dürfte nicht einfach von hier oben auf die Straße hinunterspringen, hatte Dimitri ihm erklärt, denn wenn er das täte, würde man ihn unten so platt wie einen Pfannkuchen vom Pflaster kratzen müssen. Aber der Sprung hinüber zu dem Balkon mit dem Geländer war überhaupt nicht weit, und der Wind hier oben, wenn auch frisch, würde ihn schon nicht gleich über die Kante schieben. Kaum eine Sekunde, nachdem er den anderen Balkon wahrgenommen hatte, spannte Nasi die Muskeln an und sprang. Die kalte Luft schnitt ihm ins Gesicht, presste sein T-Shirt an seinen Oberkörper, bis es dort zu kleben schien, brannte in seinen Augen. Aber dann spürte er festen Boden unter den Füßen und schaffte es, den Aufprall mit dem ganzen Körper aufzufangen, weil er ganz bewusst in der kauernden Haltung einer springenden Katze gelandet war. Allerdings musste er feststellen, dass der Wind ihn doch weiter vom Haus weggedrückt hatte als angenommen. Nur wenige Zentimeter trennten ihn von dem Geländer. Gut, dass er nicht dort oben gelandet war, sonst müsste er sich jetzt verzweifelt irgendwo festklammern, um nicht zu fallen. Das war wieder einmal knapp gewesen. Nasi konnte darüber nur grinsen, aber dann hörte er jemanden eiligen Schrittes über den Balkon auf ihn zukommen und wusste auch, ohne sich umzudrehen, wer es war. Onnas Duft war ihm so vertraut wie sein eigener. Rasch richtete er sich auf und wandte sich zu ihr um. Onnas Wangen waren unter dem zarten Hauch Gold-Kreidebleich. Ihre grünen Augen wirkten riesig. Nasir! Jetzt war sie bei ihm, fuhr ihm hektisch mit beiden Händen über Schultern und Arme. Hast du dir wehgetan? Nein, langsam dämmerte Nasir, dass es jetzt Ärger geben könnte. Das war doch nur ein kurzer Sprung. Ein kurzer Sprung? Anna packte ihn mit einer Hand am Oberarm, als fürchte sie immer noch, er könne vom Balkon fallen. Die andere Hand hatte sie auf ihr Herz gepresst. Du hast mich eben zu Tode erschreckt. Ganz langsam, um ihr bloß nicht noch mehr Angst einzujagen, schloss er die Arme um sie und barg sein Gesicht in ihren Haaren. Verrate mich bloß nicht an Dimitri, flüsterte er leise. Du bist Nasir. Du bist eine Person. Du bist jemand. Hatte der tödlich mächtige Vampir Dimitri damals, vor vielen Jahren, dem wilden, kleinen Kind Nasir erklärt, das wieder einmal im Spiel sein Leben riskiert hatte. Wenn du stirbst, verliere ich einen Teil von mir. Einen Teil, den ich nie wiederbekommen kann. Dieser Augenblick hatte sich Nasir tief ins Gedächtnis gebrannt. Er würde ihn nie vergessen. Er hatte bis dahin nicht gewusst, nicht wirklich verstanden, dass ihn jemand als reale Person sah. Als eine Person, die man vermisste, wenn es sie nicht mehr gab, die ein Recht auf Liebe, Wertschätzung und Fürsorge besaß. Er hatte an jenem lange zurückliegenden Tag in Dimitris Augen nicht nur Schmerz gesehen, sondern auch Zorn. Schmerz bei der Vorstellung von einer Welt ohne Nasir. Zorn darüber, dass sich der Kleine wieder einmal in Gefahr gebracht hatte. Beides, dieser Schmerz und der heftige Zorn, hatten den Jungen, der er gewesen war, grundlegend und dauerhaft verändert. In vielerlei Hinsicht stellte dieser Augenblick seine eigentliche Geburt dar. Die Geburt von Nasir als Person. Selbst heute noch, als Erwachsener, gefiel Nasir der Gedanke nicht, dass Dimitri Angst um ihn haben oder wütend auf ihn sein könnte. Auch Ona sollte nicht leiden, weil er zu viel riskiert hatte, denn Ona war Dimitris Gefährtin und gehörte daher jetzt auch zu Nasirs Familie. Außerdem behandelte sie ihn so, als sei sie für ihn zuständig. Sie kümmerte sich um ihn, sie verwöhnte ihn und sie berührte ihn so, wie man sich innerhalb einer Familie berührte. Sie kommandierte ihn auch herum. All das hätte seltsam sein müssen, war es aber nicht. Nasir fiel es überhaupt nicht schwer, Onners Befehlen zu folgen, obwohl er der weitaus gefährlichere von beiden war. Vielleicht, weil sie zu Dimitri gehörte. Vielleicht aber auch, weil sie es fertig brachte, dass er sich sicher und behütet fühlte. Auch das war seltsam. Und er verstand nicht, wieso es so war. Wenn er mit Ona zusammen war und mit jedem Atemzug ihren zarten Duft einsog, fühlte er sich so, wie sich in seiner Fantasie ein Junges in der tröstenden, wärmenden Nähe seiner Mutter fühlen musste. Ona kümmerte sich um ihn und schaffte das, ohne dass ich bei ihm Widerspruchsgeist regte. Jetzt lachte sie ein wenig zittrig, während sie ihm den Rücken streichelte. Ich verrate dich schon nicht, versprach sie. Aber du darfst nicht immer wieder solche Sachen machen. Sie schob ihn von sich, bis sie ihm in die Augen sehen konnte. Ihre eigenen Augen waren so klar und rein wie Edelsteine. Was soll ich denn nur tun, wenn du dich verletzt? Er sah sie mit hängendem Kopf durch dichte Wimpern hindurch an. Diese Wimpern waren silbern, wie auch das fransig geschnittene Haar. Silbern mit einem metallenen Glanz. Eindeutig nicht die Haare und Wimpern eines Menschen. Mehr als alles sonst kennzeichnete Nasie dieser Silberschimmer als anders. Es tut mir leid, sagte er leise. Manchmal vergesse ich, wie ein Mensch zu denken. Kopfschüttelnd nahm Onna sein Gesicht in beide Hände. Du bist genau richtig, so wie du bist, flüsterte sie mit solcher Liebe, dass es ihm vorkam wie eine Umarmung. Ich möchte nur nicht, dass dir etwas zustößt. Dann brachte er endlich ein Lächeln zustande, denn jetzt wusste er, sie hatte ihm den Schrecken vergeben, den er ihr eingejagt hatte. Er hob sie hoch und drückte sie fest an sich. Sie ließ sich lachend herumwirbeln, über sich den wolkenlosen, tiefblauen Himmel, und als er sie wieder auf die Füße stellte, mahnte sie, sei pünktlich zum Essen bei uns. Ich habe Montgomery um das Rezept für das Würzfleisch gebeten, das du so gern isst. Nasie gelobte Pünktlichkeit und trat durch die Balkontür in die Wohnung. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er auf dem Balkon vor Onnas Arbeitszimmer gelandet war. Ganz kurz dachte er daran, sich auf einem Sessel zusammenzurollen, der von der Sonne beschien und in einer Zimmerecke stand, um eine Runde zu schlafen. Als sein Bewusstsein von einer donnernden Welle berührt wurde und er meinte, prickelnd frisches Wasser zu schmecken. So war es, wenn sein Erzengel mit ihm Kontakt aufnahm. »Nasie, ich muss mit dir reden.« »Ich bin schon unterwegs, Sire.« Er verabschiedete sich von Onna, indem er kurz die Wange an ihrer rieb, was sie lächelnd zuließ, und lief in den Raum, von dem aus Raphaels ein Territorium verwaltete. Sämtliche Zimmer hier im Turm, der sich wie ein Speer in den Himmel von Manhattan bohrte, dienten dem einen oder anderen speziellen Zweck. Und über diesem Stockwerk, dem letzten mit den Arbeitsräumen, befanden sich die privaten Suiten. Auch Nasi hatte eine Privatsuite im Turm, wohnte aber lieber bei Onna und Dimitri. Warum allein sein, wenn er mit seiner Familie zusammen sein konnte? Im Zimmer des Erzengels wartete nur Raphael auf ihn, was Nasi ein wenig enttäuschte. Er hatte damit gerechnet, auch Elena anzutreffen, denn er begegnete der Gemahlin seines Erzengels gern. Besonders liebte er es, im Trainingskampf gegen sie anzutreten. Ein Vergnügen, das er sich seit seiner Rückkehr aus Amanat auch schon ein paar Mal gegönnt hätte. Sein Exil in der Stadt von Raphaels Mutter Seléane hatte ziemlich lange gedauert. Sie hatten seine Hilfe dort dringend gebraucht. Inzwischen befanden sich Seléanes Streitkräfte wieder in einem besseren Zustand, denn immer mehr Leute, die sich an ihre Regierungszeit erinnerten, kehrten zurück, um der Uralten erneut Treue zu geloben. Daher war es nicht mehr notwendig, einen von Raphaels sieben zum Schutz der Stadt dort zu haben. Allerdings half der Sire seiner Mutter auch weiterhin dabei, sich an die moderne Welt zu gewöhnen. Sire? Raphael stand an seinem Schreibtisch. Die Flügel wurden von einem Sonnenstrahl so getroffen, dass die Federn funkelten, weiß-golden und so Metallen wie Nasies Haar. Der Erzengel sah sich gerade eine Sammlung scharfer Klingen aus poliertem Vulkangestein an, die vor ihm auf dem Schreibtisch lagen. Nasie kannte seinen Sire jetzt schon einige Jahrhunderte und gehörte zu dessen engsten Vertrauten. Trotzdem überkam ihn im Gegenwart der mächtigen, zu großen gewaltaktenfähigen Kraft, die dieser verkörperte, stets so etwas wie Ehrfurcht. Das war wie ein Schlag in den Magen, die instinktive, ganz und gar ursprüngliche Reaktion eines Wesens, dem es eigentlich nicht bestimmt gewesen war, einem Erzengel so nahe zu sein. Hast du dich ausgeruht? Raphael sah auf. Seine Augen waren so durchdringend blau, dass Nasie als Kind geglaubt hatte, sie seien aus echten Edelsteinen. Wie oft hatte er sich damals völlig fasziniert an Raphael herangeschlichen, weil er diese Augen berühren wollte, und es war dem Erzengel hoch anzurechnen, dass er den Jungen mit viel Geduld und ohne ihn zu verschrecken oder ihm wehzutun dazu gebracht hatte, diese Bemühungen einzustellen. Erst als Erwachsener hatte Nasie verstanden, wie tolerant und großzügig sich Raphael ihm gegenüber verhalten hatte. Desire hatte immer schon Macht verkörpert und Respekt eingefordert, auch bevor er zum Erzengel wurde. Danke, ich habe mich ausgeruht, sagte Nasie jetzt als Antwort auf Raphaels Frage. Und ich freue mich sehr, wieder hier zu sein. Die Arbeit in Ammanat hatte ihm nichts ausgemacht. Er mochte und respektierte den Partner, den man ihm bei dieser Aufgabe zur Seite gestellt hatte, und es hatte Spaß gemacht, sich immer mal wieder auf Lijuans Gebiet zu schleichen und nachzusehen, wie es um die Befindlichkeit der dortigen Bevölkerung gestellt war. Aber die Stadt von Raphaels Mutter lag einfach zu weit von den Aufenthaltsorten der restlichen Familie entfernt. Sechs Monate lang hatte Nasie dort ausgeharrt, und wenn Venom, Raphael, Janvier und Erschwini in dieser Zeit nicht manchmal zu Besuch gekommen wären, wer weiß, vielleicht hätte er dort wieder zu seinen wilden Wurzeln zurückgefunden. Aber die Freunde waren gekommen, und Janvier und Erschwini hatte er sogar überreden können, eine Woche länger als geplant zu bleiben. Er hatte die Zeit mit den beiden sehr genossen, denn in ihnen besaß er Kameraden, die wussten, wie er tickte. Ich würde ungern wieder von hier fortgehen müssen, sagte er jetzt zu Raphael, dem Engel, den damals gefunden hatte und dem er seitdem die Treue hielt. Nasie war an jenem Tag noch sehr klein gewesen, ein winziger Junge, der vor dem aufgerissenen Brustkorb des uralten Engels hockte, den er erschaffen hatte, um sich dessen Herz und Lunge einzuverleiben. Wie er ausgesehen hatte, ein blutverschmiertes kleines Monster. Aber statt ihn zu töten, hatte Raphael den Jungen hochgehoben, den kleinen, wild um sich schlagenden Körper fest an sich gedrückt und ganz ruhig gesagt, hör auf damit. Dieses Fleisch möchtest du in Wirklichkeit gar nicht essen. Nasie hatte die Worte damals noch nicht verstanden, denn der, der ihn erschaffen hatte, hatte nie mit ihm gesprochen wie mit einem Menschen. Aber er hatte gespürt, was sie bedeuteten. Der Ton war zu ihm durchgedrungen. Er war ruhig geworden und hatte stillgehalten, als Raphael mit ihm hoch bis zu den Wolken aufstieg und ihn in seine Festung brachte. In sein Heim, in der Zuflucht der Engel. Seit jenem Tag hatte Nasie nicht ein einziges Mal das Bedürfnis verspürt, Raphael, der ihn aus dem Eis und allem Bösen darin davongetragen hatte, zu provozieren oder herauszufordern. Raphael war der Alpha seiner Familie, Dimitri sein Stellvertreter. Nasie war ein Welpe gewesen, aber das war er jetzt schon lange nicht mehr. Raphael kam um den Schreibtisch herum zu ihm herüber, ganz der stolze, starke Krieger, dessen Flügel auch dann nicht den Boden berührten, wenn er gar nicht bewusst an sie dachte. »Ich weiß, du möchtest in New York bleiben.« Aufmerksam ruhte der Blick der unglaublich blauen Augen auf Nasie, ein Blick, der schon fast schmerzhaft war. »Nur bist du für diese Umgebung nicht geschaffen. Und irgendwann wirst du dich aufbäumen und die zivilisierte Haut abschütteln wollen, die die Stadt dich zu tragen zwingt.« Nasies Hände ballten sich ganz ohne sein Zutun zu fäusten, und in seiner Brust grummelte es. Wie gern hätte er Raphael jetzt wütend angeknurrt, ihm versichert, er sei sehr wohl in der Lage, in der Stadt zu leben. Aber die Lüge wollte ihm nicht über die Lippen. Denn es wäre eine Lüge, rebellierte seine Natur doch jetzt schon gegen die viel zu kleinen Räume hier, sehnte sich nach offenen Weiten, wo man rennen und klettern und auf Entdeckungstour gehen konnte. »Meine Familie ist hier«, sagte er leise. »Ich möchte keine Aufgabe, bei der ich allein bin.« »Du hast auch in der Zuflucht Vertraute um dich.« Nasie horchte auf. »Ich soll in die Zuflucht reisen?« »Ona würde zwar nicht dort sein, dafür jedoch Jessamy. Nasies Beziehung zu Jessamy war anders als die zu Onna, aber er liebte die Historikerin und Lehrerin ebenso, wie er Onna liebte. Auch Venom und Galen waren zur Zeit in den Bergen der Zuflucht stationiert.« »Zunächst ja«, sagte Raphael. »Dein neuer Auftrag nimmt dort seinen Anfang. Dann musst du die Zuflucht und deine Freunde allerdings für eine Weile verlassen. Aber ich glaube, die Arbeit wird dir trotzdem gefallen.« »Wenn der Sire das so sah?« Nasie wartete gespannt. Auch Raphael verstand ihn. »Ich möchte, dass du herausfindest, wo Alexander schläft.« »Wie bitte?« »Wenn ein Engel oder Erzengel sich entschied, sich aus dem Leben zurückzuziehen, um zu schlafen, dann war sein Schlafplatz tabu. Alle achteten diese Regel, selbst Nasie, der sonst nicht viel von Vorschriften hielt. Wollen sie ihn töten? Wenn Raphael Alexander töten musste, dann würde Nasie ihm dabei helfen. Denn Raphael roch nicht nach verdorbenem Fleisch und hatte auch nie danach gerochen. Einmal, ehe Elena in sein Leben trat, hatte der Sire angefangen, beunruhigend nach Eis und Kälte zu riechen. Doch jetzt nicht mehr. Jetzt roch Raphael nur noch nach sich selbst und ein bisschen nach Elena. Auch Nasie wollte ein bisschen nach seiner Gefährtin riechen. Warum versteckte sie sich vor ihm?« »Nein, ich habe nicht vor, Alexander zu töten.« Rafaels Stimme klang eisig. »Jason ist letzten Monat häufig im Territorium von Lijuan gewesen.« Lijuan? Nasie zischte wütend. Dieser Erzengel bestand aus durch und durch verfaultem Fleisch. Als Kind hatte Nasie einmal gedacht, er würde sie gern töten und fressen wollen. Jetzt würde er sie noch nicht einmal mehr anfassen, wenn er am Verhungern war. Ihren Tod wollte er allerdings immer noch. »Dann ist sie tatsächlich noch am Leben?« Jason hat sie nicht direkt sehen können, aber alle Zeichen deuten darauf hin. Raphael dehnte mit ernster Miene den rechten Flügel, um ihn dann wieder eng an den Körper zu legen. Das weiße Feuer, das an den Federn leckte, wirkte wie eine vom Sonnenlicht erschaffene Illusion. Engelsflügel hatten Nasie schon von klein auf fasziniert. Er hatte Raphael gleich bei ihrer ersten Begegnung eine große goldene Feder ausgerissen und voller Besitzerstolz fest in der Faust gehalten. Damals hatte er noch nicht gewusst, dass er die Flügel eines Engels nicht so ohne weiteres berühren durfte. Solche Berührungen waren intime Gesten, die man sich nur unter Freunden und Geliebten gestattete. Inzwischen wusste Nasie darüber Bescheid, aber manchmal konnte er es immer noch nicht lassen und fasste einen Flügel an, ohne vorher um Erlaubnis zu bitten. Allerdings nur bei Freunden und engen Vertrauten. Nur bei Leuten, die ihn nicht gleich anstarrten, als hätte er etwas Schreckliches verbrochen. Gerade gestern erst hatte er nach dem Training mit Elena im Gras gelegen und sie hatte einen ihrer Flügel auf seiner Brust ausgebreitet, damit er dessen glatte Schönheit so viel streicheln konnte, wie er mochte. Elena hatte aber auch außergewöhnliche Flügel. Da mischten sich Schwarz, Indigo und Mitternachtsblau und die Farben des Sonnenaufgangs mit weißem Gold. Am liebsten hätte er von jeder Farbe eine Feder gehabt, doch das war nicht möglich, da die Farbtöne nahtlos ineinander verschmolzen. Dann war Elena neben ihm im Gras einfach so eingeschlafen. Was hätte er tun sollen? Sie wecken und daran erinnern, dass er gefährlich war? Dabei würde er jedoch nie etwas tun. Und so hatte er sie einfach schlafen lassen und mit ihren Federn gespielt. Auch Raffaels Flügel faszinierten ihn immer wieder, nur widerstand er in diesem Fall der Versuchung, als der Erzengel sich jetzt umdrehte, um auf den Balkon hinauszutreten. Vielleicht verursachte dieses unberechenbare Wildfeuer jedoch die eine oder andere Verbrennung. Nazir war sich da einfach nicht sicher. So folgte er dem Sire ohne ihn zu berühren und setzte sich draußen, wie er es am liebsten Tat auf die Balkon kannte. Von hier aus konnte er wunderbar den Strom der gelben Taxis verfolgen, der weit unten dem geraden Band der Straße folgte. Viel roch man hier oben nicht, nur ein wenig den Fluss und die grünen, wuchernden, lebenden Dinge im Heim der Legion. Diese Gerüche steckten ihn an. Er wollte sich strecken können, wollte frei sein. Rennen, wie man hier einfach nicht rennen konnte. Noch nicht einmal im Central Park. Dann sucht Lijuan nach Alexander? fragte er. Jason ist sich da nicht sicher, hat aber beobachtet, wie Suchtrupps Lijuans Zitadelle verließen. Er ist einem davon gefolgt. Und als sie für die Nacht Rast machten und eine aus der Gruppe ein bisschen zu viel getrunken hatte, konnte er diesen Mann damit prahlen hören, sie fahndeten nach Alexander. Er ist aber nicht wie Lijuan, oder? Nazir war erst zweihundert Jahre alt gewesen, als Alexander den Schlaf wählte. Er erinnerte sich nicht mehr in Einzelheiten an den uralten Engel mit dem Goldhaar und den silbernen Flügeln. Doch als er noch ein Junge gewesen war, daran erinnerte er sich schwach, war einmal ein mächtiges Wesen vor ihm in die Hocke gegangen und hatte ihn aus silbernen Augen angeschaut, die seinen eigenen Augen ähnlicher gewesen waren als alle anderen, die er seitdem zu Gesicht bekommen hatte. Ich glaube, er hat mir einmal eine seiner Federn geschenkt. Ich wollte sie so gern haben, weil sie aussahen wie meine Haare. Warum das so war, warum seine außergewöhnlichen Haare wie ein Echo von Alexanders Flügeln wirkten, hatte er damals noch nicht verstanden. Ach ja? Ich kann mir gut vorstellen, dass er so etwas getan hat. Rafaels Ton ließ sich nicht einschätzen. Er war nie grausam und gefühllos, schon gar nicht Kindern gegenüber. Und dich hat er im Auge behalten, bis du erwachsen warst. Nasi runzelte die Stirn. Er hätte sich gern genauer an seine Begegnung mit dem Uralten erinnert, aber er war damals einfach noch zu jung gewesen. War er denn ein guter Anführer? Ja, sogar ein großer, erklärte Raphael leise. In diesem Satz schwang so viel mit. Nasi konnte all die verschiedenen Ebenen unmöglich entschlüsseln. Er war außerdem noch ein teuflisch mächtiger Erzengel, der die alte Art der neuen Art vorzog und mich als Emporkämmling betrachtete. Er hätte deswegen fast einen Krieg mit mir angezettelt, entschied sich dann aber für den Schlaf und Gegengewalt. Rafaels Flügel raschelten leise, als er sich neben Nasi stellte. Die Kraft, die er ausstrahlte, brannte Nasi auf der Haut. Doch war diese nach all den Jahrhunderten, die Nasi an der Seite seines Sayers verbracht hatte, daran gewöhnt. Da Alexander früher mir gegenüber fast aggressiv geworden wäre, mag Lijuanin jetzt vielleicht eher auf ihrer Seite sehen, fuhr Raphael fort. Aber wir dürfen ihre Wahnvorstellungen nicht vergessen. Sie hält sich für eine Göttin. Deshalb ist es viel wahrscheinlicher, dass sie jeden umbringen möchte, der die Macht und Stärke haben könnte, sich ihr entgegenzustellen. Wäre Alexander denn dazu in der Lage? So langsam erwachten bei Nasi die Jagdinstinkte. Ist er mächtig und stark genug? Möglicherweise hatten sie dann ja Erfolg und Lijuan schaffte keine weitere Wiederauferstehung, sondern blieb tot. Das lässt sich nicht so ohne weiteres sagen. Als er sich vor vierhundert Jahren zum Schlafen zurückzog, war er stärker als sie. Aber Lijuans Kraft nahm in diesen Jahren überproportional zu, während Alexander sozusagen im Koma lag. Wenn Engel diese spezielle Art des Schlafes wählten, veränderten sie sich während der Ruhephase nicht. Soweit waren die Fakten Nasi bekannt. Das interessierte ihn jedoch im Augenblick weniger. Wenn ich jemanden aufspüren soll, brauche ich dessen Duftnote. Und Alexander ist schon zu lange nicht mehr auf dieser Welt. An Geistern scheiterte selbst Nasies Spürsinn. Was ihn ärgerte, denn es gefiel ihm gar nicht, eine Beute nicht aufspüren zu können. Aber so war es nun einmal. Wie bei seiner Gefährtin. Die konnte er auch nicht aufspüren. Sie versteckte sich vor ihm. Du bekommst Unterstützung, erklärte Raphael, ehe er einen Moment lang schwieg, um einen Engelskrieger zu beobachten, der oben am Himmel ein paar schwierige und sehr interessante Flugmanöver durchführte, während er sich gleichzeitig im Schießen mit der Armbrust übte. Jessamy unterrichtet eine Gelehrte, die sich auf die Erforschung schlafender Erzengel spezialisiert hat. Deine Aufgabe ist es, für ihre Sicherheit zu sorgen und dir die von ihr vorgeschlagenen Orte anzusehen. Nasi runzelte die Stirn. Wissen auch andere von ihrem Spezialgebiet? Ja. Mit Raphaels Ton hätte man Wasser gefrieren lassen können. Selbst Lijuan ist eigentlich kaum zuzutrauen, die Entführung eines Engels aus der Zuflucht anzuordnen. Aber so, wie sie in letzter Zeit geradezu notorisch ein Engelstabu nach dem anderen brach, habe ich Galen und Venom damit beauftragt, ein Auge auf Andromeda zu haben. Ich werde auf sie aufpassen. Wenn es darauf ankam, war Nasi ein vorzüglicher Wachhund. Gleichzeitig musst du sie genau beobachten, fuhr Raphael fort. Sie ist Cherry Semnons Enkelin. Nasi bläckte unwillkürlich die Zähne. Cherry Semnons war für den schrecklichen Sturz der Engel verantwortlich, der so viele verletzt und getötet hatte. Außerdem verdankte die Welt ihm auch noch eine tödlich verlaufende, hoch ansteckende Vampirkrankheit. Warum arbeiten wir dann mit ihr zusammen? Andromeda ist durch und durch gelehrt, versicherte mir Jessamy, sagte Raphael. Eine von der Sorte, die lieber alle Bindungen zur Familie durchtrennt, als sich vom Studium abhalten zu lassen. Sie hat seit ihrem Eintreffen in der Zuflucht keinen Kontakt mehr zu ihren Leuten und findet die Vorstellung unerträglich, dass ein Schläfer ermordet werden könnte. Galen stimmt Jessamy in ihrer Einschätzung zu, denn er sieht die Gelehrte genauso. Nasi nickte zufrieden. Galen hat scharfe Instinkte. Jessamy war klug, hatte aber ein zu gutes Herz. Ich werde ganz sicher merken, wenn die Gelehrte lügt. Sterblich oder unsterblich, alle Lügner strömten einen ganz eigenen, unverwechselbaren, sauren Geruch aus. Wenn Lijuans Leute allerdings bisher erfolglos blieben, haben Galen und Jessamy vielleicht recht, was ihre Einschätzung der Frau betrifft. Das sehe ich auch so. Cherry Semnon steht Lijuan sehr nahe. Wenn er wüsste, wo Alexander schläft, dann hätte er ihr das längst gesagt. Wir sollten dieser jungen Gelehrten erst einmal vertrauen und ihr Gelegenheit geben, sich zu beweisen. Und wer wird auf sie Acht geben, wenn ich die Orte ausspähe, die ihrer Meinung nach in Frage kommen? Du nimmst sie einfach mit. »Bitte?« Nasir starrte Raphael fassungslos an. Blinzelte. »Ich kann doch keine Historikerin mit mir herumschleppen,« zischte er schließlich aufgebracht. »Ich werde ihr nur Schaden zufügen.« Er hatte Jessamy als Junge einmal den Arm gebrochen, weil er vor Freude, sie zu sehen, von einem hohen Regal auf sie heruntergesprungen war. Sie hatte natürlich gewusst, dass er es nicht mit Absicht getan hatte, und ihm sofort versichert, er solle sich bloß keine Sorgen machen, da sie ganz schnell wieder heilen werde. Aber er hatte den Schrei nie vergessen können, den sie vor Überraschung und Schmerz ausgestoßen hatte. Und auch das grauenhafte Knacken, mit dem ihre Knochen gebrochen waren, hallte immer noch in seinem Kopf nach, wenn er an den Vorfall dachte. »Es ist deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das nicht passiert, Nasir.« Eine Böe kam auf und wehte Raphael die tiefschwarzen Haare ins Gesicht. »Andromeda ist unsere größte Chance. Mit ihr an unserer Seite schaffen wir es vielleicht, als Erste bei Alexander zu sein. Wir dürfen nicht vergessen, wie alt Lijuan ist und wie alt auch ein paar der Gelehrten an ihrem Hof sind. Sie könnte Zugang zu Informationen haben, die ihr einen Vorsprung verschaffen.« Nasir richtete seinen Blick wieder auf den Stahl, das Glas und das glitzernde Wasser der unter ihm liegenden Stadt. Als er sprach, gab er sich große Mühe, wie ein Mensch zu klingen. Das gelang ihm allerdings nicht ganz. »Und wie soll ich meine Gefährtin finden, wenn ich mit einer anderen Frau herumziehe?« »Du hast 600 Jahre ohne Gefährtin gelebt.« Der Erzengel klang belustigt. »Was macht dich auf einmal so ungeduldig?« »Es ist an der Zeit, deswegen bin ich ungeduldig.« Nasir lebte nach dem Rhythmus in seinem Blut und in seiner Seele, und dieser Rhythmus schlug zur Zeit nur einen Beat. »Ist die Gelehrte wild und interessant?« erkundigte er sich hoffnungsvoll, »denn wie sein Zeier beurteilte auch er Leute nicht nach ihrer Abstammung, sondern nach ihren Taten.« »Nicht nach deiner Definition. Andromeda hat wohl ein Keuschheitsgelübde abgelegt,« sagt man. Nasir stöhnte. »Ich sollte mich vom Balkon stürzen, einfach so, mitten in den Verkehr hinein. Das tut bestimmt weniger weh als die Folter, die ich in nächster Zeit ertragen muss.« Nasir mochte Sex, mochte es, den warmen, weichen Körper von Frauen zu berühren, liebte es, in ihre enge, feuchte Scheide zu stoßen, während sie laut seinen Namen riefen. Doch seit der Nacht, in der er beschlossen hatte, nach seiner Gefährtin zu fahnden, hatte er mit keiner Frau mehr geschlafen. Das Keuschheitsgelübde der Gelehrten frustrierte ihn also nicht, weil er etwa vorgehabt hätte, sie zu verführen. Nein, er war frustriert, weil das Gelübde bestätigte, dass sie nicht die Gefährtin war, nach der er suchte. Und nun würde er, wer weiß, wie lange mit ihr herumziehen müssen. Eine ihm bestimmte Gefährtin würde auf keinen Fall so etwas Lächerliches wie ein Keuschheitsgelübde ablegen. »Warum hat sie denn Keuschheit gelobt?« erkundigte er sich vorsichtig. »Ist sie sehr seltsam?« Die Welt der Engel war nicht gerade für ihren Mangel an sexuellen Exzessen bekannt. Raphael warf den Kopf in den Nacken und lachte das laute, herzliche Lachen, das Nasir lange Zeit vermisst hatte, bis Elena in das Leben Desire getreten war. Genau das wollte Nasir auch. Eine Gefährtin, die ihn zum Lachen brachte, die ihn herausforderte. Und die es wild mit ihm trieb, immer und immer wieder. Irgendwelche dämlichen Keuschheitsgelübde kamen da nicht in Frage. »Es gibt sie durchaus, diese seltsamen Keuschenwesen«, sagte Raphael schließlich. »Manche Gelehrten meinen eben, das Ausschalten körperlicher Ablenkungen schärfe den Geist.« »In dem Fall bleibt mein Geist lieber ungeschärft.« Nasir stand auf und sah seinen Erzengel an. »Ich mache mich gleich auf, Sire.« Damit verpasste er zwar das Abendessen bei Honor und Dimitri, aber das würden die beiden schon verstehen und ihn, wenn er zurückkam, wie immer an ihrem Tisch willkommen heißen. Raphael schüttelte den Kopf und wieder fegte eine Böe die pechschwarzen Haare wie ein Vorhang vor das unglaubliche Blau seiner Augen. »Aber nicht heute Nacht, Nasir. Die heutige Nacht verbringst du mit deiner Familie in New York.« Nasir hasste das Reisen im Metallbauch eines Flugzeugs. Aber wenn man keine Flügel besaß, war das nun einmal für einen Großteil der Strecke bis zur Zuflucht die schnellste Methode. Während des Fluges lief er die ganze Zeit unruhig in der Kabine auf und ab und drängte sich nach der Landung sofort durch die noch nicht einmal ganz geöffnete Tür. Draußen schien ihm die Sonne voll ins Gesicht und der Wind küsste ihn auf beide Wangen. So liebte er es. Zum ersten Mal seit Stunden konnte er wieder tief durchatmen. Er schüttelte sich, damit sich seine Haut wieder so arrangierte, wie es sich gehörte, und fing geschickt die Reisetasche auf, die ihm der Pilot aus dem Flugzeug zuwarf. Nasir hatte ihn und den Co-Piloten während des Flugs schier in den Wahnsinn getrieben. Jetzt grinste er und salutierte fröhlich vor den beiden, was der Pilot mit einem breiten Lächeln beantwortete. Der Vampir kannte Nasir. Er ließ noch einmal die Fangzähne aufblitzen, winkte und verschwand wieder in seinem Cockpit. Nasir schwang sich immer noch lachend die Reisetasche über die Schulter und rannte im Dauerlauf zu dem privaten Parkhaus, das sein Motorrad beherbergte. Weit in der Ferne ragten Berge auf, deren Spitzen sich in den Wolken verbargen, aber diese Berge gehörten nicht zur Zuflucht. Noch war Nasir sehr weit von seinem eigentlichen Ziel entfernt. In der Nähe der Engelszuflucht gab es nichts, was auch nur annähernd an die Zivilisation erinnerte. Wer als nicht zugangsberechtigter Vampir oder Sterblicher zufällig das Gebiet der Zuflucht betrat, vergaß den Besuch schnell wieder, denn die Erinnerung daran wurde stillschweigend entfernt, ohne dass er etwas davon mitbekommen hätte. Allerdings war auch die Landschaft um die einzelnen Festungen herum so unwirtlich, dass nur wenige sich überhaupt bis dorthin wagten, und die mächtigen Engel, die dauerhaft in der Zuflucht lebten, waren durchaus in der Lage, die Zugangsmöglichkeiten zu diesem sicheren Hafen ihrer Gattung in tiefen Nebel zu hüllen. Und falls ein ehrgeiziger Kletterer es einfach nicht lassen konnte und sich doch zu weit in die Berge hinauf wagte, fand er sich schnell in einer unglaublich zerklüfteten, eisigen Umgebung wieder, in der Knochenbrüche unausweichlich waren. Wer sich ein zweites Mal hierher aufmachte, überlebte die Reise dann nicht mehr. Mit der Sicherheit des Ortes, in dessen Schutz ihre Jungen aufwuchsen, gingen die Engel keine Risiken ein. In der Garage nickte Nasie nur kurz dem diensthabenden Mechaniker zu, um sich danach sofort seinem Motorrad zuzuwenden. »Sie ist bereit, kann gleich losfahren,« versicherte ihm der Mechaniker, ein Vampir im örtlichen Dialekt, wobei er liebevoll die metallik-blaue Seitenverkleidung der Maschine tätschelte. »Ich beneide sie um die Spritztour. Das Wetter ist genau richtig.« Janvier und Nasie fuhren Motorrad, seitdem diese Maschinen richtig schnell und aufregend geworden waren. Anfangs waren beide mehr als einmal gestürzt, aber Nasie hatte selbst in seinen allerersten Anfängertagen nie einen Helm getragen. Heute setzte er sich einen auf. Denn Ashwini war unglaublich wütend geworden, als sie ihn das letzte Mal ohne Helm hatte fahren sehen. Sie hatte sich so aufgeregt, dass er sich bei ihr entschuldigt hatte und sofort losgezogen war, um sich einen zu kaufen. Ashwini war Janviers Gefährtin, eine Jägerin. Sie hatte vor knapp einem Jahr Bruder und Schwester verloren und war danach so lange so traurig gewesen, dass Nasie das bloße Zusehen wehgetan hatte. Wenn es nach ihm ging, würde sie nie wieder derart traurig sein müssen, erst recht nicht dadurch, dass er sich bei einem Unfall so schwere Verletzungen zuzog, dass ihm auch seine Unsterblichkeit nichts nutzen würde. Nasie wusste, im Gegensatz zu den Sterblichen genau, dass niemand ganz und gar unsterblich war. Es sei denn, man hieß Li Zhuang. Der Erzengel von China hatte die hässliche Angewohnheit, immer wieder von den Toten aufzuerstehen. Während er den Helm aufsetzte und seine Maschine startete, dachte er wieder einmal darüber nach, wie man Li Zhuang so töten könnte, damit sie nicht nur starb, sondern auch tot blieb. Das Motorrad erwachte mit einem samtweichen Röhren zum Leben. Nasie verstaute seine Sachen, verabschiedete sich mit hochgerecktem Daumen von dem Mechaniker und machte sich auf den Weg. Er hatte im Flugzeug ein bisschen Fleisch gegessen und Blut aus der Flasche getrunken. Und das musste für den Rest der Reise reichen. Die Maschine würde später Benzin brauchen, weshalb er, Janvier und ein paar andere, die so reisten wie sie, an mehreren unauffälligen Stellen Vorräte gelagert hatten. Doch erst einmal konnte er sorglos über die Bergwege brettern und den gewaltigen Druck des Windes auf seiner Brust spüren. Auf halbem Weg drohte dieser jedoch, ihn von der Maschine in eine tiefe Schlucht zu drängen. Eine Herausforderung, die ihn die Zähne blecken ließ. Er beugte sich tiefer über den Lenker und fuhr weiter. Kurze Zeit später, als er langsamer geworden war, um einen besonders schönen Ausblick zu bewundern, sah er ein Schild, das vor Tigern warnte. Das erinnerte ihn an Elenas Versuche, mehr über seine Abstammung zu erfahren. Er lachte so heftig, dass er fast vom Motorrad gefallen wäre, jagte die Maschine hoch und raste weiter. Auch als das harte, klare Sonnenlicht immer länger werdenden Schatten wich und es langsam tiefschwarze Nacht wurde, hielt er nicht an. Seine Nachtsicht war genauso gut wie sein normales Sehvermögen. Er stoppte nur, wenn es nötig wurde, ein Benzinversteck aufzusuchen, und fuhr nach dem Tanken sofort weiter. Irgendwann würde er jagen müssen, aber wenn sich keine Beute auftreiben ließ, war das auch nicht weiter schlimm. Verhungern würde er schon nicht, in seinem Alter verbrannte der Körperenergie nicht mehr so schnell wie bei einem jungen Vampir. Nicht, dass er ein Vampir gewesen wäre, aber so bezeichneten ihn die meisten Leute nun einmal. Elena nicht, sie fand, er sei ein Tigerwesen und ahnte noch nicht einmal, wie nahe sie der Wahrheit damit kam. Nasir neckte die Gemahlin des Haier zu gern und ließ sie weiterraten, was er denn nun in Wirklichkeit war. Raphael spielte mit und machte auch ein Geheimnis aus Nasirs Herkunft, und das freute Nasir fast noch mehr als das Spiel selbst. Denn eigentlich hatte Nasir seinen Saier vorher noch nie spielen sehen. Jedenfalls nicht so. Heimliche Regeln, die zwischen Gefährten gelten. Wie die Geheimnisse, die er mit seiner Gefährtin teilen würde. Wenn er sie erst einmal gefunden und angeknurrt hatte, weil sie sich so lange vor ihm versteckt gehalten hatte. Vielleicht würde er aber auch nicht knurren. Vielleicht würde er sie beißen. So fuhr er durch die Nacht und durch den nächsten Tag, in Gedanken bei der Gefährtin, die sich ihm auf so ärgerliche Weise entzog. Er ruhte sich nur aus, wenn die Sonne allzu heiß schien und es auf dem Motorrad ungemütlich wurde. Dann suchte er sich einen Baum, machte es sich auf einem Ast bequem und begab sich in einen Zustand, in dem er keine Knochen im Leib zu haben schien. So hatte er immer geruht, auch als Kind schon. Dimitri hatte ihn einmal so entdeckt und ihm von unten aus zugerufen, was um alles in der Welt er da treibe. »Ich hab geschlafen«, hatte der kleine Nasir wütend gefaucht, sehr ungehalten darüber, dass man sein Schläfchen gestört hatte. Dimitri, nur mit einer Hose aus reißfestem schwarzem Stoff und Stiefeln bekleidet, den nackten Oberkörper schweißgebadet, weil er gerade vom Training mit Raphael kam, hatte kritisch die Brauen zusammengezogen. »Hast du denn keine Angst, du könntest runterfallen?« »Nein! Deswegen schlafe ich ja so.« Nasir hatte mit Armen und Beinen gerudert, die rechts und links von seinem lang ausgestreckten Körper vom Ast baumelten. Der Körper selbst bewegte sich nicht. »Wenn das so ist, wünsche ich dir wohl zu ruhen.« Nasir ruhte auch jetzt wieder prima auf seinem Ast, und als er aufwachte, suchte er sich frisches Wasser und trank. Das war nicht so gut wie Blut, reichte ihm im Moment aber völlig. Er fuhr weiter, den ganzen Nachmittag hindurch, bis er vor einer Garage angekommen war, die man in einer seitlich in einen Berg gebauten Höhle untergebracht hatte, und die so gut versteckt lag, dass niemand sie finden konnte, wenn er nichts von ihrer Existenz wusste. Nasir legte die Hand flach auf den Schließmechanismus der Eingangstür, rollte dann die Maschine in den stillen, leeren Raum und parkte sie neben einer Reihe ziemlich mitgenommen wirkender Geländewagen und Motorräder, die er allesamt gut kannte. Der Berg hatte sich hinter ihm gleich wieder geschlossen, und da Nasir kein Licht aktiviert hatte, lag die Garage in nachtschwarzer Dunkelheit da. Er nahm den Helm ab und hängte ihn an den Lenker seines Motorrades, damit andere wussten, dass er ihm gehörte, schnallte die Reisetasche vom Gepäckträger, fuhr sich kurz mit fünf Fingern durch das zerzauste Haar und ging weiter in den hinteren Teil des höhlenartigen Raumes. Seine Reise führte ihn jetzt eine ziemliche Strecke weit in einen Tunnel hinein. Nasir gefiel das überhaupt nicht, aber immerhin war der Tunnel breit. Er biss die Zähne zusammen und fing an zu laufen, um diesen unterirdischen Weg möglichst schnell hinter sich zu bringen. Wenn man den Unterlagen glauben wollte, die Jessamy ihm einmal herausgesucht hatte, war der Tunnel etwa eine Meile lang. Das war für jemanden wie Nasir eigentlich keine Entfernung, aber er hasste ganz einfach das Gefühl des Eingesperrtseins. Sobald er wieder an der frischen Luft war, streckte er sich und lief mit weit ausholenden Schritten im Dauerlauf weiter, wobei seine Lungen sich ausdehnen mussten, um mit der zunehmend dünner werdenden Luft fertig zu werden. Der Zugang zur Zuflucht führte durch Eis und Schnee. Beides war Nasir zuwider, und so war er froh, dass die Zuflucht selbst stets schneefrei blieb. Wie das geschah und warum, wusste niemand mehr so richtig, aber es war nun einmal so. Als Nasir noch sehr jung gewesen war, hatte er immer wieder wissen wollen, wie das denn sein könne, und Raphael hatte ihm von den Vorfahren erzählt, die der Legende nach unter der Zuflucht schliefen. Das waren die allerersten unserer Art, hatte er erzählt, während der kleine Nasir zwischen seinen muskulösen Armen stand, denn er lernte gerade mit der Armbrust umzugehen. Wir reden hier von einer Zeit, in der es noch keine schriftlichen Aufzeichnungen gab, von den Vorfahren, die den uns bekannten Uralten vorausgehen, so alt, dass sie fast schon eine eigene Spezies darstellen. Der Legende zufolge sorgte der Einfluss der schlafenden Vorfahren für das weitgehend milde Wetter in der Zuflucht, das nur manchmal von Jahreszeiten mit Eis und Schnee gestört wurde. Wenn es Winter wird, hatte Raphael damals geheimnisvoll geflüstert, dann hat einer der Vorfahren gerade einen Traum und ist abgelenkt. So hat es mir zumindest meine Mutter erklärt, als ich klein war. Niemand wusste, ob diese Legende einen wahren Kern hatte, aber eins ließ sich nicht übersehen. Die physikalischen Bedingungen in der Zuflucht waren irgendwie anders. Kein so hoch in den Bergen gelegenes Gebiet hätte vor den eisigen Fühlern der Temperaturen unter Null sicher sein dürfen. Nasies geheimer Horst lag außerhalb der eigentlichen Zuflucht, war jedoch von Ejon fürsorglich mit einer Heizung ausgestattet worden. Es gab sogar eine Fußbodenheizung, die immer für eine Temperatur sorgte, die Nasi als angenehm empfand. Die Anlage wurde von ein paar versteckt, in einiger Entfernung vom Horst aufgebauten Sonnenkollektoren gespeist. So konnte niemand durch Zufall auf Nasies Behausung stoßen. Heute versuchte er, solange es ging, die kälteren Höhenlagen zu meiden. Als das nicht mehr möglich war, wusch er sich an einem eiskalten Gletscherbach, was auch kein reines Vergnügen war, trocknete sich mit zusammengebissenen Zähnen ab und zog sich andere Kleidung an. Zuoberst einen schwarzen Kaschmir-Pullover, den er in New York erstanden hatte. Darunter trug er ein dunkelgraues Hemd mit Nieten, das Honor für ihn besorgt hatte und das er grundsätzlich nie in die Jeans steckte. Über den Kaschmir-Pullover kam dann noch eine nicht mehr ganz taufrische Lederjacke, die Janvier ihm vor etwa zehn Jahren geschenkt hatte. Dicke Socken, die abgetragenen, wunderbar eingelaufenen Stiefel mit den speziell für das Laufen auf Eis gedachten Sohlen, und er war fertig. Nichts davon brauchte er eigentlich. Er würde auf keinen Fall erfrieren, dazu war sein Blut viel zu heiß. Aber es ging ja schließlich nicht nur darum, nicht zu erfrieren, oder? Frieren reichte Nasie voll auf. Er hasste es zu frieren. Hoffentlich war seine Gefährte niemand, der es gern kalt hatte, und womöglich noch in einer Gegend wohnen wollte, in der es Schnee, aber keine Hitze gab, um die Härte der kalten Jahreszeit auszugleichen. Schrecklich. Er würde sie überreden müssen, in eine Klimazone irgendwo dazwischen zu ziehen, wo es kalt war, nur nicht gleich unter Null. Sollte sie nicht mitkommen wollen, würde er dennoch bei ihr bleiben. Natürlich würde er bei ihr bleiben, wenn er sie je fand. Er verstaute gerade seine getragene Kleidung, als er auf dem Boden der Reisetasche etwas aufblitzen sah. Er tastete danach, zog daran, und das glitzernde Ding entpuppte sich als dickes Namensarmband aus blankpoliertem Metall. Bewundernd musterte er sein Namenszug auf dem abgeflachten Teil des Schmuckstücks und riss die kleine Karte ab, die an das Armband gebunden war. Sei vorsichtig und denk daran, dir den Schal umzubinden. Ich habe deine Socken gegen dickere getauscht und vorne in die Seitentasche Handschuhe gesteckt. Küsse, Honor. Lächelnd streifte er sich das Armband über, verstaute die Karte sorgsam in einer Innentasche seiner Lederjacke und zog wunderschöne, gefütterte, schwarze Lederhandschuhe aus der Seitentasche der Reisetasche. Dankbar bewegte er die Zehen in den dicken Socken, schlang sich seinen dunkelgrünen Schal um den Hals und warf sich sein Gepäck erneut über die Schulter. Versprochen, sagte er laut. Ich bin bestimmt vorsichtig. Meine Gefährtin wartet auf mich. Fast meinte er, Onnas Lachen zu hören. Was hatte sie ihn gefragt, als er das letzte Mal behauptet hatte, seine Gefährtin warte irgendwo auf ihn? Und was tust du, wenn sie sauer auf dich ist, weil du sie so lange hast warten lassen? Diese Frage hatte Nasi eine Weile ganz schön aus der Bahn geworfen. Er war nie auf die Idee gekommen, seine Gefährtin könnte schon länger leben als er und gewartet haben, bis er für sie bereit wäre und nicht umgekehrt. Das kam vor. Anna war jünger als Dimitri, aber bei Jessamy und Galen war Jessamy die Ältere. Dann werde ich ihr den Hof machen, hatte er geantwortet, nachdem er Onnas Frage überdacht hatte. Ich werde sie davon überzeugen, dass ich ihres Wartens wert bin. Daran, wie er seine Gefährtin den Hof machen würde, dachte er während der verbleibenden Stunden seiner Reise in die Zuflucht, und diese Gedanken ließen ihn fast die beißende Kälte und die Gefahr vergessen, die das Eis darstellte. Auch die zerklüfteten Felsen ringsumher grüßten ihn nicht wie drohend aufragende Gefahren, sondern eher wie vertraute Gegner. Anders als die unglücklichen Kletterer, die überhaupt nie so weit kamen wie er, weil sie sich vorher schon unzählige Knochen gebrochen hatten, wusste Nasir, wie man sich zwischen diesen natürlich gewachsenen Zähnen aus Stein bewegte, die die Festung der Engel bewachten. Er brauchte noch nicht einmal langsam zu gehen, er konnte auch weiterhin seinen Weg schnell fortsetzen, denn seine Füße bewegten sich dank der bequemen Stiefel sicher auf den Gletscherflecken und Eisdecken, über die er lieber lief als durch den hohen Schnee. Und seine Augen erkannten blitzschnell jede Gefahr. Die Sonne wollte gerade hinter dem Horizont verschwinden, als sich die Schatten großer Flügel auf ihn legten. Nasir sah auf. Dunkelgraue, mit weißen Streifen durchsetzte Flügel, dazu rote Haare, die der Sonnenuntergang scharlachrot aufleuchten ließ. Das war Gälen. Nasir winkte ihm zu. Der Engel erwiderte den Gruß, indem er kurz den rechten Flügel senkte. Dann drehte er am Himmel noch eine Runde, ehe er nicht weit von Nasir entfernt landete. Hast du nach mir Ausschau gehalten? Nasir brauchte nicht lange, um zu dem breitschultrigen Mann aufzuschließen. Ich hatte fest damit gerechnet, bis zu den Bergausläufern fliegen zu müssen. Der Waffenmeister umarmte Nasir herzlich und klopfte ihm so fest auf den Rücken, dass Nasir fast das Gleichgewicht verloren hätte. So stark war Gälen. Du liegst bestimmt zwei Stunden unter deiner Bestzeit vom letzten Mal. Ich bin schneller geworden. Nasir wuchs in einer Weise, die selbst Care nicht verstand, und der Heiler verstand eine Menge. Inzwischen ging man generell von der Annahme aus, dass Nasir selbst zwar voll ausgewachsen sein mochte, seine Fähigkeiten und Gaben sich aber wohl noch nicht zu ihrer endgültigen Form in ihm entwickelt hatten. Du bist der Einzige deiner Art, der lange genug überlebt hat, um erwachsen zu werden. Man weiß einfach nicht, wie du dich entwickeln wirst. Es gibt keine Richtwerte. Man kann nicht sagen, wie stark du letztlich sein wirst. So hatte Care versucht, es Nasir zu erklären. Wenn du mal Zeit hast, sollten wir stoppen, wie viel schneller du genau geworden bist, sagte Gälen. Willst du den ganzen Weg laufen? Ja. Nasir hatte sich zwar als Kind gern von Engeln tragen lassen, aber jetzt galt das nicht mehr. Jetzt wünschte er sich Boden unter die Füße. Er mochte sich noch nicht einmal in einen der Körbe setzen, in denen die Krieger Gäste transportierten, die keine Flügel besaßen. Sag Jessamy, zum Essen bin ich da. Gälen strahlte. Sein Lächeln reichte bis in die außergewöhnlich hellgrünen Augen. Sie hält schon seit Sonnenaufgang nach dir, Ausschau. Nasir war gerührt. Er wartete, bis Gälen abgehoben und dabei mit einem mächtigen Flügelschlag jede Menge Schnee aufgewirbelt hatte und rannte wieder los. Er lief jetzt noch schneller als zuvor, so schnell, dass jeder zufällige Beobachter ihn bloß als vorüberhuschenden Schatten wahrgenommen hätte. Eine Stunde später flogen immer mehr Engel über ihn hinweg, denn der Flugverkehr hatte zugenommen, bis er in der Ferne das Rauschen vieler Starts und Landungen hörte, dazu noch die Stimmen und das Lachen von Leuten, die ihren täglichen Geschäften nachgingen, die ihr Leben hier lebten. Der Himmel war inzwischen schwarz geworden. Er wirkte ganz samten, und nur wenige frühe Sterne zeigten sich, als Nasir ziemlich abrupt keinen Schnee mehr unter den Füßen spürte und warme Luft ihm um die eiskalt gewordenen Wangen strich. Ohne stehen zu bleiben, steuerte er auf das Haus von Jessamy und Gälen zu, das hoch oben auf einer Klippe stand. Im Hof fing ihn ein Vampir mit giftgrünen, geschlitzten Augen ab, dem die dunkelbraunen, fast schwarzen Haare bis zum Halsausschnitt seines T-Shirts reichten. Nasir! Es folgte eine stürmische Umarmung. Nasir ließ seine Tasche auf das Kopfsteinpflaster fallen und schlug Venom kräftig auf den Rücken. Rings um den kleinen Hof standen Kübel voller blühender Pflanzen. Dann hat Gälen dir also noch nicht sämtliche Knochen gebrochen? Wohlwollend betrachtete er die Jeans und das schlichte schwarze T-Shirt des Jüngeren. Keine Anzüge mehr? Venom war für sein gefährlich elegantes Auftreten bekannt. Seine Anmut galt als ebenso glatt wie tödlich. Was interessieren mich Anzüge, wenn ich mir jeden Tag auf dem Trainingsplatz den Hintern versohlen lassen muss. Venom deutete leise stöhnend auf die grünlich-blauen Flecken an seinem Kinn, die sich deutlich gegen die braune Haut abhoben. Manchmal weiß ich wirklich nicht, ob Gälen mich nicht doch umbringen will und nicht bloß unterrichten. Nasir bleckte die Zähne. Wenn Gälen dich umbringen will, wirst du das schon merken. Der Waffenmeister kämpfte nicht wie Nasir oder Venom. Sein Stil war schwerfälliger und berechenbarer, aber seine Stärke war ebenso brutal wie tödlich. Er will einfach nur dafür sorgen, dass ein harter, zäher Bursche aus dir wird. Venom, der die Gabe des tödlichen Gifts in den Adern trug, war durchaus gefährlich, aber mit seinen erst 350 Jahren der Jüngste in der Gruppe der Sieben. Er musste noch ein bisschen zurechtgestutzt und gestählt werden. »Da bist du ja!« Jessamy kam aus dem Haus gerannt. Um ihre Beine bauschte sich ein luftiges, knöchellanges, gelbes Gewand. Sie hatte ihre kastanienbraunen Locken in einem losen Zopf zusammengefasst. Ihre dunkelgrünen Augen funkelten nur so, und sie strahlte vor Freude über das Wiedersehen über das ganze helle Gesicht. Nasir schloss die große, zarte Gestalt liebevoll in die Arme, rieb sich an der Innenseite von Jessamys Flügeln, ehe er die Freundin hochhob und sie im Kreis herumschwenkte, bis sie laut protestierte. »Oh, wie ich dich vermisst habe!« verkündete sie mit feuchten Augen, als er sie abgesetzt hatte und sie sein Gesicht in beide Hände nehmen konnte, um ihn auf die Wangen zu küssen. »Komm rein, komm rein! Drinnen wartet was zu trinken auf dich!« Wie auf ein Stichwort gab Nasirs Magen deutliche Geräusche von sich, aber zuerst kam die Arbeit. »Ist die Gelehrte denn zurzeit in Sicherheit?« »Ja, sie arbeitet in der Bibliothek. Ich dachte, du könntest dich ausruhen und etwas essen, ehe ich euch miteinander bekannt mache. Ich will sie zum Abendessen einladen.« Von Venom und Jessamy eingerahmt, machte sich Nasir auf den Weg zum Haus. Dicht hinter ihnen konnte man Galen landen hören. Nasir atmete tief durch. Es war gut, wieder mit der Familie zusammen zu sein. Andromeda stand ganz hinten in der Bibliothek an einem Lesepult und versuchte angestrengt, sich auf das vor ihr liegende, reich illustrierte Manuskript zu konzentrieren. Aber wie sehr sie sich auch bemühte, sie sah doch immer nur wieder den Brief vor sich, der sie etwa eine Stunde zuvor erreicht hatte. »In 21 Tagen hast du Geburtstag. Du wirst dann 400 Jahre alt. Du hast jetzt lange Jahre tun dürfen, was dir beliebter. Hast es dir gut gehen lassen. Und wir haben dir alles erlaubt, sogar deine Entscheidung, deine Blutlinie zu verlassen und in der Zuflucht zu leben.« Jetzt ist es an der Zeit, nach Hause zurückzukehren und deine Pflichten deiner Familie und deinem Erzengel gegenüber aufzunehmen. Daher erwarten wir dich sechs Tage vor deinem Geburtstag bei uns, mit Beginn der zeremoniellen Feiern. Nach den Feierlichkeiten wirst du an den Hof deines Großvaters gehen, um dort deine Stellung an seiner Seite einzunehmen. Dein Großvater hat für eine Gelehrte eigentlich so gut wie keine Verwendung. Aber da du sein einziges Enkelkind bist, ist er bereit, deine Mängel zu übersehen. Voraussetzung ist allerdings ein Benehmen, wie es einer Prinzessin an seinem Hof gebührt. Enttäusche deinen Großvater nicht, Andromeda. Seine Geduld kennt Grenzen. Andromeda umklammerte mit beiden Händen das Lesepult so fest, dass sich ihr die Holzkanten in die Handflächen gruben. Du hast es dir gut gehen lassen, so beschrieb ihre Mutter Jahrhunderte des Studiums und Lernens. Die sorgsamen, teilweise sehr zeitaufwendigen Recherchen, mit denen Andromeda Zahllosen und Sterblichen hatte helfen können, die sich mit ihren Fragen an die Gelehrten in der Bibliothek wandten. Andromeda war eine Hüterin der Engelsgeschichte und Lehrerin der Jugend, lebte aber erst seit 325 Jahren in der Zuflucht und galt deshalb immer noch als Studierende. Das war sicher richtig so, denn es gab noch so viel, was sie lernen musste. Und dann waren da die Reisen, die sie unternommen hatte und gern weiter unternehmen würde. Denn die Welt war beständig Veränderungen unterworfen, und Andromeda wollte nach wie vor nichts anderes tun, als jeden einzelnen Aspekt des Lebens auf diesem Planeten und sämtliche Neuerungen in sich aufsaugen. Aber ihr lief die Zeit davon. Sie hatte immer gewusst, dass das Leben hier irgendwann ein Ende haben würde, dass sie, egal welche Entscheidungen sie traf und wohin sie ging, eines Tages 400 Jahre alt und damit gezwungen sein würde, an den Hof des Erzengels Cherisemnon aufzubrechen. Denn dort musste sie die Bedingungen des Blutschwurs erfüllen, den ihre Eltern nach ihrer Geburt in ihrem Namen geleistet hatten. Jessamy hatte sich erkundigt, ob Andromeda durch einen solchen Schwur gebunden war, als die junge Engelsfrau bei ihr in der Zuflucht aufgetaucht war, um sie zu bitten, sie als Lernende anzunehmen. Andromeda hatte damals gelogen, weil sie befürchtet hatte, abgelehnt zu werden, wenn von vornherein feststand, dass ihre Studien mit ihrem 400. Geburtstag ein Ende finden würden. Sie hatte behauptet, ihr Großvater habe sie vom Schwur ihrer Eltern entbunden, sobald sich abgezeichnet hatte, wie ungeeignet sie für ein Leben an seinem Hof war. Diese Lüge stand immer noch im Raum. Andromeda hatte es einfach nicht fertiggebracht, die Wahrheit einzugestehen, und je mehr Jahrzehnte und Jahrhunderte ins Land gingen, desto schwieriger wurde ein solches Geständnis. All das spielte jetzt keine Rolle mehr. Ihr blieben noch genau fünfzehn Tage in Freiheit, denn einen Tag musste sie für die Reise einrechnen. Fünfzehn Tage, dann sollte sie in das Land zurückkehren, in dem sie geboren war. Ein Land, dessen Schönheit herzerreißend war, und dass sie als noch nicht ganz Erwachsene verlassen hatte. Sie musste zurückkehren. Alles andere wäre Hochverrat und zöge die Todesstrafe nach sich. Nach solch einem Hochverrat würde ihr niemand mehr eine sichere Zuflucht bieten, weder Freund noch Feind. Denn es galt als Akt der Gewalt, einem Erzengel Kinder aus dessen Blutlinie zu stehlen. Ein solcher Akt konnte sogar Kriege auslösen. Andromeda hatte darin gedacht, Raphael oder Titus um Schutz zu bitten, da die beiden bereits gegen ihren Großvater Krieg führten, aber sie wusste selbst, dass eine solche Bitte vergeblich sein würde. Selbst wenn einer der Erzengel bereit gewesen wäre, sich die Nöte einer kleinen Studentin anzuhören, konnte doch keiner der beiden darauf eingehen. Denn ein solcher Verstoß gegen zentrale Regeln würde die eher traditionellen Erzengel schockieren und beunruhigen, mit denen Raphael und Titus momentan verbündet waren, und deren Unterstützung sie brauchten, um sich gegen den Tod und die schrecklichen Krankheiten zur Wehr zu setzen, die von Cherisemnon und seiner grauenhaften Verbündeten auf der Welt verbreitet wurden. So oder so würde Andromeda bis ans Ende ihrer Tage gejagt werden, wenn sie jetzt vor den Pflichten eines Blutschwurs davonlief. Da war es besser, die im Blutschwur festgelegten 500 Jahre zu dienen und zu hoffen, ihre Seele möge am Ende immer noch halbwegs intakt sein. Als Prinzessin am Hofe würde man von ihr ein ebenso grausames und unberechenbares Verhalten erwarten, wie es ihr Großvater an den Tag legte. Wenn sie sich weigerte, zu quälen und zu foltern, würde ihr Großvater sie zwar nicht gleich umbringen, doch er würde alles in seiner Macht stehende unternehmen, um sie zu brechen und zu einer Marionette zu machen. Cherisemnon duldete keinen Widerspruch und schon gar keinen Trotz. Noch 15 Tage. Sie holte tief, wenn noch etwas zittrig Luft und hatte es fast wieder geschafft, sich auf das Manuskript zu konzentrieren, mit dem sie sich heute befassen wollte und das ihr jetzt hoffentlich zu ein bisschen sicherem Boden unter den Füßen verhelfen würde. Da stellten sich ihr unversehens die Nackenhaare auf und sie wünschte, sie hätte heute zur Abwechslung einmal keinen Zopf getragen. Denn der Zopf machte ihren Nacken so nackt und verletzlich. Ihre Kehle war staubtrocken geworden, als sie sich langsam und vorsichtig umdrehte. Die Hand bereits nach dem Griff des scharfen Messers ausstreckte, das sie in einer Scheide am Schenkel trug und jederzeit durch ein Loch in der Tasche ihres feinen, himbeerfarbenen Gewandes erreichen konnte. Als sie erkannte, dass lediglich Jessamy durch den hohen Raum auf sie zukam, hätte sie fast erleichtert gelächelt. Aber ihre Mentorin war nicht allein. Neben ihr ging ein Schatten. Ein Schatten mit silbernen Augen, die Andromeda beobachteten, ohne zu blinzeln. Diesmal richteten sich sämtliche Härchen an ihrem Körper auf. Sie wusste, wer das war. Jeder kannte Nasir, obwohl so gut wie niemand wusste, was für ein Wesen er war und wo seine Ursprünge lagen. Er war einmalig, der einzige seiner Art. Seine Haut strahlte in einem warmen, dunklen Braun mit goldenen Untertönen und lud zum Streicheln ein. Seine Augen leuchteten silbern, die Haare wiesen genau denselben Farbton auf. Sie waren silbern, nicht grau. Als seien Haare und Augen aus Edelmetall geformt und auf Hochglanz poliert. Nasir fiel auf, an ihn erinnerte man sich. Allerdings hatte ihn Andromeda noch nie richtig aus der Nähe gesehen. Sie lebte jetzt seit 325 Jahren in der Zuflucht und natürlich war Nasir in dieser Zeit oft hier gewesen, aber Andromeda hatte dafür gesorgt, dass sie einander nie begegneten. Anfangs war sie zu jung gewesen, um sich für männliche Wesen zu interessieren, und außerdem fest entschlossen, sich ganz und gar auf ihre Studien zu konzentrieren, um möglichst erfolgreich zu sein. Später jedoch… Nasir weckte Gefühle in ihr, die für eine Frau, die ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, einfach unangemessen waren. Er ließ etwas in ihr völlig außer Kontrolle geraten, sich wie ein Tier aufführen, das aus dem Käfig drängte. Sie mochte ihm zwar nie zu nahe gekommen sein, aber sie hatte ihn durchaus von Weitem beobachtet. Er bewegte sich wie eine Dschungelkatze, nährte sich von Blut, aß aber auch Fleisch, hatte Augen, die auch im Dunkeln klar sahen, und verführte mühelos Sterbliche und Unsterbliche gleichermaßen. Auch in Bezug auf die Fähigkeit, so viele verschiedene Individuen zu bezaubern, war er einmalig, was Andromeda nur allzu bewusst war. Sein Charme, seine wilde, unwiderstehliche, fast hypnotisierende Schönheit und seine vielfältigen, starken Fähigkeiten, das alles stellte auf mehr als einer Ebene eine handfeste Bedrohung für sie dar. Andromeda? Jessamy musterte sie besorgt. Ist alles in Ordnung mit ihr? Erst jetzt wurde der jungen Gelehrten klar, dass sie sich nicht mehr geregt hatte, seit sie sich umgedreht hatte, um diesen Vampir, der kein Vampir war, beim Näherkommen zu beobachten. Nur mit Mühe zwang sie ihre starren Muskeln zur Mitarbeit. Alles bestens, stieß sie heiser hervor. Ich war nur gerade tief in Gedanken. Jessamy schien ihr zu glauben. Jedenfalls wich ihre Besorgnis einem liebevollen Lächeln, als sie Nasi am Arm berührte. Ich wollte dir Nasi gern noch vor dem Abendessen vorstellen. Du isst doch mit uns. Andromeda, deren Herz so laut und heftig schlug, als hätte sie gerade ein Wettrennen hinter sich, hatte bereits den Mund geöffnet, um dankend abzulehnen, und zu behaupten, sie wolle lieber allein sein, um letzte Hand an eine komplizierte Recherche zu legen, kloppte den Mund dann jedoch rasch wieder zu, als Nasi er plötzlich dicht vor ihr stand. Sie hatte gar nicht gemerkt, dass er sich bewegt hatte. Aber jetzt beugte er sich mit geblähten Nüstern vor, bis ihm das unmögliche Silberhaar ins Gesicht fiel und näherte sich ihrem Hals. Andromedas Blut strömte mit Macht zu dem Pulspunkt an ihrer Kehle, während ihre Hand unter dem Kleid nach dem Messer tastete. Nasi schnupperte. Er atmete ein, tief und lange, spürte, wie ihm das Wasser im Mund zusammenlief. Die Gelehrte roch genau richtig. Sie roch, wie seine Geliebte riechen sollte. Noch war er sich nicht sicher, ob sie auch wirklich seine Gefährtin war. Dieses kleine, zierliche Persönchen mit den großen, verängstigt blickenden Augen. Aber er wollte an ihr lecken, wollte sie schmecken und beißen. Er schickte sich gerade an, ausführlich an ihr zu schnüffeln, als Jessymys Stimme ihn aus dem Konzept brachte. »Nasir?« Da hatte er wohl vor lauter Aufregung etwas total Unzivilisiertes getan, hastig wich er einen Schritt zurück, konnte aber nicht aufhören, diesen köstlich duftenden Engel anzustarren. Die Gelehrte hatte eine Haut wie Honig. Nasir liebte Honig. Bestimmt schmeckte sie genauso gut, wenn er ihr mit der Zunge über die Haut fuhr. Ihre Augen waren braun, ein fast durchsichtig helles Braun mit kleinen, goldenen Einsprengseln um die Pupille herum. Hübsch. Soweit er ihre Flügel erkennen konnte, trugen sie einen satten Farbton, der beinahe an die Farbe der dunklen Schokolade herankam, die Honor so gern aß. Und die Haare waren dicht und dick, braun mit einem goldenen Schimmer. Sie wirkten wie gesponnene Seide. Sie trug sie in einem festen Zopf zusammengebunden, aber er konnte sehen, dass es Locken waren. Sofort stellte er sich vor, wie er den Zopf löste und mit den Locken spielte. Natürlich musste er sie erst einmal davon überzeugen, dass er sie nicht fressen wollte, denn sie sah so aus, als würde sie ihm das durchaus zutrauen. Guten Tag, sagte er, wie der ganz der gut erzogene Junge. Ich wollte nur wissen, wie du riechst. Oh, zwei Falten bildeten sich zwischen ihren Brauen. Dann schnupperst du an jedem, den du kennenlernst? Beim Klang ihrer Stimme hätte Nasi am liebsten die Augen geschlossen und nur noch gelauscht. Dann war sie also nicht nur ängstlich, sondern auch neugierig? Nein. Er sog ihren Duft noch einmal ein, sorgsam darauf bedacht, es wie einen ganz normalen Atemzug wirken zu lassen. Nur an Frauen. Und warum? Ich jage nach meiner Gefährtin. Da schienen all ihre Ängste mit einem Schlag wie weggeblasen. Sie warf ihm ein umwerfendes Lächeln zu. Dann ist dein Verhalten ja begreiflich. Damit warnte sie sich an Jessamy, als er jetzt alles gesagt, und während sich die beiden Frauen unterhielten, stand Nasi daneben wie bestellt und nicht abgeholt. Sollte das alles gewesen sein? Diese Andromeda roch richtig. Sie roch köstlich. Er wollte wissen, wie sie schmeckte. Warum betrachtete sie ihn nicht mehr als Bedrohung? Keuschheitsgelübde. Pfui. Nasi knurrte leise. Nur weil sie ein Gelübde abgelegt hatte, stellte er doch noch lange nicht keine Bedrohung mehr da. Allerdings? Er unterdrückte mit Mühe ein zufriedenes Grinsen. Wenn diese wohlriechende Engelsfrau sich jetzt sicher fühlte, erlaubte sie ihm vielleicht, dichter an sie heranzurücken. Dicht genug, um entscheiden zu können, ob sie nun seine Gefährtin war oder nicht. Wenn er ehrlich sein sollte, konnte er sich nicht recht vorstellen, dass sie wirklich für ihn bestimmt war, wie anziehend und interessant sie auch riechen mochte. Sie wirkte so zart und zerbrechlich. Aber Nasi hatte nicht vor, aufzugeben, ohne die Wahrheit herausgefunden zu haben. Vielleicht war es ihm ja bestimmt, eine zerbrechliche Gefährtin zu haben, obwohl ihm das wirklich albern vorkam. Vielleicht versteckte sie ihr wahres Ich ja auch. Der Gedanke faszinierte ihn. Eine Gefährtin mit geheimen Seiten. Spannend. Andromeda hatte Jessamys Einladung zum Abendessen ablehnen wollen. Nicht, weil sie nicht gern mit ihrer Mentorin und dem Waffenmeister zusammen aß. Im Gegenteil. Die beiden gehörten zu ihren liebsten Leuten auf der Welt. Galen und Jessamy hatten von Anfang an die Frau in ihr gesehen, zu der sie werden sollte. Und nicht nur den Spross einer bestimmten Blutlinie. Und Venom seit seiner Ankunft in der Zuflucht immer häufiger an Jessamys Tisch anzutreffen, war ihr inzwischen zu einem vertrauten Anblick geworden. Venom besaß einen beißenden Sinn für Humor, gepaart mit einer scharfen, kalten Intelligenz, mit der Andromeda gut zurechtkam und die sie zu schätzen wusste. Nasir beunruhigte sie. Das ja. Aber nicht deswegen hatte sie die Einladung ausschlagen wollen. Sie hatte ganz einfach nicht stören wollen. Nicht nur Jessamy, auch Galen und Venom hatten sich sehr auf Nasi gefreut. Die vier waren alte Freunde. Die drei Männer hatten demselben Erzengel die Treue geschworen. Andromeda mochte ungern das fünfte Rad am Wagen sein. Sie hatte gerade zum zweiten Mal den Mund aufgemacht, um Nein zu sagen, als Nasi erneut an ihr schnupperte und ihr Körper die männliche Wärme, die er ausstrahlte, nicht mehr ignorieren konnte. Das verschlug ihr erst einmal die Sprache. Das kannst du doch nicht einfach so machen, brachte sie irgendwann heraus, aber da hatte Jessamy ihr fortdauerndes Schweigen bereits als Zustimmung aufgefasst und alle drei befanden sich nun auf dem Weg zu dem Haus auf der Klippe. Wilde, silberne Augen musterten sie voller Unschuld. Was kann ich nicht machen? An Leuten schnüffeln. Nasi erzuckte die Achseln und schnüffelte noch einmal an ihr, wobei schwere, silberne Haarsträhnen ihre Haut liebkosten. Entschuldigung. Sie schürzte tadelnd die Lippen. Von wegen. Es tut dir doch kein bisschen leid. Jessamy lachte leise. Lass dich bloß nicht von ihm aufziehen, Andromeda. Darin ist der Experte. Woraufhin Andromeda beschloss, den Vampir an ihrer Seite, der kein Vampir war und der sich gerade auf der Pirsch nach seiner Gefährtin befand, nicht weiter zu beachten. Aber es war keineswegs einfach, Nasi nicht zu beachten. Schon deswegen nicht, weil er ausdrücklich nicht nicht beachtet werden wollte. Gerade zupfte er sie im Zopf, und als sie ihn wütend entzog, griff er nach ihrem Kleid, um den feinen Stoff prüfend zwischen zwei Fingern zu reiben. Einen Schritt zur Seite zu weichen half nicht. Er kam einfach hinter ihr her. Als Jessamy schneller ging und ihre Studentin mit Nasi allein ließ, weil sie Galen und Venom begrüßen wollte, war Andromeda so weit, dass sie am liebsten wütend gefaucht hätte. Zum wiederholten Mal entriss sie der silberäugigen Nervensäge ihren Zopf und fuhr sie an. Kannst du dich nicht mal eine halbe Minute lang halbwegs zivilisiert benehmen? Nasi verharrte fast schon beklemmend reglos. Nur der Ausdruck in seinem Gesicht veränderte sich besorgniserregend. Andromeda hätte nicht genau sagen können, was jetzt anders war. Doch der Mann, der sie aufgezogen und geärgert hatte, war mit einem Mal nicht mehr vorhanden. Natürlich, sagte er mit tiefer, durch und durch kultiviert klingender Stimme. Und sollte ich dich irgendwie gestört oder beleidigt haben, so bitte ich in aller Form um Entschuldigung. Andromeda spürte ein Kloß im Magen, ein plötzliches Unwohlsein tief in ihrem Innern. Aber da waren sie auch schon im sanften Licht der Laternen angekommen, die den Innenhof von Jessamys Heim beleuchteten. Ich dachte, wir könnten hier draußen essen, sagte Jessamy, was in der Runde auf einhellige Zustimmung stieß. Galen legte seiner Gefährtin die Hand in den Nacken, zog sie an sich und küsste sie, bis sie sich atemlos und mit sanft geröteten Wangen lächelnd von ihm losmachte. Wir bringen den Tisch hier raus, erklärte der Waffenmeister mit einem zufriedenen Glitzern in den Augen. Andromeda hatte anfangs nicht schlecht gestaunt, als sie gemerkt hatte, dass ihre weise, gebildete und auf ihre eigene, unaufdringliche Art elegante Mentorin bis über beide Ohren in den Barbaren verliebt war, der dem Erzengel Raphael als Waffenmeister diente. Zwei unterschiedlichere Wesen konnte man sich kaum vorstellen. Dann jedoch hatte sie gesehen, wie weich Galens Züge jedes Mal wurden, wenn er Jessamy sah, hatte beobachten können, wie die Augen ihrer Lehrerin leuchteten, wenn Galens mächtiger Flügelschlag näher kam. Wie schön es war, das Band, das diese beiden miteinander vereinte. »Venom und Nasir, helft ihr mir?« rief Galen jetzt, woraufhin die Männer loszogen, um aus einem kleinen Anbau den Galen als Werkstatt benutzte, wenn er nicht in der Waffenkammer arbeiten wollte, einen Tisch zu holen. Dieser wies zwar unzählige Kerben und Einschnitte von all den Waffen auf, die darauf schon gelegen hatten, war aber sauber und glänzte. Andromeda war kurz ins Haus gegangen, um eine Tischdecke zu holen, die sie jetzt über die Platte breitete. Dabei spürte sie die ganze Zeit, wie Nasir sie von der anderen Tischseite aus beobachtete, ehe er noch einmal verschwand, um mit zwei Sitzbänken wiederzukommen. Minuten später stand das Essen auf dem Tisch und alles war fertig. Galen und Jessamy saßen gern nebeneinander, das wusste Andromeda, also wählte sie die Bank den beiden gegenüber. Drei Engel auf einer Bank, das konnte eng werden, man musste ja auch die Flügel berücksichtigen. Aber so ging es. Venom setzte sich rechts neben sie, Nasir links. Beide Männer achteten darauf, Andromedas Flügel nicht zu berühren. Als erstes ein Toast. Galen goss Champagner in die Gläser. Darauf, Nasir wieder bei uns zu Hause zu haben. Jessamy strahlte. Wir haben dich sehr vermisst. Lass uns das nächste Mal nicht so lange warten. Nasir neigte leicht den Kopf. Sein Gesichtsausdruck ließ sich von der Seite her betrachtet schlecht deuten, aber Jessamy schien von der anderen Seite des Tisches her etwas gesehen zu haben, das sie lächeln ließ. Sie stießen an und tranken. Andromeda genoss das Kribbeln auf der Zunge. Der Champagner schmeckte wie flüssig gewordener Sonnenschein, fand sie. Ihre Heimat produzierte kein solch goldenes Getränk, war dafür aber von einer wilden, herzzerreißenden Schönheit, die sie in den langen Jahren ihrer Abwesenheit sehr vermisst hatte. Wenn sie jetzt zurückkehrte, um ihre 500 Jahre Dienst abzuleisten, würde sie wenigstens wieder die warme Luft Afrikas atmen und in den diesigen blauen Himmel sehen können, der so ganz anders war als der Himmel überall sonst auf der Welt. Das würde ihre Belohnung sein. Vielleicht ertrug sie ja so die täglichen Schrecken am Hof ihres Großvaters. Darf ich dir das Brot reichen? Es waren nicht die Worte, die sie aufschrecken ließen, sondern die unglaubliche Höflichkeit, mit der sie vorgetragen wurden. Unglaublich jedenfalls, wenn man bedachte, wer die Frage gestellt hatte. Sie nahm Nasir den Brotkorb ab, sah ihn an und entdeckte in seinem Gesicht nichts weiter als vages, höfliches Interesse. Kein wildes Glitzern in den Augen, nicht den Wunsch, sie zu necken, zu ärgern. Wieder stellten sich Enjomedas Nackenhaare auf. Nasirs plötzliche Höflichkeit verunsicherte sie in einer Weise, die sie nicht in Worte fassen konnte. Sie nahm sich eine dicke Scheibe warmes, frisch gebackenes Brot und reichte den Korb an Venom weiter. Der Vampir mit den Schlitzaugen einer tödlichen Schlange, dessen dunkle Sinnlichkeit die Frauen in Scharen in sein Bett lockte, sah erst sie, dann Nasir an, sagte aber nichts außer »Danke«. Hier. Jessamy reichte Nasir eine kleine Schüssel. »Deine Lieblingsspeise. Anna hat mir Montgomerys Rezept geschickt.« Nasir nahm die Schüssel, die Enjomedas Meinung nach nichts als hohes Fleisch, vielleicht eine besondere Sorte, enthielt und grinste so unverhohlen entzückt, dass Enjomedas die Luft wegblieb. Danach klebte ihm die Maske der Zivilisation wieder fest im Gesicht, besonders als er Enjomedas ansah und fragte, ob er noch irgendetwas reichen dürfe. Sie schüttelte den Kopf und widmete sich kurz dem Essen auf ihrem Teller, während Nasir und Venom aus kleinen Kelchen Blut nippten. Venom knabberte außerdem noch hier und da etwas, nahm jedoch eigentlich, anders als Nasir, keine feste Nahrung zu sich. Ein weiteres Indiz dafür, dass Nasir kein gewöhnlicher Vampir war. Andromeda aß langsam, lauschte der Unterhaltung der anderen am Tisch und spürte ihre Haut jedes Mal kalt werden, wenn Nasir höflich das Wort an sie richtete. Bei einer dieser Gelegenheiten sah sie Jessamy besorgt die Stirnrunzeln und wusste, dass ihr Gefühl sie nicht trug, wenn Nasirs Benehmen sie nervös machte. Auch wenn es unerklärlich war, denn immerhin waren viele Leute neuen Bekannten gegenüber erst einmal höflich. Doch bestimmt nicht Nasir. Nasir war ganz anders als alle, die Andromeda in ihrem bisherigen Leben kennengelernt hatte. Und er behandelte sie erst mit dieser eisigen Höflichkeit, seit sie ihn angefahren hatte. »Dann sollst du also Alexander aufspüren?« fragte Galen irgendwann gegen Ende der Mahlzeit. »Wo willst du denn mit der Suche beginnen?« Nasir richtete seine silbernen Augen auf Andromeda. »Mir wurde gesagt, dass du möglicherweise Anhaltspunkte hast, die es näher zu erforschen gilt.« »In gewissem Sinn schon.« Wieder fühlte sich Andromedas Haut kalt an und schien ihr zu eng zu werden. Ihr war beklommen zumute. Das hatte diesmal allerdings nichts mit Nasirs beunruhigendem Verhalten zu tun, sondern mit ihrer Angst vor der Zukunft. Die anderen am Tisch ahnten ja nicht, dass sie schon bald gezwungen sein würde, ihre Loyalität dem Feind zu überlassen. Nicht mehr lange, und sie würde zu den Untergebenen von Jerry Semnern zählen. Aber erst in fünfzehn Tagen. Unter Umständen Zeit genug, einem Uralten das Leben zu retten. Ich habe mich mit Alexander beschäftigt, allerdings nie mit dem Hintergedanken, den Ort herauszufinden, an dem er schläft. Alexander hatte sie fasziniert, weil er nicht nur Staatsmann, sondern auch Krieger gewesen war, und bis zu dem Tag, an dem er sich für den Schlaf entschieden hatte, an der Spitze seiner Truppen gestanden hatte. »Meine Ansatzpunkte sind lediglich begründete Vermutungen. Nie würde ich vorgeben zu wissen, was im Kopf eines Uralten vor sich geht.« »Dann stochern wir also sozusagen im Dunkeln«, sinnierte Venom. »Und immer mit Lijuans Leuten im Nacken.« Galens Gesicht nahm undurchdringliche Züge an, während Nasir am liebsten den Kelch in seiner Hand zermalmt hätte. »Wann stirbt sie endlich?« zischte der Mann mit den Silberaugen. »Immerhin arbeite ich seit meiner Kindheit daran.« Andromeda riss die Augen auf. »Dann stimmt es also?« platzte es aus ihr heraus. »Dann hast du dich wirklich in Lijuans Festung geschlichen und so getan, als würdest du ihre Lieblingskatze fressen?« Ein Blick von der Seite, so kalt, dass sie fast zu spüren meinte, wie sich ihre Haut mit Eiskristallen überzog. »Ja«, sagte Nasir kurz angebunden, um sich sofort wieder den anderen am Tisch zuzuwenden. »Außerdem müssen wir noch herausfinden, warum sie plötzlich beschlossen hat, Alexander zu töten. Er trank einen Schluck Blut. Denn ich glaube, dass sie ihn sucht, um ihn zu töten. Das sehe ich genauso wie der Sire. Lijuan will keinen potenziellen Verbündeten wecken. Sie will einen möglichen Kontrahenten ausschalten.« Jessimi schüttelte mit besorgter Miene den Kopf. »Ich habe ja gesehen, wie Lijuan der Dunkelheit immer näher rückte. Dass es allerdings so weit mit ihr kommen würde, hätte ich nie gedacht. Alexander im Schlaf ermorden? Das ist so schrecklich. So unvorstellbar.« Jessimi hatte zusammengefasst, was alle dachten. Die ganze hässliche Wahrheit. Was hätte Injomeda dem noch hinzufügen können? Zwei Stunden nach dem Essen konnte Nasir immer noch nicht schlafen und verließ schließlich das Bett. Eigentlich hätte er ruhen sollen, um am nächsten Tag frisch zu sein, wenn Injomeda und er losziehen würden, aber er war viel zu aufgedreht. Sie hatte ihn angefahren. Er solle sich gefälligst halbwegs zivilisiert benehmen. Sie war eindeutig nicht seine Gefährtin. Selbst wenn sie so köstlich roch, dass er ihren Duft auch durch Wände hindurch wahrnahm. Selbst wenn diese Duftnote ihm das Wasser im Munde zusammenlaufen ließ. Das war egal, denn seine Gefährtin würde ihm nie befehlen, etwas zu sein, was er nicht war. Eine Frau, die mich kennt, die versteht, was ich bin und die geheime Spielregeln mit mir teilen möchte. Genau das wünschte er sich von seiner Gefährtin. So hatte er es Ashwini erklärt, und an dieser Vorstellung hatte sich bei ihm nichts geändert. Seine Gefährtin würde ihn nicht bitten, sich eine andere Haut überzustreifen, würde nicht erwarten, dass er normal war. Er war nicht normal, in keiner Hinsicht. Aber er war eine Person, und Personen war es erlaubt, nach Gefährten zu suchen. Er durfte eine Gefährtin haben. Mit zusammengebissenen Zähnen widerstand er der Versuchung, dem Duft der Frau zu folgen, die eindeutig nicht seine Gefährtin war, stieg in seine Jeans und ging hinaus zu dem kleinen Trainingsplatz hinter der Festung. Das war nicht das eigentliche Übungsgelände, sondern ein von einer Mauer umgebener Hof am Rand der Klippe, den die Bewohner, die innerhalb der Festung arbeiten mussten, aufsuchen konnten, wenn sie zusammen trainieren oder auch allein Dehnübungen machen wollten. Er wollte dort über die Mauer springen, hinunter zur Klippe klettern und von dort aus weiter bis zum Grund der Schlucht, die die Zuflucht in zwei Teile teilte. Das Ganze wieder zurück. Danach war er hoffentlich erschöpft genug, um … Der Duft der Gelehrten wurde intensiver, je dichter er an den Hof herankam. Nasir knurrte leiser. In diesem Bereich der Festung lagen keine Schlafräume. Was also tat ihr Duft hier? Nicht, dass es ihn wirklich interessierte. Er würde den Duft einfach nicht beachten. Trotzdem waren seine Muskeln angespannt, als er weiterging. Bald nahm er im Hof einen diffusen Lichtschein wahr, der von zwei Lampen her rührte, die jemand entzündet hatte und auf niedrigster Stufe brennen ließ. Nasir runzelte die Stirn. Das Licht machte ihm an sich nichts aus, seine Augen hatten sich schnell daran gewöhnt. Aber eigentlich zog er nachts vollständige Dunkelheit vor. Die Frau, die mitten im Hof ihre Übungen absolvierte, sah wohl im Dunkeln nicht gut. Sie hatte das fließende Gewand in der Farbe reifer Himbeeren, in dem er sie kennengelernt hatte, gegen eine schwarze Hose getauscht, die sich eng an ihre nett gerundete Gestalt schmiegte und zu der sie ein ebenfalls schwarzes Top trug, bei dem man fast schon von einem T-Shirt reden konnte. Die Flügelschlitze hinten waren mit fast unsichtbaren kleinen Knöpfen verschlossen, und der weiche Stoff umfing ihren Oberkörper, ließ die Arme jedoch zum großen Teil frei. Das schwache Licht der Lampen brach sich in den Goldsträhnchen ihres Haars, die honigfarbene Haut strahlte von innen. Ihre Flügel raschelten, wenn sie sich bewegte, aber sie achtete peinlich genau darauf, nie mit ihnen den Boden zu berühren. Das hatte sie wohl Gellen zu verdanken, der hinter seinen Schülerinnen und Schülern her war wie der Teufel hinter der Seele, wenn er ihnen Flügeldisziplin einpaukte. Mit gutem Grund, denn unachtsam schleifende Schwingen stellten nicht nur ein erhöhtes Verletzungsrisiko dar, die Muskeln wurden schwach, wenn man sie nicht trainierte. Andromeda hatte ordentlich Kraft in den Muskeln, die ihre Flügel hielten, und sie bewegte sich mit großer Anmut. Als diese Flügel in einer Drehung kurz aufklappten, zog sich Nasies Magen zusammen. Sie waren nicht nur schokoladenbraun, auch wenn er das schon unglaublich schön und zum Streicheln verführend gefunden hatte, in das dunkle Braun mischten sich verschiedene zarte Abstufungen, die bis hin zu einem blassen Goldbraun gingen. Diesem Geheimnis kam man jedoch nur auf die Spur, wenn Andromeda die Flügel ausbreitete. Kaum eine Sekunde später, bei der nächsten Drehung, schlossen sie sich schon wieder. Nasie kannte die Übungen, die Andromeda hier absolvierte, man nannte sie Tai Chi. Er hatte zugesehen, wie Leute in Lijuans Ländern diesen Sport praktizierten. Nasie selbst zog härtere, schnellere Kampfsportarten wie Karate und Taekwondo vor, deren Bewegungen er gut aufgreifen und sich zu eigen machen konnte. Dieses Tai Chi verlangte Geduld, es würde ihn in den Wahnsinn treiben. Aber Andromeda dabei zuzusehen … Oh! Ihre nächste Linksdrehung führte sie nah an ihn und seine glühenden Augen heran. Nasie konnte durchaus dafür sorgen, dass sie nicht so leuchteten, dass sie nicht reflektierten wie die einer Katze. Er konnte sie auch mit den Liedern schützen, wenn er nicht gesehen werden wollte. In dieser Nacht hingegen war ihm nicht danach. Er war generell in keiner guten Stimmung. Falls seine Raubtieraugen die Gelehrte erschreckt hatten, dann gut so. Ihm ging es dadurch einen Moment lang besser. Er wollte gerade oben auf die Mauer springen, um den Abstieg zu beginnen, als ihn eine lächerliche Frage aufhielt. Lächerlich deswegen, weil sie von dieser zierlichen kleinen Frau kam. »Suchst du nach einem Sparringspartner?« Er starrte sie an. »Möchtest du gern sterben?« Nasie war unglaublich gut, wenn er kämpfte. Und wenn er seine tödliche Seite nicht zügelte, konnte er jemanden mit einer zarteren Natur durchaus umbringen. Nein. Sie glitt direkt vor seiner Nase in eine seitliche Dehnübung. Dabei spannte sich ihr Top eng über den Brüsten und am Bauch blitzte ein dünner Streifen nackter Haut auf. Quälte sie ihn etwa absichtlich? Sofort wurde Nasies Blut heiß und die Raubtierinstinkte ließen ihn zischen. »Wenn du gegen mich kämpfst, stirbst du.« Er wollte sie warnen. Sie sollte begreifen, mit wem sie hier spielte. »Dein Sire wäre bestimmt sehr enttäuscht, wenn du deine Partnerin umbrechtest.« Seine Partnerin war sie nicht. Bloß jemand, mit dem er eine Zeit lang zusammenarbeiten musste. Trotzdem hatte sie recht. Raphael würde nicht glücklich sein, wenn Nasie seine Expertin tötete. »Siehst du? Noch ein Grund, weswegen wir nicht zusammen trainieren sollten.« Er wandte sich wieder der Mauer zu, über die er klettern wollte. »Hast du Angst?« »Wie bitte?« Nasie verharrte stocksteif, war vor lauter Fassungslosigkeit, einen Moment nicht in der Lage, sich zu rühren. Dann jedoch drehte er sich um und begab sich langsam zu der Frau hinüber, die in der Mitte des Platzes auf ihn wartete. Barfuß, wie er selbst auch. Er baute sich dicht vor ihr auf. »Was hast du da eben gesagt?« Da stand sie nun, die kleine, weiche Gelehrte, die ihn offensichtlich so gern quälte, und strahlte ihn herausfordernd an. »Ich wollte wissen, ob du Angst hast.« Obwohl ihre bloßen Füße sich fast berührten, wich sie keinen Millimeter zurück. Dabei sah er doch genau, wie heftig die Ader an ihrem Hals pulsierte. »Soll ich dich beißen?« erkundigte er sich. Es war eine durchaus ernst gemeinte Frage. »Möchtest du das?« »Jetzt wich sie doch einen Schritt zurück, wenn auch mit unwilligem Knurren.« »Gut, wenn du nicht mit mir kämpfen willst, suche ich mir eben einen anderen Sparringspartner.« Am liebsten hätte Nasir ebenfalls geknurrt. Er konnte sich kaum noch zurückhalten. Sie wollte doch, dass er sich zivilisiert benahm, und er hatte fest vor, seine Maske so gut zu tragen, dass sie den wahren Nasir nie wieder zu Gesicht bekam. »Wie lauten die Regeln, wenn wir trainieren?« fragte er. »Abgesehen von der einen, dass ich dich nicht töte.« »Ich habe ein Schwert, du kämpfst mit bloßen Händen.« Er zuckte die Achseln. »Klingt fair.« In Wirklichkeit war es von ihrer Seite aus betrachtet der reine Selbstmord. Auch mit zehn Schwertern hatte sie gegen ihn keine Chance. Er würde ihre Abwehr in Nullkommanichts brechen. »Ist das dein Schwert, das da hinten in der Ecke?« »Aber das steht doch im Schatten,« verwundert sah sie ihn an. »Wieso kannst du es denn sehen?« Er erwiderte wortlos ihren Blick, bis sie aufgab und sich das Schwert holte, das sie gegen die Mauer gelehnt hatte. Als sie es aus der Scheide zog, blitzte es auf. Entweder Galen hatte ihr eingetrichtert, es anständig zu pflegen, oder dieses Schwert war nie ernsthaft im Kampf zum Einsatz gekommen. Wahrscheinlich schwang sie es nur bei ihren fließenden, langsamen Dehnübungen. Nasir schnaubte verächtlich, aber leise. »Fertig.« Ein Dromeda hatte sich in gebührendem Abstand breitbeinig aufgebaut, das Schwert in beiden Händen. Wahrscheinlich wähnte sie sich da hinten in Sicherheit. »Ja.« »In diesem Fall? Eins, zwei, drei.« Nasir sprang vor. Er hielt sich nicht zurück, weder was seine Geschicklichkeit noch was sein Tempo betraf. Er musste sie nur zu Boden werfen, dann war diese lächerliche Übung erledigt und er konnte gehen. Und sein Mund würde endlich aufhören, ununterbrochen Wasser zu produzieren, weil diese Frau so berauschend roch. Schon pfiff die Luft an seinen Ohren vorbei, so schnell war er. Die Welt dagegen drehte sich unendlich langsam. Die Sterne huschten als ein einziger verschwommener Glanz an ihm vorbei. Er landete mit einem wütenden Zischen auf zwei Beinen und starrte ungläubig auf seinen Oberarm, auf dem ein dünner roter Strich aufgetaucht war. Er schloss die Augen, schüttelte den Kopf, sah noch einmal hin. Der Strich war immer noch da, er hatte ihn sich nicht eingebildet. Zwar heilte die Wunde, noch während er zusah, denn sie war nur oberflächlich, aber das Blut verschwand nicht, sondern markierte sichtbar die Stelle, an der das Schwert der Gelehrten ihn erwischt hatte. Nasir sah Enjomeda an. »Du hast mich verletzt?« Enjomedas Herz donnerte wie die Hufe eines Rennpferdes auf den letzten Metern der Rennstrecke, und ihr Atem ging hart und schnell. »Was tat sie hier eigentlich?« Sie hatte doch gar nicht vorgehabt, Nasir herauszufordern, aber er war so schrecklich, so unerträglich höflich zu ihr gewesen, dass ihr Mund sich ganz ohne ihr Zutun geöffnet hatte und die Worte ihr einfach so entwischt waren. Der Mann hatte beschlossen, sie nicht zu mögen, und aus irgendeinem Grund machte sie das schrecklich wütend. Jetzt starrte er sie aus zusammengekniffenen Augen durch die silbernen Haare hindurch an, die ihm ins Gesicht hingen, bis er sie ungeduldig zurückschob. »Wie hast du das geschafft?« fauchte er. »Diesmal war es an ihr, mit den Achseln zu zucken.« »Ich hab geschummelt«, gab sie unumwunden zu. Er blinzelte verdutzt. »Schummeln ist nicht erlaubt.« »Ist es wohl. Du bist größer und schneller als ich und hast mehr und länger trainiert. Wenn ich nicht schummele, macht es uns beiden keinen Spaß.« Ein weiteres langsames Blinzeln. Fast hätte sie gar nicht gemerkt, dass er sich wieder bewegte, nur tat es ihr Körper ihm instinktiv nach, und so umkreisten sie sich, Andromeda und der silberhaarige Vampir, der kein richtiger Vampir war. Andromeda konzentrierte sich auf ihr Schwert, bis sie und die Klinge eins waren. Er reagierte wieder instinktiv auf seinen Angriff und schaffte es, die harten Muskeln an seinem Unterleib zu streifen. Aber diesmal blieb er nicht verwundert stehen, sondern bewegte sich weiter. Nie hatte Andromeda mit ihrer Klinge so hart arbeiten müssen. Und trotzdem hatte er sie nach drei Minuten auf den Boden geworfen. Sein Körper, dicht über dem Ihren, strömte eine ungeheure, fast schon intime Hitze aus. Er hatte sich rechts und links von ihrer Hüfte niedergekniet, hielt ihre Handgelenke über ihrem Kopf auf den Boden gedrückt, sodass ihr Schwert unerreichbar war, und beugte sich vor, bis sich sein Atem mit ihrem mischte und die erstaunlichen Augen ihr so nah waren, wie sie es nie für möglich gehalten hätte. Sie waren so unglaublich klar und schön. Das Silber leuchtete in der Nacht, und die Rillen innerhalb der Iris schimmerten ein bisschen dunkler als der Rest des Auges. Siebeneinhalbmal hast du mich bis jetzt geritzt, verkündete er mit einer Stimme, die einen rauen, knurrenden Unterton hatte. Andromeda versuchte sich erneut an einem lässigen Achsel zucken, als läge sie hier nicht unter einem gefährlichen Raubtier, das ihr gar nicht freundlich gesinnt war. Ziemlich gut für eine Gelehrte, was? Er rückte noch näher, so nah, dass seine Nase fast ihre Haut berührte. Du hast Geheimnisse, sagte er nachdenklich, und du trägst eine andere Haut. Andromeda erstarrte. Das Silber dort über ihr schien plötzlich gefährlich geworden zu sein. Nein, widersprach sie mit trockener Kehle. Ich habe keine Geheimnisse. So wie ich aussehe, so bin ich auch. Das sollte zumindest für ihre letzten fünfzehn Tage in Freiheit noch gelten. Denn in diesen Tagen würden die Leute, die sie respektierte und liebte, ihr immer noch glauben und vertraut. Eine Gelehrte, die mit einem Schwert umzugehen versteht? Hast du noch nie von den Kriegergelehrten gehört? Er beobachtete sie weiterhin mit diesen Silberaugen, in denen sie meinte, ganze Galaxien erkennen zu können. Du hast Flecken im Gesicht. Was? Das muss vom Dreck sein, von meinem Sturz her. Immerhin hast du mich zu Boden geworfen. Er packte ihre Handgelenke mit einer starken Hand, um die andere frei zu haben und mit rauer Fingerspitze ihre Nase sowie die Wangen rechts und links davon zu berühren. Flecken. Andromeda durchlief ein Schauder, den sie nun wirklich nicht gebrauchen konnte. Wütend starrte sie Nasie an. Das sind Sommersprossen. Die feinen Pünktchen auf Nase und Wangen waren im Laufe der Jahre immer deutlicher hervorgetreten, bis Andromeda jede Hoffnung auf coole Eleganz aufgegeben hatte. Das Raubtier antwortete nicht. Es fing stattdessen an, ihre Flecken zu zählen. »Hazir!« Erst jetzt sah er auf, plötzlich ganz ernst geworden. »Es war nicht nett, mich zu ritzen, nachdem du mich erst mit deiner äußeren Haut getäuscht hattest.« »Das war nicht zivilisiert.« »Ich habe dir nicht versprochen, zivilisiert zu sein,« gab sie prompt zurück, hätte sich danach aber am liebsten auf die Zunge gebissen. Was redete sie denn da? Sie hatte den größten Teil ihres bisherigen unsterblichen Lebens damit verbracht, zivilisiert zu sein, sich gut zu benehmen und sich nicht von Gefühlen beherrschen zu lassen, die von ihren primitiven Trieben gesteuert wurden.« Nasir schnappte mit den Zähnen nach ihr. Als sie zurückzuckte, streckte er sich lachend auf ihr aus. Noch immer hielt er mit einer Hand ihre beiden Handgelenke umklammert, und sein männlicher Duft drängte sich in jeden Atemzug, den sie tat. »Dann werde ich mich auch nicht zivilisiert benehmen.« Da geschah etwas sehr Seltsames. Obwohl Andromeda Nasir es seit wenigen Stunden kannte, sorgten seine Worte dafür, dass sich in ihrem Innern etwas lockerte. Ein Knoten sich löste. Als hätte sie etwas verloren gehabt, es jetzt aber wiedergefunden. »Ich bat dich vorhin nur, dich mal eine Minute lang halbwegs zivilisiert aufzuführen,« sagte sie. Dabei hätte sie ihm doch eigentlich befehlen müssen, sie endlich loszulassen und von ihr herunterzusteigen. »Du hattest mich geärgert.« Seine Finger drückten ihre Handgelenke, gaben sie aber noch nicht frei. »Ich hab dir nicht wehgetan,« knurrte er. »Nein,« gab sie zu. Plötzlich stand ihr grell der Brief ihrer Mutter vor Augen. »Ich war über etwas anderes wütend, und das hast du abbekommen. Es tut mir leid, dass ich dich so angefaucht habe.« Wieder richteten sich die erstaunlichen Augen fest auf sie, während Nasir sich noch dichter zu ihnen abbeugte. »Ich möchte an deiner Haut lecken.« Sofort kribbelte es unter dieser Haut, und obwohl Andromeda keine Angst hatte, versuchte sie doch, Nasir abzuschütteln. Natürlich gelang es ihr nicht. Er war um einiges schwerer als sie. »Ich bekomme keine Luft mehr,« beschwerte sie sich. »Du bist eine Unsterbliche.« »Du quetschst mir die Flügel.« Er stützte sich ab, ließ ihrem Oberkörperspielraum. Dann breite sie aus. Das tat sie sogleich, wodurch der Druck ein wenig nachließ, aber als sie ihre Handgelenke befreien wollte, packte er nur noch fester zu und legte sich erneut auf sie. »Jetzt quetsche ich dir nicht mehr die Flügel. Jetzt können wir uns in aller Ruhe unterhalten.« Unterhalten? Mit Nasirs Erregung, dick und hart an ihrem Unterleib, gingen Jomeda eigentlich nicht davon aus, dass es dem auf ihr liegenden Mann nun gerade ums Reden ging. Wenn sie ihn jetzt auch nur ein klitzekleines bisschen ermutigte, lag sie im Handumdrehen nackt hier, und er steckte in ihr drin. »Nein,« protestierte sie, bedauerte allerdings den von ihr vor langer Zeit getroffenen Entschluss zum ersten Mal ein wenig. Nasi hielt den Kopf schräg. »Nein?« »Ich habe ein Keuschheitsgelübde abgelegt, und zwar nicht einfach aus einer Laune heraus, sondern nach reiflicher Überlegung.« »Andromeda hatte einhundert Jahre gebraucht, um zu dieser Entscheidung zu gelangen.« »Dieser Ruhe ist Teil dessen, was mich zu Andromeda macht.« Andromeda, Gelehrte und Kriegerin. Nicht Cherry Zemnons Enkelin, nicht Leilas Tochter, nicht bloß eine weitere gelangweilte, übersättigte Prinzessin an einem Hof, sondern Gelehrte und Kriegerin. In Nasirs Brust grummelte es leise, in den Silberaugen loderten Flammen. Die Paarung ist nichts Unehrenhaftes. Unter gewissen Umständen schon. Andromedas Wangen glühten von innen heraus, zum Beispiel für eine Frau, die geschworen hat, sich ihr nie hinzugeben. Als Antwort verlagerte er sein Gewicht, bis er sich an der Stelle reiben konnte, an der ihre Schenkel zusammentrafen. Andromeda stockte der Atem. Zwischen ihren Schenkeln wurde es feucht. In ihrem Innern spannten sich Muskeln schmerzhaft um gähnende Leere. Mit geblähten Nüstern beugte sich Nasie tiefer, schnupperte an ihrem Hals. »Du willst mich.« Das klang wie zufriedenes Schnurren. Andromeda brauchte mehrere Anläufe, ehe ihre staubtrockene Kehle ein paar Worte zustande brachte. »Aber das ändert nichts an meiner Entscheidung.« Er drückte ihr die Handgelenke zusammen, aber spielerisch nicht so, dass es wehgetan hätte. Ebenso spielerisch schnappte er mit den Zähnen nach ihr. »Wie könnte man die denn ändern?« Diesmal sprudelten die Worte ganz ohne ihr Zutun aus ihr heraus, wie sie es anscheinend häufig taten, wenn sie mit Nasie sprach. »Indem jemand das Star Grimoire findet.« Diese Hintertür hatte sie sich offen gelassen. Sie durfte sich selbst aus ihrem Schwur entlassen, wenn dieses Grimoire auf die Erde zurückfand. »Was ist das Star Grimoire?« »Ein Buch.« In diesem Fall das Buch, das in den geheimnisvollen Tiefen der Zeit untergegangen war und als unauffindbar galt. Deshalb hatte sie es als Schlüssel zu ihrem Gelübde gewählt. »Ein uraltes Buch, das seit tausenden von Jahren von niemandem mehr gesehen worden ist. Einer der Schätze der Engelswelt.« Nasie musste eine ganze Weile nachdenken. »Und wenn ich dieses dämliche Grimoire finde, passt du dich dann mit mir?«, fragte er schließlich. Enjomedas Wangen glühten noch heißer, während ihre Nippel inzwischen so hart waren, dass sie wehtaten. »Du kannst das Grimoire nicht finden.« »Und wenn doch?« »Wenn dir das gelingt, kannst du mit mir machen, was du willst,« versprach sie ohne nachzudenken. Sein Lächeln war die reine Sünde. Im gedämpften Licht der beiden Lampen blitzten seine Fangzähne weiß auf. Nasie stand auf. streckte er die Hand hin und zog sie hoch. »Wer hat dir den Schwertkampf denn beigebracht? Dein Stil ist nicht der von Galen.« »Mein anderer Mentor.« Sie sah, wie er bewundernd nach ihrem Schwert schielte und reichte es ihm, damit er es sich genauer ansehen konnte. Nasie trat etwas beiseite und ließ die Klinge geschickt und gefährlich schnell ein paar Mal durch die Luft sausen. »Dieser Mentor? Ist das jemand aus Cherry Zemnons Festung?« »Nein. Mit den Leuten meines Großvaters habe ich nichts zu tun. Noch nicht. Noch fünfzehn Tage lang nicht.« »Der Hariel hat mich ausgebildet.« Schlagartig wurde es still. Nasie hatte das Schwert gesenkt. »Der Hariel ist Estets Stellvertreter.« Lehrer und Gelehrte sind nicht an einen Erzengel gebunden, es sei denn, sie schwören einem bestimmten explizit die Treue. Man ging allgemein davon aus, dass Jessamy, wegen ihrer Beziehung zu Galen, Raphael näher stand als dem Rest des Kaders. Aber trotzdem suchten auch andere Erzengel sie auf, wenn sie Informationen brauchten. Was Andromeda betraf, so galt ihre Loyalität ganz allein der unvoreingenommenen Forschung, was sie in mehr als dreihundert Jahren harter Arbeit und unbeugsamer Disziplin auch hinlänglich bewiesen hatte. Die meisten Leute hatten vergessen, dass sie von Cherry Zemnons abstammte und sahen in ihr jemanden, der ganz allein dem Archiv gehörte. Nasie bläckte die Zähne. »Erstattest du ihm Bericht?« »The Hariel?« »Nein, ich erstatte niemandem Bericht.« »Auch nicht über unsere gemeinsame Aufgabe, Alexander zu finden?« »Als ich diese Aufgabe übernahm, habe ich mich bereit erklärt, Raphaels Anliegen für die Dauer der Suche für mich zu behalten. Niemand konnte sie zwingen, die Geheimnisse zu verraten, die sie in den ihr noch verbleibenden fünfzehn Tagen Freiheit aufspüren mochte. Und an dem Tag, an dem sie vierhundert Jahre alt wurde, würde Raphaels Auftrag auf die eine oder andere Art erledigt sein. Das sagte ihr zumindest ihr Instinkt. Anders war es auch kaum denkbar, denn die Ereignisse entwickelten sich insgesamt viel zu schnell. Nasie gab ihr das Schwer zurück. Der Hariel ist kein guter Mann, sagte er unumwunden, harte Worte, die aus dem Herzen kamen. Er tut anderen weh. Manchmal auch Leuten, die noch nicht ganz herangewachsen sind. Andromeda zuckte zusammen. Das mag sein, gestand sie ein, aber mich hat er gerettet. Als einzige Enkelin eines Erzengels war sie ein kostbarer Besitz gewesen. Ein Kind, das eifersüchtig bewacht wurde, ohne ihm allerdings die nötige Zuneigung und Aufmerksamkeit zuteil werden zu lassen. Nur der Hariel hatte sie als Person wahrgenommen. Der Engel mit dem Antlitz eines Falken hatte ihr ein Schwert in die Hand gedrückt und ihr beigebracht, was er selbst am besten beherrschte. Das Schwert wird es dir ermöglichen, deinen Platz in der Welt zu finden. Letztlich hatte sie dann doch nicht sich und ihr Schwert verkaufen müssen, um die ersehnte Freiheit zu erlangen. Aber als sie mit ihren Eltern brach, obwohl sie aufgrund ihres Alters noch als Kind galt, hatte ihr das Schwert sehr geholfen. Das Gefühl, sich auf den Straßen des Himmels selbst verteidigen zu können, hatte ihr enormes Selbstvertrauen geschenkt. Mehr als ihr Schwert und ein kleines Bündel Besitztümer hatte Andromeda auch nicht bei sich gehabt, als sie in der Zuflucht aufgetaucht war, um Jessamy zu bitten, ihr die Ausbildung zukommen zu lassen, die ihr bis dahin verweigert worden war. Cherry Semnon beschäftigte zwar auch Gelehrte, aber er respektierte sie nicht. Für ihn zählten nur Kraft und Stärke, was an seinem Hof dazu geführt hatte, dass hart und grausam gewordene Männer und Frauen folterten und erniedrichten, ohne mit der Wimper zu zucken. Ein lebendes Wesen zu demütigen, bis es sich aus unzähligen Wunden blutend-winselnd am Boden wand, galt als Stärke und wurde bewundert. Leila hatte diese Lektion schon als kleines Kind von ihrem Vater gelernt und die eigene Tochter in einem von brutaler Gewalt erfüllten Zuhause großgezogen, in dem es zudem noch ständig nach Sex gerochen hatte. Sex, Sex, immer nur Sex. Je abartiger, desto besser. Andromedas Eltern waren in dieser Hinsicht inzwischen mehr als gesättigt. Ich verspreche, zu lernen und Bibliothek und Archive mit Respekt zu behandeln, hatte Andromeda an jenem lange zurückliegenden Tag gelobt. Ich werde kein Buch und keine Textsammlung beschädigen. Letzteres musste in ihrem Fall extra betont werden, denn Andromeda war nicht irgendeine junge Frau, die gern Gelehrte werden wollte, sondern die Tochter von Leuten, denen der Zutritt zur Bibliothek der Zuflucht aus gutem Grund nicht mehr gestattet war. Ich möchte lernen. Wie sehr hatte sie sich danach gesehnt, mehr als eine von Schmerz- und obsessiven sexuellen Begierden gesteuerte Marionette zu sein? Bitte, lehre mich. Bitte. Nasir trat viel zu dicht an sie heran. Sein nackter Oberkörper war eine einzige sinnliche Versuchung. Sie würde sich gut wappnen müssen, um ihm zu widerstehen. Was wollte der Hariel dafür haben, dass er dich ausbildet? Andromedas Herz machte einen Satz. Nasirs Frage hatte einen Nerv getroffen, hatte sie an eine tiefe, alte, immer noch nicht geheilte Wunde erinnert. Nichts. Was hatte der Hariel damals zu den Mädchen gesagt, dass sie einmal gewesen war? Vielleicht bist du dir eine gute Tat, die ich in meinem Leben tun werde. Denn ich trage nur wenig Gutes in mir. Und das ist jetzt verbraucht. Erwarte nichts mehr von mir. Nach wie vor stand Nasir dicht vor ihr, verstellte ihr den Weg. Nun streckte er die Hand nach einer Haarsträhne aus, die sich aus ihrem Zopf gelöst hatte. Er wickelte sie sich um den Finger. Erzähl mir von diesem Grimoire. Andromeda wich nicht zurück, denn das wäre genau das falsche Signal gewesen. Nasir war ein Raubtier, und sie hatte nicht vor, zu seiner Beute zu werden. Der Legende nach wird darin von Wesen und Schätzen berichtet, die vor langer Zeit verloren gegangen sind. Es sollen sehr geheime Aufzeichnungen sein, heißt es. Nasir zog an der Strähne, die er sich um den Finger gewickelt hatte. Du magst Geheimnisse? Ich mag es, sie aufzuspüren. Ein freches, gefährliches Lächeln. Ich auch. Ach ja? Irgendwie glaubte Andromeda nicht, dass er damit die methodische, zeitraubende Forschungsarbeit meinte, mit der sie persönlich am liebsten auf Jagd ging. In satten, warmen Farben zog die Morgendämmerung herauf. Andromeda, die zurzeit in Raffaels Festung wohnte, war früh aufgestanden und ging auf den Klippen spazieren, nachdem sie den Wachen vor der Festung Bescheid gesagt hatte. Von hier oben hatte man einen herrlichen Blick auf die Schlucht, und da sie nicht vorhatte, sich von Lijuans Leuten kidnappen zu lassen, blieb sie in Sichtweite von Festung und Wachpersonal. Das war auf jeden Fall besser so. Ja, sie war Kriegerin und konnte sich, wenn es darauf ankam, mit den Messern verteidigen, die sie sich unter ihrem luftigen, mintgrünen Gewand an die Schenkel gebunden hatte. Aber wenn eine ganze Schwadron gut ausgebildeter Kämpfer hier auftauchte, wäre sie machtlos. In den letzten Tagen hatte sie sich bei ihrem Morgenspaziergang immer auf diesen Teil der Zuflucht beschränkt. Zu dieser frühen Stunde ging es ihr noch sehr ruhig zu. Nur wenige Engel hatten bisher Heim oder Horst verlassen, und von den Vampiren der Zuflucht schien noch überhaupt keiner wach zu sein. In dieser Ruhe fand Enjomeda auch wieder zu ihrer Mitte. Disziplin, Gelassenheit, Lernen. Das waren die drei Säulen, auf denen ihr selbst gewähltes Leben ruhte. Wilde Silberaugen und ein atemberaubender Schwerttanz. Enjomeda schüttelte entschlossen den Kopf, ballte die Hände zu Fäusten, schloss die Augen und sog die frische, jetzt am Morgen noch recht kühle Bergluft tief in ihre Lungen. Ihr blieben gerade noch zwei kostbare Wochen, um ihr Herz so mit einem Panzer zu umgeben, dass es 500 Jahre Hölle überstehen würde. Für Nasies ganz spezielle Wildheit war kein Platz in ihrem Leben. Ihr Panzer musste mit absoluter Disziplin und stählernem Willen geschmiedet werden. Ein Windhauch an ihrer Wange ließ ahnen, dass ganz in der Nähe gerade ein Engel gelandet war. Enjomeda sah auf, fest entschlossen höflich zu bleiben, auch wenn es sehr unhöflich war, so dicht neben jemandem zu landen. Aber das Lächeln entlitt ihr, als sie die scharfen Wangenknochen und die mit roten Streifen durchsetzten grauen Flügel des Mannes sah, der nur wenige Zentimeter von ihr entfernt aufgetaucht war. Es war Xi, einer von Lijuans Generellen. Ohne auch nur einen Sekundenbruchteil zu zögern, trat Enjomeda rückwärts von der Klippe, wobei sie mit einem Ruck die Flügel aufklappte. Aber Xi war nicht allein unterwegs, und Enjomeda wäre fast in Panik geraten, als sich die feinen Maschen eines Netzes um ihre Flügel legten. Sich jetzt zu wehren oder gar nach den Messern zu tasten, ging nicht. Es dauerte nur wenige Herzschläge, dann war sie unentrinnbar in das Netz verstrickt. Danach ging es mit atemberaubender Geschwindigkeit nach unten, bis in die Tiefen der Schlucht. Enjomeda schrie wie verrückt, nicht aus Angst, sondern um die Wachen auf sich aufmerksam zu machen, ihr zur Hilfe zu eilen. Was allerdings wenig wahrscheinlich war. Die Gefangennahme war viel zu schnell vor sich gegangen, die Wachen waren wahrscheinlich noch nicht einmal oben auf den Klippen angelangt, und jemand anderes dürfte sie kaum gehört haben. So dicht über dem Boden flog freiwillig niemand. Enjomeda meinte fast, das Spritzwasser des unter ihr rauschenden Flusses spüren zu können. Anscheinend hatten Xis Leute sie beobachtet und wussten um ihre Gewohnheiten. Man hatte ihre hart erkämpfte Disziplin, ihr treues Festhalten an Routine und Ordnung gegen sie verwendet. Die Maschen des Netzes gruben sich tief in ihre Wangen. Trotzdem schaffte es Enjomeda irgendwie, mit einer Hand bis zu ihrem Oberschenkel vorzudringen und eins der Messer zu zücken. Die Waffe war fast schon unnatürlich scharf, half ihr aber nicht weiter, denn die Maschen, die sie hielten, waren aus Drahtfäden geknüpft, die sich als unnachgiebig erwiesen. Deswegen hatte sie auch die ganze Zeit das Gefühl, dass die Fäden ihr die Haut zerschnitten. Aus diesem Netz kam sie erst wieder heraus, wenn Lijons Leute sie auspackten. Sie beeilte sich, das Messer wieder zu verstecken. Da sie nie öffentlich trainierte, ahnte Xis vielleicht nicht, dass sie kein leichtes Opfer war. Wenn sie sie nach der Landung in der Zitadelle nicht durchsuchten, halfen ihr die Klingen vielleicht bei der Flucht. Sie war mit ihnen nicht ganz so vertraut wie mit dem Schwert, aber sie hatte seit Venoms Ankunft viel geübt. Er hatte ihr ein paar hinterhältige Tricks beigebracht. Die Minuten verstrichen eine nach der anderen, und das Terrain unter ihr veränderte sich mehr und mehr. Bald war in Jomada klar, dass sie dabei waren, die Zuflucht zu verlassen. Dafür gab es nur eine mögliche Erklärung, und die ließ ihr das Blut zu Eis gefrieren. Ihre Kidnapper wollten mit ihr direkt zu Lijons Zitadelle fliegen, an einen Ort fernab jeglicher Zivilisation, an dem es für sie keine Freunde oder Verbündete gab. Ein Ort, an dem Lebende geopfert wurden und Tote wandelten. Beim Verlassen des Quartiers, in dem er die Nacht über geruht hatte, erschnupperte Nasie Andromedas Duft in der Brise. Er wollte ihm gerade nachgehen, als er nicht weit von sich entfernt einen kleinen Körper hektisch in der Luft flattern sah. Er runzelte die Stirn. So früh am Morgen hätte der Kleine noch gar nicht wach sein dürfen, und da er die Angst des Jungen roch, rannte er dem Kind hinterher und schaffte es im letzten Moment, seinen dünnen Knöchel einzufangen, ehe der kleine Engel noch weiter fortflattern konnte. Sam schrie auf, als Nasie ihn nach unten zog, schlang dann aber verzweifelt die Arme um den Hals seines Retters. Seine glänzenden schwarzen Locken bildeten ein einziges Durcheinander. Die braunen Flügel mit den schwarzen Spitzen hingen matt über Nasies rechtem Arm. Nasie, Nasie, Sie haben Andromeda mitgenommen! Nasie erstarrte. Wer? Sam keuchte schwer. Ein Engel mit grauen und roten Flügeln, stieß er hektisch hervor. Ich dachte, es wäre ein Spiel, aber der Engel und seine Freunde haben Andromeda in ein Netz gewickelt, und dann sind sie fortgeflogen. Nasie war inzwischen längst losgerannt. Mit Sam in den Armen stürmte er hinüber zum Haus der Familie des Jungen. In welche Richtung sind sie denn geflogen? erkundigte er sich beim Laufen. Nur ein Engel besaß graue Flügel mit roten Streifen, und dieser Engel war einer von Lijuans Vasallen. Mit großen Augen deutete Sam in die entsprechende Richtung. Ich konnte sie sehen. Sie haben sich bis an den Grund der Schlucht sinken lassen, wo ich nicht hin kann. Aber ich hab sie gesehen. Das musste mir glauben. Ich glaube dir. Lijuans Festung in der Zuflucht lag nicht in der Richtung, die Sam gezeigt hatte. Die Kidnapper flogen mit Andromeda aus der Zuflucht hinaus. Bei Sam zu Hause stand die Tür weit offen, deswegen konnte Nasie gleich ins Haus hineinstürzen. Sein Blut kochte. Er wollte nur noch auf die Jagd gehen, die Spur der Gelehrten aufnehmen. Sams Mutter stand in der Küche. Er stand vor Erstaunen, der Mund offen, als sie erkannte, wen Nasie da anbrachte. Samien! Ich dachte, du liegst noch im Bett. Sam sprang seiner Mutter in die Arme, barg das Gesicht an ihrem Hals. Ich wollte auf der Klippe sitzen und Gellans Schwadronen zusehen, aber dann kamen die bösen Engel und haben Andromeda mitgenommen. Sie waren so gemein zu ihr Mama. Während sie ihrem zitternden Sohn beruhigend über den Rücken strich, sah Sams Mutter Nasie an, tiefe Besorgnis in den dunklen Augen. Ich werde sie finden. Nasie nickte den beiden zum Abschied zu und rannte nach draußen. Enjomedas Spur ließ sich bis zu einer bestimmten Stelle auf der Klippe verfolgen, dann verlor sich der Duft. Entweder war sie selbst von dort oben losgeflogen, um Xi und seinen Leuten zu entkommen, oder man hatte sie vom Felsen gestoßen. Ein paar Schritte nach links und Nasie fand die Bestätigung, dass es wirklich Xi gewesen war, den der kleine Sam gesehen hatte. Nach all den Jahren, die Nasie in der Zuflucht verbracht hatte, war ihm der Geruch des Generals vertraut. Auch Xis Spur verlor sich im Nichts. Wohl wissend, dass er sich hier einen Wettlauf mit der Zeit lieferte, rannte Nasie in die Waffenkammer, wo Galen seine Schwadron gerade zum frühmorgendlichen Drill antreten ließ. Der Waffenmeister ließ seine Männer und Frauen sofort aufsteigen, als er hörte, was geschehen war. Sie verteilten sich in der Luft und schlugen die Flugroute ein, die Sam beschrieben hatte. Nasie hielt sich nicht länger als nötig in der Waffenkammer auf, sondern rannte hinüber zur Estates Festung in der Zuflucht, wo er nach der Harriel suchte, den er auch bald gefunden hatte. Wenn der grausame, gefährliche Engel Andromeda wirklich das Kämpfen beigebracht hatte, ohne eine Gegenleistung zu verlangen, dann deutete das auf ein engeres, emotionales Band zwischen den beiden hin, als der Gelehrten vielleicht bewusst war. Der Harriel war nun wahrlich nicht für seine Güte und Großzügigkeit bekannt. Seine Augen glitzerten eiskalt, als er Nasies Bericht gehört hatte. Ich rufe meine Schwadron zusammen und schließe mich der von Galen an, entschied er sofort, und zwar in einem Ton, der mindestens so kalt war wie sein Blick. Und du bist sicher, dass Sam hier in Sa, was er glaubt, gesehen zu haben? Er ist noch ein Kind. Ja. Sam flunkerte nicht, und er war klug. Ich durchsuche die Zuflucht für den Fall, dass Xi einfach kehrt gemacht und sie hier versteckt hat. Der Harriel nickte kurz, ehe er sich auf kräftigen Flügeln, die von ihrer Zeichnung her stark an die eines Adlers erinnerten, in die Lüfte schwang. Noch war es nicht undenkbar, Xi und seine Leute einzuholen. Hätten sie Ilium hier gehabt, dann hätte man ganz sicher davon ausgehen können. Doch leider stand die Schnelligkeit des blau geflügelten Engels hier nicht zur Verfügung. Ilium befand sich zurzeit in New York, und Xi hatte einen guten Vorsprung. Wenn er jetzt noch eine Route einschlug, mit der niemand rechnete, oder sich bis zum Einbruch der Dunkelheit irgendwo versteckte, war nichts mehr zu machen. Mit zusammengebissenen Zähnen schlich sich Nasi in das Gebiet, das Lijuan in der Zuflucht ihr eigen nannte. Keine Spur von Enjomeda, nicht der kleinste Hinweis, dass sie hier gewesen war. Auch in den Festungen der anderen Erzengel fand sich ihre Spur nicht. Frisch und relativ stark war ihr Duft nur oben auf der Klippe wahrzunehmen, und selbst dort war er bereits verblasst, als Nasi nach intensiver Suche am Boden wieder zurückkehrte. Galen und Der Harriel kehrten mit ihren Leuten erst wieder zurück, als die Sonne schon untergegangen war und am Himmel die ersten Sterne blitzten. Enjomeda hatten sie nicht bei sich. Nasi wusste, dass sie sich inzwischen wohl auf halbem Weg nach China befand. Um sie aufzuspüren, würde er wohl in die Höhle der schlimmsten Albträume vordringen müssen. Raphael trainierte auf dem Rasen vor dem Garten seines Hauses über dem Hudson, von dem aus man einen wunderbaren Blick über den Fluss und die dahinterliegende Stahl- und Glaslandschaft von Manhattan hatte. Er übte den Kampf mit zwei Schwertern, eine Kunst, die er hervorragend beherrschte und gern einsetzte. Obwohl er bereits schweißgebadet war, unterbrach er seine Übungen auch dann nicht, als Montgomery aus dem Haus kam, sondern setzte sich mental mit dem Butler in Verbindung, während seine beiden Klingen weiterhin wild durch die Luft wirbelten. Was gibt es, Montgomery? Seine Gefährtin würde bitter enttäuscht sein, wenn sie von der Jagd nach Hause kam und feststellen musste, dass er sich in ihrer Abwesenheit Zeit für eine Trainingsstunde genommen hatte. Sie sah ihm so gern zu, wenn er die Klingen durch die Luft zischen ließ, hätte es aber nie gewagt, sich als Sparingspartnerin anzubieten. Dabei war Elena mindestens so tapfer und wagemutig, wie sie schön war. Aber sie kannte ihre Grenzen. Du bist zu schnell, deine einzelnen Bewegungen sind für mich nicht mehr zu unterscheiden, hatte sie bekannt, nachdem sie ihm das letzte Mal voller Bewunderung beim Training zugeschaut hatte. Da kann ich nicht mithalten. Ich mag meinen Kopf, er soll bleiben, wo er hingehört. Da Raphael das ähnlich sah, hatte er an jenem Tag das Training beendet, um sich mit seiner Gemahlin auf dem zarten grünen Rasen ganz anderen, wenn auch ebenso schweißtreibenden Übungen hinzugeben. In seinem Territorium konnte es niemand in dieser speziellen Kampfart mit dem Erzengel aufnehmen. Und so gab es auch niemanden, der mit ihm trainierte. Nicht einmal sein tödlich geschickter Stellvertreter durfte sich darauf einlassen. Bei den Erzengeln verfügte allein Nia über Rafaels Schnelligkeit im Umgang mit zwei Schwertern. Und früher hatten die beiden gern zusammen trainiert. Rafael erinnerte sich noch gut daran, wie die schlanke, anmutige Nia im engen Kampfanzug aus Leder jeden seiner Schläge pariert und wie geschickt sie gekontert hatte, während vier scharfe Klingen durch die Luft schnitten. Dann hatte Raphael Nias Tochter exekutieren müssen, die sich schwerer Verbrechen schuldig gemacht hatte. Er bereute seine Tat nicht, aber es tat ihm sehr leid, dass ein Verhältnis zu dem Erzengel von Indien seitdem nachhaltig gestört war. Denn so traditionell Nia auch denken mochte, so starr sie sich manchmal an veraltete Ansichten klammerte, wobei sie auch grausam sein konnte, lag ihr doch im Grunde das Wohl ihres Volkes ernsthaft am Herzen, und sie hatte nie gezögert, einen jüngeren Erzengel an ihrem Wissen teilhaben zu lassen. All dies war Raphael in Bruchteilen von Sekunden durch den Kopf geschossen. Elena, die Erinnerung an das Training mit Nia, das Bedauern über die Kluft, die sich zwischen ihnen aufgetan hatte. Aber jetzt galt es, sich auf Montgomerys Stimme in seinem Bewusstsein zu konzentrieren. Sire, sagte der Butler. Galen wünscht sie zu sprechen. Er sagt, es sei dringend. Montgomery hatte den letzten Satz noch nicht beendet, da befand sich Raphael auch schon auf dem Weg in sein Arbeitszimmer. Denn sein Waffenmeister wendete sich generell nur dann an ihn, wenn es wichtig war. Galen sah ihm vom Bildschirm an der Wand aus entgegen. Was ist, wollte der Erzengel wissen. Xie hat Injomeda entführt. Der Waffenmeister schilderte im Detail, was sich in der Zuflucht ereignet hatte. Raphael legte beim Zuhören die Waffe ab und trocknete sich das Gesicht mit dem Handtuch, das Montgomery ihm reichte. Der Butler hatte auch an ein Glas Wasser gedacht, das jetzt sehr willkommen war. Danach zog er sich sofort diskret zurück, auch wenn er ruhig hätte bleiben können, denn sein Zaya vertraute ihm vollkommen. Montgomerys Loyalität stand außer Frage. »Nasi ist schon auf dem Weg nach China«, fuhr Galen mit grimmiger Miene fort. »Er ist mit meiner Schwadron zum Flughafen unterwegs und der Jet bringt ihn bis nach Japan. Danach schafft er den Zutritt zu Lijuans Gebiet«, sagt er. »Er habe da so seine Methoden.« Der Waffenmeister fuhr sich mit der Hand durch das tiefrote Haar. »Er ist allein losgezogen, wollte niemanden dabei haben.« »Sagte, außer Jason komme dafür sowieso niemand in Frage. Alle anderen würden nur dafür sorgen, dass die Mission sofort auffliegt.« »Moment«. Raphael teilte den Bildschirm und nahm Kontakt zu Jason auf. »Wo bist du?« Wie sich herausstellte, befand sich Raphaels Meisterspion gerade auf dem Territorium von Nia, das neben Lijuans Ländern lag. »Mahia schafft es noch nicht, nach Hause zu fahren und mit ihrer Mutter zu reden«, erklärte er Raphael. »Aber sie hat mich gebeten, an ihrer Stelle zu fahren und nach ihrer Mutter zu sehen.« »Du musst sofort aufbrechen und dich mit Nasir treffen«. Raphael erzählte, was ich in der Zuflucht zugetragen hatte. Als er fertig war, wirkte Jason sehr besorgt. Das zarte, von polynesischer Kunst inspirierte Tattoo, das seine linke Gesichtshälfte bedeckte, hob sich dunkel von seiner braunen Haut ab. »Ich habe Nasir immer gesagt, er solle auf keinen Fall versuchen, in Lijuans Zitadelle einzudringen. Dafür gibt es einen guten Grund.« Galen, der die Unterhaltung mit anhören konnte, nickte heftig. »Er ist einfach zu waghalsig, sorgt sich nie um sein Leben.« Das stimmte nicht ganz, denn Nasir lag durchaus etwas an seinem Leben, er kannte nur keine Furcht. Daher ging er generell zu viele Risiken ein. Raphael durfte sich nicht darauf verlassen, dass er es schaffte, ungesehen in die Zitadelle vorzudringen. Wenn man ihn diesmal erwischte, würde es schlimme Folgen haben, denn Lijuan würde ihm das widerrechtliche Betreten jetzt nicht mehr verzeihen, wie damals, als er noch ein Kind war. »Du warst doch schon in der Zitadelle,« fragte der Erzengel sein Meisterspion. »Was meinst du? Kommt Nasir da auch rein?« »Ja«, Jason nickte. Das schwarze Haar, das er sonst gern als Zopf trug, war offen und wehte um die Bögen und feinen Punkte aus Tinte, die seine Züge betonten. »Er kann sich gut anschleichen, damit müsste er eigentlich durchkommen. Außer er lässt alle Vorsicht außer Acht und folgt nur noch seinen Instinkten.« »Das könnte zum Problem werden,« Galen seufzte. »Er bestand darauf, dass Injomeda allein seine Verantwortung ist.« Kein Wunder, dass Galen sich sorgte. Wenn Nasir eine Aufgabe übernahm, dann ganz und gar. Dann starb er lieber, als ein Scheitern in Kauf zu nehmen. »Geh«, befahl Raphael Jason. »Such ihn und hilf ihm, die Gelehrte zu befreien.« Er wusste, dass Injomeda wahrscheinlich nicht verletzt war, und wenn doch, dann auf keinen Fall schwer. Lijuan brauchte die Informationen, die sie in ihrem Kopf mit sich herumtrug. Außerdem stammte sie aus der Blutlinie des Erzengels, der Lijuans engster Verbündeter war. »Sire?« Jason meldete sich ab. »Ist es denkbar, dass die Gelehrte mit Lijuan zusammenarbeitet, um ihren Kopf zu retten?« Wollte Raphael wissen, denn immerhin kannte der Waffenmeister Injomeda ziemlich gut. »Nein.« Die Antwort kam ohne Zögern. Nicht der leiseste Zweifel schwang darin mit. »Sie hat sich ganz klar geäußert, wenn ich mit ihr über Alexander sprach. Sie fand das, was Lijuan der allgemeinen Meinung nach mit dem Uralten vorhat, abscheulich.« »Und Lijuans Festungen der Zuflucht?« »Die steht noch. Sie hat eine ganze Schwadron dort gelassen, bei der es heute sehr geschäftig zugeht.« Eigentlich war Raphael davon ausgegangen, dass Lijuan nach wie vor festgelegte Grenzen respektierte und in der Zuflucht keine bewaffnete Auseinandersetzung riskieren würde. Er schien sich geirrt zu haben. Ihre Arroganz ließ eindeutig keinen Platz mehr für die Regeln, die das Zusammenleben ihrer Gattung bestimmten. »Wie lange kann Injomeda in der Zitadelle überleben?« »Sie ist eine voll ausgebildete und sehr fähige Kriegerin, was nicht viele wissen.« Galen dachte nach. »Sie wird überleben. Aber wie, das weiß ich nicht. Unbeschädigt? Das lässt sich nicht sagen. Lijuans Überzeugungsmethoden können fürchterlich sein.« In Galens hellen grünen Augen stand das Wissen darum, dass noch niemand, der Lijuans ganz spezieller Art der Gastfreundschaft genossen hatte, hinterher derselbe gewesen war wie vorher. Andromeda hatte sich im weiteren Verlauf der Reise nicht mehr gewehrt, obwohl es ihr nicht leicht gefallen war. Sie hatte sich dazu zwingen müssen, denn Widerstand hätte ohnehin keinen Sinn gehabt und sie nur ermüdet. Sie wollte nicht ganz ohne Kraftreserven am Ziel ankommen. »Sei nicht dumm«, hatte de Harriel sie gelehrt. »Das ist die erste Lektion und sie gilt für jede Auseinandersetzung. Denke.« Diese Worte ließ sie sich nun ununterbrochen durch den Kopf gehen, denn es fiel ihr schwer genug, einfach ruhig dazuliegen. Xies Schwadron legte zwei Pausen ein, die erste ungefähr eine Stunde nach Verlassen der Zuflucht im Innern einer von Eiskristallen glitzernden Höhle. Obwohl sie dort blieben, bis das Tageslicht verblasst war, und obwohl sie ihn wiederholt dazu aufforderte, befreite Xie Andromeda während dieses Aufenthalts nicht aus dem Netz. Nach einer Weile wurde ihr klar, dass sie sie fertig verschnürt bei sich liegen haben wollten, falls es zu einem hektischen Aufbruch käme. Nach so vielen in einer mehr als unbequemen Haltung verbrachten Stunden war sie ganz steif und durchgefroren und fast schon froh, als es endlich weiterging. Die zweite Unterbrechung der Reise kam dann tief in der Nacht, als sie auf einer winzigen Insel landeten, die kaum mehr als ein kleiner Punkt im Ozean zu sein schien. Dort wurde dann das Netz endlich aufgeschnürt. Vielleicht hätte sie sich jetzt versucht fühlen können, zu fliehen. Ihre Flügelmuskeln waren jedoch inzwischen völlig verkrampft, und ohnehin flog sie auch ohne diese Behinderung lange nicht so schnell wie Xie. Nein, sie musste weiter abwarten. Ich kann fliegen, sagte sie nach einer kurzen Ruhepause, in der sie Wasser und ein bisschen Brot erhalten und auch zu sich genommen hatte, um sich zu stärken. Es besteht wirklich keine Notwendigkeit, mich zu transportieren wie ein Huhn. Statt einer Antwort warf ihr Xie eine Augenbinde zu. Ich kann dich auch blenden, meinte er beiläufig, als sie ihn wütend anstarrte. Die Heilungszeit dürfte ungefähr drei Monate betragen, wenn man dein Alter und die Komplexität eines Auges bedenkt. Enjomeda ran kalter Schweiß den Rücken hinunter. Eine solche Beschädigung meiner Person wird deinem Erzengel sicher nicht gefallen, entgegnete sie. Lijuan brauchte sie schließlich. Du brauchst nicht sehen zu können, um einer Dame zu sagen, was sie wissen will. Xie starrte sie an. Seine Augen waren so hart und dunkel wie Onyx. Also? Wie willst du es haben? Enjomeda legte sich die Augenbinde an. Warum war das Böse nicht automatisch auch hässlich? Diese Frage stellte sie sich heute nicht zum ersten Mal. Ihr Großvater zum Beispiel war mit seiner goldbraunen Haut und den braunen Haaren sehr schön gewesen, ehe die Krankheit ihn zerstörte. Und sobald sein Körper genesen war, würde er bestimmt wieder sehr schön sein. Ein sterblicher Dichter hatte seinem Aussehen sogar einmal ein Gedicht gewidmet. Mein ganzes Herz gäbe ich für einen kurzen Moment, meine Seele gar, wenn er mich nur einmal berührt. Nicht für das Auge des Menschen ist solche Schönheit bestimmt. Sie verstört den Betrachter. Sie mordet. Auch Xie sah sehr gut aus und brauchte sich, wie Enjomeda wusste, über einen Mangel an Liebhaberinnen nicht zu beklagen. Vor langer Zeit, als sie noch nicht gewusst hatte, wie kalt das Herz war, das in seiner Brust schlug, hatte sie ihn gern und voller Bewunderung beim Fliegen beobachtet. Er war ihr wie eine glatte, geschmeidige Maschine vorgekommen, mit Flügeln von einmaliger, auffallender Schönheit. Wenn sie ihn jetzt betrachtete und über seinen Charakter nachdachte, war ihr auch klar, dass Xie in den Augen seiner Leute nichts Böses an sich hatte. Für seine Schwadron war er einfach ein guter General, der seiner Dame diente. Dabei hatte diese in letzter Zeit fortlaufend deutlich gemacht, wie wenig ihr am Leben der Leute lag, über die sie herrschte und für die sie verantwortlich war. Trotzdem war Xie ihr weiterhin treu ergeben. Und genau das, fand Andromeda, machte ihn zu einem Mann des Bösen. Wie rechtfertigst du das? fragte sie ihn jetzt, als er sie am Arm gepackt und hochgezogen hatte, bis sie fest auf beiden Beinen stand. Ohne auf ihre Frage einzugehen, band er ihr die Handgelenke zusammen. Nichts sehen zu können, ließ Andromeda kühn werden. Du stellst dich weiterhin in den Dienst eines Erzengels, der seine Leute zu wandelnden Toten macht. Die Wiedergeborenen waren fleischgewordene Albträume, die man freigesetzt hatte, damit sie Krankheit und Tod in die Welt trugen. Und wenn dir das nicht Verbrechen genug ist, sie nähert sich von der Lebenskraft ihrer Untertanen und lässt ihre Opfer als ausgetrocknete leere Hüllen zurück. Da Andromeda als gelehrte und angehende Lehrerin unter Jessamy arbeitete, hatte sie Zugang zu den Berichten gehabt, die nach der heftigen Schlacht von New York abgefasst worden waren, und zwar zu den Berichten beider Seiten. Die Schilderungen hatten sich vor allem durch die Wortwahl unterschieden, aber in einer Sache übereinstimmend geäußert. Auf Raphaels Seite wurde einhellig davon berichtet, dass Lijuan die Lebenskraft ihrer Leute getrunken hatte, bis sie übersättigt gewesen war. Andromeda erinnerte sich besonders gut an eine Zeile und daran, wie ihr beim ersten Lesen eine Gänsehaut über den Rücken gelaufen war. Als sie ihren Mund vom Hals des Opfers löste, hatte sich um ihre Lippen ein Kreis aus Blut gebildet. In den auf Lijuans Seite abgefassten Berichten wurde behauptet, die Soldaten der Dame hätten sich scharenweise freiwillig für den Opferdienst gemeldet, um den Ruhm ihres Erzengels zu mehren. Die Soldaten selbst seien durch ihr Opfer zu unvorstellbar großen, für sterbliche und auch unsterbliche eigentlich unerreichbaren Ehren gelangt, und dies sei für alle aus ihrer Blutlinie ein stolzes Vermächtnis. In diesem Fall hatte Andromeda nach Beendigung der Lektüre das Gefühl gehabt, dass beide Seiten die Wahrheit gesagt hatten. Nur, dass die eine Seite dort eine Ehre gesehen hatte, wo die andere nur blanken Horror erkennen konnte. Was den Bericht betraf, den Xi persönlich abgefasst hatte, konnte die Gelehrte dem General daraus keinen Strick drehen. Xi war brutal ehrlich gewesen, was die Verluste und Gewinne der Schlacht betraf. Er hatte auch nicht versucht, das Ende als Triumph für Lijuan darzustellen, auch wenn er, wie wohl jeder loyale General es getan hätte, nicht von einer Niederlage sprach. Seine geliebte Dame, hatte er geschrieben, habe sich vom Schlachtfeld zurückgezogen, um Kraft für den Krieg zu sammeln, der unweigerlich kommen würde. Seine Interpretation der Ereignisse hatte sich drastisch von der unterschieden, die Illium als Kommandeur von Raphaels Luftstreitkräften abgegeben hatte. Laut Illium waren von Lijuan nur noch Fetzen übrig gewesen, nachdem Raphaels Feuer sie getroffen hatte. Allerdings hatte auch Illium die Frage offengelassen, ob Lijuan danach nun als Tod zu gelten hatte oder nicht. Zulijuan sei ein Erzengel, hatte er geschrieben, und diese stürben nun einmal nicht so leicht. Ich lebe jetzt seit neunhundert Jahren auf der Erde, und einen Großteil dieser Zeit habe ich meiner Dame gedient, antwortete Xi endlich auf Andromedas Frage, nachdem einer seiner Leute die Gelehrte auch an den Füßen gefesselt hatte. Du weißt nichts über sie. Deine Aufgabe ist nicht zu urteilen. Du sollst nur aufschreiben. Andromeda nickte. In diesem Punkt musste sie ihm Recht geben. Aber ein bisschen Urteilsvermögen ist schon gefragt, wenn wir Berichte aufzeichnen, wandte sie ein. Wir haben es oft mit großmäuligen Behauptungen zu tun, auch mit direkten Lügen und allem, was dazwischen liegt. Nach der Wahrheit müssen wir da manchmal erst suchen. Deswegen, so hatte Jessamy ihr beigebracht, übernahm sie auch so häufig einander widersprechende Berichte in die offiziellen Analen. Xis Bericht lag zusammen mit dem von Ilium in dem Ordner, der sich mit der Schlacht von New York befasste. Dazu kam noch die Zusammenfassung, die Jessamy geschrieben hatte, nachdem sie sämtliche Aufzeichnungen über die Kämpfe gelesen oder gehört oder sich angesehen hatte. Wenn wir einfach nur blind aufzeichneten, wären wir kaum mehr als Maschinen. In meinen Berichten steht nichts, was nicht wahr wäre, meinte Xis. In diesem Punkt hast du mir also nichts zu sagen. Ohne Vorwarnung packte er sie am Kinn und zwang sie ihn anzusehen. Ich werde dir jetzt einen Rat geben, Gelehrte. Andromeda spürte Xis Kraft, die sie zu dominieren versuchte, allerdings nicht mehr so stark wie bei früheren Begegnungen mit ihm. Laut Ilium hatte sich Lijuan während der Schlacht auch Kraft von ihren Generälen geholt. Anscheinend entsprach der Bericht des Engels mit den blauen Flügeln auch in diesem Punkt der Wahrheit. Andromeda rührte sich nicht. Mach, was man dir sagt, erklärte Xie kühl, ohne die Stimme zu erheben. Und es wird dir nichts geschehen. Er ließ ihr Kinn los. Anders als dein Großvater hat meine Dame eine gewisse Schwäche für Gelehrte. Ich weiß den Rat zu schätzen. Das war nicht gelogen. Xis Bemerkung hatte Andromeda verraten, wie sie die Sache angehen konnte, bis sich ihr Gelegenheit zur Flucht bot. Und fliehen musste sie, und zwar bald, denn sie teilte Xis Vertrauen in seine Dame nicht. Schwer verletzte Engel waren nicht anders als andere verletzte Kreaturen auch. Man musste immer damit rechnen, dass sie in ihrem Schmerz und ihrer Wut ohne Vorwarnung zuschlugen. Lijuan war auch vor der Konfrontation mit Raphael psychisch nicht stabil gewesen, das machte die Lage noch unberechenbarer. Und sie war ein Erzengel. Andromeda würde einen direkten Zusammenstoß mit ihr nicht überleben. Egal, was sie sah, hörte oder erlitt, sie musste die sanfte, bescheidene, von der Situation völlig überforderte Gelehrte spielen. In diesem Moment bellte Xis ein Befehl, und Andromeda wurde ziemlich unsanft in die Luft gehoben. In diesem Fall diente das Netz als eine Art Tragbare, auf der Andromeda sich ausstrecken durfte. So nett und höflich war man inzwischen zu ihr. Das schonte zwar ihre Flügel, die nicht mehr so gequetscht wurden, aber die Maschen des Drahtnetzes boten sich ihr weiterhin gnadenlos in die Haut. Als sie aufstieg und den Salzgeschmack des Windes auf den Lippen spürte, musste sie plötzlich an das wilde Wesen denken, das am Vorabend im Schein der Lampen mit ihr gekämpft hatte. Noch nie hatte sie den Schwertkampf mit jemandem trainiert, der sich so bewegte wie Nasir. Sie wollte das gern wiederholen, wollte seine silbernen Augen in der Dunkelheit blitzen sehen, wollte erleben, wie sich dieses gefährliche Lächeln auf sein Gesicht stahl und wie sehr ihm der Tanz Spaß machte. Er war irgendwie faszinierend, dieser Vampir, der kein Vampir war. Faszinierend und gefährlich. Es gab viele Gründe, aus Lijuans Zitadelle fliehen zu wollen, aber für Andromeda war einer der wichtigsten, der drängende Wunsch, noch einmal mit Nasir zu tanzen und sich dicht an die Flamme heranzuwagen, die sie zum ersten Mal in ihrem Leben die Regeln der Selbstkontrolle und Disziplin hatte infrage stellen lassen, denen sie die Bedürfnisse ihrer Sinnlichkeit bisher unterworfen hatte. Es war nicht schwer, sich an ein Keuschheitsgelübde zu halten, wenn es keine Versuchung gab. Elena schwebte jetzt schon eine ganze Weile mit verzerrtem Gesicht über dem Dach des Turms, aber noch mochte sie nicht landen. Um sich abzulenken, dachte sie an die Unterhaltung, die sie vor einigen Stunden mit Raphael geführt hatte. Ihr Erzengel war wütend gewesen, auf die kalte, unheimliche Art, die sie inzwischen so gut an ihm kannte. Wenn Lijuan es wirklich fertigbringt, Alexander aufzuspüren und im Schlaf zu töten, dann zerbricht die gesamte Struktur der Engelswelt in ihrem Kern. Ein solches Verbrechen hat es in all den Jahrtausenden unserer Existenz noch nicht gegeben. Auch ohne, dass Raphael näher darauf eingegangen wäre, konnte sich Elena lebhaft vorstellen, was ein solcher Zusammenbruch der Strukturen nach sich ziehen würde. Chaos und offenen Krieg. Einige Erzengel würden Lijuan folgen, andere gegen ihre Gräueltaten kämpfen. Hunderttausende, nein, Millionen Sterbliche und Unsterbliche würden umkommen und die Welt tiefe, unauslöschliche Wunden davontragen. »Blöde Kaskade«, murmelte sie aufgebracht, während ihr das T-Shirt nass am schweißgebadeten Oberkörper klebte. »Hast du was gesagt, Ellie?« Eljuan schwebte wachsam neben ihr. Seine hellen Haare, die blass wie Nebel, edelsteinengleich in der Nachmittagssonne schimmerten, ließen Elenas fast weiße Haare gewöhnlich erscheinen. Auch seine einzigartigen Augen blitzten wie in Feuer getaucht. Jeder einzelne der von den Pupillen ausgehenden blauen und grünen Scherben war klar erkennbar. »Ich fluche bloß laut über die Kaskade.« Elena keuchte. All ihre Muskeln waren bis zum Äußersten angespannt. »Mist, ich glaube, ich kann nicht mehr.« Leise stöhnend ließ sie sich auf den nächsten Balkon fallen. Wenig später landete Eljuan neben ihr. »Wie war ich?« erkundigte sie sich erwartungsvoll. »Zwei Minuten besser als beim letzten Mal.« Eljans Fieder fing das Licht ein und schickte es als helle Funken in alle Richtungen weiter. Von den schweren Verletzungen, die er sich bei der Schlacht von New York zugezogen hatte, war nichts mehr zu sehen. Die Wunden waren alle gut verheilt. »Du hast bestanden.« Er schob den Hemdsärmel wieder herunter, den er hochgekrempelt hatte, um auf die Stoppuhr an seinem Handgelenk zu schauen. »Ich fühle mich wie nach meinem ersten Tag an der Gildeakademie.« Elena dehnte die steifen Muskeln, ehe sie sich auf den Balkonrand setzte. »Ich muss dringend Kraft aufbauen.« Am Horizont ballten sich düstere Wolken zusammen. Es würde Krieg geben. Bald. Vielleicht schon in diesem Jahr. Und sie musste stark sein, um an Raphaels Seite kämpfen zu können. Eljuan setzte sich neben sie, die Flügel sorgsam so zusammengelegt, dass sie Elenas nicht berührten. Es gibt ein paar Dinge, die sich nicht kontrollieren und beeinflussen lassen. Du musst in deine Unsterblichkeit hineinwachsen wie ein Kind, das auch erst wachsen muss, ehe es so groß und stark ist wie ein Erwachsener. Das alles wusste Elena ja, es machte sie aber dennoch wütend. Sie zückte eins ihrer Wurfmesser mit der tödlich scharfen Klinge und ließ es geschickt zwischen ihren Fingern tanzen. Irgendwie musste sie ihren Frust loswerden. Unter ihr lag friedlich die Stadt, der die Wunden der Schlacht nicht mehr anzusehen waren. Viele Sterbliche und Unsterbliche hatten ununterbrochen hart arbeiten müssen, um alles wieder so hinzubekommen, aber New York bildete nun einmal das Zentrum von Raphaels Territorium und musste der Welt ein unversehrtes, unbekümmertes Gesicht zeigen. Ich mach mir Sorgen um Nasir, sagte Elena plötzlich, weil sie gerade an den Freund hatte denken müssen. Solange er allein unterwegs war, brauchte man sich keine Gedanken zu machen, denn dann schien er sich in einen Geist verwandeln zu können, den niemand je erwischte. Aber wenn alles gut ging, war er ja nicht mehr allein, wenn er Lijuans Zitadelle verließ. Dann trug er die Verantwortung für eine Gelehrte. Und obwohl diese Gelehrte angeblich auch eine Ausbildung als Kriegerin genossen hatte, war sie kein Nasir. Niemand, auch Elena nicht, bewegte sich so lautlos, war, wenn es sein musste, so unsichtbar wie das Silberäugel gewesen, dass Elena nicht verraten wollte, wo seine Ursprünge lagen, und dass ich im Laufe der Zeit unversehens in ihr Herz hineingeschlichen hatte. Ich hab inzwischen gelernt, Nasir nie mehr zu unterschätzen. Aeon lehnte sich vor und stützte sich mit den Unterarmen auf den Schenkeln ab. Sein Blick ruhte auf dem East River, denn den Hatzen sah man von hier oben aus nicht. Hast du bemerkt, wie sehr Ilium sich verändert hat? Das lässt sich ja nur schwer übersehen. In den Monaten nach der Schlacht war der Engel mit den blauen Flügeln so schnell stärker geworden, dass man ihm die Kraft bereits ansah, die in seinen goldenen Augen glühte und unter seiner Haut pulsierte. Noch immer zog er seinen besten Freund Aeon bei jeder Gelegenheit gnadenlos auf und bestand darauf, ihn Fünkchen zu nennen. Noch immer flirtete er so offen und unverhohlen mit Elena, dass sie immer wieder laut und herzhaft lachen musste. Aber es war nicht zu übersehen, dass er wuchs, und wie sehr er sich damit auch von ihnen entfernte. Das tat weh. Ein New York ohne Ilium mochte sich Elena gar nicht vorstellen. Sie respektierte jeden einzelnen der Sieben ihres Gatten, aber ihre Beziehung zu Ilium war etwas Besonderes. Er war der Erste aus der Gruppe gewesen, den sie richtig kennengelernt hatte. Und er hatte ihr mit seinem Humor und seinem scharfen Verstand sehr dabei geholfen, sich in ihrem neuen Leben zurechtzufinden. Auch die anderen aus der Gruppe sahen in ihm etwas Besonderes. Mit Glockenblümchen war niemand lange böse. Man konnte ihm einfach nichts übel nehmen. Was aber, wenn die Kraft, die er so rapide dazugewann, ihn veränderte? Wenn sein Herz, das immer so voll Freude war, erkaltete? Diesen Gedanken fand Elena fast noch schlimmer als die Vorstellung, den Freund an die neu erwachsene Kraft zu verlieren. Er ist noch sehr jung. Aeon sprach leise und eindringlich. Seine linke Hand lag fest zur Faust geballt auf seinem Knie. Genauso, wie du bestimmte Dinge einfach noch nicht tun kannst, ist er noch nicht alt genug, um mit einer solch gewaltigen Kraft umgehen zu können. Elena wurde es eng ums Herz. Sie sah zur Seite, musterte Aeons makelloses Profil mit der hellen, nicht ganz weißen Haut. Alabaster von der Sonne geküsst. Die Kaskade? fragte sie leise. Er nickte. Der Sire glaubt, sie beschleunige Iliums natürliche Entwicklung. Nur kann sein Körper da nicht mithalten. Elena hielt die Kanten der Balkonumrandung so fest umklammert, dass sich unter der von ihrer marokkanischen Großmutter geerbten, dunkelgoldenen Haut die Knochenweiß abzeichneten. Können wir irgendwas für ihn tun? Aeon schüttelte den Kopf und seine Haare glitzerten so lebendig wie tausend Regentropfen. Das Wachsen eines Engels kann niemand aufhalten. Als Raphael an diesem Tag von einer Flugübung über dem Meer nach Hause kam, warf sich ihm Elena in die Arme. Warum hast du mir das mit Ilium nicht gesagt? Weil er dein Liebling ist. Ich wollte nicht, dass du dich sorgst, da wir sowieso nichts tun können. Flügel in Weiß und Gold, an denen hier und da plötzlich eine kalte Flamme leckte, schlossen sich schützend um sie. Die Entwicklung, die in deinem Glockenblümchen vorgeht, kann niemand aufhalten. Könnte er zum Erzengel werden? Eines Tages, ja. Irgendwann in der Zukunft. Aber wenn er jetzt schon aufsteigt, er ist noch nicht bereit. Raphael drückte seine Gemahlin fest an sich. Man konnte hören, dass ihn ähnliche Zweifel und Gefühle plagten wie Elena. Wenn er jetzt schon aufsteigt, zerbricht sein Körper an Überlastung. Und er wird ausgelöscht. Er ist noch nicht alt genug, um das zu überleben. Was für eine grauenhafte Vorstellung. Elena hätte am liebsten ganz fest die Augen geschlossen und das schreckliche Bild aus ihrem Kopf verbannt. Wenn es ihr schon so ging, wie musste es dann erst in Raphael aussehen? Er kannte Ilium seit dessen Kindheit. Und auch Iliums Mutter Shereen, allgemein nur als Kolibri bekannt, nahm in seinem Herzen einen ganz besonderen Platz ein. Raphael besaß ein starkes und auch ein liebendes Herz, das litt, wenn seine Liebsten litten. Was ist bloß los mit uns, Raphael? Sie drückte ihren Gemahl fest an sich. Einer unserer Freunde schleicht sich gerade mitten in das Herz des Landes dieser verrückten Frau, und ein anderer steht kurz vor einer katastrophalen Veränderung. Raphael antwortete in ihrem Kopf, mit den tosenden, von hellem schaumgekrönten Wellen, deren kalter Kuss ihr so intim vertraut war. Die Kaskade kennt keine Allianzen und ist nicht parteiisch. Niemand ist sicher. Früh am nächsten Morgen, kurz vor Sonnenaufgang, wechselte Nasir auf das Territorium von Lijuan. Das hatte er schon oft getan, wobei sein Auftrag meistens darin bestanden hatte, die Stimmung der Leute hier auszuloten. Er hatte sich immer im Schatten verborgen, in den Städten und Dörfern herumgetrieben, hatte gelauscht und sich dann ebenso unauffällig, wie er gekommen war, wieder zurückgezogen, um Bericht zu erstatten. Heute hielt er sich von Städten und Dörfern fern, rannte, so schnell er konnte, durch eine in leuchtenden Herbstfarben strahlende Landschaft. Wenn Xis Schwadron aus der Zuflucht kommend auf direktem Weg die Zitadelle angesteuert hatte, dann befand sich Andromeda jetzt seit mindestens zwölf Stunden in den Fängen von Lijuan. Länger als weitere 48 Stunden würde sie dort nicht überleben, davon war Nasir felsenfest überzeugt. Wenn sie überhaupt so lange durchhielt. Sie war Gelehrte und Kriegerin, aber hinterlistig war sie nicht. Dazu fehlte ihr das Talent. Okay, vielleicht war sie ja doch ein ganz klein wenig gerissen. Immerhin hatte sie ihn mit ihrer zivilisierten Haut ganz schön hinters Licht geführt. Doch tief im Innern fehlte ihr die Hinterlist. Nasir war sich nicht sicher, ob Andromeda Lijuan so lange zu täuschen vermochte, bis er sie retten konnte. Denn Andromeda würde das, was sie über Alexander wusste, nie verraten. Da war sich Nasir ganz sicher. Andere mochten ihre Loyalität in Frage stellen, weil sie nun mal die Enkelin ihres Großvaters war. Aber Nasir hatte Andromeda als Ganzes erkannt, als sie unter ihm am Boden gelegen hatte. Die Ehre war ihr wichtig. Sie war als unauslöschlicher Teil ihres Wesens mit ihrer wahren Haut verbunden. Winterstürme und Gewitter. Als dieser Geruch plötzlich in der Luft lag, wechselte er die Laufrichtung, rannte durch das hohe Gras, ohne sich die Mühe zu machen, sich dabei zu ducken. Noch war die Sonne nicht aufgegangen. Noch herrschte ein graues, diffuses Licht. Aber selbst in der hellen Mittagssonne hätte niemand Nasir im Gras entdeckt, wenn er nicht entdeckt werden wollte. Er war ein Schatten, ein gestreiftes Trugbild. Und der Engel, der unter den breiten Ästen eines großen, herbstlich-bunten Baumes auf ihn wartete, war ebenfalls eine Art Schatten, wenn auch ein etwas anderer. Jason konnte völlig reglos dastehen, wenn er wollte, die schwarzen Flügel dicht an den Körper gepresst. Nasir hätte ihn übersehen, wäre da nicht sein Duft gewesen. Dass Jason ihn ohne weiteres gefunden hatte, machte Nasir nichts aus. Im Gegenteil. Er fand es ganz normal. Raphaels Meisterspion hatte in seinen Augen immer schon als gefährlichstes Mitglied ihrer kleinen Gruppe gegolten. Nasir selbst jagte mit der Nase und spürte Leute ihrem Geruch nach auf. Jason hatte seine eigenen Methoden. Kannst du mir bei der Suche nach Andromeda helfen? fragte er den Freund, sobald er bei dem Baum angekommen war. Hoffentlich war Jason nicht in einem anderen Auftrag unterwegs, und hoffentlich hatte er dabei nicht mit Nasirs Hilfe gerechnet, denn heute konnte ihn Nasir nicht unterstützen. Heute nicht, auf keinen Fall. Aber Nasir hatte Glück. Jason nickte. Ja, er war hier, um bei der Suche nach Andromeda mitzuhelfen. Er hatte seine Haare zu einem Zopf im Nacken zusammengefasst, was sein Tattoo in zwei Teile schnitt. Nasir fand das schade. Er mochte das Tattoo. Er hatte sogar einmal zusehen dürfen, wie ein Teil davon entstand. Damals hatte ihn Jason auf die Insel im Pazifik mitgenommen, auf der der Künstler lebte, dem er sein Tattoo verdankte. Der Engel mit den schwarzen Flügeln war zu der Zeit zwar noch am liebsten allein herumgezogen, hatte aber manchmal nichts gegen die Begleitung eines Nasir einzuwenden gehabt. Obwohl Nasirs Verhältnis zu Schmerzen seiner Einstellung zu Kälte glich, beides ließ sich ertragen, es lebte sich aber ohne sie viel besser, hatte er verstanden, warum Jason sich in diesem langen, schmerzhaften Prozess, ein Kunstwerk dauerhaft in die unsterbliche Haut hatte ritzen lassen. Das Tattoo war, wie Nasirs Streifen, ein sichtbares Zeichen der Wildheit, die in Jason lebte. Jason breitete die tiefschwarzen Schwingen aus, dehnte sie und faltete sie wieder zusammen. Eine Bewegung wie eine glatte, lautlose, dunkle Welle. Der Meisterspion war der einzige Engel in Nasirs Bekanntschaft, der seine Flügel völlig geräuschlos bewegen konnte. Da gab es kein Rascheln, kein Murmeln, gar nichts. Nur Stille. Ich kann bestätigen, dass die Gelehrte in Lijuans Zitadelle gebracht wurde, sagte Jason leise. Nur mit Mühe unterdrückte Nasir den harten, ganz und gar nicht menschlichen Laut, der sich einen Weg aus seiner Kehle bahnen wollte. Er fragte nicht nach. Wenn Jason sagte, dass sich Injomeda in der Zitadelle befand, dann war es auch so. Der Meisterspion irrte sich nie, wenn es um solche Fragen ging. Nasir sah die zarte Gelehrte vor sich, hilflos der mächtigen Lijuan ausgeliefert. Das Bild ließ seine Krallen ausfahren, bis sie wie scharf gebogene Klingen im Dämmerlicht glommen. Kannst du sie da rausholen? Denn es kam schließlich nur darauf an, dass Injomeda befreit wurde. Von wem war egal. Sie musste in Sicherheit gebracht werden, und das ging durch die Luft nun einmal schneller als zu Fuß. Jason schüttelte den Kopf. Nicht allein. Außerdem kennt sie mich nicht. Das könnte zu gefährlichen Verzögerungen führen. Dann gehen wir zusammen rein und holen sie raus. Pass auf, Nasir. Bei dieser Sache musst du lernen, Geduld zu üben. Jason trat näher an seinen Freund heran. Ich weiß, du kannst dich in die Zitadelle einschleichen. Aber darum allein geht es hier nicht. Wir müssen rein und auch wieder raus, ohne gesehen zu werden und ohne dass die Wachen Verdacht schöpfen. Du bist stark, du kannst sie töten. Nasir hatte Jasons schwarzes Feuer den Himmel erleuchten sehen, und ich helfe dir. Nasir konnte gegen viele Männer gleichzeitig kämpfen. Wir können unmöglich sämtliche Truppen besiegen, die in der Zitadelle und um sie herum stationiert sind. Jason sprach leise, jedoch in einem harten, präzisen Ton, der Nasirs ganze Aufmerksamkeit forderte. Bei dieser Sache musst du auf den urtümlichen Teil deines Wesens bauen, musst schlau und verschlagen sein, heimlich vorgehen, unsichtbar bleiben. Es geht nicht darum, Mann gegen Mann zu kämpfen. Nasir dachte nach, wobei er unwillkürlich die Hände zu Fäusten ballte, sie wieder spreizte, erneut zusammenballte. Darf ich denn ein paar von ihnen töten? Er wollte strafen, denn immerhin war jemand, der sich in seiner Obhut befunden hatte, geraubt, wahrscheinlich verletzt, auf jeden Fall aber in Angst und Schrecken versetzt worden. Nur wenn das nicht zu unserer Entdeckung führt. Nasir musste allerhand Willenskraft aufbringen, bis sich seine Krallen wieder zurückgezogen hatten. Gut. Er vertraute Jason, denn er gehörte zur Familie und stand, wann immer es nötig war, voll und ganz auf Nasirs Seite. Ich schaffe es, in die Zitadelle einzudringen, aber wenn ich in Jormeda holen soll, ohne dass Xi und seine Leute es marken, musst du mir den Grundriss der Anlage erklären. Jason zog einen Plan aus der Tasche und faltete ihn auseinander. Die nächsten zehn Minuten waren nicht leicht für Nasir, denn er musste seine Ungeduld zügeln, zuhören und lernen. Das ging durchaus, denn er war klug. Das wusste er, weil Dimitri es ihm gesagt hatte, damals, als er ein Kind gewesen war und sich geweigert hatte, bei Jessamy in die Schule zu gehen. Dimitri hatte ihn auf einem der höchsten Regale in der Bibliothek der Festung entdeckt, wo der Kleine mit vor der Brust verschränkten Armen gesessen und entschlossen vor sich hin gestarrt hatte. Nasir hatte den Dickkopf gespielt, der einfach nicht zur Schule gehen wollte, aber im Grunde war es ihm um etwas ganz anderes gegangen. Er hatte, wie die anderen Kinder sein wollen, und nicht gewusst, wie er das anstellen sollte, wie er die Worte verstehen sollte, die er Jessamy an die Tafel hatte schreiben sehen, als er sich an die Schule herangeschlichen hatte, um heimlich durch die Fenster zu spähen. Du bist klug. Dimitri hatte ihm befohlen, vom Regal zu klettern und war dann vor ihm auf den Boden in die Hocke gegangen, um ihm in die Augen sehen zu können. Du bist klüger als mancher Erwachsene. Du kannst lernen. Aber wenn ich so klug bin, warum muss ich denn dann noch lernen? Weil dir das eine weitere Waffe in die Hand gibt. Dimitris Blick hatte ihn nicht losgelassen, was den Jungen beruhigt hatte, denn Dimitri war ein viel gefährlicheres Raubtier als er selbst. Niemand konnte Nasi etwas antun oder ihn zwingen, schlimme Dinge zu tun, wenn er zur selben Familie gehörte wie Raphael und Dimitri. Wenn du nicht zur Schule gehst, hatte Dimitri erklärt, dann sind andere in der Lage, hinter deinem Rücken Dinge zu tun und Geheimnisse zu wahren, die du nicht entschlüsseln kannst. Die Vorstellung, ausgeschlossen zu sein, hatte Nasi nicht gefallen. Also war er zur Schule gegangen. Das lange Stillsitzen war nicht leicht gewesen, aber Jessamy hatte ihn nie aus der Klasse geworfen, wenn er es nicht mehr schaffte und die Wände hochkletterte, um eine Weile an der Decke zu hängen. Sie hatte einfach nur gelächelt und weiter unterrichtet, und Nasi hatte gelernt, die Worte zu verstehen, die sie an die Tafel schrieb. Sogar Rechnen hatte er gelernt. Und irgendwo zwischen Lesen und Rechnen hatte er auch Freunde gefunden, die gern wilde, ungezogene Dinge zusammen mit ihm anstellten. Einmal war die Mutter eines dieser neuen Freunde völlig aufgebracht in die Schule gekommen und hatte verlangt, den wilden Bengel des Unterrichts zu verweisen. Nasi hatte ihrem Sohn ein Spiel beigebracht, das der Mutter ganz und gar nicht gefiel. An diesem Tag hatte Nasi sich ganz still verhalten, denn Dimitri war nicht da gewesen, um ihn zu beschützen, und die Engelsfrau, die sich der Wut entbrannt vor Jessamy aufgebaut hatte, war ihm viel stärker vorgekommen als seine zarte, zerbrechliche Lehrerin. Innerlich schon voll darauf eingestellt, seine Jessamy notfalls mit Zähnen und Klauen zu verteidigen, hatte er völlig verdattert miterlebt, wie die sanfte Gelehrte die andere Frau fertig machte, ohne auch nur die Stimme zu erheben. Damals hatte er zwei wichtige Dinge begriffen. Jessamy tolerierte ihn nicht nur in ihrem Klassenzimmer, sie mochte ihn so sehr, dass sie bereit war, für ihn zu kämpfen. Und? Manchen Kampf gewinnt man auch ohne Krallen. Heute musste er sich besonders den zweiten Teil der damaligen Lektion immer wieder ins Gedächtnis rufen. Was ist, wenn sie Andromedae hier festhalten? Oder hier? Er deutete auf den Raum, der laut Jason den zentralen Thronsaal beherbergte, und auf ein paar andere öffentliche Bereiche. Dann wartest du. Jason, der inzwischen sicher sein konnte, dass Nasie sich den Lageplan gemerkt hatte, steckte die Karte wieder ein. Selbst wenn sie verletzt ist. Selbst wenn sie schreit und um Hilfe flieht. Du wartest. Nasies Krallen drängten schon wieder an die frische Luft. Würdest du warten, wenn deine Prinzessin schwer verletzt um Hilfe ruft? Nasie kannte Jasons Gefährte noch nicht so gut, hatte aber schon einmal nach einem Abendessen bei Elena und Raphael mit ihr getanzt. Sie war sehr jung und süß und überhaupt nicht gefährlich. Aus Respekt vor Jason hatte Nasie sehr darauf geachtet, ihr keine Angst einzujagen. Jason wirkte unverändert ruhig und gelassen. Doch Nasie, der den Freund schon seit ein paar Jahrhunderten kannte, spürte das Knistern in der Luft. Ja, wenn ich wüsste, dass man sie nur noch schlimmer foltert, wenn ich überstürzt handle. Sie töten dich oder nehmen dich als Geisel, wenn du einfach so dazwischen gehst. Lijuan wird dich als Druckmittel einsetzen, um Endromeda zum Reden zu bringen oder um sich ein Raphael zu rächen. So oder so. Endromeda kannst du da nicht mehr helfen. Also wartest du. Selbst wenn sie blutet. Nasie ballte die Hände zu Fäusten, streckte die Finger aber gleich wieder aus. Am liebsten würde ich dir jetzt eine reinhauen. Aber ich habe recht, und das weißt du. Nasie musste sich zwingen zu nicken. Ich warte. Jason war klug, sehr klug sogar. Er war schon in Lijuans Zitadelle gewesen, ohne dass irgendwer dies mitbekommen hätte. Wo bist du denn die ganze Zeit? Ich gehe mit dir rein, um für Ablenkung zu sorgen, damit du mit Endromeda fliehen kannst. Hast du ein Handy dabei? Nasie nickte erneut. Schick mir eine SMS, sobald du weißt, wo Endromeda steckt, damit ich an anderer Stelle ein Ablenkungsmanöver abziehen kann. Fuhr Jason fort. Und sag Endromeda, sie darf nicht fliegen, wenn ihr draußen seid. Der Himmel wird schwer bewacht. Ich haue aber nicht ab und lasse dich dort. Nasie ließ seine Familie nicht in den Klauen des Feindes zurück. Ich werde dicht hinter euch sein, versprach Jason. Solltest du draußen keine Nachricht über euren Aufenthaltsort schicken können, lauf einfach immer weiter. Ich finde euch schon. Warte damit nicht zu lange, sonst komme ich zurück und hole dich. Jason sah ihn an und tat dann etwas, das er schon sehr lange nicht mehr getan hatte. Er streckte die Hand aus und legte sie Nasie auf die Schulter. Ich weiß, sagte er. Und jetzt lass uns jagen gehen. Nasie zeigte ihm die Zähne und während Jason sich zum Abheben bereit machte, drehte er sich um und verschwand erneut im hohen Gras. Jason hatte ihn angefasst, ihm deutlich seine Zuneigung offenbart. Vielleicht brachte so eine Gefährtin ja mehr Vorteile mit sich, als er bisher gedacht hatte. Obwohl seine Gefährtin so zart und überhaupt nicht gefährlich schien, war Jason jetzt glücklich. Das war er vorher nicht gewesen. In ihm hatten hunderte von Jahren Dunkelheit geherrscht. Nasie war zwar innerlich nicht dunkel, aber dafür war er allein, der einzige seiner Art auf der ganzen weiten Welt. Er besaß Freunde, war Teil einer Familie, aber er hatte niemanden, der so war wie er. Daran würde zwar auch eine Gefährtin nichts ändern, aber eine Gefährtin wäre jemand, der ganz zu ihm gehören würde, und er zu ihr. Und vielleicht kam eines Tages ein Junges zur Welt. Dann gäbe es noch ein wie Nasie auf dem Planeten. Ein ungezogenes Junges, das kopfüber in irgendeinem Baum hing. Nasie grinste. Niemand wusste, ob er sich fortpflanzen konnte. Aber laut Care gab es erst einmal keinen Grund, daran zu zweifeln. Er war nicht wie die Vampire, die erschaffen wurden und nach der Erschaffung lediglich knappe zweihundert Jahre lang fruchtbar waren. Nasie war nicht nur erschaffen, sondern auch geboren worden. Und er war überwiegend eher kein Vampir. Allerdings hatte auch Care ihm nicht sagen können, ob er letztlich mit einem weiblichen Wesen harmonieren würde. Sterblich oder unsterblich. Vampir oder Engel. Man wusste es einfach nicht. Noch hatte er nicht versucht, ein Junges zu zeugen. Er spürte die Phasen, in denen er zeugungsfähig war, und ging in diesen Zeiten kein Risiko ein. Nasie wollte kein Junges mit einer Mutter, die ihn für einen Wilden hielt, und damit am Ende vielleicht auch ihr Kleines. Er brauchte jemanden, dem er vertraute. Er musste sicher sein können, dass die entsprechende Frau ihr Kind auch wirklich liebte. Bisher hatte er sich auch nicht alt genug gefühlt, um Vater zu sein, aber das war jetzt anders. Er fühlte sich reif genug. Und er hatte eine Engelsfrau gefunden, die wie er eine heimliche Haut trug, die ihm aber ihr wahres Ich gezeigt hatte. Er wollte gern noch oft mit Injormeda spielen und herausfinden, ob sie seine Gefährtin sein könnte. Aber dazu musste er sie erst einmal aus der Hölle befreien. Die letzte Strecke des Flugs in ihre Gefangenschaft hatte Injormeda verschlafen. Nicht aus Zufall oder Erschöpfung, sondern ganz gezielt, so wie es ihr Deheriel in hundert Jahren Training beigebracht hatte. Ein Krieger, der schlafen konnte, sobald sich ihm die Gelegenheit dazu bot, hielt in der Schlacht länger durch, aber auch in den Händen des Feindes. Injormeda war jetzt fast vierhundert Jahre alt, in diesem Alter musste man als Engel nicht mehr jede Nacht schlafen, konnte aber mit einem Tage- oder wochenlangen Schlafentzug noch nicht umgehen. Schlaf ist eine Waffe. Wieder einmal stand ihr Deheriels Raubvogelgesicht deutlich vor Augen. Er erfrischt und heilt. Nutze ihn wie jeder andere dir zur Verfügung stehende Waffe. Noch nie war Injormeda so glücklich gewesen, von Deheriel trainiert worden zu sein. Noch nie hatte sie sein Training und seine Ratschläge so sehr geschätzt wie jetzt. Da sie ein paar Stunden geschlafen hatte, fühlte sie sich wach und aufnahmebereit, als sie kurz vor Sonnenaufgang in der Zitadelle eintrafen. Xie befahl sofort, ihr die Fesseln abzunehmen. Die Augenbinde durfte sie selbst entfernen. Hast du Schmerzen? erkundigte sich der General. Irgendwelche anderen Beschwerden? Xies Benehmen war untadelig, was Injormeda allerdings wenig wunderte. Er war eben durch und durch General. Was nicht hieß, dass er sie nicht foltern oder sogar exekutieren würde, sollte sich dies als notwendig erweisen. Aber bis dahin war er höflich zu ihr. Ich bin ein wenig steif. Injormeda streckte die Flügel, dehnte sie und stöhnte dabei ein bisschen mehr, als streng genommen nötig gewesen wäre. Erteilst du mir die Erlaubnis zu einem kurzen Flug, um meine Muskeln zu lockern, wenn ich verspreche, niedrig zu fliegen? So könnte sie sich wenigstens eine vage Vorstellung von der Umgebung verschaffen, in der sie sich befand. Leider nur wach sie zu klug, um sie stundenlang mit verbundenen Augen transportieren zu lassen und sich dann anschließend einen solchen Schnitzer zu erlauben. Nein, sagte er, aber du kannst deine Flügel hier im Hof ausstrecken, ehe wir ins Haus gehen. Injormeda ließ sich Zeit, denn ihre Muskeln waren wirklich steif geworden. Sie wollte beweglich sein, wenn sich ihr die Möglichkeit zur Flucht bot, und so absolvierte sie ein paar einfache gymnastische Übungen, wie sie jedem Engel schon in der Kindheit beigebracht werden. Nichts durfte auf ihre Ausbildung unter Deheriel schließen lassen. Niemand durfte ahnen, dass sie auch nach der Ausbildung dafür gesorgt hatte, fit und in Form zu bleiben, indem sie weiterhin mit Deheriel und auch mit Galen trainierte. Dieses Training hatte stets hinter hohen Mauern stattgefunden, deswegen wusste kaum jemand davon. Deheriel und auch Galen hatten es für sinnvoll gehalten, Andromedas Wissen und ihre Fähigkeiten als Kriegerin nicht an die große Glocke zu hängen. Es sollte ihre Geheimwaffe bleiben. Galen hatte ihr geholfen, weil sie bei seiner Gefährtin in die Leere ging, aber Deheriels Motive waren, gelinde gesagt, komplizierter gewesen. Andromeda dachte nicht gern über diese Motive nach, aber das Training verhalf ihr nun in dieser feindseligen Umgebung zumindest zu einer winzigen Überlebenschance. Du hast Geheimnisse. Nasir hatte sie durchschaut. Sie erinnerte sich noch gut an seine tiefe Stimme. Was er wohl getan hatte, als ihr Verschwinden bekannt wurde? Bestimmt hatte er sich der Suche nach ihr angeschlossen, doch sie konnte selbst von einem silberäugigen Vampir, der kein Vampir war, nicht erwarten, dass er es unbemerkt bis in die Zitadelle schaffte. Soweit Andromeda bekannt war, wussten überhaupt nur Lijuans eigene Leute genau, wo sich diese Festung befand. Nein, sie musste sich ganz auf sich selbst verlassen, wenn sie ihre Entführung überleben und vielleicht sogar fliehen wollte. Womöglich schützte ihre Herkunft sie ja vor einer überstürzten Exekution. Nur, wie lange? Sie war keine Heuchlerin. Sie würde sich ganz gewiss nicht hinter einem Familiennamen verstecken, den sie aus freien Stücken aufgegeben hatte. Es hätte ihr wohl auch wenig genutzt. Lijuan hatte sie kaltblütig aus der Zuflucht entführen lassen und sich dabei offensichtlich um Cherry Semnons Reaktion keine Sorgen gemacht. Sie beendete die Dehnübungen und bedankte sich bei Xi. Wenn er höflich sein konnte, dann konnte sie es zunächst auch sein. Natürlich hatte sie bei ihrer Gymnastik die Gelegenheit genutzt und sich ein bisschen umgesehen. Sie hatte die schwer bewaffneten Wachen hoch auf den Zinnen bemerkt und auch die Streitkräfte oben am Himmel. Womit sie nicht gerechnet hatte, war die Schönheit der Zitadelle. Denn obwohl Andromeda Lijuans verbotene Stadt in all ihrer Pracht und Eleganz noch hatte erleben dürfen, ehe sie zerstört wurde, hatte sie sich unter Lijuans Zitadelle immer ein hässliches Monsterbauwerk vorgestellt, schmucklos und vom Geist der Verzweiflung durchdrungen. Stattdessen sah sie wunderschöne, glänzende, dunkelgraue Steinmauern vor sich, die in der aufgehenden Sonne glühend zum Leben erwachten. Große Kübel mit blühenden Pflanzen schmückten den Innenhof, und Andromeda hatte bei ihrer kurzen Beobachtung nicht nur Soldaten beiderlei Geschlechts entdeckt, sondern auch Höflinge, Damen und Herren. Die Damen trugen Changsams aus feinster Seide oder lange fließende Gewänder von fast überirdischer Schönheit. Die männlichen Höflinge, ebenso gut aussehend wie die Damen, steckten in modernen Tuniken und bestickten Seidenhemden. Hinter einem Durchgang, der zum Innenhof führte, sah ein Jomeda Wasser glitzern. Dahinter blitzte grün auf. Das musste ein Teich sein. Vielleicht hätte man dort um eine Quelle herum einen Garten angelegt. Das musste dann wohl der eigentliche Wohnhof sein, der Ort, an dem sich Lijuan aufhielt, wenn sie mit ihren Höflingen zusammen sein wollte. Der Hof, in dem sie sich gerade befand, diente eher als schlichter Eingangsbereich. Aber auch ihn hatte man mit hübschen, mineralienhaltigen Steinen gepflastert, die jetzt in verschiedenen Farben leuchteten. Drachenskulpturen schmückten die Dächer, die Andromeda vom Eingangsbereich aus sehen konnte, und sie bewachten auch die zierlichen steinernen Brücken, die die einzelnen Gebäude der Zitadelle miteinander verbanden. Das verlieh dem ganzen, sicher nicht kleinen Ensemble einen Hauch von Zerbrechlichkeit. Beeindruckend, wenn man bedachte, dass es aus Stein gehauen war und lang an dauernden Belagerungen standhalten konnte. Die Anlage ist wunderschön, sagte Njomeda leise. Ich hätte sie mir ganz anders vorgestellt, viel militärischer. Wir sind hier im Privathaus, meiner Dame, sagte Xi, ganz der aufrechte Soldat, mit leisem Tadel in der Stimme. Sie liebt seit jeher die schönen Künste und hat sie immer sehr gefördert. Doch sie hat sich nie damit gebrüstet, wie Michaela es tut. Die Zitadelle wurde vor langer, langer Zeit von einer wirklich begnadeten Architektin entworfen. Aha. Bewundernd strich Enjomeda mit der Fingerspitze über einen Stein, der sich unter ihrer Berührung glatt und fast weich anfühlte, obwohl die Wucht der Geschichte, die er mit angesehen hatte, der Gelehrten bis in die Knochen hinein Schmerzen verursachte. Es kam ihr vor, als hätten im Laufe der Jahrtausende so viele Hände diesen Stein berührt, dass jetzt nur noch sein reiner Kern geblieben war, sein eigentliches Wesen. Diese Architektin, war das Suyin? Xi neigte kaum merklich den Kopf. Die Tochter von Lady Lijuans Schwester. Enjomeda seufzte. Eins von Suyins verlorengegangenen Meisterwerken sehen, ihr sogar berühren zu dürfen, fast hätte sie die Umstände vergessen, unter denen diese Begegnung stattfand. Sie reckte den Hals, wünschte sich, die Zitadelle von oben betrachten zu können, diesmal allerdings nicht, um zu fliehen. Hier stand womöglich das größte Bauwerk, das Suyin je erschaffen hatte, und bei der Vorstellung, es erkunden zu dürfen, schlug ihr Gelehrtenherz unwillkürlich höher. Xi schien sie zu verstehen. Jedenfalls ließ er ihr Zeit, zu bewundern, was sie von diesem Hof aus sehen konnte, ehe er sie mit einem kurzen Nicken zum Weitergehen aufforderte. Als Suyin starb, ging der Welt eine große Künstlerin verloren. Injomedas Hände sehnten sich verzweifelt nach Skizzen, Block und Bleistift. Ja. Noch immer sah sich Injomeda um, er freute sich an der Schönheit und Anmut um sie herum. Alles hier zeugte ebenso wie der Palast, den Suyin damals für Alexander entworfen hatte, von der Kunstfertigkeit dieser unter so traurigen und mysteriösen Umständen ums Leben gekommenen Architektin. Suyins Leiche ist ja nie gefunden worden. Ich habe immer irgendwie gehofft, der Brief, in dem sie ihren Selbstmord ankündigte, wäre nur Tarnung gewesen, damit sie in aller Ruhe und zu ihren eigenen Bedingungen schlafen gehen konnte. Injomeda und Xi durchquerten gerade einen relativ schmalen Flur, wobei die Flügel des Generals kurz die seiner Gefangenen streiften. Xi entschuldigte sich und sorgte umgehend wieder für einen gewissen Abstand. Ich war noch nicht am Leben, als Suyin diese Zitadelle erschuf, sagte er, aber vielleicht weiß meine Dame mehr. Wir gehen jetzt zu ihr. Da verging Injomeda ihr ehrfürchtiges Staunen schlagartig, und das Blut drohte ihr vor Angst, in den Adern zu gefrieren. Hastig schluckend versuchte sie, ihre trockene Kehle anzufeuchten, damit ihr die Furcht nicht gleich anzuhören war. Darf ich mich vielleicht kurz etwas frisch machen, ehe ich den Erzengel treffe? Ich fürchte sie sonst zu beleidigen, was sie sehr übel nehmen könnte. Sie vergibt Beleidigungen nicht gern, wie ich gehört habe. Das dürfte Xi nicht anders sehen. Ich möchte so gut wie möglich aussehen, wenn ich ihr gegenüber trete. Xi musterte die kleine, staubige Gestalt neben sich, ohne dass in seinem Blick etwas Abfälliges gelegen hätte. So sah ein General seine Leute an, wenn eine Bestandsaufnahme fällig war. Das ist ein weiser und kluger Wunsch, sagte er. Du hast fünfzehn Minuten. Ich werde zu meiner Dame gehen und ihr melden, dass ich dir Zeit gab, dich zu erholen. Mit einer knappen Handbewegung winkte er von irgendwoher einen stämmig wirkenden, recht kleinen chinesischen Vampir herbei, der sich tief vor ihm verneigte. Anjomedas Herz schlug laut und stürmisch. Bis er vor ihr stand, hatte sie den schwarz gekleideten Mann nicht gesehen, noch nicht einmal den Verdacht gehegt, er oder andere könnten in der Nähe sein. Sie musste wirklich viel besser aufpassen, wenn sie hier je wieder herauskommen wollte. Sie folgte dem Vampir einen Flur hinunter, dann noch einen und noch einen weiteren, bis klar war, dass er sie entweder mehr oder weniger im Kreis herumführte, um sie zu verwirren, oder aber die Zitadelle als Labyrinth konstruiert war. Was unter dem Strich keine Rolle spielte, denn Andromeda war Gelehrte, ihr Verstand, ihre wichtigste Waffe. Sie hatte schon vor langer Zeit gelernt, sich Dinge so zu merken, dass sie sie jederzeit wieder abrufen konnte. Endlich schienen sie an ihrem Ziel angekommen. Der Vampir blieb vor einer Zimmertür stehen und winkte Andromeda einzutreten. »Ich warte hier auf Sie, verehrter Gast«, sagte er in einer der auf Lijuans Gebiet am häufigsten gesprochenen Sprachen, um das Gesagte dann sofort auf Französisch zu wiederholen. Andromeda hielt ihn auf, indem sie die Hand hob. »Ich habe verstanden.« Sie sprach viele Sprachen, wie die meisten Engel es taten, selbst die jüngsten. Mehr noch, da sie als Gelehrte mit Jessamy in den Archiven arbeitete, wurden von ihr Kenntnisse jeder Einzelnen von sterblichen oder unsterblichen gesprochenen Sprache und Dialekte verlangt. Dazu zählten auch die nicht mehr so verbreiteten. Wie kann eine Historikerin genaue Aufzeichnungen machen, ohne alle Stimmen zu hören und zu verstehen, auch die ganz leisen? So hatte es Jessamy der jungen Andromeda erklärt, die gerade erst angefangen hatte, bei ihr zu lernen und die sich voller Inbrunst auf ihre Studien gestürzt hatte. Zurzeit beherrschte Andromeda 58 Prozent aller auf der Welt gesprochenen Sprachen. Darunter alle wichtigen Weltsprachen und ungefähr ein Drittel der kleineren. Blieben nur noch die Subdialekte, einige Sprachen, die nur noch in entlegenen Winkeln der Erde gesprochen wurden, und die sogenannten Totensprachen. Auf 100 Prozent würde sie es natürlich nie bringen, denn Sprachen lebten nun einmal und veränderten sich fortlaufend. Jessamy ging bei sich selbst von einem Prozentsatz von etwa 89 aus. Ich brauche nicht lange, sagte Andromeda jetzt zu dem Vampir, der sie begleitet hatte, ging ins Zimmer und schloss die Tür hinter sich. Man hatte ihr einen eleganten, in dunkelgrauen Farbtönen gehaltenen Raum zur Verfügung gestellt, in dem hier und da ein Fleckchen blau aufleuchtete, wie von Edelsteinen. Zu ihrer Verwunderung verfügte das Zimmer über ein großes Fenster, durch das ein Engel mühelos würde fliegen können. Sie schob den Riegel zurück. Das Fenster ließ sich nach außen hin öffnen. Sofort strömte kalte Luft in den Raum und legte sich wie Balsam auf Anjomedas Haut. Vor ihr erstreckten sich endlose Felder voll blühender Wildblumen, die es nicht zu interessieren schien, dass eigentlich schon Herbst war. Weiter entfernt leuchteten Bäume bunt im Licht der aufgehenden Sonne. Anjomeda hatte keine Ahnung, wo sie sich befand, aber die Gegend wirkte gebirgig und die Luft jetzt am Morgen war recht kalt. Wahrscheinlich lag dieser Teil von Lijuans Territorium im Winter unter einer dicken Schneedecke. Schnee würde ihre Flucht erschweren, eisiger Regen ebenfalls. Die Blumen lockten sie, riefen ihr zu, den Schritt aus dem Fenster ruhig zu wagen, in die Freiheit zu fliegen. Dieses Fenster war genau das, was sie erhofft hatte. Fast als wollte Xi, dass sie wegflog. Andromeda lehnte sich weit aus dem Fenster, die Hände fest auf das Fensterbrett gestützt und tat so, als würde sie die wunderbare Aussicht genießen, aber ihr entging nicht das kleinste Detail. Das hätte ihr allerdings nicht geholfen, wenn sie nicht sowohl bei Deheriel als auch bei Jessamy in die Schule gegangen wäre. Deheriel hatte sie gelehrt, eine bedrohliche Situation richtig einzuschätzen. Die Historikerin hatte ihr beigebracht, wie man nicht nur sah, sondern wirklich hinsah. Und was sah Andromeda? Menschenleere Felder, darüber ein Himmel, an dem offenbar einiges vor sich ging. Nicht, dass man Flügel gesehen hätte oder ab und an mal das Aufblitzen eines Schwertes. Nein, so auffällig benahm sich da oben niemand. Andromeda bekam eigentlich nur eine einzige Feder zu Gesicht, die langsam herabsank und nicht weit von ihrem Fenster entfernt im Gras landete. Sie war sehr klein und hätte auch einem Vogel gehören können, wäre da nicht ihre Zeichnung gewesen. Hellgelb mit dünnen, dunkelblauen Streifen. Eine sehr auffallende Farbgebung, identisch mit der Flügelfarbe von Philomena, einer Generalin von Lijuan. Und wer glaubte, es mit Philomena und ihrer Schwadron auf deren eigenem Terrain aufnehmen zu können, der war nicht ganz bei Verstand. Andromeda ließ Fenster Fenster sein und wandte sich den Kleidern zu, die auf dem Bett für sie zurechtgelegt worden waren. Sie hatte zwar nicht darüber nachgedacht, unterschwellig wohl aber mit zarter, für eine Flucht völlig ungeeigneter Höflingskleidung gerechnet. Jedenfalls war sie überrascht, dass ihr zugedachter Outfit hätte von ihr selbst gewählt sein können. Es bestand aus Tunika und Hose. Die seidene Tunika im Stil eines hüftlangen Chong Sams, mitternachtsblau, mit kleinen weißen Blumen bestickt, die Hose weit und locker, weiß, an den Knöcheln gerafft, sodass sie sich bauschte. Streng und doch schön und eindeutig für sie maßgeschneidert. Neben dem Outfit lag ein Stoffbeutel, in dem sich diskret und originalverpackt Unterwäsche in ihrer Größe befand. Andromeda fragte sich langsam, wie lange Xis Leute sie wohl schon bespitzelt und auf die richtige Gelegenheit gewartet hatten, sie sich zu schnappen. Sie wusch sich schnell, denn ganz wohl war ihr hier natürlich nicht zumute, trocknete sich ab und schlüpfte in die frische Kleidung. Ein bisschen Nachdenken, ein paar Experimente, der kreative Einsatz von Stoffstreifen, die sie aus ihrem verschmutzten, zerrissenen Kleid gewonnen hatte, und schon befanden sich ihre beiden Messer unter dem Hosenbund gut versteckt rechts und links an ihrer Hüfte. Ihrem Kleid sah man die zusätzlichen Risse nicht an, denn Andromeda hatte lediglich den durch die Drahtmaschen des Netzes entstandenen Schaden weiter ausgebaut. Dieses Kleid würde niemanden misstrauisch werden lassen. Im Großen und Ganzen war sie mit der neuen Kleidung zufrieden. Die Hose war leicht und würde sie nicht behindern, sollte sie rennen müssen. Allerdings hätte sie selbst einen dunkleren Stoff gewählt, denn die besten Fluchtmöglichkeiten würden sich für sie wohl nachts ergeben, wenn niemand mehr damit rechnete, dass sich eine Gelehrte auf unbekanntes Terrain vor die Tür wagte. Aber noch war die helle Hose ein Problem, mit dem sie sich später befassen würde. Erst einmal musste sie die Begegnung mit Lijuan überleben. Sie hatte sich die Haare gewaschen, die Locken waren noch nass und ließen sich deshalb leicht kämmen und zu einem Knoten im Nacken zusammenfassen. Dann schlüpfte sie in die bereitgestellten Seidenpantoffeln und öffnete die Tür. Danke, dass Sie gewartet haben. Der stämmige Vampir verneigte sich wortlos und winkte ihr, ihm zu folgen. Sie gingen durch breite Flure mit großen Fenstern, die das helle Morgenlicht hereinließen, sodass Andromeda die an den Wänden hängenden Kunstwerke bewundern konnte. Es gab feine Bleistiftzeichnungen, die in liebevollen Details Landschaften aus Lijuans Gebieten zeigten. Es gab kleine, doch aufwendig gestaltete Wandteppiche und große, wunderschöne Porzellanvasen voll lieblich duftender Blumen. Oh, beim Anblick einer bestimmten Vase konnte sie nicht widerstehen. Sie blieb stehen, um das feine Porzellan mit den Fingerspitzen zu streicheln. Was für ein Meisterwerk. Und den Engel, der es erschaffen hatte, gab es sicher längst nicht mehr. Lijuan hatte so lange gelebt, so viel Schönes gesehen, hatte die Künste gefördert. Wie hatte sie nur zu diesem Albtraum werden können. Verehrter Gast? Andromeda schluckte den Kloß herunter, der sich in ihrem Hals gebildet hatte, und ging weiter. Je näher sie dem eigentlichen Zentrum der Zitadelle kamen, desto mehr veränderte sich die Atmosphäre in den lichtdurchfluteten, anmutig ausgestatteten Fluren. Langsam kroch die Dunkelheit heran, schleichend wie ein wachsames, wildes Tier, bis überall Inseln aus Schatten entstanden waren, gegen die die in die Wände eingelassenen Lampen offenbar nicht anzukommen vermochten. Denn inzwischen gab es kein natürliches Licht mehr. Und irgendetwas stimmte auch mit den Blumen nicht. Sie waren ursprünglich die gleichen gewesen wie die, deren Duft sie gerade noch in der Nase gehabt hatte. Das sagte Andromeda ihr Instinkt. Aber irgendeine dunkle Macht hatte nach dem Pflücken von ihnen Besitz ergriffen und sie verändert. Es war dieselbe bösartige Energie, die jetzt die Herrchen auf Andromedas Armen und in ihrem Nacken sich aufrichten ließ und für heftigen Aufruhr in ihrem Magen sorgte. Andromeda holte tief Luft, um ihn zu beruhigen, hielt sich kerzengerade und achtete darauf, ja nicht mit dem Dunkel in Berührung zu kommen. So lange es möglich war. Bald war es so dicht geworden, dass noch nicht einmal ein Kind ihm hätte ausweichen können. Wo das Dunkel einen Halt gefunden hatte, strich flüsternde Kälte über Andromedas Federn und über ihre Haut. Eine Kälte, die die Gelehrte nicht an Schnee und Winter denken ließ, sondern an Gräber und tote verwesende Dinge. Das musste Einbildung sein, versuchte sie sich einzureden. Nur sprachen die ihr entgegenkommenden, stumm an ihr vorbeieilenden Höflinge mit ihren verhärmten Gesichtern und schreckgewalteten Augen eine ganz andere Sprache. Wir sind da, verehrter Gast. Andromeda und ihr Begeleiter waren vor einer großen Doppeltür angekommen, die sich vor ihnen öffnete. Sie wurden bewacht von zwei Vampiren in der für Lijuans Truppe typischen dunkelgrauen Kampfuniform mit dem einen seitlich angebrachten roten Streifen. Dieselben Farben wie bei den Flügeln von Xi. Ob Lijuan den jungen Xi damals seiner patriotischen Flügel wegen gefördert hatte? Immerhin verwendete sie grau und rot in dieser Kombination bei den Uniformen ihrer Truppen, und auch sonst, seit sie ein Erzengel geworden war. Hatte Xis Schicksal von dem Tag an festgestanden, als seine Flügel zu ihrer endgültigen Farbgebung fanden? Vielleicht, dachte Andromeda, würde sie den General danach fragen, wenn sie das bevorstehende Treffen überlebte. Die Wachleute standen da, ohne sich zu rühren, schienen noch nicht einmal zu atmen. Der eine war ein Blonder mit kantigem Kinn und blauen Augen, der andere zeichnete sich durch dunkle Haare, noch dunklere Augen und markante Wangenknochen aus. Trotzdem schienen beide aus demselben Holz geschnitzt. In ihren Blicken lag nicht ein Funken Mitleid. Andromeda ließ ihren Begleiter zurück und betrat einen riesigen, höhlenartigen Raum, der als einziges Möbelstück einen aus Jade geschnitzten Thron enthielt. Dieser Thron allerdings war von auffallender Schönheit. Auf das feinste Verzier zeigte er das große Farbspektrum von Jade, das von einem leicht getönten Weiß bis hin zu einem fast schon schwarzen Grün reichte. Er stand auf einem Podest, auf das fünf breite Stufen führten und wurde von großen, hinter dem Podest aufgestellten Lampen in ein sanftes, goldenes Licht gehüllt, das die Wärme der Jade noch betonte und die kostbaren Schnitzereien leuchten ließ. Dieser Thron stellte sicher ein Kunstwerk von unschätzbarem Wert dar. Andromeda fühlte sich sofort zu ihm hingezogen. Sie sah sich um. Und da außer ihr niemand im Raum zu sein schien, konnte sie nicht widerstehen. Sie stieg die Stufen hoch, beugte sich über den Thron und betrachtete die Schnitzereien eingehend, ohne sie allerdings zu berühren. Die Bilder erzählten Geschichten. Geheimnisvolle, Traurige, Verstörende. Auch jetzt sehnten sich die Hände der Gelehrten nach Papier und Bleistift, um das Gesehene festzuhalten. Erstaunlich, nicht wahr? Die geisterhafte Stimme, die zu ihr sprach, schien mit tausend Echos, tausend endlosen Schreien gefüllt, als sprächen aus ihr unzählige gefangene Seelen. Andromedas Haut wurde eiskalt. Sie erstarrte zur Salzsäule. Als sie sich endlich wieder regen konnte und sich umdrehte, warf die Metallscheibe an der gegenüberliegenden Wand nur ihr eigenes Bild zurück. Was nichts zu bedeuten hatte, wenn man bei dem Erzengel von China war. Langsam und vorsichtig stieg Injomeda von dem Podest herab, um sich mit respektvoll vor dem Körper zusammengefalteten Händen dem Thron gegenüber aufzustellen. Ja, Dame Solijuan, sagte sie mit fester Stimme, wenn ich Grenzen überschritten habe, so bitte ich vielmals um Entschuldigung. Neugier gereicht jeder Gelehrten zur Ehre. Ein eiskalter Luftzug. Und auf dem Thron erschien, in einem Wechselspiel aus Licht und Schatten, das Injomeda nur mit Mühe begreifen konnte, die, auf die sie gewartet hatte. So Lijuan. Die Flügel des Erzengels von China waren immer taubengrau gewesen, elegant und wunderschön. Die Farbe hatte ihr gestanden und gut zu ihrem Alter und ihrer Macht gepasst. Auch jetzt breiteten sich diese Flügel scheinbar makellos hinter ihr aus. Und einen Moment lang glaubte Injomeda, Lijuan sei wieder zu der geworden, die sie vor der Schlacht von New York und dem fatalen Zusammenstoß mit Raphael gewesen war. Dann aber sah sie die in Blut schwimmenden Augen und erkannte, dass vieles an ihr fehlte. Zum Beispiel die Beine. Unter dem Gewand aus roter Seide, das Lijuan von den krankhaft mageren Schultern hing, zeichneten sich weder Knie noch Schenkel ab. Unter ihrem Rock war nichts als Leere. Auch der linke Ärmel ihres Kleides baumelte als leere Hülle an ihrer Seite. Injomedas Magen drohte zu rebellieren. Wenn bei Lijuan Arme, Beine und womöglich diverse andere Körperteile noch nicht wieder nachgewachsen waren, dann hatte Raphaels Feuer bei ihr einen Schaden angerichtet, der nicht voraussehbar gewesen war. Raphael war zwar ein Erzengel, aber keine 2000 Jahre alt. Lijuan dagegen beinahe schon eine der uralten. Lijuans Zustand verriet Andromeda allerdings auch, dass sie wahrscheinlich weitaus gefährlicher war, als sie bisher angenommen hatte. Lijuan hielt sich für eine Göttin, hatte aber seit der Konfrontation mit Raphael jeden Tag große Schmerzen, die sie immer wieder an ihre Schwäche erinnerten. Das musste sie sehr zornig und noch viel unberechenbarer machen. Zumindest das Gesicht des Erzengels von China schien trotz der Magerkeit bis auf die Augen wieder das Alte zu sein. Dieselben markanten Wangenknochen, dasselbe schneeweiße Haar. Die Haut wirkte zum Zerreißen dünn. Aber das… An dieser Stelle konnte Andromeda nur mit Mühe einen Aufschrei unterdrücken. Lijuans Gesicht hatte sich vor ihren Augen in einen nackten Schädel verwandelt. Die Augenhöhlen waren nur noch schwarze Löcher, in denen sich laut schreiende Maden wandten. Es dauerte zwar nur den Bruchteil einer Sekunde, bis sich Lijuan wieder in ihrer vorherigen Gestalt zeigte, doch Andromeda würde den schrecklichen Anblick nie vergessen. Auch andere Erzengel veränderten sich gerade. Raphael zum Beispiel trug jetzt an der rechten Schläfe ein blaues Mal von uralter Bedeutung, das von weißem Feuer erleuchtet wurde. Bei Titus zeigte sich ein ähnliches Mal auf der breiten Brust, wurde berichtet, nur prangte bei ihm das Tattoo golden auf der Mahagonifarbenen Haut. Jedoch kein Erzengel bot einen so makaberen Anblick wie Lijuan. Allerdings hatte sich Cherry Semnon schon seit Monaten nicht mehr in der Öffentlichkeit blicken lassen, und auch Michaela hielt sich seltsam bedeckt, was ungewöhnlich war, liebte sie es doch, im Rampenlicht zu stehen. Was Michaelas Veränderung betraf, so hätte sich Andromeda rein theoretisch beide Harriel nach ihr erkundigen können, der ja angeblich ihr Liebhaber war. Aber eben nur rein theoretisch. Die Beziehung zwischen ihr und Herriel war genau definiert und kannte eindeutige Grenzen. Er hatte sie kämpfen gelehrt, und wenn sie ihn darum bat, sprach er mit ihr über Engelspolitik und half ihr, deren Komplexität zu verstehen. Das war alles. Mehr kam nicht in Frage, und mehr würde es auch nie sein. Als Lijuans Gesicht sich erneut veränderte, konnte Andromeda diesmal ein leises Keuchen nicht unterdrücken. Der erste Wechsel war grauenhaft gewesen, der zweite zeigte ihr eine so überirdische Schönheit, dass ihr Tränen in die Augen traten und ihr das Herz wehtat. Lijuan erstrahlte von innen heraus in einem blendend weißen Licht, das ihre gesamte Macht zu bündeln schien und das Andromeda in seiner Ursprünglichkeit an Nasie denken ließ. Dieses Licht war Leben in seiner Urform. Lijuans Züge wirkten viel weicher, ihre Augen glänzten, die Wimpern waren dicker und dichter geworden. Es war, als würde Andromeda noch einmal einen Blick auf den Engel werfen dürfen, der Lijuan einst gewesen war. Falls das so war, dann zeigte das andere Gesicht, das Schreckliche, vielleicht die Lijuan, zu der sie am Ende werden würde. Nasie ruhte sich nicht aus, nährte sich aber. Er tötete nicht, er verletzte niemanden, er suchte nur ein Haus am Rande eines einsam gelegenen Dorfes auf und lächelte der jungen Frau zu, die dort in ihrem Garten arbeitete. Die Schöne erwiderte sein Lächeln, ihre Lippen öffneten sich, und als er auf sie zuging, sah sie ihm erwartungsvoll entgegen. Er hörte ihren Puls klopfen und roch, wie ihr Duft sich änderte. Ihr Körper machte sich für ihn bereit. »Ich bin hungrig«, sagte Nasie höflich. Sofort reckte sie ihm zitternd die Kehle entgegen, und er trank, mit einer Hand ihren Hinterkopf umfangend, während ihr Atem in harten Stößen ging und aus ihrem leidenschaftlich erregten Körper mehr und mehr von ihrem heißen, reichhaltigen Blut in seinen Mund strömte. Er war sanft, er schlang nicht, er trank nicht mehr, als sie entbehren konnte, und als er fertig war, sorgte er dafür, dass keine Narbe zurückblieb. Er behandelte seine Mahlzeit immer gut, ohne sie würde er sterben. »Danke.« Sie packte ihn am Handgelenk, Sterne in den Augen. »Kommst du wieder?« »Nein.« Er belog seine Mahlzeit auch nicht, das war nicht nett. So stellte er sich eine gute Behandlung nicht vor. »Warte nicht auf mich.« Der Frau liefen zwei große Tränen die Wangen hinunter. Als er ging, sah sie ihm mit nassen Augen nach. Durch das Geschenk ihres Blutes gestärkt und erfrischt, verschwand Nasie wieder im Wald. Es hatte in seinem Leben unzählige Begegnungen dieser Art, unzählige Unterhaltungen wie die eben geführte gegeben. Als Kind hatte er bei Dimitri, Raphael oder Care trinken dürfen. Ohne damals zu wissen, welche Ehre ihm damit zuteil wurde, hatte er doch geahnt, dass diese Männer im Grunde nicht dazu da waren, ihn zu nähren. Weil sie es trotzdem taten, hatte er sich beim Trinken immer gut benommen. Da alle drei stark und mächtig waren, hatte er als Kind allerhöchstens alle zwei Tage mal einen Schluck trinken müssen. Hätte er größere Schlucke nehmen können, wäre er noch länger damit ausgekommen. Aber sein kleiner Körper vermochte anfangs nur winzige Mengen der Art kraftvollen Blutes zu verarbeiten. Meistens war er zu Dimitri gegangen. Der hatte ihn zwar strenger behandelt als die anderen und ihn öfter bestraft, aber Nasie hatte gewusst, dass Dimitri sich etwas aus ihm machte und ihm etwas beibringen wollte. Wenn er trinken musste, hatte er also Dimitri aufgesucht und dieser hatte ihm das Handgelenk hingehalten. Nie hatte er sich ihm verweigert, mochte Nasie auch noch so viel angestellt haben. In den Zeiten, in denen sich keiner der drei Männer in der Zuflucht aufhielt, hätte er eigentlich zu Jessamy gehen sollen, was er jedoch nie getan hatte, weil er seine Lehrerin viel zu zart und zerbrechlich fand. Wenn weder Raphael noch Dimitri noch Care zur Verfügung standen, hatte der kleine Nasie sich mit dem Flaschenblut begnügt, das Dimitri für Notfälle bereithielt. Das alles hatte sich geändert, als er größer geworden und fast schon ein Mann gewesen war. Er hatte entdeckt, dass die Mädchen ihn mochten. Und nicht nur die Mädchen, auch erwachsene Frauen. Vampire, Engel, Sterbliche. Frauen aller Altersstufen und Herkunft fühlten sich zu ihm hingezogen. Das roch er deutlich, sobald er sich ihnen auf seinen Streifzügen näherte. Plötzlich hatte mehr Nahrung auf ihn gewartet, als er verwenden konnte, selbst wenn er sich vergessen hätte. Er hatte es schließlich ausprobiert. Als klar war, wie viele Frauen ihn einfach unwiderstehlich fanden, hatte Nasie dieses Wissen weitlich ausgenutzt. Allerdings nicht lange, denn schon bald waren ihm Jessymys Lektionen wieder eingefallen und er hatte sich auch daran erinnert, was er alles über ehrenhaftes Verhalten gelernt hatte, indem er Dimitri beobachtete. Er war zu Dimitri gegangen und hatte gestanden, unter Umständen Frauen genötigt zu haben, damit sie ihn bei sich trinken ließen. Unbeabsichtigt, weil er nicht geahnt hatte, wozu er fähig war. Wie denn auch, er war schließlich der Einzige seiner Art. Aber nun tat es ihm leid. Dimitri hatte seine Sorgen ernst genommen, seinen Schützling auf Flaschenblutkost gesetzt und war losgezogen, um mit den über fünfzig Frauen zu sprechen, bei denen Nasie getrunken hatte, seit er selbstständig auf Nahrungssuche ging. Von diesem Ausflug war er mit einem aufs höchste belustigten Lächeln auf den Lippen zurückgekehrt. Du zwingst niemanden, Nasie. Die Frauen erfreuen sich alle bester körperlicher und geistiger Gesundheit, wissen sich selbst zu schützen und erinnern sich gern an die Begegnung mit dir. Er zog spöttisch die rechte Braue hoch. Wenn sie nicht so viel Angst vor mir gehabt hätten. Ich glaube, sie hätten mich mit Einladungen an dich bombardiert. Du kannst jederzeit wiederkommen, wenn du dich hungrig fühlst. Dimitri hatte gelacht. Auch er, der Mann, der Nasie in allem, worauf es ankam, Vater war, war bei dem weiblichen Geschlecht nicht unbeliebt. Allem Anschein nach wirkst du auf Frauen wie eine Raubkatze. Sie finden dich schön und wollen dich zähmen, um dich streicheln zu können. Es erregt sie, ein wildes Wesen am Hals zu haben. Nasie war nicht ungehalten über die Frauen, die ihn zähmen wollten. Sie hofften vergebens. Er war nicht zu zähmen. Aber irgendwie ärgerte es ihn, dass sie ihm die Jagd so leicht machten. Außerdem reagierten sie rein körperlich auf ihn, ohne etwas über ihn als Person erfahren zu wollen. Auch das störte ihn. Enjormade war anders. Sie war nicht dahingeschmolzen. Sie hatte mit ihm gekämpft. Er grinste. Er würde schon dafür sorgen, dass sie ihn mochte. Wenn er sie erst einmal aus Lijuans Zitadelle befreit hatte, und wenn er bei ihr trank, würde er sie im Gegenzug auch füttern. Sie sollte wissen, dass sie nicht einfach eine Mahlzeit für ihn war. Was sie wohl gern aß. Wenn er ihr in aller Form den Hof machen und herausfinden wollte, ob sie wirklich seine Gefährtin war, würde er das in Erfahrung bringen müssen. Nasie hatte noch nie jemandem den Hof gemacht, wohl aber anderen dabei zugesehen. Es ging darum, der entsprechenden Person Geschenke zu machen und sie zum Lachen zu bringen. Dazu musste er erst einmal die kleineren Geheimnisse der Gelehrten entdecken. Er hatte mehr als einen Freund bei der Werbung siegen und auch scheitern sehen. Er wusste, worauf es ankam. Ein Geschenk war nur gut, wenn es wirklich zu dem beschenkten Menschen passte. In Enjormadas Fall kam vielleicht ein Messer in Frage. Elena liebte das Messer, das Raphael ihr geschenkt hatte, und Enjormada war wie die Gemahlin des Erzengels eine Kriegerin. Es galt allerdings genau das richtige Messer zu finden, oder er besorgte ihr etwas ganz anderes. Dimitri hatte Honor Juwelen geschenkt, die er seit Jahrhunderten an einem sicheren Ort aufbewahrt hatte, als hätte er gewusst, dass irgendwann seine Gefährtin sich darüber freuen würde. Onnas Blick wurde jedes Mal ganz sanft, wenn sie die kostbaren Steine berührte. Nasie hatte Enjormada noch keine Juwelen tragen sehen, aber er kannte sie auch noch nicht lange. Vielleicht gefielen ihr funkelnde Dinge. Nasie gefielen sie, manchmal jedenfalls. Er hatte im Laufe der Jahre eine ziemliche Sammlung zusammengetragen, die meisten waren noch nicht einmal gestohlen. Das Stehlen hatte er schon vor vierhundert Jahren eingestellt, als er erwachsen wurde. Seitdem ließ er auch die Leute in Ruhe, die er nicht mochte. Er war später erwachsen geworden als andere Unsterbliche. Das lag daran, dass er so anders war. Nicht weit von ihm knurrte jemand. Nasie knurrte zurück. Woraufhin ihn mehr als eine Stunde lang ein Laufgefährte begleitete, einfach nur so, zum Vergnügen. Dann verschwand die große Katze mit einem Abschiedsknorren in ihr eigenes Revier, und Nasie lief allein weiter, immer im selben schnellen Tempo. Von Zeit zu Zeit sah er hoch und versuchte, irgendwo am Himmel Jason zu entdecken, was ihm allerdings nicht gelang. Der Meisterspion war einfach verdammt gut. Als irgendwo am Feldrhein ein Kleinlaster stand, dessen Besitzer wohl kurz in das Dorf gegangen war, das man in einiger Entfernung sehen konnte, stieg Nasie ein. Er schloss die Zündung kurz und fuhr so lange, bis kein Sprit mehr im Tank war und er weiterlaufen musste, bis ihm das nächste Fahrzeug in den Schoß fiel. Wenn er lief, dann in vollem Tempo, aber doch darauf bedacht, seinen Körper nicht bis an den Rand seiner Leistungsfähigkeit zu treiben. Was nutzte ihm Schnelligkeit, wenn er irgendwann zusammenbrach? Lijuans Territorium war riesig. Er brauchte bestimmt noch einen vollen Tag, ehe er bei Enjomeda war. Vierundzwanzig, wenn nicht sogar sechunddreißig Stunden, in denen die Gelehrte mit Zulijuan allein war. Oh, der Gedanke war schwer zu ertragen. Nasie musste sich immer wieder vor Augen führen, dass die Frau, die roch, als sei sie seine Gefährtin, für niemanden eine einfache Beute war. Enjomeda war klug. Sie hatte Geheimnisse. Sie würde überleben. Enjomedas überraschter Laut hing noch in der Luft. Lijuan lächelte. Ah, dann hast du meine Gesichter also gesehen. Ohne eine Antwort abzuwarten, fuhr sie fort. Ich entwickle mich immer weiter. Ich bin noch in der Entstehungsphase. Bald werde ich noch mächtiger sein als die, die der Legende nach unter der Zuflucht schlafen. Enjomeda hegte keinen Zweifel daran, dass Lijuan sich veränderte, war sich aber nicht sicher, ob sie persönlich diesen Prozess als Evolution bezeichnet hätte. Den nach der Schlacht von New York verfassten Berichten zufolge sind sie im Kampf untergegangen, Lady Lijuan, sagte sie höflich und respektvoll, denn sie musste dafür sorgen, dass Lijuan weiterredete. So gewann sie selbst kostbare Zeit zum Nachdenken. Mich tötet man nicht so einfach. Bei diesen Worten halten wieder Tausende von Schreien als Echo mit, als wollten all die von Lijuan geschluckten Seelen ihren Körper verlassen. Ich habe mich für den strategischen Rückzug entschieden und Raphael erlaubt, am Leben zu bleiben. Dazu sagte Enjomeda jetzt lieber nichts, denn immerhin wollte auch sie am Leben bleiben. In diesem Fall war Zurückhaltung nicht nur ein integraler Bestandteil von Tapferkeit, sie war unter Umständen die einzige Garantie für ihr Überleben. Werden sie sich wieder dem Kader anschließen? Erkundigte sie sich stattdessen interessiert. Der Kader. Der Kader ist schwach. Lijuan machte eine wegwerfende Handbewegung. Es wird Zeit für eine neue Weltordnung. Sie lehnte sich lächelnd zurück, wobei ihr Gesicht immer wieder in seinen verschiedenen Fassungen aufblitzte und verschwand, was gleichzeitig unheimlich, aber auch faszinierend war. Ich werde eine bessere Welt erschaffen. In der nächsten Stunde hörte Enjomeda Lijuan von der Welt erzählen, die sie aufzubauen gedachte. Sie war nicht gut zu verstehen, ihre Worte liefen ineinander, waren manchmal kaum zu hören. Auch ihr Körper war immer mal wieder verschwunden, aber sie deswegen zu unterschätzen wäre ein großer Fehler gewesen, das wusste Enjomeda genau. Der Erzengel von China lebte seit mindestens neuntausend Jahren, wenn nicht schon länger. Sie verfügte über jede Menge Erfahrung. Du bist eine gute Zuhörerin, Gelehrte, ertönte es jetzt. Enjomeda neigte den Kopf. Es ist meine Aufgabe, zuzuhören und aufzuzeichnen. Lijuan lächelte, aber als ihr Gesicht wieder die Form des blanken Schädels annahm, wurde aus dem Lächeln eine groteske Grimasse voll panischer Schreie, bei denen sich Enjomeda am liebsten die Ohren zugehalten hätte. Entschlossen konzentrierte sie sich auf ihre Atmung, auch wenn es ihr schwer fiel, und achtete auf ihre Hände, die sie geduldig vor sich gefaltet hielt. Dann höre jetzt auch dieses, verkündete Lijuan mit ihrer unheimlichen Stimme. Ich muss unbedingt mit Alexander sprechen. Der Uralte schläft. Diese Antwort wurde an dieser Stelle von Enjomeda erwartet. Sie war harmlos genug und würde vermutlich noch keine Repressalien nach sich ziehen. Ein Risiko blieb sie unter den gegebenen Umständen dennoch. Den Schlaf eines Engels sollte man nicht stören. Ebenso wenig, wie man Kinder misshandeln durfte. Beides waren große Tabus. Ich verstehe deine Bedenken. Lijuans blutige Augen sahen Enjomeda fest an. Aber die Welt ändert sich. Und du wirst dich mit ihr ändern müssen. Xie erzählte mir, du wusstest, wo Alexander schläft. Nein, Dame, so Lijuan, das weiß ich nicht. Enjomeda schüttelte den Kopf, während Lijuans Kraft auf sie einwirkte und sie zu ersticken drohte. Wie könnte ich das auch wissen? Alexander war ein kluger, geschickter General, der zu planen verstand. Niemand weiß, wo er schläft, das hätte er nicht zugelassen. Ich kann nur Vermutungen anstellen. Lüg mich nicht an. Das wäre keine gute Idee. Lijuans Stimme klang schrill wie knirschendes Eis. Das würde ich nicht tun. Andromeda gefrohr die Luft in den Lungen. Ihr Atem schien nur noch aus Eiskristallen zu bestehen. Alexander ging als Uralter in den Schlaf. Er muss die Kraft gehabt haben, sich auf dieselbe Art zu verstecken wie die Dame Celiaen. Raffaels Mutter hatte eine ganze Stadt mit sich in den Schlaf genommen, und als diese Stadt nach mehr als tausend Jahren wieder aufgetaucht war, war sie erheblich von ihrem Ursprungsort entfernt gewesen. Wir können nicht wissen, ob er sich in der Erde oder unter dem Meer vergraben hat. Als Lijuan nachdenklich nickte, ließ die unmenschliche Kälte langsam nach. Du sagst die Wahrheit. Alexander war ein begnadeter Taktiker, was wir nie vergessen dürfen. Die Geschichten, die seine Zeitgenossen von ihm als jungem Kämpfer zu erzählen wussten. Sie schüttelte den Kopf, und es klang fast wie Zuneigung, als sie hinzufügte. Als ich ihn danach fragte, hat er die meisten weder bestätigt noch abgestritten. Da Lijuans Stimmung sich innerhalb kürzester Zeit ändern konnte, konzentrierte sich Injomada darauf, sich die Angst nicht anmerken zu lassen, die sich als eisiger Dauergast in ihrem Innern eingenistet hatte, sondern weiterhin mit relativ fester Stimme zu sprechen. Darf diese Gelehrte sie belästigen und nach Geschichten fragen, die vielleicht mit der Zeit verloren gingen? Lijuan lachte, und einen Moment lang sah Injomada den Erzengel, der sie einmal gewesen war. Alt und arrogant, jedoch auch weise und im Kader als kühler Kopf bekannt. Eine Herrscherin, die lachen konnte, als ein wilder kleiner Junge in ihr Haus einbrach und tat, als wollte er ihre Katze fressen. So jung und so neugierig, Lijuan schüttelte den Kopf. Ja, ich werde dir Geschichten erzählen, Gelehrte, aber erst nennst du Xi den Ort, an dem deiner Meinung nach Alexander schlafen könnte. Das war ein klarer Befehl. Er wird die Suchmannschaft zusammenstellen. Injomada gab nicht klein bei, auch wenn ihr Rücken schon ganz steif geworden war, weil es so anstrengend war, sich gegen Lijuans Kraft zu behaupten. Dame, so Lijuan, ich habe als angehende Gelehrter Eide geschworen, die ich nicht brechen darf. Ich kann nicht über Alexanders möglichen Aufenthaltsort sprechen, ohne eidbrüchig zu werden. Dann zögern er dich. Doch, wie ich dir bereits erklärte, hat die Welt sich verändert. Obwohl Injomada bei der zunehmenden Kälte in Lijuans Stimme bereits die steif gefrorenen Knochen wehtaten, rang die junge Gelehrte weiter um Haltung. Dabei fiel ihr plötzlich der Schwertanz mit dem silberäugigen Vampir wieder ein, der kein Vampir war. Laut Nasir besaß sie eine geheime Haut. Gut so. Dann wollte sie der Welt heute die Haut der besorgten jungen Gelehrten zeigen. Sie sollte ihr Maske und Schutzschild sein. Sie stellen mich vor eine schwierige Entscheidung, sagte sie. Darf ich eine Nacht lang darüber nachdenken? Meine Eide sind mir heilig, wobei ich durchaus verstehe, dass die Welt heutzutage Alexanders Stärke brauchen könnte. Lijuans Gesicht verblasste ohne Vorwarnung, bis es kaum noch zu sehen war. Ihr Körper ebenso. Ich werde dir diese Möglichkeit geben. Immerhin bist du vom Blut eines Verbündeten. Wieder klangen Schreie in ihrer Stimme mit, das Echo von Angst und Schrecken. Geh also und denke nach. Sobald ihr Körper wieder Gestalt angenommen hatte, winkte sie ihre Gefangene aus dem Zimmer. Enjomeda ging, bevor der Erzengel ihre Meinung ändern konnte. Ihr Vampirbegleiter wartete nicht mehr vor der großen Tür, dafür traf sie auf Xi, der sich gerade auf dem Weg in den Thronsaal befand. General? Gelassen nickte sie ihm zu, obwohl sie sämtliche Instinkte drängten, einfach loszulaufen und erst anzuhalten, wenn sie keine Luft mehr bekamen und die schreienden Schatten aus Lijuans Thronsaal weit hinter ihr lagen. Ist es mir erlaubt, mich in der Zitadelle frei zu bewegen? Ich würde mir Suyins Werk gern näher ansehen. Geh wohin du willst. Wenn du Hilfe brauchst, um dich zurechtzufinden, wende dich einfach an irgendjemanden. Er verabschiedete sich mit einem kurzen Nicken. Ich muss zu meinem Erzengel. Gemessenen Schrittes und nach wie vor nach außen hingelassen, machte sich Enjomeda auf den Weg. Dabei schlug ihr Herz so laut, dass sie nichts anderes mehr hören konnte. Xi hatte gerade bestätigt, was ihr als Vermutung schon die ganze Zeit auf der Seele gelegen hatte. Sie würde die Zitadelle nie wieder verlassen dürfen. Lijuan würde es nicht zulassen. Deswegen durfte sie sich hier frei bewegen. Nun wusste sie Bescheid und musste sich der harten Realität stellen, durfte aber auf keinen Fall in Panik geraten. Panik half gar nicht. Es galt vielmehr, einen klaren Kopf zu bewahren. Sobald sie die unmittelbare Umgebung des Thronsaals verlassen hatte, sah sie sich genau um, zählte die Wachen in den Fluren, achtete auf sämtliche mögliche Ausgänge. Je weiter sie kam, desto klarer erkannte sie, wie komplex und weitläufig Lijuans Festung angelegt war. Sie würde sich auf diesem Erkundungsgang allerhöchstens zehn Prozent davon ansehen können, auf mehr zu hoffen war reines Wunschdenken. Wie sich wohl Nasir verhalten würde, wenn er in eine solche Lage geriet. Er, der berühmt dafür war, sich überall unerkannt einschleichen zu können. Wie schön er war, wenn er sich bewegte. Ganz dunkles, tödlich anmutiges Raubtier in höchster Vollendung, das nichts und niemanden fürchtete. Du hast Geheimnisse. Auch du trägst eine andere Haut. Enjomeda rief sich zur Ordnung, als sich in ihr gerade ein höchst primitives Begehren regte. Wie albern. Sie kannte den Mann doch eigentlich gar nicht. Es war schlicht egal, ob sie ihn wieder sah oder nicht. Und wenn sie nie wieder gefährliche Spiele mit ihm spielte, die an ihrer Hülle aus zivilisiertem Benehmen und eiserner Selbstdisziplin kratzten, dann dürfte ihr das eigentlich gar nichts ausmachen. Immerhin hatte sie hart und lange an dieser Hülle gearbeitet. Aber es machte ihr etwas aus. Das Gefühl des Verlustes, das sie bei dem Gedanken an Nasir überkommen hatte, war ihr vorgekommen wie ein Messerstich in den Unterleib. Stunden später musste sich Enjomeda mit ganz anderen Problemen herumschlagen, vor allem mit der Angst, die sich wie ein permanentes Tattoo in ihrem Kopf festgefressen zu haben schien. Diese Zitadelle war eine Festung, aus der es kein Entrennen gab. Jedenfalls hatte sie noch keinen Fluchtweg entdeckt, obwohl sie so lange herumgelaufen war, dass ihr die Füße inzwischen erbärmlich wehtaten. Noch weigerte sie sich aufzugeben, noch gelang es ihr immer wieder, den sauren Geschmack der Angst hinunterzuschlucken. Wie lange wohl noch? Müde tappte sie einen stillen Flur entlang, als sie es hörte. Ein leises, melodisches Summen, das sich in seiner Eindringlichkeit sofort in ihr Herz schlich. Sie folgte den zarten Tönen bis zu einer Tür am hinteren Ende des Flurs, an die sie leise klopfte. Hallo? Das Summen verstummte, stattdessen meldete sich eine ebenso sanfte Stimme. Ja? Enjomeda trat durch die Tür und fand sich in einem lichtdurchfluteten Zimmer voller weißer Stoffe und bunter Kissen wieder. Von einem der Sofas aus blickte ihr eine Engelsfrau entgegen, die sich dort im Schneidersitz bequem gemacht hatte und einen Skizzenblock in der Hand hielt. Die Frau hatte dieselben markanten Wangenknochen wie Lijuan und auch das schneeweiße Haar und die Alabasterhaut des Erzengels. Ihre Augen jedoch waren dunkel wie der schwarzeste Obsidian. Unter dem linken Auge zierte ein winziger Schönheitsfleck die makellose Haut. Du hast Flecken im Gesicht. Die Erinnerung an Nasies tiefe, unverwechselbare Stimme riss Enjomeda aus der Erstarrung, die der Anblick der Frau sie versetzt hatte. Das konnte doch nicht sein. Aber wer hatte sonst solche Gesichtszüge? Wer solche schneeweißen Flügel mit bronzefarbenen Handschwingen? Nein, an der Identität dieses Engels bestand kein Zweifel. Suyin? Li Juans Nichte und eine der größten unter allen Architekten, die die Welt je gesehen hatte. Die Engelsfrau lächelte ihr freundlich zu. Wie seltsam dieses herzliche Willkommen sich in dem Gesicht ausnahm, dass bis auf die Augen und den Schönheitsfleck eine Kopie von Li Juans Antlitz hätte sein können. Und wer bist du, junges Ding? Junges Ding? Naja, im Vergleich zu einem mehrere tausend Jahre alten Engel vielleicht schon. Ich bin Enjomeda, eine Gelehrte. Ah! Suyin richtete ihren Blick wieder auf den Skizzenblock, nachdem sie Enjomeda mit einer Handbewegung aufgefordert hatte, auf dem gegenüberliegenden Sofa Platz zu nehmen. Setz dich! lud sie Enjomeda in dem altmodischen Dialekt ein, mit dem sie die Gelehrte auch nach ihrem Namen gefragt hatte. Erzähl mir, was du hier treibst. Das tat Enjomeda gern. Sie sah keinen Grund, irgendetwas zu verschweigen oder zu verfälschen. Suyin hörte ihr zu. Sie hatte mit Zeichnen aufgehört, der Bleistift in ihrer Hand schwebte tatenlos über dem Block. Als Enjomeda schwieg, sah die Architektin sie mit großen, traurigen Augen an. Meine Tante wird dir nicht gestatten, die Festung wieder zu verlassen. Ich weiß. Inzwischen dachte Enjomeda nicht mehr automatisch an Li Juan, wenn sie Suyin ansah. Dazu war ihr Gegenüber viel zu sanft und hell. Und sie? Waren sie die ganze Zeit hier eingesperrt? Die Geschichten, die Enjomeda über Suyin gehört hatte, erzählten von einer Frau, die es geliebt hatte, durch die Welt zu fliegen. Die Gefangenschaft musste ihr vorgekommen sein wie ein Tod zu Lebzeiten. Ich hatte die Wahl, Schlaf oder Tod. Dabei hatte ich noch Glück. Fast alle, die beim Bau dieser Zitadelle halfen und ihre Geheimnisse kannten, wurden exekutiert. Suyin war von tiefer Trauer erfüllt, als sie sich wieder ihrem Block zuwandte. Ich wählte den Schlaf. Allerdings wache ich alle paar hundert Jahre auf, um nachzusehen, ob das von mir erbaute Gefängnis noch steht oder ob ich endlich wieder fliegen kann, wohin ich möchte. Enjomeda brannten die Augen. Sie konnte sich gut vorstellen, wie Suyin sich fühlte. Aber jedes Mal, wenn ich aufwache, fuhr die Architektin fort, ist meine Tante noch mächtiger geworden und gleicht noch stärker einem Albtraum. Enjomeda hätte dieser Frau gern geglaubt und ihr vertraut, denn immerhin schien sie wie sie selbst Gefangene zu sein. Dennoch war es zu früh, ihr alles zu glauben. Trotzdem riskierte Enjomeda die entscheidende Frage. Haben Sie je versucht zu entkommen? Statt einer Antwort legte Suyin den Skizzenblock beiseite, stand auf und drehte sich um. Enjomeda stieß einen leisen Schrei aus. Der Rechte der beiden schneeweißen Flügel war nur noch zur Hälfte vorhanden. Die bloß gelegten Muskeln und Sehnen an seinem unteren Ende sahen entzündet und rot aus. Nach meinem ersten Erwachen habe ich versucht zu fliehen. Suyin hatte sich wieder gesetzt. Außer einer leichten Atemlosigkeit zeugte nichts von den Schmerzen, die doch unerträglich sein mussten. Sie deutete mit dem Kinn auf die beiden Schwerter, die übereinandergekreuzt hinter Enjomeda an der Wand hingen. Seitdem beschneiden mir diese beiden Schwerter jedes Mal, wenn ich aufwache, die Flügel. Ein Schrecken ohne Ende. Enjomeda mochte nicht daran denken, »Wieso sind Sie nicht wahnsinnig geworden?«, flüsterte sie erschüttert. »Das weiß ich selbst nicht.« Suyins schmale, feingliedrige Hand warf zielsicher Striche auf das Zeichenpapier. Es mag an meinem Alter liegen, vielleicht war ich bei meiner Gefangennahme alt genug, um zu wissen, dass die Zeit wie ein unendlicher Fluss immer wieder Veränderungen mit sich bringt. Noch einmal richtete sich der Blick der weisen, traurigen Augen auf Enjomeda, und die Gelehrte wurde eine Sekunde lang von dem schwindelerregenden Gefühl gepackt, dies alles schon einmal erlebt zu haben. Als sehe sie wie der Lijuan vor sich, und zwar die, zu der der Erzengel eigentlich hätte werden sollen. »Ich habe von einer Veränderung raunen hören, die Kaskade genannt wird,« sagte Suyin. »Sind die Gerüchte wahr?« Warum hätte ihr Enjomeda diese Information vorenthalten sollen? Man sagt, das sei eine Zeit, in der die Erzengel so teuflisch schnell an Kraft gewinnen, dass selbst die Grundfesten der Erde erbeben könnten. Und die Erzengel waren nicht mehr die, die sie sein sollten. Reiche standen in Flammen, auf den Straßen verwesten die Leichen, und Blut regnete aus den Himmeln. Mit diesen finsteren Worten wurde in dem ersten und bisher einzigen Text, den Jessamy zu dem Thema bisher entdeckt hatte, eine vorhergegangene Kaskade erwähnt. Eine kleine Zahl gewöhnlicher Engel ist auch von den Veränderungen betroffen. Das dramatischste Beispiel dafür war wohl Illium. Keiner der älteren Unsterblichen leugnete noch, dass mit dem blau geflügelten Engel eine rasante, viel zu schnelle Entwicklung vor sich ging. Es waren sogar schon Gerüchte im Umlauf, denen zufolge er bald die Gruppe von Raphael VII verlassen und sich ein eigenes Territorium suchen würde. Doch wer so dachte, hatte vergessen, dass es ja auch noch Dimitri gab. Der Vampir war einer der mächtigsten seiner Art auf dem Planeten, und er diente Raphael aus freien Stücken als Stellvertreter. Sollte die Welt tatsächlich vor einer katastrophalen Veränderung stehen, flüsterte Suyin leise, dann bin ich ja vielleicht frei, wenn ich das nächste Mal aufwache. Frei in einer Welt, die in Trümmern liegt. Ein Albtraum folgt dem nächsten. Nasir war wieder zu Fuß unterwegs, nachdem sein letzter, requirierter Kleinlaster den Geist aufgegeben hatte. Er lief so schnell er konnte. Die feine Schweißschicht auf seiner Haut glitzerte im Mondlicht. Sei klug, rief er Injometer am Geiste zu. Sei listig und raffiniert und halte durch. Ich komme. Ich komme. Andromeda wachte auf und wusste, es gab nur einen Weg, den sie jetzt einschlagen konnte. Sie badete und flocht ihr Haar zu einem Zopf, solange es noch nass war. Nur so konnte sie ihre Locken bändigen, fehlten ihr hier doch die zahlreichen modernen Gerätschaften, die ihr in den letzten Jahrzehnten das Leben so viel einfacher gemacht hatten. Ehe es sie gab, hatte Injometer ihre Haare immer als schlichten Knoten im Nacken getragen, was nach Jessamys Geschmack nicht zu ihrer Jugend passte. Das war Injometer egal gewesen. Die Frisur war einfach praktisch. Aber nicht allein deswegen trug sie Zopf oder Knoten. Noch im Bademantel aß sie ein wenig von den Speisen, die man ihr auf einem Tablett ins Zimmer gebracht hatte, ehe sie die zusammen mit dem Essen eingetroffene Kleidung anzog. Diesmal war die Hose schwarz und die Tunika im Stil eines Chongsam ein kräftiges Pink mit schwarzen Akzenten, wobei sich die Hose wie maßgeschneidert an ihre Beine schmiegte. Leider nur boten weder Hose noch Hemd ein Versteck für ihre Messer. Ohne die scharfen Klingen an ihrem Körper fühlte sich Injometer fast nackt, aber wenn sie sie nicht verstecken konnte, konnte sie sie auch nicht mitnehmen. Sie zu besitzen und hier in der Zitadelle bei sich zu haben, verschaffte ihr ein winziges Plus, von dem niemand etwas ahnte. Das durfte sie nicht aufs Spiel setzen. Also versteckte sie die Messer unter der Matratze des Bettes, zog sich die schwarzen Seidenpantoffeln an, die ebenfalls gebracht worden waren, und öffnete ihre Zimmertür. Diesmal wartete eine Vampirfrau mit sehr heller Haut, hohen, breiten Wangenknochen und haselnussbraunen Augen auf sie. Wie alle Hausangestellten in der Zitadelle trug auch sie eine schwarze Uniform. Die beiden Frauen legten den Weg zum Thronsaal schweigend zurück. Dort befand sich Lijuan gerade in einer Unterredung mit Xi. Andromeda trat bis zu den Stufen vor, die zum Podest führten, und wartete höflich, bis die beiden fertig waren. Warum hätte sie auch unhöflich sein sollen? Bei einem Erzengel, der so traditionell eingestellt war wie Lijuan, rettete gutes Benehmen ihr vielleicht sogar das Leben. Warum sich diese Chance entgehen lassen, die sie außer ein bisschen Selbstbeherrschung nichts kostete? Andromeda brauchte sich nicht lange zu gedulden, bis Lijuan sie ansah. Ihr Gesicht wirkte im Moment völlig normal, obwohl sie wütend wirkte. Einen Moment noch, dann darfst du mir deine Entscheidung mitteilen, Gelehrte. Ich muss mich nur kurz um eine kleine Sache kümmern. Erleichtert über den Aufschub zog sich Andromeda etwas zurück. Wenig später wurde ein Engel mit schmutzig-beigen Flügeln ins Zimmer geschleppt, der die farbenfrohe Seidenkleidung eines Höflings trug. Das breite Gesicht des Mannes war kreidebleich, die braunen Augen flehentlich aufgerissen. Dame, so Lijuan! Tränen flossen ihm in Strömen die Wangen hinunter. Er atmete flach und stoßweiser. Ich wollte sie ganz bestimmt nicht verraten. Und doch hast du Mikaela mit Informationen über meinen Hof gefüttert. Jedes einzelne Wort klang kalt und scharf wie ein Eissapfen. Was würde als nächstes kommen? In Jomeda zog sich der Magen zusammen. Der Engel warf sich vor den Thronstufen auf den Boden. Ihre Schönheit hat mich verführt, schluchzte er. Ich war schwach und das nutzte sie aus. Du bist ein Narr. In diesem Moment war Lijuan ganz die königliche Göttin. Aber ich werde Gnade walten lassen. Ich kenne Mikaela. Ich weiß, dass sie die Männer verhext. Du darfst weiterleben. Der Engel wirkte unendlich erleichtert, bekundete seiner Herren stotternd und blubbernd seinen tiefen Dank. Doch ein Jomeda wusste, dass er sich zu früh gefreut hatte. Ihr war nach wie vor speiübel, denn anders als der Engel vor dem Thron hatte sie den hölzernen Rahmen gesehen, der aus dem Halbdunkeln nach vorne getragen wurde. Zwei Minuten später hing der Höfling mit wildem Blick in eben diesem Rahmen. Arme und Beine weit von sich gestreckt und in Ketten geschmiedet. Noch trug er seine Kleider, aber gerade war ein blonder Wachmann neben ihn getreten, um sie ihm langsam und methodisch vom Leib zu reißen. Als er nackt war, nahmen vier Wachen den Holzrahmen zwischen sich, hielten ihn so, dass der Engel mit dem Kopf nach unten hing und trugen ihn aus dem Thronsaal. Komm, sagte Xi zu Enjomeda, du darfst zusehen. Meine Dame meint, du könntest es erbaulich finden. Enjomeda kam die Galle hoch und brannte ihr in der Kehle, aber was sollte sie tun? Sie folgte Lijuans Lieblingsgeneral aus dem Saal. Draußen schafften die Wachen den Rahmen in den Innenhof, wo sie ihn auf vier Pfosten legten, die man wohl genau zu diesem Zweck in der Mitte der freien Fläche eingelassen hatte. Der Engel lag jetzt mit dem Gesicht nach unten, sein nackter, gespreizter Körper den Elementen und den neugierigen, manchmal mitleidigen Blicken aller Vorübergehenden ausgesetzt. Einer von Xis Leuten trat an den Rahmen und schickte sich an, den laut schluchzenden Gefangenen mit der Schwertklinge zu ritzen. Noch gingen die Schnitte nicht tief und Enjomedas Magen hörte auf, Purzelbäume zu schlagen. Sie holte Tiefluft, zum ersten Mal, seit der Engel in den Thronsaal geschleppt worden war. Wenn das die Strafe für seinen schweren Verrat blieb, dann konnte er von Glück sagen, denn diese Schnitte ließen sich, auf Menschen übertragen, mit einem Klaps auf die Hand vergleichen. Hoffentlich begriff der Mann, welches Glück er hatte. Vielleicht gehörte er ja zu Lijuans Lieblingen. Dann zog sich der Soldat mit dem Schwert zurück und Enjomedas hörte die Hunde bellen. Nein. Unwillkürlich tat sie einen Schritt auf den hilflosen Engel zu. Ohne den Blick von dem brutalen Geschehen zu nehmen, das sich vor ihren Augen anbahnte, packte Xis die Gelehrte fest am Arm. Misch dich nicht ein, sonst reißen sich die Hunde in Stücke. Keine zwei Sekunden später tauchte der erste Hund mit einem glatten, schwarzen Fell auf. Angezogen vom Geruch des Blutes sprang das Tier zu dem Rahmen hin, leckte an der Haut des Engels und biss zu. Der Engel schrie gellend. Andromeda schloss die Augen, aber wie sollte sie die Ohren vor diesen grauenhaften Schreien verschließen? Eine Sekunde später zwang sie sich, die Augen wieder aufzumachen. Sie würde diesem Ort des Schreckens entkommen, schwor sie sich, und sobald sie frei war, würde sie aufschreiben, was sie erlebt hatte. Die Mehrheit der Engel würde in dieser Art der Strafe allerdings nichts Falsches sehen, und Sterblichkeit war nicht automatisch immer eine gute Sache. Manchmal bedeutete sie auch, dass die, die Rechtssprachen, jahrtausende lang Zeit gehabt hatten, sich passende Strafen auszudenken. Und damit die Strafen auf jeden Fall zu dem verübten Verbrechen passten, waren sie manchmal brutal. Es war nicht besonders sinnvoll, einen älteren Engel auszupeitschen, dessen Wunden innerhalb weniger Tage wieder verheilten. Selbst Raphael, ein Erzengel, der nicht für seine Grausamkeit berühmt war, hatte einmal einem Vampir, der Hochverrat begangen hatte, jeden einzelnen Knochen im Leib gebrochen, und den Unglücklichen, dessen Körper nur noch von überdehnten Sehnen und vielfach durch Knochensplitter zerfetzte Haut gehalten wurde, drei Stunden lang mitten auf dem Times Square liegen lassen, damit ihn sich jeder ansehen konnte. Einen Erzengel zu betrügen, diesen Fehler konnte niemand ungeschehen machen. Der Engel, der gedacht hatte, ausgerechnet an Lijuans Hof diesen Fehler begehen zu können, hing innerhalb von wenigen Minuten von Bissen übersät, Blut überströmt in seinem Holzrahmen. Einzelne Teile seines Körpers fehlten bereits ganz. Die Hunde, die sich sofort zu dem ersten gesellt hatten, kläfften und tobten, bis aus seinen gellenden Schmerzensschreien leises Wimmern geworden war, das schließlich ganz verstummte. Doch war der Mann nicht tot. Lijuan hatte versprochen, ihn leben zu lassen. Und so blieb er am Leben. Inzwischen hatten die Hunde angefangen, seine Flügel zu zerfetzen, und die Federn stoben in alle Richtungen. Die Tiere hatten sich am Fleisch des Mannes sattgefressen und schienen jetzt nur noch zu spielen. Wie lange? Andromeda räusperte sich, aber der Kloß in ihrem Hals wollte so schnell nicht weichen. Wie lange dauert diese Strafe? So lange, bis meine Göttin etwas anderes befiehlt. Endlich ließ Xi Andromedas Handgelenk los. Sein Verbrechen verdient keine geringere Strafe, das weißt du. Warum bist du also so schockiert? Andromeda schluckte. Es ist Jahrhunderte her, dass ich Zeugin einer solchen Bestrafung wurde. Seit sie aus der von Chaos und Gewalt vergifteten Atmosphäre des Hauses geflohen war, in dem sie ihre Kindheit verbracht hatte. Stimmt, du bist ja eine Gelehrte, meinte Xi, als sei damit alles erklärt. Komm. Andromeda hatte sich wieder der Magen gehoben. Sie versuchte, mit dem Geschehenen fertig zu werden, während sie mit Xi zusammen in die Zitadelle zurückkehrte. Sie wusste, dass sie kreidebleich war, ihre eiskalten Hände zitterten. Genau das hatte Lijuan natürlich beabsichtigt, als sie sie in den Hof schickte, damit sie Zeugin dieser brutalen Bestrafung wurde. Lijuan wollte sie in Todesangst versetzen, wollte dafür sorgen, dass ihr die Furcht so zusetzte, dass sie nicht mehr klar denken konnte. Gerade hing ein Hauch dünner Klagelaut in der Luft, als hätte der zerfetzte Engel auf dem Rahmen noch einen allerletzten Rest Kraft gefunden. Andromeda ballte die Hände zu aufhäusten. Er wird den Verstand verlieren. Eine Nebenwirkung, die sich wohl nicht vermeiden lässt. Xi blieb abrupt stehen und sah Andromeda an. Jeder Erzengel im Kader hätte ein solches Vergehen streng bestraft. Heng gehörte zum inneren Kreis hier am Hof. Er genoss großes Vertrauen. Der Vampir auf dem Timesquare, Andromeda sah sich gezwungen, Xi recht zu geben. Und Raphael war nicht der einzige Erzengel, der brutal strafte, wenn es sein musste. Estet hatte einen doppelzüngigen Engel einmal einen Monat lang in eine Grube gesteckt und dort von giftigen Käfern bearbeiten lassen, unter deren Bissen sein Leib verfaulte. Und Michaela hatte einem Engel ganz langsam Stück für Stück die Haut vom Leibe ziehen lassen, einschließlich der hauchdünnen Haut der Augenlider. Das dauerte so lange, dass sich Teile des Engels schon wieder regeneriert hatten, wenn die letzten noch in Arbeit waren, sodass der Kreislauf immer wieder von vorn beginnen konnte. Andromeda lief jetzt kalt den Rücken hinunter. Ich verstehe, was du damit sagen willst, gab sie zu, froh darüber, dass ihre Zähne dabei nicht wie befürchtet klapperten. Unsere Welt ist hart. Xi ging weiter. Für viele geht Unsterblichkeit Hand in Hand mit Arroganz. Ob ihm die Ironie dieser Bemerkung klar war? Kein Erzengel war arroganter als Lijuan. Sie hielt sich für eine Göttin und vielleicht war sie ja auch eine. Göttinnen konnten Leben schaffen, wenn sie wollten, und genau das hatte Lijuan ja getan. Die Welt verdankte ihr eine neue Gattung. Ja, der Erzengel von China besaß unleugbar die Fähigkeit, das eigentliche Wesen von Sterblichen und Unsterblichen grundlegend zu verändern. Auch wenn die Wiedergeborenen eine grässliche Verhöhnung des eigentlichen Lebens darstellten. Aber das stand auf einem anderen Blatt. Diesmal schlossen die Wachen beide Türen hinter Andromeda, sobald sie den Thronsaal betreten hatte. Jetzt war sie von der Außenwelt abgeschnitten, kein Hinweis auf die Welt draußen drang mehr zu ihr. Lijuan sah General und Gelehrter entgegen und warf Xi einen Blick zu. Dabei stellte sie ihm wohl mental eine Frage, sie konnte wie alle anderen Erzengel auch mit den von ihr erwählten wortlos kommunizieren. Xis Antwort schien sie zu befriedigen. Obwohl Andromeda Lijuans Aussehen inzwischen kannte und auf einen direkten Blick vorbereitet war, wäre sie doch fast ins Wanken geraten, als sich die blutenden Augen auf sie richteten. Wieder einmal musste sie sich zur Gelassenheit zwingen, sonst hätten ihre Urinstinkte das Kommando übernommen, denen es ganz allein ums Nackte überleben ging. Gelehrte, sagte Lijuan, du hattest jetzt eine Nacht lang Zeit, deine Entscheidung zu überdenken. Wirst du dein Wissen über Alexander mit uns teilen? Unausgesprochen schwang in dieser Frage eine Drohung mit. Wenn die Gelehrte die Zusammenarbeit verweigerte, stand ihr das Schicksal des Engels im Hof bevor. Andromeda räusperte sich. Dame Sulijuan, es fällt mir nicht leicht, meine Gelübde zu brechen. Eigentlich darf niemand von uns die Schlafenden stören, aber ich glaube, in diesem Fall haben sie recht. Wir brauchen die, die in den Schlaf gegangen sind. Man muss sie wecken, damit sie uns helfen, wieder eine stabile Ordnung herzustellen. Dann sag uns, was du weißt. befahl Lijuan. Andromeda drohte überall am Körper kalter Schweiß auszubrechen. Sie senkte den Blick. Lijuan mochte das für eine Geste der Ehrfurcht halten, doch so merkte sie wenigstens nicht, wie sehr ihre Gefangene sich fürchtete. Alle meine Recherchen deuten darauf hin, dass Alexander seinen Schlaf am ehesten Titus anvertrauen würde. Die Freundschaft zwischen dem Uralten und dem Engel, der vor langer Zeit an seinem Hof Kind gewesen war, galt als legendär. In Lijuans Augen blitzte es auf. Ja, gut, dann durfte Andromeda nachlegen. Die Schwierigkeit liegt darin, den genauen Ort zu bestimmen, an dem der Uralte ruht. Titus kontrollierte die ausgedehnten Gebiete des südlichen Afrika, einen halben Kontinent. Die andere Hälfte, das nördliche Afrika, wurde von Sherry Semnon beherrscht. Ich habe mich lange mit allen Aufzeichnungen beschäftigt, in denen es um die Freundschaft der beiden geht, und bin mir jetzt ziemlich sicher, dass Alexander im oder unter dem Kilimandscharo liegen muss. Lijuan lächelte. Ganz kurz nahm ihr Gesicht die irreale, überirdische Schönheit an, die sie einen Moment lang wie der Herz verreißend jung aussehen ließ. Ich erinnere mich an die Geschichten über die beiden auf den Gipfeln des Kilimandscharo. Auch ihr Lachen klang jung und sorglos. Einmal forderte Titus Alexander zu einem Kletterwettkampf heraus. Er war damals noch sehr jung und eigensinnig. Titus siegte. Daraufhin wollten es beide ganz genau wissen und lieferten sich den nächsten Wettkampf beim Abstieg in tiefster Dunkelheit. Wie warm Lijuans Stimme klang, als säße da oben auf dem Thron eine ganz andere Frau. Und ihre Erinnerungen waren das reine Geschichtsbuch. Enjomeda wäre keine Historikerin gewesen, wenn sie das nicht fasziniert hätte. Dann kannten sie Titus in seiner Jugend, Dame so Lijuan? Ja, immer ein Dickkopf dieser Junge, aber mit einem so großen Herzen, dass ihm niemand etwas übel nehmen konnte. Lijuans Lächeln verblasste und damit auch ihre Jugend. Als nächstes verschwand die gesamte Frau und als sie wieder auftauchte, wirkte sie verschwommener denn je. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich Alexander unter dem Berg zum Schlafen niederlegte, den er so liebte, im Land des Freundes, dem er vertraute. Alexander hängt aber auch sehr an seinen Leuten, das ist allgemein bekannt, meldete sich Xi in die unbehagliche Stille hinein, die sich nach Lijuans Worten über den Saal gesenkt hatte. Und er hat einen Sohn hinterlassen, der heute noch in seinem Palast residiert. Rowan besaß schon als Kleinkind viel zu viel Selbstvertrauen. Lijuans Gesicht zeigte sich wieder als Skelett. Beim Anblick der Maden in den Augenhöhlen wurde Andromeda ganz schlecht. Und als Alexander sich zum Schlafen zurückzog, informierte er nicht umgehend den Kader, sondern versuchte, das Gebiet seines Vaters selbst zu halten, wobei es fast zu einem Blutbad unter Vampiren gekommen wäre. Wie dem auch sei, meinte Xi, Rowan vertraute seinem Vater voll und ganz, und sein Vater vertraute ihm. Lijuan nickte. Was hast du hierzu zu sagen, Gelehrte? Andromeda biss sich auf die Unterlippe. Jetzt konnte sie nur noch hoffen, dass ihre Stimme sie nicht verriet. Sie schüttelte den Kopf. Ich habe Alexanders Liebe zu seinen Leuten und seinem Sohn durchaus berücksichtigt. Aber sie sagten doch selbst, Dame Su Lijuan, dass der Uralte ein genialer Taktiker war. Hätte er da eine so naheliegende Lösung gewählt? Ich glaube nicht. Gefühle können blind machen. Lijuan warf Xi einen schwer zu deutenden Blick zu. Was haltet ihr beide von folgender These? Alexander hätte sich nie unter dem Palast seines Sohnes schlafen gelegt, weil er damit Rowan in Gefahr gebracht hätte. Xi neigte den Kopf. Er hatte das eben Gesagte wohl verstanden und würde es berücksichtigen. Es könnte auch ein doppelter Bluff sein. Er sah Enjometer an. Aber du hast auch noch andere Gründe für deine Theorie, dass sich Alexander im Gebiet des Kilimanscharo befindet, nicht wahr? Nicht nur die Freundschaft mit Titus. Ja. Andromeda berichtete von den Schriftrollen, die sie studiert, von den Geschichten, die sie in den Archiven gefunden hatte, bat sogar um ein Stück Papier und skizzierte das Gebiet, in dem Alexander ihrer Meinung nach schlafen könnte. Ein knappes Jahr vor seinem Tod wurde Alexander von einem anderen Engel genau hier gesehen. Titus hatte von diesem Besuch nichts gewusst, wie sich später herausstellte. Injomeda war sehr erregt gewesen, als sie diese Information erhalten hatte, ein gut gehütetes Geheimnis, das sich jetzt nahtlos in ihre Argumentation einfügen ließ. Ich verstehe, was du damit sagen willst. Xi sah sich Injomedas handgemalte Landkarte nachdenklich an. Ein Erzengel, der das Territorium eines anderen betritt, ohne vorher um Erlaubnis zu fragen, muss dafür sehr gute Gründe haben. Das macht man nur, wenn es wirklich nicht anders geht. In diesem Fall war es noch dazu ein enger Freund, der von Alexander nicht informiert wurde. Das deutet in der Tat darauf hin, dass er Titus schützen wollte und ihm deswegen nichts von seinem Besuch und den Gründen dafür verraten hat. Enjomedas Herz machte einen aufgeregten Sprung. Genau. Dann brichst du jetzt umgehend zum Kilimanscharo auf, befahl Lijuan ihrem General. Unser weiteres Vorgehen werde ich bekannt geben, wenn Alexander entdeckt wurde, oder du dich aus der Region zurückgezogen hast, weil er dort nicht zu finden war. Erneut richteten blutende Augen ihren Blick auf Andromeda. Du nutzt die Zeit, in der erfahrt ist, und schreibst sämtliche alternativen Möglichkeiten auf, die dir in den Sinn kommen. Egal wie weit hergeholt sie sein mögen, ich will sie alle schriftlich vorliegen haben. Darauf konnte es jetzt nur eine Antwort geben. Natürlich, Dame Lijuan. Ich schicke gleich heute noch Speer los und organisiere alles für den Aufbruch morgen in aller Frühe. Xis Flügel fingen kurz das goldene Lampenlicht auf, als er sie ausbreitete, um sie neu zu ordnen. Das war bei ihm keine Nervosität, wie Injomeda wusste, sondern die Achtsamkeit des Kriegers, der einen Krampf in den Flügeln vermeiden wollte. Wir müssen sehr vorsichtig sein, fuhr der General fort. Seitdem die feindseligen Auseinandersetzungen mit Cherry Semnon so zugenommen haben, hat Titus seine Grenztruppen erheblich verstärkt. mit einem Blick wie eine funkelnde schwarze Klinge. Und du bist sicher, dass der Kilimanscharo auf deiner Liste an erster Stelle steht? Du hast Geheimnisse. Auch du trägst eine andere Haut. Injomeda klammerte sich ganz fest an Nasies Worte, an die Haut einer verängstigten, eingeschüchterten Gelehrten, die ihr Schutzschild war. Ja. Lijuans Körper war vollkommen durchsichtig geworden, als sie sich jetzt auf dem Thron zurücklehnte. Hör zu, Gelehrte. In ihren Worten hallte das Echo so vieler Stimmen mit. Andromeda drohte, das Trommelfeld zu platzen. Wenn ich feststelle, dass du mich betrogen hast, wird dir die überhängverhängte Strafe wie ein Kinderspiel vorkommen. Andromeda senkte den Sie wissen doch sicher, dass ich nur begründete Vermutungen anstelle, Dame Su Lijuan. Gewissheit kann ich nicht bieten. Das konnte niemand. Ich bin immer noch eine Lernende. Keine Antwort. Als sie aufsah, war Lijuan verschwunden. Als wäre sie in ihre körperlose Gestalt geschlüpft. Andromeda stockte der Atem. War das jetzt ein Beweis für Lijuans Evolution? Hatte sie sich bewusst dazu entschieden, körperlos zu werden? Oder war sie einfach zu erschöpft, um sich längere Zeit an die körperliche Manifestation ihres Ichs zu klammern? Andromeda kam es fast so vor. In deinem eigenen Interesse hoffe ich, dass du nicht lügst. Xis Stimme klang scharf wie ein Skalpell. Ich wäre eine Närrin, würde ich lügen. Andromeda war stolz darauf, dass ihre Stimme nicht zitterte. Da ich doch nirgendwo hin kann, um einer Bestrafung zu entgehen. Kurz nach Mitternacht betrat Nasir Gebiet, das bereits zur Zitadelle gehörte. Jason, der in den in der Einflugschneise der Zitadelle liegenden Dörfern überall seine Spione hatte, hatte sich bestätigen lassen, dass Xie am Vortag wirklich mit einer Schwadron hier eingetroffen war, die in einer Tragschaukel eine Last in die Festung befördert hatte. Was für eine Last das war, hatte niemand erkennen können. Andromeda. Zusammengeschnürt wie ein Suppenhuhn, Nasir war sehr nach Knorren zumute. Aber schon bald wich seine Wut einem strahlenden Lächeln, denn Andromeda war kein Opfer, war kein Beutetier. Nein, sie war klug. Sie ließ Xie und Lijuan denken, sie wäre eins, damit sie in Ruhe gelassen wurde und nachdenken konnte. Wenn sie bloß nicht ohne ihn zu fliehen versuchte. Nasir knirschte erregt mit den Zähnen. Sie musste auf ihn warten. Er musste ihr Rückendeckung geben, ihr helfen. Mit großen Sprüngen setzte er durch die tiefen Wälder, die sich hier am Fuß der Berge entlang zogen, war nur ein Schatten unter vielen anderen. Über ihm hing düster und tief der unendliche Himmel. Bald würde das Grasland kommen, von dem Jason erzählt hatte, dass es die Zitadelle umgab. Aber noch lief Nasir durch einen Wald, als er plötzlich einen grässlichen Verwesungsgeruch in der Nase hatte, der nur eins bedeuten konnte, Wiedergeborene. Er fluchte leiser. Die Welt glaubte zwar, Lijuans widerliche Krankheitsträger seien von der Erdoberfläche getilgt worden, aber das Nest hier hatte sie eindeutig retten können. Wie, war ihm nicht ganz klar, denn die Wiedergeborenen mussten sterbliches oder unsterbliches Fleisch essen, um zu überleben. Vielleicht waren sie ja gefüttert worden. Am liebsten hätte er jedes einzelne dieser abartigen Monster gleich hier und jetzt umgebracht, doch Andromeda wartete auf ihn, also wich er aus, wenn auch nur ungern und leise vor sich hin grummelnd. Einen weiten Bogen, um die Monster zu schlagen, war nicht weiter schwer. Sein feiner Geruchssinn leitete ihn da stets richtig. Bald hatte er die Grünflächen erreicht, die Lijuans Generäle beim Bau der Zitadelle eingeplant hatten, weil sie den Wachen freie Sicht garantierten. Nur schien niemand hier regelmäßig zu mähen. Das Gras stand kniehoch, was nah sie vollkommen reichte, denn genau solches Gras gehörte zu dem natürlichen Umfeld, das ein Teil seines Wesens instinktiv zu nutzen verstand. Schnell war die äußere Festungsmauer erreicht, ohne dass er entdeckt worden war. Jetzt musste er einerseits auf die Vampire achten, die zu Fuß als Wache unterwegs waren, und andererseits auf die geflügelten Kämpfer oben am Himmel. Die Vampire waren nicht das Problem, denen konnte er leicht aus dem Weg gehen, aber das mit der Schwadron am Himmel war kein Zuckerschlecken. Der Wind roch nach Regen. Regen konnte sich als Vorteil erweisen oder ihnen gefährlich werden, das hing ganz vom Geschick der Frau ab, die duftete, als könnte sie seine Gefährtin sein. Gerade hing eine dichte Wolke über Nasie und verdeckte den Mond, ein großartiges Geschenk. Für ihn war der Mond kein Problem, im Gegenteil, bei Mondlicht glich sein geschmeidiger Körper mehr denn je einer Geistererscheinung. Aber Injomedas köstliche Honighaut würde beim Mondschein Leuchten wie im Scheinwerferlicht. Nasie schlich an der Mauer entlang, beobachtete die Wachen, lauschte ihren Gesprächen und als einer der Männer kurz seinen Posten verließ, um dem Ruf der Natur zu folgen, während am Himmel einer der Krieger auch gerade in eine andere Richtung flog, glitt er direkt vor der Nase zweier Wachmannschaften über die Mauer. Klug und verschlagen, ohne dass dich im Gedächtnis schaffte er es ohne Blutvergießen und Lärm auch über die zweite Mauer. Im Innenhof regte sich nichts, als er auf dem Kopfsteinpflaster dort landete, weich, anmutig und in der Hocke, wobei die bloßen Füße den Aufprall federnd abfingen. Leicht verdorbenes Fleisch und Blut und hässlich stinkender Angst. In diesem Moment war Nasie ganz Raubtier und in der mondlosen Nacht zuhause. Vorsichtig näherte er sich dem verdorbenen Fleisch, das wohl Stunden in der Sonne gelegen hatte, aber noch lebte. Nasie witterte Hunde, mehr als einen, Federn am Boden verrieten ihm, dass es sich bei dem Fleisch, ehe man es an die Hunde verfütterte, um einen Engel gehandelt hatte. Jetzt war kaum noch eine Gestalt zu erkennen, nur einzelne Hautfetzen, so wie ein Kopf, der wie durch ein Wunder immer noch fest auf der rötlich schimmernden, freiliegenden Wirbelsäule saß. Nichts regte sich bei diesen Fleischresten, nur das eine geschlossene Augenlid flatterte hektisch, als Träume der Engel. Das andere Auge hatte kein Lid mehr, auch kein Auge, nur eine klaffende Höhle mit einer angetrockneten Flüssigkeit. Entweder hatte die Sonne sie verdunsten lassen, oder der Körper des Engels hatte bereits mit seiner Regenerierung begonnen. Die Brutalität, mit der dieser Engel abgestraft worden war, interessierte Nasir nicht. Er hatte im Laufe der Jahrhunderte mehr als eine gnadenlose Bestrafung mit angesehen und würde sich hüten zu urteilen, ohne die Einzelheiten zu kennen. Ihn interessierte nur der Geruch, der in der Nähe des Mannes in der Luft hingen. Andromeda. Sie war vor kurzem hier gewesen. Warum? Er warf einen letzten Blick auf den kaum noch vorhandenen Engel. Hatte sie ein weiches Herz, diese Frau, die so roch wie seine Gefährtin riechen mochte? Sie hatte ganz in der Nähe des grässlich zugerichteten Kopfes gesessen oder gestanden, das war deutlich zu spüren. Warum? Um Trost zu spenden? Nasir gefiel die Vorstellung, seine Gefährtin könnte ein weiches Herz haben. Er nahm ihren Duft auf, folgte ihm in die Zitadelle, wo er als erstes einen Höfling mit Flügeln entdeckte und an die Decke springen musste, um sich dort mit seinen Krallen festzuhalten, damit der Mann ihn nicht sah. Sobald er außer Hörweite war, ließ Nasir sich von der Decke fallen und nahm erneut die Spur der köstlich duftenden Kriegerin Gelehrten auf. Diese verlief kreuz und quer durch die Flure, denn anscheinend hatte Injomeda die Zitadelle ausführlich zu erkunden versucht. Nasirs Sinne jedoch waren in Höchstform und meldeten immer genau, welche Fährte aktuell war. Er glitt um eine Kurve, um einer Wache aus dem Weg zu gehen, fand sich unversehens zwischen zwei Individuen gefangen, die jeweils aus einer anderen Richtung kommend aufeinander zugingen, musste sich wieder an die Decke retten und hing dort, bis alle verschwunden waren. Nach oben sah nie jemand, selbst die Engel nicht, von denen man das doch eigentlich hätte annehmen können, als kämen sie nicht auf die Idee, dass auch Wesen ohne Flügel es bis zur Zimmerdecke schaffen könnten. Nasie jedenfalls bewegte sich mithilfe der Krallen an Füßen und Händen an der Decke entlang, immer sorgsam darauf bedacht, nicht zu fest zu packen. Es sollte ja kein Staub rieseln, sich kein Span aus dem Deckenmaterial lösen. Woraus bestand es eigentlich? Holz war es jedenfalls nicht. Aber was sollte es sonst sein? Es machte ihm großen Spaß, direkt über Philominas Feuer rotem Schopf herum zu laufen. Noch lieber hätte er sich auf sie fallen lassen und dabei laut Bu gerufen, aber das sparte er sich wohl lieber für eine andere Gelegenheit auf. Heute ging es nur um Andromeda. Gerade war er hoch oben an einer Wand um die Ecke gekrochen, als er erstarrte, froh, sich im Halbdunkel zu befinden. Xi. Der General war ihm nicht Geheuer. Er besaß zwar nur dann übermächtige Kräfte, wenn Lijuan ihn entsprechend gefüttert hatte und war ansonsten ein Engel wie andere auch, aber sein brillanter taktischer Verstand funktionierte auch ohne Unterstützung von außen und er hatte eine exzellente militärische Ausbildung genossen. Nazi hatte den Mann in der Schlacht über den Straßen von New York beobachten können und respektierte ihn wie ein Raubtier das damals nicht auf der falschen Seite gestanden, Nazir hätte ihn gern mal auf einen Drink eingeladen, um Fragen der Strategie und Taktik mit ihm zu erörtern. Solange Xi in der Nähe war, rührte sich Nazir nichts. Der General war direkt unter ihm stehen geblieben und wartete wohl auf den Vampir, der aus einem anderen Korridor kommend auf ihn zu eilte. Ja? Der schlanke Mann verneigte sich tief. Die Gelehrte ist jetzt wieder auf ihrem Zimmer. Sie saß bei Hängen, bis er das Bewusstsein verlor und erzählte ihm Geschichten über fantastische Wesen. Nazir grinste. Ein weiches Herz. Er hatte also Recht gehabt. Gelehrte sind nun einmal lieb und sanft. Ein solches Verhalten war zu erwarten, bemerkte Xi unter ihm in diesem Moment. Was hast du sonst noch zu berichten? Wer sie beobachtet, muss zu dem Schluss kommen, dass sie nach einer Möglichkeit sucht, aus der Zitadelle zu fliehen. Auch das überrascht mich nicht. Die Stimme des Generals ließ weder Entrüstung noch Verärgerung erkennen. Zeig ihr morgen die Bibliothek. Das wird sie ablenken und gib ihr etwas zu tun. Er schwieg kurz. Behandle sie anständig, ja? Nasi horchte auf, der Höfling ebenfalls, der sich gleich noch einmal tiefer neigte. Xie hatte sich ein klein wenig so angehört, als betrachte er Injomeda als seinen persönlichen Besitz, als fände er sie nicht uninteressant. Dafür hätte Nasi dem General am liebsten die Kehle herausgerissen. Vorsorglich schlug er die Krallen fester in die Täfelung, um ja nicht dieser Versuchung zu erliegen. Xie glaubte, er könnte Injomeda den Hof machen? Der Typ hatte ja keine Ahnung. Der General war viel zu zivilisiert für sie. Er kannte sich mit Geheimnissen nicht aus, begriff nicht, dass Nasies zarte Gelehrte eine Schwertänzerin war, die gern kämpfte und er das Blut heiß durch die Adern ran. Sicherheitshalber verharrte Nasie noch eine halbe Minute oben an der Decke, nachdem Xie und der Vampir verschwunden waren, er sich geräuschlos auf den Steinboden fallen ließ, um weiter Injomedas Spur zu folgen. In diesem Flügel des Gebäudes liefen viel weniger Wachen herum. Nasie hatte bald verstanden, warum. Er wurde von außen schwer bewacht, innen sollten Türen und große Fenster für ein gewisses Gefühl von Bewegungsfreiheit sorgen. Als könnte man die Zitadelle jederzeit verlassen. Aber Andromeda war nicht darauf hereingefallen, hatte nicht zu fliehen versucht, sie war klug. Und das war gut so. Denn wenn sie zu Fuß hätte fliehen wollen, hätten sie die Hunde zerrissen, die Nasie vorhin gerochen hatte. Außerdem wartete oben am Himmel gleich eine ganze schwer bewaffnete Schwadron auf sie. Wenn kein Regen kam, konnten die Hunde zu einem Problem werden. Nicht körperlich. Körperlich wurde Nasie leicht mit ihnen fertig. Doch er würde sie beide aufhalten, und wenn sie Pech hatten, merkte irgendwer, dass die Hunde bestimmte Stellen im Gras ängstlich mieden, dass sie die Schwänze zwischen die Beine klemmten und winselten. Enjomedas Spur führte ihn zu einer Tür. Er blieb stehen, spitzte die Ohren, und als er nichts hörte, kratzte er leise am Holzrahmen. Nur wenige Herzschläge später wurde die Tür aufgerissen, Enjomedar streckte die Hand aus, packte ihn am T-Shirt und zog ihn ins Zimmer, um die Tür gleich wieder geräuschlos zu schließen. Hochrote »Was willst du denn hier?« wollte sie wissen. Nasir hätte sie zu gern geküsst, machte sich dann aber doch lieber über den Teller mit den Resten des Essens her, der gleich neben der Tür auf einem kleinen Beistelltisch abgestellt war. »Was ich hier will?« sagte er mit vollem Mund. »Dich retten natürlich!« Andromeda starrte ihn verblüfft an. »Er war irretwegen hier?« Um sie zu retten, hatte er sich im Zentrum des gefährlichsten Territoriums der Welt gewagt. »Schickt Raphael dich?« Nasir schluckte einen letzten Bissen Fleisch hinunter und strich sich das silberne Haar aus dem Gesicht. »Mich brauchte niemand zu schicken«, sagte er mit leisem Knurren. »Aber der Sire hilft mir, dich zu retten. Jason ist auch hier.« »Der Meisterspion?« Andromeda zitterten die Knie. Sie musste sich setzen. »Ihr seid beide hier reingekommen?« »Wie war das nur möglich?« Sie selbst hatte so lange vergeblich über einen Fluchtplan gegrübelt, dass ihr der Schädel brummte. »In die Zitadelle ist noch nie jemand eingedrungen, heißt es. Wie hast du es nur geschafft?« Nasie beugte sich zu ihr vor und versetzte ihr einen liebevollen Nasenstüber. »Wenn ich es dir verrate, ist es kein Geheimnis mehr. Du würdest es aufschreiben und hinterher kann es jeder in den Geschichtsbüchern lesen. Er ließ sich auf die Hacken nieder, um sich ihrem Gesicht weiter nähern zu können. Schreib bloß nichts hierüber in deine Bücher. Das würde ich nie tun, Andromeda flüsterte, völlig fasziniert von diesem wilden, wunderschönen Wesen, das gekommen war, um sie zu retten. Sie. Andromeda fasste nicht oft jemanden an, sie war selbst als Kind nur selten berührt worden und hatte es später nicht gelernt. Aber jetzt musste sie feststellen, dass sich daran rieb und die Berührung sehr zu genießen schien. Seine Haut war weich und glatt, ohne Bartstoppeln. Es war so schön, sie zu streicheln. Ein Zittern erfasste Andromeda und als Nasies glatte Haare ihren Handrücken streiften, hätte sie am liebsten die ganze Hand in der seidenen Pracht vergraben. Später schnurrte er mit halbgeschlossenen Augen. Erst einmal müssen wir hier weg. Er stand auf und streckte ihr die Hand hin. Andromeda ergriff sie ohne zu zögern und ließ sich vom Bett hoch ziehen, während in ihr kribbelnd wie Sekt eine wilde Hoffnung aufstieg. Als Nasie sie sofort zur Tür zerren wollte, schüttelte sie den Kopf, machte sich von ihm los, um ihre beiden Messer sowie ein Lageplan der Zitadelle aus dem Versteck auseinander und zeigte Nasie die Stelle, an der sich laut Zuyin in der äußeren Mauer ein verstecktes Tor befand, für dessen Einbau die Architektin damals gesorgt hatte und das außer ihr niemand kannte. Ich glaube nicht, dass sie lügt, meinte Injomedar. Nasie faltete die Skizze zusammen, um sie sorgsam in einer der Taschen seiner kakifarbenen Cargo-Hose zu verstecken. Ich gebe das an Jason weiter, aber wir fliehen auf einem anderen Weg. Er ergriff ihre linke, die Messer hielt sie inzwischen beide in ihrer rechten. Injomedar mochte immer noch nicht mit ihm gehen. Was ist mit Zuyin? fragte sie. Nasie warf ihr über die Schulter hinweg aus glitzernden Silberaugen einen durchdringenden Blick zu. Es wird schwierig genug sein, dich hier rauszuholen. Wir können nicht noch jemanden mitnehmen. Sie ist meine Freundin. Injomedar glaubte inzwischen, dass Lijuans Nichte wirklich genau wie sie selbst eine Gefangene war und keine Spionen. Mit dieser Annahme ging sie zwar ein Risiko ein, aber dazu war sie bereit. Sollte sie irren, würde sie mit dem Fehler leben oder sterben müssen. Wenn sie jetzt allerdings einfach verschwand, würde die Tage verfolgen. Sie wird hier seit tausenden von Jahren gefangen gehalten. Ein rauer, sehr ursprünglicher Laut drang aus Nasies Brust. Wo? Andromeda seufzte erleichtert auf und erklärte ihm, wo sich die Suite der Architektin befand. Gut, sagte er, als sie fertig war. Geh zu ihr. Tu so, als könntest du nicht schlafen und hättest gern ein bisschen Gesellschaft. Dann warte dort Andromeda stand schon halb an der Tür, als sie noch einmal umkehrte, um ihm das T-Shirt zurecht zu ziehen, das gelitten hatte, als ihn so hastig zu sich ins Zimmer gezogen hatte. Sie hatte sofort gewusst, wer das war, als er an der Tür kratzte. Danke, dass du gekommen bist, um mich zu holen. Nasie grinste breit. Ich werde auch das Grimoire finden. Richte dich also darauf ein, dass wir es bald wild miteinander treiben. Andromeda wurde knallrot, all ihre Angst vor der bevorstehenden Flucht war verschwunden. Konzentrier dich gefälligst auf das, was wir vorhaben. Mach doch, ich freue mich bloß jetzt schon auf meinen Lohn. Bei jedem anderen Mann hätte es sie verlegen gemacht, solch freimütige Worte zu hören, sie hätte sich unwohl gefühlt. Schließlich wurde ihr unter die Nase gerieben, dass sie dem wilden Wesen hier bald etwas schuldig sein würde. Bei Nasie störte sie das nicht. Bei ihm klang alles so offen und ehrlich, dass sich in Sie machte sich auf den Weg zu Su Yins Räumen, wobei sie die Tür hinter sich offen ließ. Natürlich wurde sie beobachtet, aber sie schaffte es, sich kein einziges Mal umzuschauen, sondern so zu tun, als interessierten sie allein die Kunstwerke an den Wänden. Su Yin war wach. Ich schlafe selten, erklärte die Architektin, die wieder einmal auf ihrem Lieblingssofa saß. In der Luft hing der Gestank von angesenkter Haut. Andromeda lief es kalt den Rücken hinunter. Etwas Schreckliches war geschehen, seit sie das letzte Mal hier zusammengesessen hatten. Su Yin wirkte noch blasser als sonst, um ihren Mund hatten sich neue Falten gebildet. Andromeda trat zu Su Yin und kniete sich neben die Freundin, um ihre Hand zu drücken. Sie haben Schmerzen. Ein Lächeln. Sie war hier, nachdem du gegangen warst. Er fand, mein Flügel würde zu schnell nachwachsen. Da hat er ihn bis weit in den inneren Bogen hineingestutzt. Andromeda biss die Zähne zusammen, an ihrem Unterkiefer zuckte ein Muskel. Es kostete sie große Überwindung, sich die frische Wunde anzusehen. Su Yin musste unglaublich leiden. Unwillkürlich balten sich Andromedas Hände zu Fäusten. Im Moment half ihr Wut nicht weiter. Sie musste auf andere Dinge achten. Zum Beispiel auf das fast durchsichtige weiße Gewand, das Su Yin trug. Haben sie vielleicht auch eine Hose? Und eine Tunika, wie die, die ich trage? Su Yin, die vor Schmerz fast gelähmt gewirkt hatte, schien aufzuwachen. Ja, wenn du fliehen willst, dann versuche nicht, mich mitzunehmen. Ich halte dich nur auf. Helle, große, feuchte Augen sahen Andromeda an. Meine Tante wird mich schon nicht umbringen. Ich gehöre schließlich zur Familie. Andromeda drückte die kleine Hand mit der zarten Haut und den feinen, zerbrechlichen Knochen. Ich gehe nicht ohne sie. Sie holte tief Luft und ihre nächsten Worte klangen wie ein Befehl. Also ziehen sie sich jetzt um, denn in dem Kleid können sie nicht schnell laufen. Sujins Lippen mochten zittern, aber ihre Stimme klang fest und entschlossen. Ich habe nur noch einen Flügel, Kleines. Liebevoll tätschelte sie Andromedas Wange. Ich weiß deine Loyalität zu schätzen, sehr sogar, aber ich werde deine Gefühle nicht ausnutzen. Da ich nicht fliegen kann, wäre ich nur eine Last für dich. Wir fliegen nicht. Andromeda dachte an das wilde Wesen, das sie in ihrem Zimmer zurückgelassen hatte und das in absolut unzugängliches Feindesland vorgedrungen war, um sie zu retten. Sie. Wir entkommen, indem wir uns bewegen wie Tiger. Denn dieses Bild kam ihr jedes Mal als erstes in den Kopf, wenn sie an Nasie dachte. Ein Tiger. Tödlich und leise. Tiger? Das sehen sie dann schon, aber jetzt müssen sie sich umziehen. Obwohl Suyin die Zweifel immer noch deutlich ins Gesicht geschrieben standen, widersprach sie nicht länger, sondern zog sich in einen rückwärtigen Teil ihrer Gemächer zurück. Als sie wieder auftauchte, trug sie dunkelblaue Leggings zu einer etwas helleren Tunika und hatte sich einen dunkelbraunen Schal um den Kopf gebunden. Das sind die dunkelsten Sachen, die ich finden konnte. Genau in diesem Moment grollte tiefer Donner über den Himmel. Gleich darauf fielen die ersten schweren Regentropfen und bald konnte man hören, dass draußen ein heftiger Wolkenbruch tobte. Jetzt können die Hunde uns nichts mehr anhaben, sie werden unsere Spur nicht wittern. Andromeda strahlte bis über beide Ohren. Wir sollten heute Abend fliehen, das war uns so vorbestimmt. Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, als Nasie lautlos ins Zimmer glitt. Suyin starrte ihn mit weit aufgerissenen Augen an. Nasie erwiderte den Blick prüfend, interessierte sich dann aber mehr für Suyins Flügel. Sie haben nur einen Flügel. Wie steht es um ihr Gleichgewicht? Suyin musste blinzeln. Die Frage war immerhin sehr abrupt gestellt worden. Schlecht, erwiderte sie spontan. Der intakte Flügel wird mich nach unten ziehen, wenn ich schnell laufen muss. Nasie sah Enjometer an. Ihr drohte die Luft weg zu bleiben. Sie warf einen verzagten Blick auf Suyin und dachte angestrengt nach, dass Nasies unausgesprochener Vorschlag der einzig praktikable war. Eine brutale Lösung. Dabei hatte Suyin doch schon so viel durchgemacht. Sie hätte wirklich Besseres verdient. Auch Suyin hatte begriffen, worauf Nasie mit seiner Frage hinausgewollt hatte. Ich hätte mir den verbliebenen Flügel längst selbst abgeschlagen und versucht zu Fuß zu entkommen, erklärte sie ohne einen Hauch von Selbstmitleid. Leider geht das nicht. Ich würde zu stark bluten. Es tut jedes Mal unglaublich weh, wenn sie mit den Flügel stutzen. Würdet ihr mit den anderen ausreißen, wäre ich wahrscheinlich mindestens eine Stunde lang bewusstlos. Noch dazu würde mich der Blutverlust lange und schwer schwächen. Andromeda wurde immer verzweifelter. Trotzdem zwang sie sich dazu, Ruhe zu bewahren und nachzudenken. Was ist, wenn wir ihnen den Flügel brechen? Auch das tat weh, führte aber nicht zu Blutverlust und Suyin würde vermutlich auch nicht bewusstlos werden. Andromeda konnte sich ungefähr ausmalen, von welchen Schmerzen hier die Rede war. Sie war als junger Engel einmal in eine heftige, unerwartete Böe geraten, die sie gegen eine Felswand geschleudert hatte. Dabei hatte sie sich einen Flügel gebrochen, was zu erheblichen, aber nicht unerträglichen Schmerzen geführt hatte. Außerdem hatte Suyin wahrscheinlich im Zuge der fortlaufenden gewaltsamen Verstümmelung eine höhere Schmerztoleranz erworben als die, die die junge Andromeda damals besessen hatte. In den gemeinsam verbrachten Stunden hatte sich Suyin kaum je anmerken lassen, wie sehr sie litt. Wir brechen den Flügel, erklärte Andromeda und wickeln ihn dann fest an ihren Körper. Wie einen zusammengeklappten Fächer, in dem sich keine Luft sammeln kann. Suyin holte tief Luft, ehe sie nickte. Knochen heilen! Mehr brauchte Nasir nicht zu hören. Er nahm ein kleines Kissen von einem der Sofas und reichte es Suyin. Hier, damit sie ihre Schmerzenslaute dämpfen können. Während Nasir seine grauenhafte Tat durchführte und Suyin diese lautlos ertrug, stieg Andromeda auf einen Stuhl, um sich die beiden Schwerter von der Wand zu holen. Sie hingen dort, um Suyin zu quälen und zu terrorisieren. Es waren anständige Waffen mit sehr scharfen Klingen, die gut in der Hand lagen. Leider konnte Andromeda nicht beide mitnehmen, dazu hätte sie mindestens eine Scheide gebraucht. Nur ungern ließ sie eine zurück. Ihre Messer wollte sie Suyin überlassen, die ein Schwert unhandlich finden würde, weil sie nie mit so großen Waffen gekämpft hatte. Mit Messern konnte fast jeder umgehen, mehr oder weniger instinktiv. Als nächstes holte sich Andromeda die Laken von Suyins Bett. Sie waren leider weiß, aber etwas anderes gab es nicht, und so zerschnitt sie sie in lange Streifen. Jetzt hatte auch Nasie sein düsteres Werk vollendet, Suyin hing der Flügel nur noch schlaff von der Schulter. Aber die Architektin war noch bei Bewusstsein, wenn auch kreidebleich. Rasch schnürten ihr Nasie und Andromeda den Flügel fest auf den Rücken. Suyin hielt tapfer durch, fing jedoch irgendwann an zu zittern. Gleich sind wir fertig, tröstete sie Andromeda. Sie wickelte den letzten Stofflappen um Suyins Rippen und sicherte den Verband mit einem festen Knoten. Fertig. Ohne groß nachzudenken, schloss sie die wesentlich ältere Engelsfrau sanft in die Arme und wiegte sie wie ein Kind, bis sie Suyin zittrig Luft holen spürte. Dann erst ließ sie sie wieder los. Sie waren stark, lobte Nasir, der gerade etwas einsteckte, das wie ein kleines Handy aussah. Und wie steht es jetzt um ihr Gleichgewicht? Alles in Ordnung? Suyin verstaute die Messer, die Injomeda ihr reichte, ehe sie ein paar Schritte tat, erst langsam, dann immer schneller, bis sie fast lief. Ja, allerdings bin ich körperlicher Anstrengungen nicht mehr gewohnt. Wir brauchen wahrscheinlich nicht schnell zu laufen. Nasir zupfte Injomeda am Zopf. Fertig? Als Antwort hielt sie ihr Schwert hoch, bis sich in der tödlich scharfen Klinge das Lampenlicht spiegelte. Nasir grinste und selbst Suyin lächelte, finster, aber auch voller Genugtuung. Welch feine Ironie, sagte sie. Das Instrument, mit dem ich gefoltert wurde, wird mir jetzt helfen zu fliehen. Ich habe gerade Jason Bescheid gegeben. Nasir hatte nichts spielerisches mehr an sich, war wie der zu dem gefährlichen schlauen Mitstreiter aus dem engsten Kreis eines Erzengels geworden. Er sorgt demnächst an einer anderen Stelle der Festung für Ablenkung. Sobald er das tut, müsst ihr beide zu meinen Schatten werden. Das war ein Befehl. Ich bin der Alpha, ihr tut, was ich sage. Der Blick der außergewöhnlichen Augen richtete sich fest auf Injomeda. Das gilt nicht für immer, aber diesmal schon. Schön, dass er das hinzugefügt hatte. Injomeda freute sich sehr darüber, auch wenn sie nicht richtig verstand, warum. Bis wir in Sicherheit sind, pflichtete sie ihm bei. Nasir bat beide Frauen mit einer Handbewegung, sich ganz still zu verhalten, während er mit leicht geneigtem Kopf aufmerksam lauschte. Als er grinste, hoben sich seine Zähne leuchtend weiß von der satten dunklen Haut ab. Jason ist schlau, kommentierte er zufrieden. Injomeda wusste nicht, was er gehört hatte, aber wenig später zitterte der Boden unter ihren Füßen, weil draußen unzählige Kämpfer vorbeiliefen, alle unterwegs zur anderen Seite der Festung. Kurz darauf hörte man laute Schreie. Wiedergeborene verkündete Nasee mit wildem Lächeln. Jason hat sie nach Hause getrieben. Ein tiefer Atemzug, der seine Augen glitzern ließ. Und er hat Feuer gelegt. Er öffnete die Tür. Hier ist jetzt niemand mehr. Lasst uns spielen gehen. Lasst uns spielen gehen. Wenn man bedachte, in welcher Gefahr sie hier schwebten, hätte man Nazie die Bemerkung als arrogant auslegen können. Dennoch musste Andromeda lächeln, und als sie Suyin einen Blick zuwarf, sah sie, dass es ihr ähnlich ging. Auch sie lächelte, ein erstauntes, irgendwie aufgeschreckt wirkendes Lächeln. Ja, eine solche Wirkung hatte Nazie auf andere Leute, seine Zuversicht steckte an. Rasch eilten die drei den Flur hinunter, Nazie lautlos, die beiden Frauen nicht ganz so still, aber sie taten, was sie konnten. Als Nazie warnend die Hand hob, blieb Andromeda sofort stehen, wobei sie Suyin festhielt, die sonst gestolpert wäre. Nazie bedeutete beiden, sich ganz still zu verhalten. Dann sprang er hoch, und innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde hing er an der Decke. Andromedas Mund wurde trocken, hilflos musste sie mit ansehen, wie Nazie oben an der Decke um einer Ecke verschwand. Und sie durfte ihm nicht folgen, auch nicht auf dem Boden. Dabei spielten ihre Beschützerinstinkte verrückt und wollten unbedingt hinterher. Wenig später war Nazie wieder bei ihnen, und als sie nun gemeinsam um die Ecke bogen, sah Andromeda einen der Vampire an der Wand lehnen, die sie in den letzten Tagen begleitet hatten. Ist er, er lebt. Nazie riss ohne Vorwarnung eine Tür auf. Rein hier. Die beiden Frauen duckten sich durch die Türöffnung, dicht gefolgt von Nazie, der die Tür hinter sich verschloss und das Ohr daran legte. Seine Augen glänzten in der Dunkelheit wie flüssiges Silber. Xie hat Leute ausgeschickt, um nach Suyin und dir zu sehen, flüsterte er, bevor er wieder hinaus in den Flur trat. Diesmal folgte Andromeda ihm. Nazie hatte eine der Wachen bereits enthauptet und einer anderen gerade den Unterarm um den Hals geschlungen, um ihm den Hals umzudrehen. Er arbeitete sauber und effizient, ohne unnötig zu quälen, ehrlich in einer Weise, die die Kriegerin in Andromeda ansprach. Sie kehrte in das Zimmer zurück, um Suyin zu holen. Zu dritt liefen sie weiter, bis sie sich noch einmal verstecken mussten, um einer Patrouille zu entgehen. Diesmal sah sich Suyin in dem Zimmer um, in dem sie gelandet waren. Ich kenne diesen Raum, sagte sie. Hier habe ich einen Eingang zum Tunnel eingebaut. Nasi und Andromeda starrten sie an. Was für ein Tunnel? Andromeda fragte sich langsam, ob ihre Instinkte sie nicht doch vielleicht getäuscht hatten. Sie sagten doch, außer dem geheimen Tor in der äußeren Mauer gebe es keinen Fluchtweg. Suyins zartes Gesicht wirkte so ehrlich verblüfft, dass man ihr einfach glauben musste. Ich vergesse manchmal etwas, gestand sie. Das liegt an diesem Schlaf. Ich bin nie lange genug wach, um mich richtig zu erholen. Sie tat zu einem eleganten Sofa mit geschwungenen hölzernen Beinen. Ich glaube, die Falltür liegt genau hier drunter. Nasi rückte das Sofa und den darunter liegenden Teppich beiseite. Der Fußboden schien auf den ersten Blick glatt und makellos zu sein, von einer Tür keine Spur. Wo ist die Tür? Suyin schob die Messer, die sie von Andromeda erhalten hatte, unter den Stoff verbannt und wollte sich bücken, als Andromeda sie am Arm fest hielt. Vorsicht, bücken sie sich lieber nicht, gehen sie lieber in die Knie. Suyin kniete sich folgsam hin. Aber auch das bereitete ihr sichtlich Schmerzen, ihre Finger bewegten sich jedoch zielstrebig und kraftvoll über den Boden, um nach den Druckpunkten für die Falltür zu suchen. Andromeda nutzte die Zeit und blockierte den Zugang zu dem Zimmer, indem sie einen Stuhl unter die Türklinke schob. Bald darauf stieg hinter ihr eine kleine Staubwolke auf, und als sie sich umdrehte, stand die Falltür offen. Suyin hielt sich die Nase zu, um nicht laut zu niesen. Ihre Muskeln zuckten, Tränen traten ihr in die Augen, aber sie hielt durch und gab keinen Laut von sich, bis der Reiz vorbei war und sie letzte Staubartikel in der Luft mit einer Handbewegung abwehren konnte. Sie warf einen kritischen Blick in die Tiefe, wo der Tunnel nach draußen führte. Er war als letzter Fluchtweg gedacht, falls Lijuans Leute die Zitadelle aufgeben mussten und es keine andere Möglichkeit mehr gab. Nasir ließ sich in das Loch fallen, um sich wenig später so mühelos wieder hochzuziehen, dass Injomeda ihm am liebsten immer nur zugesehen hätte. Diesen Weg nehmen wir nicht, verkündete er entschieden. Injomeda war enttäuscht, hatte allerdings schon fast mit einer solchen Reaktion gerechnet. Eine Falle? Ja, da unten stinkt es nach frischem Kot und Wiedergeborenen. Er verzog das Gesicht, bis die Fangzähne freilagen. Das wusste ich nicht. Suyin wischte sich verzweifelt die Finger an der Hose ab, in ihrer Kehle arbeitete es heftig. Bei meiner Ehre. Du riechst nicht nach Lügen. Nasir ließ den Tunneleingang nicht aus den Augen. Es ist eine Falle, doch wir können sie umdrehen, dann sitzen die drin, die sie aufgestellt haben. Er schloss die Falltür, ließ Teppich und Sofa aber dort, wo sie standen, seit er sie zur Seite gezogen hatte. Und jetzt verstecken wir uns. Ob das eine gute Idee war? Ein Dormeter war sich da nicht so sicher, hatte jedoch versprochen, Nasie zu vertrauen und folgte ihm daher, als er sich in einen Einbauschrank zurückzog. So Yin tat es ihr nach, und so standen sie dort und harten der Dinge, die da kommen würden. Lange brauchten sie nicht zu warten, bis drohende Schläge gegen die Tür von Stiefeln oder Schultern kündeten, die sie bearbeiteten. Kurz darauf drängten sich Wachleute in das Zimmer. Laute Rufe, dann hörte man, wie die Falltür geöffnet wurde. Seit Suyin angefangen hatte zu zittern, hielt Andromeda sie fest an der Hand. Die Architektin hatte allen Grund, sich zu fürchten. Andromeda wollte sich nicht vorstellen, was Lijuan ihrer Nichte antun würde, wenn sie hier gefunden wurde. Als auch Nasie merkte, wie es um sie stand und den Arm um die Verwundete legte, wunderte Andromeda das nicht. Sie wusste, dass dieser Mann zwar wild und unzivilisiert sein konnte, wenn er seine ureigene Haut trug, aber auf eine Weise in seinem innersten gut war, wie es Xi nie sein würde. Gerade gelte draußen vor ihrem Versteck die Stimme des Generals durch das Zimmer. Ihnen nach, auf der Stelle. Die Wiedergeborenen dürfen der Gelehrten nicht zu nahe kommen. Ein leiser Fluch, dann hagelte es weitere Befehle. Sorgt für Wachen am Tunnelausgang. Sie werden es kaum so weit schaffen, aber wir müssen auf alles vorbereitet sein. Sir? Bald danach wurde es still. Dennoch rührten sich die drei im Schrank erst, als Nasie das entsprechende Signal gab, weil er sicher war, dass sich niemand mehr im Zimmer auffielte. Sie rannten auf schnellstem Weg zum nächsten Ausgang, ohne auf den breiten Fluren auch nur einer einzigen Person zu begegnen. Draußen regnete es nach wie vor in Strömen. Injometer sah sich kurz um. Aus einem weit entfernt liegenden Fenster der Zitadelle schoss gerade eine gelb lodernde Flamme. Oh, dieser Jason war wirklich clever. Ein Feuer im Innern der Festung konnte auch der heftigste Regen nicht löschen. Hier draußen war es stockdunkel. Andromeda ergriff sofort Nasies Hand, als er sie ihr hinstreckte, und bat Suyin, sich an ihrem Hosenbund festzuhalten, denn die andere Hand brauchte sie ja für das Schwert. Sie mussten auf jeden Fall eng zusammen bleiben. Den beiden Frauen kam die Dunkelheit undurchdringlich vor, aber Nasie bewegte sich darin, als sei er dazu geboren. Als Suyin stolperte und es so aussah, als würde sie sich und Andromeda sie wortlos zwischen sich, legten ihr ganz vorsichtig einen Arm um die Talie und stützten sie, wobei sie darauf achteten, nicht zu viel Druck auszuüben. So näherten sie sich einer Tür in der inneren Festungsmauer, als Andromeda rechts neben sich eine Bewegung wahrnahm. Ohne zu zögern schwang sie ihr Schwert und hätte um ein Haar einem Vampir den Kopf vollständig vom Da litt jemand, war ernsthaft verletzt, weil sie es so gewollt hatte. Andromeda stieg bittere Galle in die Kehle. Sie war entsetzt. Aber nur ein Teil von ihr reagierte so, der Teil, der immer noch das Mädchen war, das sein Zuhause verlassen hatte, weil dort Brutalität Alltag war und Güte als Schwäche verlacht wurde. Der andere Teil, die Andromeda im Hier und Jetzt, verstand durchaus, dass es ihr eben nicht um willkürliche Gewalt gegangen war, wie sie sie bei ihren Eltern so oft erlebt hatte, sondern ums Überleben. Sie hatte sich gewehrt, um ihr Leben und das von Nasie und Suyin zu retten. Keiner von ihnen durfte auf Gnade hoffen, wenn sie erwischt wurden, und die Wachen, von denen sie eben eine außer Gefecht gesetzt hatte, waren zu schlimmster folter fähig. Nasies Augen strahlten sie durch den dichten Regen hindurch an. Hör auf zu spielen, wir müssen hier weg. Sie wollte ihn schon anfauchen, merkte aber gerade noch rechtzeitig, dass er es war, der spielte, und zwar mit ihr. Damit sie nicht über das eben vergossene Blut nachdachte, am liebsten hätte sie den Mann geküsst. Da das nicht ging, half sie Suyin schweigend durch das Tor der inneren Mauer, während der Regen das scharlachrote Blut von ihrer Klinge wusch. Bisher hatten sie Glück gehabt. Damit war es nun vorbei. Gleich drei Wachleute steuerten um die Ecke auf sie zu, hatten sie auch schon entdeckt. Nasie war in Sekundenschnelle bei ihnen, aber es stand eins zu drei. Was tun? Ohne groß nachzudenken, führte Injomeda Suyin an die Mauer, damit sie sich dort anlehnen konnte und stürzte sich ebenfalls in den Kampf. Die Männer durften auf keinen Fall Alarm schlagen. Der Wachmann, den sie sich vorknöpfte, war zwar kampferprobt, hatte jedoch nicht mit ihren Schwertkünsten gerechnet. Ehe er Wusste, wie ihm geschah, hielt er sich die Hand vor seine bluttriefende, klaffende Kehle. Nasie hatte seine beiden Wachen bereits erledigt, sah sich um, entdeckte Indromedas Werk und versetzte dem Mann mit der verletzten Kehle einen Hieb an die Schläfe, der ihn bewusstlos zur Seite kippen ließ. Sonst sieht er, welche Richtung wir einschlagen und verrät es den anderen, erklärte er. Tut mir leid, dass ich mich eingemischt habe, aber ich hatte Angst um dich. Nasie legte den Kopf schräg, bis ihm der Regen von Haar und Wangen tropfte, grinste sie an und ging, um sich der zitternden Suyin anzunehmen. Indromeda wich ihm nicht von der Seite, sorgte für Rückendeckung, während sie zu einem kleinen Dienstboteneingang in der Außenmauer der Festung rannten. Diesmal kam ihnen niemand dazwischen und sie waren schnell draußen. Aber frei waren sie damit noch lange nicht. Regen und Wind hatten das Gras um die Festung herum niedergedrückt. Oben am Himmel patrouillierten nach wie vor die geflügelten Wachen und Rettung in Form hoher Bäume, die ihnen Schutz bieten würden, zeichnete sich erst in der Ferne ab. Was machen wir jetzt? fragte Indromeda. Dugg dich so dicht wie möglich an den Boden, dann kann der Wind das Gras so biegen, dass es über dir liegt. Nasir hatte Suyin auf den Boden gelegt und rieb ihr behutsam Schlamm in die Bandagen, damit sie nicht ganz so weiß leuchteten. Auf den Bauch, die Damen, die Katzen, wenn sie sich an eine Beute anschleichen. Und meine Flügel? wollte Indromeda wissen. Falte sie so dicht wie möglich an deinem Körper zusammen. Sei vorsichtig, keine ausholenden und keine ruckartigen Bewegungen. Los! Der Boden war nass und feucht, aber Indromeda tat, wie Nasir ihr befohlen hatte. Die drei hielten Abstand voneinander, soweit das ging, ohne sich aus den Augen zu verlieren, jeder für sich von oben gesehen, war nichts als ein Flecken Gras und Schlamm. Der Wald war weit, jedes Fortkommen furchtbar anstrengend, und mehr als einmal mussten sie reglos am Boden verharren, weil ein Engel zu dicht über sie hinweg flog. Suyin gab ihr Bestes, doch sie atmete inzwischen schnell und mit leisem Keuchen. Ungefähr auf der Hälfte der Strecke verlor sie das Bewusstsein. Indromeda half sie, auf Nasirs Rücken zu heben, den Rest des Weges schleppte er sie durch das Gras. Als sie endlich die schützenden Bäume erreicht hatten, zitterte jeder einzelne Muskel So gut es ging, wusch sie sich mit dem aus ihren Haaren tropfenden Regenwasser das Gesicht. Nasir hatte die immer noch ohnmächtige Suyin aufrecht sitzend an einen Baum gelehnt. Es hat geklappt, ich kann's kaum fassen. Indromeda drehte sich im Regen wie unter einer Dusche, um wenigstens ein bisschen drecklos zu werden, und betrachtete die Strecke, die sie eben auf dem Bauch zurückgelegt hatte. Der Regen hat uns gestecken und auf eine andere passende Gelegenheit warten müssen. Nasir gönnte ihr nur eine kurze Pause, ehe er sich Suyin erneut auf den Rücken lud, damit sie weiterlaufen konnten. Die Bäume hielten den Regen ein wenig ab, trotzdem war und blieb es nass und kalt. Jason wird die meisten Wiedergeborenen hier aus der Gegend vertrieben haben, aber irgendwie hängt ihr Gestank ziemlich dick in der Luft. Vielleicht also hielt Andromeda ihr Schwert weiterhin kampfbereit in der Hand und die Augen wachsam offen, damit keine wankenden Halbleichen sie unvorbereitet erwischten, während der Regen nach wie vor gnadenlos auf ihre kleine Gruppe eindrosch. Als Nasir warnend »Links« zischte, wirbelte sie ohne nachzudenken mit hocherhobenem Schwert herum. Sekunden später rollte ein abgetrennter Kopf über den Waldboden und aus dem Körper des Ergoss sich in hohem Bogen das Blut, dem Andromeda nur mit einer geschickten Drehung entging. Danke, die Warnung kam gerade noch rechtzeitig. Auch diesmal wusch ihr der Regen der Regen die Klinge sauber wie er auch die Klinge ihres Vaters sauber gewaschen hatte, als er einmal einen Vampir systematisch in Stücke gehauen hatte. Nasir sah sie aufmerksam an. Er schien zu spüren, wie sehr es sie verstörte, so ohne Zögern gnadenlos zugeschlagen zu haben. Heute geht es eindeutig um wir oder sie. Du folterst die Wiedergeborene nicht, du fügst ihnen auch nicht grundlos Schaden zu. Du kämpfst um dein Leben. Darauf hat jede Kreatur ein Recht. Andromeda nickte, wenn auch mit einem Kloß im Hals. Die Wiedergeborenen mochten bis zu ihrer Transformation unschuldig gewesen sein, waren jetzt aber zu einer Abscheulichkeit mutiert. Und die Wachen hätten Nasi getötet, wenn sich ihnen dafür auch nur die geringste Chance geboten hätte. Andromeda reckte energisch das Kinn, packte den Griff ihres Schwertes fester. Ich werde nicht zulassen, dass dich jemand verletzt. Und was tat dieser gefährliche Mann, der sehr wohl in der Lage war, auf sich selbst aufzupassen? Machte er sich lustig über sie? Nein. Nasi lächelte zwar, aber nicht spöttisch, sondern zufrieden. Ich wusste doch, dass du mich magst. Das kam wirklich überraschend. Andromeda, die gerade dabei war, Suyin den Puls zu fühlen, lachte leise. Leider war der Zustand ihrer Freundin wenig erfreulich. Suyins Puls war kaum zu spüren. Ihr Herz schlug sehr, sehr langsam. Ich fürchte, sie nähert sich Anshara, sagte Andromeda besorgt. Anshara, ein Zustand irgendwo zwischen Schlaf und Ohnmacht, war oft heilsam. konnte sich jedoch in ihrem Fall, wenn Nasie Suyin die ganze Zeit schleppen musste, als ernstes Hindernis erweisen. Engel wären viel effizienter, wenn sie zur Stärkung Blut trinken könnten, verkündete Nasie im Plauderton. Da könnte was dran sein. Wenn Suyin es trinken könnte, gäbe ihr das sofort einen Energieschub. Lässt du manchmal jemanden bei dir trinken? Nasie warf ihr einen neugierigen Blick zu. Wieso fragst du? Willst du wissen, wie ich schmecke? Eine zivilisierte Gelehrte wäre bei dieser Frage schockiert gewesen, enjoy me da jedoch nicht. Nein, erwiderte sie nach einigem Nachdenken, mit dem vagen Gefühl, mit dieser Antwort gelogen zu haben. Ich schon. Ich würde gern wissen, wie du schmeckst. Ein freches Grinsen. Lässt du mich bei dir trinken, wenn ich es brauche? Natürlich. Injomeda bemühte sich um einen beiläufigen Ton, dabei schmolz ihr Inneres wie Blei über einer Flamme, bei der Vorstellung, Nasir könnte an ihrem Hals hängen. Ohne dich komme ich hier nicht raus. Du bist meine einzige Hoffnung. Nasir knurrte leiser, um dann geschlagene zehn Minuten lang nichts mehr von sich zu geben. Schweigend bahnten sie sich ihren Weg durch den Wald, bis Injomeda es nicht mehr aushielt. Hör auf zu schmollen, bat sie ihn. Da knurrte er noch einmal, um einiges lauter, ehe er herumfuhr und mit den Zähnen nach ihr schnappte. Mist, Injomeda machte vor Schreck einen Satz zurück, dabei hatte sie doch gedacht, auf sämtliche denkbaren Reaktionen gefasst zu sein. Mit zusammengepressten Lippen starrte sie Nasir an. Der Mann konnte einen aber auch wirklich in den Wahnsinn treiben. Wenn du mich noch einmal anknurrst, beiße ich. Himmel, woher kam das denn jetzt? Er wollte gerade antworten, als sie sah, wie seine Nasenflügel bebten. Wiedergeborene. Rasch lehnte er Suyin mit dem Rücken an einen Baum, dessen Stamm dick genug war, um sie nicht nur zu halten, sondern auch zu schützen. Andromeda brauchte er nicht zu erklären, welche Position sie einzunehmen hatte, er und sie standen Rücken an Rücken, während Suyin links von Andromeda am Baum lehnte. Sein Rücken presste sich in ihre Flügel, was zur Abwechslung mal nicht als Provokation gedacht war. Pass auf deine Flügel auf, rief er ihr zu. Und du? Nasir hatte eben noch mit leeren Händen dagestanden. Hast du überhaupt eine Waffe? Ein fröhliches Lachen. Ja. Dann blieb zum Reden keine Zeit mehr, denn die geifernden Wesen mit den leeren Augen, Li Juans Wiedergeborene, brachen von wildem Hunger geplagt in Scharen aus dem Unterholz hervor. Und Ob Nasir Waffen besaß. Er bediente sich aus dem Arsenal, das die Natur ihm mitgegeben hatte. Seine Krallen fuhren aus, die Fangzähne wurden lang und immer länger, seine Nachtsicht schnitt wie eine scharfe Klinge durch das Dunkel der Nacht, und was er nicht sah, das roch er, denn sein Geruchssinn war ausgeprägt wie bei kaum einem anderen Wesen. Er hatte sich sämtlicher Fesseln der Zivilisation entledigt und hätte, ehe es losging, sie seine Gefährtin sein. Aber das musste wohl erst einmal warten. Jetzt galt es, die grauenhaften Kreaturen zu töten, die laut heulend auf sie zukamen. Sie watschelten zwar und waren lächerlich langsam im Vergleich zu Nasies Behändigkeit, aber da sie den Tod übertrugen, durfte er es nicht wagen, seine Zähne einzusetzen. Bisher ging die Forschung davon aus, dass die Wiedergeborenen ihre Opfer töten doch wer sagte denn, dass diese Wesen nicht längst mutiert waren und inzwischen auch Lebende infizieren konnten. Ein solches Risiko wollte Nasie nicht eingehen. Also biss er nie zu, auch wenn seine Zähne ausgefahren waren. Seine scharfen Krallen jedoch waren so gut wie Messer. Sie schnitten und ritzten und rissen auseinander. Im Rücken spürte er Injomedar, die sich mit der Anmut einer geübten Kriegerin bewegte, hörte, wie ihr Schwert wieder und wieder mit einem tödlichen Pfeifen durch die Luft zischte. Um sie herum rollten Köpfe durch das Laub. Nasie? Er antwortete mit einem Knurren, denn er fand nicht so schnell Worte, wenn er in dieser Haut steckte, die ein weiterer Aspekt seines Wesens war. Sie dachte an ihn, das freute ihn sehr. Da war er wieder, der saubere Laut, mit dem ihr Schwert Haut, Muskeln und Sehnen durchtrennte, Blut aufspritzen ließ. Beißender Verwesungsgeruch hing in der Luft. Nasie musste die Zähne zusammenbeißen, um erneut einem Wiedergeborenen mit beiden Händen den Kopf vom Hals reißen zu können. Blut schoss hoch, besudelte ihn, aber das war es wert. Man musste sich dieser verdorbenen Wesen einfach entledigen. Auch mit beiden Füßen um sich tretend weidete er einen Gegner aus, während er den Nächsten enthauptete. Kopf ab war die schnellste Methode. Nasie fügte den Wiedergeborenen nur ungern unnötige Schmerzen zu, denn höchstwahrscheinlich hatte sich Lijuan bei harmlosen Dörflern bedient. Doch selbst er konnte nicht zwei Wesen gleichzeitig den Hals umdrehen. Andromeda ließ sich schwer atmend gegen ihn fallen. Sind sie alle tot? Nasie kümmerte sich gerade noch um den, dem er die Eingeweide herausgerissen hatte. Dabei dachte er an seine erste Zeit als Kind in der Zuflucht, wobei ihm langsam wieder die Worte einfielen, die man ihm damals beigebracht hatte. Ja. Noch hörte sich das sehr nach einem Knurren und wenig menschlich an, aber sie würde ihn schon verstehen. Er drehte sich um, packte Enjomedar mit blutigen Fingern, an denen nach wie vor die Krallen ausgefahren waren, am Kinn und drehte ihren Kopf sanft von einer Seite zur anderen, musterte sie prüfend von oben bis unten. Du bist unverletzt. Auch diese Worte fielen ihm nicht leicht, aber er brachte sie heraus, ehe er seine Hand hastig wieder zurückzog. Was tat er da? Er wollte ihr doch keine Angst einjagen. Frauen mochten seine Krallen nicht, mochten es nicht, wenn seine Augen nach der Jagd wild funkelten. Enjomedar schien da anders zu sein. Kaum hatte er sie losgelassen, als sie ihrerseits ihn am Kinn packte, um seinen Kopf vorsichtig hin und her zu drehen. Nasir war so überrascht, dass er es kommentarlos über sich ergehen ließ. Er protestierte auch dann nicht, als sie sein Kinn losließ und sein T-Shirt hochzog, um erst seine Brust, dann seinen Rücken zu inspizieren. Auch du bist nicht verletzt. Sie warf einen Blick auf seine Füße. Was ist mit denen? Bist du da unten gekratzt oder gebissen worden? Er schnaubte. Was für eine lächerliche Frage. Da ließ sie sein T-Shirt los und fauchte ihn an. Sind die Dinger jetzt alle tot oder glaubst du es laufen uns noch mehr über den Weg? Nasir dachte nach. Über ihre Frage und darüber, was Worte waren und wie sie funktionierten. Der Geruch von Blut zieht sie nicht an. Gut. Andromeda kniete sich neben Suyin, um noch einmal nach ihrem Puls zu tasten. Kannst du sie die ganze Strecke tragen? Ja. Natürlich kam sie so langsamer voran als ohne aber Nasir ließ keine Hilflosen zurück, damit Monster sie fraßen oder Lijuan sie in den Kerker warf. Andromeda stand auf, damit Nasir sich Suyin auf den Rücken laden konnte, jede seiner mühelosen Bewegungen war ein Beweis für seine Stärke. Er war von oben bis unten voller Blutspritzer. Auch sein Silberhaar hatte etwas abbekommen und wies unzählige dunkle Flecken auf. Wie ihn schrubben, bis sein Haar wieder glänzte, seine Haut wieder ganz ihm gehörte. Nasir war so ehrlich, so real, wie die Wiedergeborenen monströs und unnatürlich waren. Wenigstens regnete es immer noch, der Regen wusch schon einmal einen Teil des Blutes ab. Warum interessierst du dich eigentlich so sehr für schlafende Erzengel, erkundigte sich Nasir, als Andromeda und er eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen waren. Seine Stimme klang nicht mehr ganz so tief und knurrend. Andromeda stellte fest, dass es ihr eigentlich egal war. Beides gefiel ihr, so wie er in der Hitze des Gefechts geklungen hatte, und auch sein Ton jetzt. Solange er nicht wieder so kalt und übermäßig kultiviert mit ihr redete, wie an dem Tag, an dem sie ihn angefaucht hatte, sich fasziniert, all diese mächtigen Wesen, die irgendwo auf oder unter der Erde ruhen, und keiner weiß wo. Weiß man denn, wie viele es sind? Nein, die Vorfahren sind mehr oder weniger nur noch Geschichten, die wir unseren Kindern erzählen. Sicher gibt es auch relativ glaubwürdige Legenden über Uralte, die so lange schliefen, dass sie zu Mythos wurden. Andromeda seufzte. Weißt du, was ich mir insgeheim sehr wünsche? Mit Alexander sprechen zu dürfen. Jessamy sagt, er habe früher manchmal, wenn man ihn sehr nett darum bat, über die ganz alten, mythischen Zeiten gesprochen, die ja für ihn Teil seiner eigenen Erinnerung sind. Stell dir doch vor, nicht nur Sally Jane wäre wieder hier auf der Welt, sondern auch Alexander. Was könnten wir da nicht alles herausfinden? Sally Jane spricht mit dir? Nein, mit Jessamy. Nicht oft, aber Jessamy war in Ammanat, kurz nachdem du dort weg bist. Sie beschreibt Sally Jane als sehr großzügig und gütig. Jessamy zeigte sich nicht gern in der Öffentlichkeit. Sie hatte einen verkümmerten Flügel 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 konnte nicht fliegen, was gewöhnliche Sterbliche nicht mitbekommen durften, weil es der gesamten Engelsgattung als Schwäche hätte ausgelegt werden können. Ammanat stellte für sie kein Problem dar, weil dort keine gewöhnlichen Sterblichen lebten. Wenn Jessamy sich sonst in stärker bewohnten Gegenden umsehen wollte, standen ihr ein kleines, leichtes Flugzeug und ein speziell für Engel umgebauter Hubschrauber zur Verfügung, beide mit getönten Scheiben, sodass niemand sehen konnte, wer in seinem Innern saß. Meistens war es niemand außer ihr, denn die schlanke, zierliche Engelsfrau hatte sich in aller Stille den Umgang mit Flugzeug und Hubschrauber beibringen lassen und saß jetzt in der Regel selbst am Steuer. Eine Frau, die nicht aufgab, auch deswegen war Jessamy für Injomeda eine Heldin. Zäh und klaglos hatte die Historikerin Tausende von Jahren ihr Leben am Boden gefristet, bis ihr cleverer Erfinder und die moderne Technik endlich die Möglichkeit boten, wieder ohne fremde Hilfe hoch am Himmel zu schweben. Wenn Jessamy das geschafft hatte, dann schaffte auch Injomeda 500 Jahre an einem Hof, an dem es für sie keine Hoffnung gab. Aber daran mochte sie momentan überhaupt nicht denken. Selian sagt, wenn man Alexander dazu zählt, gibt es zur Zeit sieben Erzengel, die schlafen. Und wenn sie alle auf einmal wach werden, wollte Nasie wissen, könnte es eine Katastrophe geben. Erzengel ertrugen die Nähe anderer Erzengel nicht für längere Zeit, sie wurden gefährlich aggressiv, wenn sie zu dicht ervereinanders saßen. Zehn über die ganze Welt verteilt, das war die perfekte Anzahl. Noch einer dazu ging unter Umständen, vielleicht sogar zwei, aber danach wurde es wirklich kritisch. Wahrscheinlich würden sie Krieg führen, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt wäre. Ein schlichtes Naturgesetz, Nasie nickte. Die Natur strebt immer nach der Wahrung des Gleichgewichts. Genau. Andromeda sah nach Suyin, musste aber den Kopf schütteln, als Nasie einen fragenden Blick zu warf. Keine Besserung. Um Nasies Mund zeichneten sich inzwischen tiefe Falten ab, aber er ging entschlossen weiter. Ich beschäftige mich aber nicht nur mit schlafenden Erzengeln, sagte Andromeda, um sich und ihren Begleiter von einem allzu intensiven Nachdenken über ihre doch recht ernste Lage abzubringen. Wenn du mir versprichst, nicht zu lachen, erzähle ich dir von meinen anderen Projekten. Sag schon. Nasie sah sie gespannt an. Erst versprichst du mir nicht zu lachen. Nasie verzog spöttisch die Lippen und tat so, als wollte er nach ihr schnappen. Wie kannst du mir in einer solchen Situation Versprechen abverlangen? Okay. Sie warf ihm einen empörten Blick zu, weil er es schon wieder geschafft hatte, sie zusammenzucken zu lassen, Ich erforsche mythische Wesen, sagte sie, fest mit einem der belustigten herablassenden Blicke rechnend, die sie von ihren Kollegen so gut kannte. Aber Nasie grinste nicht. Er schien sich ehrlich für ihre Arbeit zu interessieren. Gestaltwandler, fuhr sie fort, mehr Jungfrauen und mehr Männer, greifen, chimären und so weiter, du weißt schon. Warum forschst du ausgerechnet über etwas, das man eigentlich gar nicht erforschen kann? Weil die Geschichten über diese Wesen irgendwo ihren Anfang haben müssen. Irgendetwas Konkretes war da mal. Außerdem, außerdem würde ich gern glauben, dass die Welt immer noch Geheimnisse birgt. Mehr Jungfrauen und mehr Männer finde ich eigentlich ziemlich logisch. Ach ja? Wieder kniff sie misstrauisch die Augen zusammen, doch es schien sich nicht über sie lustig zu machen. Wieso? Es gibt so viel Wasser auf der Welt. Ich kann mir gut vorstellen, dass sich eine Art dort in diese Richtung entwickelt hat. Ein Seitenblick aus silbergrauen Augen. Du solltest Handschwinge fragen. Vielleicht steckt die Legion hinter der Legende über die Leute im Meer. Sie haben ein Zeitalter lang in den Tiefen der Ozeane gelebt. Andromeda kribbelte vor Aufregung die Haut. Ihr Historikerinnen Herz schlug höher. Ich möchte Ich weiß, dass Jessamy Kontakt zu ihm hat, aber bisher mochte ich ihn nicht mit meiner kleinen Privatsache behelligen. Sag, wenn du bereit bist, dann stelle ich dich ihm vor, bot Nasie an, als wäre nichts weiter dabei. Ich schmuggle dich sogar in ihr schickes grünes Haus. Andromeda war sehr nach einem kleinen Freudentanz zumute, wobei sie völlig vergaß, dass ihr solche Unternehmungen bald nicht mehr möglich sein rüber. Nasie nahm sich Zeit für die Antwort. Ich glaube, bei diesen Legenden geht es um große Raubvögel aus der vorgeschichtlichen Zeit. Genau das ist doch meine Theorie. Wie offen er an diese Fragen heranging, ganz ohne Vorurteile und gar nicht borniert. Andromeda war entzückt. Skinwalker? Nein, die gab es nie, denke ich. Aber ich kannte mal einen Medizinmann, der von einem Geistführer begleitet wurde. Ich habe nie wieder jemanden getroffen, der das Land und alle darauf lebenden Wesen so gut kannte. Nasies Stimme verriet unverhohlenen Respekt. Die Sterblichen leben einfach nicht lange genug. Der Medizinmann war weiser als mancher Unsterbliche, starb jedoch, bevor ich ihn richtig kennenlernen konnte. Er fehlt dir, sagte Andromeda leise. Er war mein Freund. Ein Kloß bildete sich in ihrem Hals. Erzählst du mir von ihm? Ja, später einmal. Nasir bläckte die Zähne. Dieser Freund lebte draußen auf der Ebene, unter einem unendlich weiten Himmel. Geschichten von ihm gehören nicht in diesen von wiedergeborenen verpesteten Wald. Was steht sonst noch auf deiner Liste? Der Chupacabra? Den gibt es auf jeden Fall. Wie denn nicht bei dem Namen? Andromeda kicherte. Chimere? Ein Löwenkopf, ein Ziegenkopf und der Schwanz einer Schlange? Nasir schnaubte verächtlich. Mit dem Ziegenkopf verliert so ein Tier doch beim ersten Schritt das Gleichgewicht. Sofort kommt ein Wesen, das größer ist und schwupp wird es gefressen. Nee, das geht nicht. Außerdem würde der Löwenkopf ständig versuchen, den Ziegenkopf zu fressen. Irgendwie hatte der Mann ja recht, so faszinierend ein solches Mischwesen theoretisch auch sein mochte. Ich hab mir auch nie richtig vorstellen können, wie das gehen soll, gestand Andromeda. Die Leute kommen aber auch auf die seltsamsten Ideen. Denk nur an den Karakasa-Obake. Davon hab ich noch nie etwas gehört. Also erzählte sie ihm, während der Regen langsam nachließ und sie ohne Pause weiterliefen, von dem sprechenden, einäugigen, einbeinigen Regenschirm. Nasir machte es großen Spaß, sich mit Andromeda zu unterhalten und mit ihr zu spielen, auch wenn sie von Letzterem noch nichts ahnte. Irgendwann schnupperte er, weil es nach schwarzem Blitz roch. Ein Schatten flog an ihnen vorbei und gleich darauf löste sich ein Stück Nacht aus dem Himmel, um direkt vor ihnen zu landen. Jason warf einen Blick auf die blutverschmierten Gestalten vor sich und sagte, »Dann habt ihr die Reste des Nestes ausgeräumt?« Nasir nickte. »Und ihr habt Suyin dabei?« Nasir wunderte sich nicht, dass sein Freund wusste, wen er da auf dem Rücken trug. Jason wusste alles. »Sie muss möglichst schnell zu Kerr«, erklärte er. Xie musste ich den anderen brechen. Jason streckte die Arme aus. »Gib sie mir. Sie ist nicht schwer und lässt sich so zusammengeschnürt gut tragen. Ich fliege nach Amanat und bitte Kerr ebenfalls dorthin zu kommen. Andromeda?« Er warf der Gelehrten einen prüfenden Blick zu. »Du wirst am Boden bleiben müssen. Du fliegst nicht hoch genug, um den Schwadronen zu entgehen. kümmere dich gut um sie, ja? Sie war lange Zeit eine Gefangene. Jason nahm Suyin auf seine Arme und Nasie wusste, er würde sie unter keinen Umständen fallen lassen. Macht euch keine Sorgen, ich passe auf sie auf. Passt ihr auf euch auf. Mit diesen Worten trat der Engel ein paar Schritte zurück, um nach einem makellosen Senkrecht Start und zwei, drei Flügelschlägen in der Unglaublich, flüsterte Injomeda ehrfürchtig. Sie hatte den Kopf in den Nacken gelegt, um dem Meisterspion so lange wie möglich nachzuschauen. Nasie schnaubte, aber er hat keine Krallen. Stolz wies er die Seinen vor. Injomeda sah sie sich ganz genau an, ein leises Lächeln um die Augen. Die sind ganz schön scharf. Warum hast du mir damit vorhin nicht wehgetan? Weil ich wollte. Nasie knurrte. Was für eine dämliche Frage. Wir müssen Wasser finden, meinte die Frau, die nicht nur so roch, sondern auch so sprach und handelte, wie er es sich von seiner Gefährtin wünschte. Ich finde es eklig, so verdreckt und blutverkrustet durch die Gegend zu laufen. Das Wasser in dieser Gegend ist verdorben. Sie schnitt eine Grimasse. Dann lass uns und so fing er an, sie auf einem sicheren Weg aus dem Wald hinaus zu führen. Die eine oder andere Schwadrohn flog über sie hinweg, ohne zu landen. Wahrscheinlich dachten sie, er sei längst weg, falls sie seine Anwesenheit überhaupt bemerkt hatten. Und Andromeda vermuteten sie eindeutig oben in der Luft. Ganz schön dumm von ihnen. Drei Stunden lang hielt Andromeda die Geschwindigkeit durch, die Nase ihr vorgab. Aus seiner Sicht kamen sie eher langsam voran, doch er wusste, dass es Andromeda anders ging. Engel waren nicht dazu geschaffen, weite Strecken am Boden zurückzulegen, ihre Stärke lag in der Luft. Auf dem Boden wurden ihre Flügel, die sehr störend wirken konnten, zu einer Last. Außerdem trug Andromeda an den Füßen lediglich Seidenpantoffeln, die schon nach kurzer Zeit nur noch aus Fetzen bestanden hatten. Der Schmerz ist rein oberflächlich, versicherte sie ihm, als eine kurze Pause einlegte, um sich ihre Füße anzusehen. Die Schnitte heilen, sobald wir hier raus sind und uns ausruhen können. Nasir wusste, wie zäh seine Begleiterin war, sah sie aber trotzdem nur ungern mit derart zerschundenen Füßen und achtete darauf, sie weniger steinige Wege entlang zu führen. Endlich hatten sie den verpesteten Wald hinter sich gebracht und waren in einem Tal zwischen zwei Bergzügen herausgekommen, wo Nasir nach einer knappen Stunde einen kleinen, von einer kalten Bergwelle gespeisten See fand. Es hatte aufgehört zu regnen, das kristallklare Wasser lag schimmernd vor ihnen. Nasir sah sich um. Hier kannst du merkte er zu Andromeda, wohl wissend, wie erschöpft sie sein musste, auch wenn sie es sich nicht anmerken ließ. Er sah es ihren Flügeln an, die schlaffer herunterhingen, als er es sonst bei ihr kannte. Wir dürfen nicht im Morgengrauen übers freie Feld laufen. Sofort legte Andromeda ihr Schwert ab. Dreh dich um. Aber ich will mich auch waschen. Der Gestank der Wiedergeborenen war widerwärtig. Ich passe auf, während du badest. Pass du auf, wenn ich im Wasser bin. Andromeda verschränkte trotzig die Arme vor der Brust. Wenn du dich nicht umdrehst, ziehe ich mich nicht aus. Er zeigte Zähne, tat dann aber, was sie wollte. Dimitri hatte ihm beigebracht, nur zu nehmen, was Frauen ihm von sich ausgaben. Raube nichts, was nur Wert hat, wenn es dir freiwillig gegeben wird. Nasir hatte diesen Rat dringend gebraucht, denn wenn er auch tief in seinem Innern nie schlecht gewesen war und sich zivilisiert und kultiviert zu benehmen wusste, wenn es ihm passte, verstand er manchmal einfach nicht, was richtiges Benehmen in bestimmten Zusammenhängen bedeutete. In jüngeren Jahren, als er gerade erst anfing, den Drang zur Paarung zu verspüren und bis klar war, wie unwiderstehlich ihn ein Großteil des weiblichen Geschlechts fand, hatte er versucht, Mädchen mit Aufmerksamkeiten zu umwerben, damit sie mit ihm schliefen. Er hatte ihnen Fleisch und glitzernde Dinge geschenkt. Leider hatte er den Mädchen zumindest mit dem Fleisch eher Angst eingejagt. Die meisten weiblichen Wesen wissen nicht, was sie davon halten sollen, und dann noch gleich ein ganzer Klumpen. So hatte ihm Dimitri zu erklären versucht, warum so viele Mädchen in Panik geraten waren und losgekreischt hatten, wenn er ihnen feinstes Frischfleisch in die Hände gelegt hatte und warum ein solcher Leckerbissen immer wieder im Müll gelandet war. Fleisch war nicht ganz einfach zu beschaffen, immerhin mussten die Tiere gejagt, erlegt und gehäutet werden, was die Mädchen allerdings nicht zu beeindrucken schien. Nasi hatte seine Lektion gelernt und war auf Glitzerkram umgestiegen, war damit jedoch überall auf verschreckte Blicke getroffen und hatte nur Angst an ihnen gerochen. Vollends verwirrt hatte er sich wieder einmal an Dimitri gewandt. Ich will ihnen doch nicht wehtun. Trotzdem haben sie jetzt leider Angst vor dir. Fang das nächste Mal mit den du riechst, dass eine Frau Angst hat, zieh dich zurück und lass sie in Frieden. Dimitris Rat hatte geholfen. Manchen Frauen gefielen glitzernde Dinge und sie hatten sich auch gern nackt mit ihm im Bett gewälzt. Bis zu einem bestimmten Punkt. Anscheinend galt Beißen als unangebracht und mit Vehemenz in die Feuchtigkeit einer Frau zu stoßen wurde auch nicht immer gern gesehen. Die Frauen, hatten befohlen, er solle gefälligst sanft und höflich sein. Irritierend war nur, dass andere nichts dagegen hatten, gebissen und mit Schwung genommen zu werden. Im Gegenteil. Heute lobten ihn viele Frauen als guten Liebhaber. Was sie nicht wussten, seit er begriffen hatte, was als akzeptabel galt und was nicht, ließ er seiner Lust nie ganz freien Lauf. Selbst nicht bei Frauen, die sich nicht beschwerten, wenn er grob wurde. Sie konnten die Wahrheit nicht ertragen. Was Andromeda betraf, sie weckte in ihm einen schier unstillbaren sexuellen Hunger. Am liebsten hätte er sich umgedreht, sich auf sie gestürzt und alles mit ihr getrieben, auch Dinge, die er sich noch nie getraut hatte. Hinter ihm plätscherte es. Dann hörte Andromeda leise und erschrocken quieken. Grinsend drehte er sich um und kauerte sich an den Rand des Ufers. Hey! Andromeda spritzte mit eiskaltem Wasser nach ihm. Umdrehen, hatte ich gesagt. Ich schau dich nicht unter Wasser an, versprochen. Er stand auf und schlenderte am Ufer auf und ab. Ist dir kalt? Andromedas Zähne klapperten hörbar. Total, aber ich will das Blut abwaschen. Der Regen hat das nicht geschafft. Inzwischen hatte Nazir das Kraut gefunden, nachdem er gesucht hatte. Er riss ein Büschel davon aus und kehrte zu der Stelle zurück, an der Andromeda ins Wasser gegangen war. Komm her, dann wasche ich dir die Haare. Sie warf ihm einen misstrauischen Blick zu, begab sich aber trotzdem zu ihm und lehnte sich mit dem Rücken an die Uferbüschung. Er kniete sich hinter sie und reichte ihr über ihre Schulter hinweg einen Teil seines Fundes. Nimm ein bisschen. Das Gras hilft dir beim Säubern. Andromeda schnupperte Kopf, um ihn anzustrahlen, und Nasir fühlte sich plötzlich einfach prächtig. Er drückte das Büschel, das er selbst noch in der Hand hielt, fest zusammen, band Andromedas Zopf auf und rieb ihr das Kraut wie Seife in die Haare. Dabei beeilte er sich, denn sie zitterte inzwischen am ganzen Leib. Ihr Engel seid doch eigentlich für die Kälte geschaffen, spottete er, genau zu sterben, brauchen wir sie noch lange nicht so mögen. Andromeda klang mürrisch. Tauch unter und spüle dir die Haare aus. Die Gelehrte holte Luft, tauchte tapfer unter und kam erst wieder hoch, als ihr Haar glatt und sauber herabhing. Ich hasse die Kälte, wibberte sie. Und wie ich sie hasse. Ich hasse sie. Nasir sah sich die Kleider an, die sie ausgezogen hatte. Deine Hose und die Tunika sind ganz voller Blut. Und nirgendwo ein Dorf in Sicht, wo er ihr neue Sachen hätte stehlen können. Dann lass sie uns waschen. Gegen nasse Klamotten habe ich nichts, nur der Gestank der Wiedergeborenen ist unerträglich. Nasir besorgte noch mehr Gras, rieb Andromedas Tunika damit ab und warf sie ihr zum Spülen in den See. ein bisschen das gar nicht nach Wiedergeborenen Roch, sondern nach Andromeda, warm und ein bisschen nach Moschus und Feminin und so, dass er mehr denn je wünschte, an ihr lecken zu dürfen. Zieh dein T-Shirt aus, dann waschen wir das gleich mit, sagte sie, während sie ihre Kleider ausspülte. Brav riss er sich das Hemd vom Leib und tauschte es gegen ihre nassen Sachen, die er auf die konnte er seine Hose doch auch gleich waschen. Beim Ausziehen musste er feststellen, dass er sein Handy verloren hatte. Wahrscheinlich war es ihm beim Kampf gegen die Wiedergeborenen aus der Tasche gefallen. Seine Familie würde sich Sorgen machen, wenn er sich nicht meldete, wie er es bei der ersten sich bietenden Gelegenheit hatte tun wollen. Nasir! Mach einfach die Augen zu, knurrte er, ohne es böse zu meinen. Hier Sofort wandte ihm Enjomeda die Flügel zu. Natürlich, tut mir leid, ich hätte dich nicht so lange warten lassen sollen. Er ließ seine Hose zusammen mit einem Büschel Kraut am Ufer liegen und tauchte nackt kopfüber in den See. Die Kälte ließ ihn die Zähne zusammenbeißen. Trotzdem fühlte er sich nach kurzer Zeit pudelwohl. Nasir liebte Wasser, liebte das glatte, kalte Gefühl auf seiner Haut. Beim Auftauchen sah er Enjomedas Blick auf sich gerichtet. Grinsend schwamm er zu ihr hinüber. Du guckst ja. Von wegen! Ich kann doch im Dunkeln gar nichts sehen. Der Blick, den sie ihm zuwarf, sollte wohl tadelnd ausfallen, aber Nasir roch die Hitze, die ihrer Haut ausströmte, als dränge dort das Blut an die Oberfläche. Wo ist deine Hose, wollte sie wissen. Am Ufer, antwortete er träge und stahl sich ein bisschen von ihrem Gras, um sich den Gestank der Wiedergeborenen von der Haut zu schrubben. Dreh dich um, befahl Andromeda. Nasir gehorchte und wurde mit einer ausführlichen Haarwäsche belohnt. Er seufzte wohlig und ließ sich gegen sie sinken und schon bald grummelte es zufrieden in seiner Brust. Andromeda zögerte kurz, massierte dann aber weiter mit starken Fingern seine Kopfhaut und als sie das Grasbüschel über seine Schultern und den Rücken streichen ließ, fing es in seiner sowieso schon stahlharten Erektion auch noch zu pochen an. Nur gut, dass seine kleine Gelehrte im Dunkeln ständig nicht gehen, er wollte mit ihr spielen. Runter! Sie versetzte ihm einen Klaps auf die Schulter. Folksam tauchte er unter und als er wieder hoch kam, paddelte sie gerade auf das Ufer zu, wo seine Hose noch darauf wartete, gewaschen zu werden. Ihre Flügel lagen ausgebreitet auf dem Wasser. Nirgendwo war noch ein Blutfleck zu sehen. Er wollte sie zu gern anfassen. Vorsichtig rückte er ihr näher, um mit den Fingerspitzen eine Handschwinge zu streicheln. Sie zuckte zusammen und warf ihm über die Schulter hinweg einen warnenden Blick zu. Du weißt, das ist ganz schlechtes Benehmen. Er schwamm zurück ans Ufer, stemmte sich mit dem Oberkörper aus dem Wasser, bis er an sein nasses, aber sauberes T-Shirt herankam, das er geschickt zu einem Baum hinüber warf, wo es an einem der unteren Zweige hängen blieb. So konnte es wenigstens ein bisschen in der Nachtluft trocknen. Ich benehme mich oft daneben, bekannte er offen. Ich mag deine Flügel. Enjomeda wurde knallrot, mochte das Thema allerdings nicht weiter verfolgen. Hier, deine Hose, sagte sie. Ich hab sie ausgewaschen. Danke. Ein Gebracht, das war höflich, wenn jemand etwas Nettes für einen tat. Warum bist du so rot geworden? Statt einer Antwort schwamm sie weg. Nasir warf seine Jeans ebenfalls in Richtung Baum, wo auch sie an einem Ast hängen blieb und schwamm hinter ihr her. Sein Puls raste. Spielte sie etwa mit ihm, so wie er gern mit ihr spielen würde? Er tauchte ab, schwamm unter Wasser weiter und tauchte ganz dicht neben ihr wieder auf. Aber Injomeda schien das nicht witzig zu finden, sie war wohl doch nicht zum spielen aufgelegt. Du hast gesagt, du guckst nicht, fuhr sie ihn an. Hab ich auch nicht, ich hab die Augen zu. Das stimmte sogar, obwohl er stark versucht gewesen war, sie aufzumachen. Versprechen mussten jedoch gehalten werden. Das war eins der ersten Dinge, die Dimitri ihm beigebracht hatte, ganz einfach, indem er selbst seine Versprechen gehalten hatte. Wenn ich wiederkomme, bringe ich dir das geräucherte Fleisch mit, das du so gern isst. Versprochen? Ja. Dimitri war lange fortgeblieben, sehr lange, fand der kleine Nasir, bestimmt drei Monate waren vergangen, als der Vampir zurückkehrte. Nasir hatte wohl noch an sein Versprechen gedacht, aber eigentlich nicht damit gerechnet, dass sich Dimitri auch daran erinnerte. Es hätte ihm nichts ausgemacht, wenn Dimitri mit leeren Händen zurückgekommen wäre, er Mann, der für ihn wie ein Vater war. Dimitri mühelos entwand sich Nasir dem unglücklichen Vampir, der auf ihn aufpassen sollte, und stürzte aus der Tür. Dimitri, Dimitri! Starke Arme packten ihn und hoben ihn hoch in die Luft. Dimitri lächelte, wobei das Lächeln nicht bei seinen dunklen Augen ankam, die immer traurig wirkten. Nasir ahnte nicht, was machte, aber an ihm lag es nicht. Das wusste er, weil er schon oft gesehen hatte, wie Dimitris Augen langsam wärmer wurden, wenn sie beide eine Weile zusammen gewesen waren. Warst du auch brav, Nasir? Nasir zog den Kopf ein. Nein. Er war nicht brav gewesen. Er hatte das Schulkaninchen gefressen. Nicht mit Absicht. Er hatte es wirklich nicht vorgehabt. Aber das Tier hatte sich direkt vor seine Nase gehockt und er war so unglaublich hungrig gewesen. Ich hab gerade ganz viel Ärger. Aha. Tiefes, sehr männliches Lachen ließ den Kleinen aufsehen und erleichtert feststellen, dass Dimitri nicht wütend auf ihn war. Erzähl mir davon, während du das hier isst. Nasir riss das Paket auf, das Dimitri ihm gereicht hatte und fand darin wirklich das versprochene Geschenk. Dann hast du es nicht vergessen? Wieder war da diese Traurigkeit in Dimitris Blick, als er Nasir das Hart zerzauste. Ein Mann hält seine Versprechen, Nasir. Nasir? Er schüttelte die Erinnerung an seine Kindheit ab und fand Andromedas hübsche glitzernde Augen auf sich gerichtet. Ich hab nicht hingesehen, wiederholte er. Wenn ich hinsehe, dann tue ich es, weil du mich eingeladen hast. Sie strahlte ihn mit heißen roten Wangen an. Wollen wir um die Wette schwimmen? Da gewinn ich aber auf jeden Fall, warnte er sie. Deine Flügel behindern dich doch. Dann gib mir einen anständigen Vorsprung und schwimm erst los, wenn ich schon halb auf der anderen Seite bin. Wieder so ein Spiel nur für sie beider. Nasi war entzückt. Okay. Schummeln war völlig in Ordnung, hatte Elena erklärt, wenn die eine Partei schwächer war als die andere. Andromeda wollte schummeln, wie sie es auch in der Zuflucht getan hatte, als sie mit dem Schwert gegen ihn angetreten war, während er unbewaffnet gekämpft hatte. Das war okay, so konnten sie zusammen spielen. Sie schwamm los, viel schneller und anmutiger als Nasi erwartet hatte. Dann hatte sie also noch mehr Geheimnisse. Nasi freute sich über so viel Hinterlist und wartete wie verabredet, bis sie die Hälfte der Strecke zum anderen Seeufer zurückgelegt hatte, bevor er sich in die Fluten stürzte. Wasser war sein Element. Er hatte schon bei seiner Geburt schwimmen können. So hatte er rasch aufgeholt und hätte Injomeda jederzeit leicht überholen können, aber er wollte auch einmal schummeln. Um an ihrer Seite bleiben zu können, tat er so, als wäre er völlig erschöpft. Kurz vor dem Ufer legte er noch eins drauf und wurde langsamer, damit sie als erste die Hand an die Böschung legen konnte. Gewonnen, verkündete Was hättest du denn gern? Nazir stützte sich mit den Unterarmen auf die Uferböschung. Injomeda tat es ihm nach. Ich habe einen ganzen Schatz an funkelnden Dingen bei mir gehortet. Wirklich? Injomeda riss die Augen auf, dann schüttelte sie den Kopf. Nein, diesmal will ich nichts Funkelndes, vielleicht beim nächsten Mal, wenn ich dich wieder besiege. Nazir gefiel die Aussicht auf weitere Diesmal möchte ich, dass du etwas für mich tust, fuhr Injomeda lachend fort. Was denn? Klamm heimlich rutschte er dichter an sie heran, bis ihre Flügel seinen Arm streiften. Meine Eltern veranstalten eine ganz besondere Abendeinladung. Geh mit mir hin. Bitte? Die Frauen paarten sich gern mit Nazir, aber er war noch von keiner zum Essen bei ihren Eltern eingeladen worden. Und da Andromeda noch nicht einmal bei ihm liegen wollte, verstand er ihre Bitte beim besten Willen nicht. Es sei denn, willst du deine Eltern schockieren? Nazir war anders, war einmalig. Daran änderte auch die Tatsache nichts, dass eine Menge Leute auf der Welt ihn seiner Fähigkeiten wegen schätzten und akzeptierten. Er war nur außerdem durch und durch anders als andere. Er hatte gelernt, sich zu akzeptieren. Seine Gefährtin würde ihn ebenfalls akzeptieren müssen, so wie er war. Sie durfte ihn nicht als Freak ansehen und auch nicht so behandeln. Andromeda lachte, als habe er einen guten Witz gemacht. Knurrend schickte Nazir sich an, ans Ufer zu gelangen. Als sie das Wasser Nazirs muskulösen Leib hinab rinnen sah, verlor Andromeda eine Sekunde lang den Verstand. So reagierte sie erst, als die obere Hälfte seiner Pobacken schon aus dem Wasser war. Mit leisem Quietschen packte sie ihn am Arm und zog ihn wieder zu sich herunter. Du bist nackt! Achsel zuckend musterte er sie aus weiß glühenden Augen. Ist mir doch egal. Mir aber nicht. In Jomedas Herz raste immer noch, so sehr hatte sie der Anblick eben aus der Bahn geworfen. Nazir war mindestens so gut gebaut wie die schönste Statue, die sie je gesehen hatte. Nur war er aus Fleisch und Blut. Mir ist kalt, knurrte Nazir. Ich will raus aus dem Wasser. Injomeda hatte die Kälte völlig vergessen. Sie hatte viel zu viel Spaß gehabt. Oh! Die Enttäuschung lag ihr wie Blei im Magen, als sie Nazir den Kopf zu wandte und die Augen schloss. Jetzt darfst du gern raus klettern. Er regte sich nicht. Warum hast du eben gelacht? Was? Bei seinem barschen Ton riss sie die Augen wieder auf. Erst jetzt sah sie den Zorn in seinem Gesicht. Er bemühte sich noch nicht einmal ihn zu verbergen. Er hatte ihr Lachen völlig falsch verstanden. Meine Eltern kann man nicht schockieren, erklärte sie mit einem trotzigen Achselzucken, dass das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Sofort wirkte Nasir eher fasziniert als wütend, schien ihr jedoch nicht ganz zu glauben. Man kann sie nicht schockieren? Selbst mit mir nicht? Selbst mit dir nicht, versicherte sie ihm ernsthaft. Sie haben schon alles erlebt, was es an Gelüsten, Ausschweifungen und Verderbtheiten auf der Erde gibt. Man kann sie mit nichts mehr überraschen. Sex, brutale Gewalt, so verbrachten Layla und Kato ihr Leben. Sie wollten eigentlich nur eins, immer mehr. Mehr tun, mehr fühlen, endlos. Wahrscheinlich werden sie dir eindeutige Anträge machen. Auf Nasirs Stirn zeigten sich Falten. Obwohl ich mit dir dort bin? Glaub mir, die beiden kennen keine Tabus. Sie dachte an den jungen Engel, dem ihre erste unschuldige Liebe gegolten hatte, und daran, wie sie eines Tages in das große Wohnzimmer gekommen war, um diesen Mann und ihre Mutter nackt beim Liebesspiel auf einem Sofa zu entdecken. Ihr Vater hatte daneben in einem Ohrensessel gesessen, mit einem männlichen Vampir auf dem erigierten Penis. Noch jetzt stieg ihr bei der Erinnerung an diesen Tag die Galle hoch, und sie musste kurz untertauchen, um das Bild wieder aus ihrem Kopf zu bekommen. Es gibt bestimmte Dinge, die kein Kind gezwungen sein dürfte zu sehen, und dieser ekelerregende Vorfall war bei Leibe nicht der erste und einzige gewesen, der in Jomeda zugemutet worden war. Es gab viele solcher Bilder in ihrer Erinnerung, Bilder, über die nachzudenken, sie sich entschieden weigerte, und die dennoch nicht verblassen wollten. Nachdem sie sich energisch das Wasser aus den Augen gewischt hatte, stützte sie sich wieder neben Nasi auf die Uferböschung, so dicht, dass ihr Arm an seinem ruhte und ihr Flügel seinen Rücken berührte. Er schob sie nicht weg, sondern sah sie aus diesen wilden Augen an, deren Blick mit einem Mal so durchdringend geworden war, dass es fast schon schmerzte. Ich werde mich nicht mit deinen Eltern paaren. Das war ein unüberhörbar feierliches Versprechen. Das würde dir wehtun und ich werde dir nicht wehtun. Andromeda brannten die Augen und in ihrem Hals hatte sich ein Kloß fest gesetzt, der sich eine ganze Weile nicht rühren wollte. Das Dinner findet rein theoretisch mir zu Ehren statt, entfuhr es ihr endlich heiser. In meiner Familie ist es Sitte, zu Hause zu feiern, wenn man vierhundert Jahre klären müssen, dass sie den Hof ihrer Familie danach fünfhundert Jahre lang nicht mehr würde verlassen dürfen. Aber in diesem Fall steckten die entsprechenden Worte tief und fest in ihrer Brust, wo sie sie quälten und nicht weichen wollten. Ich dachte, mit dir zusammen würde mir eine solche Feier mehr Spaß machen. Nasius Wangen überzogen sich mit feinen Lachfältchen, seine Augen funkelten. Wir werden Spaß haben, versprach er ihr, und ich werde deinen Eltern ein Geschenk mitbringen. Das klang gar nicht gut. Hör mal, Nasia. Er musste lachen, als er ihren besorgten Ton hörte, stemmte sich hoch und kletterte ohne Vorwarnung aus dem Wasser. Und Andromeda schaffte es nicht, den Blick abzuwenden. Sie bewunderte die starken Muskeln seiner Schenkel, die senigen Pobacken, die glatte Haut, den ganzen starken, so wunderschönen nackten Mann, der mit dem Rücken zu ihr am Ufer stand und sich das Wasser vom Körper schüttelte wie eine große Katze. Da machte er Anstalten, sich umzudrehen. Andromeda war enorm heiß geworden, es kam ihr vor, als würde sie jeden Moment in Flammen aufgehen. Mit letzter Kraft zwang sie sich, die Augen zu schließen und noch einmal unter die eisige Wasseroberfläche zu tauchen, wo sie hatte. Als sie wieder auftauchte, hatte Nasir sich seine Hose angezogen, obwohl sie immer noch klatschnass war. Einen glücklichen Eindruck machte er allerdings nicht, ganz im Gegenteil. Seufzend bückte er sich nach ein paar Gegenständen, die ihm wohl beim Ausziehen aus der Tasche gefallen waren, verstaute sie wieder, holte sich sein T-Shirt aus dem Baum, betastete es kritisch und zog es sich über. Ich sehe dich nicht, versicherte er ihr, die Augen brav auf die Äste des vor ihm aufragenden Baumes gerichtet. Enjomeda glaubte ihm, also kletterte sie aus dem Wasser, suchte ihre Sachen zusammen und fand auch ihren Slip, den sie eine Weile hin und her drehte, denn sie erkannte zu spät, dass Nasi ihn in der Hand gehabt haben musste. Er hatte ihn ja gewaschen und aufgehängt. Er dagegen trug keine Unterwäsche. Sofort lief ihre Haut erneut heiß an und ihre Brüste schmerzten, als sie die immer noch feuchte Tunika darüber zog. Da diese ihren Po ausreichend bedeckte, war ihr Gefühl für Sitzamkeit beruhigt. Den Rest will ich gar nicht anziehen, gestand sie laut. Nasi drehte sich um, ihre Worte hatte er als Erlaubnis dazu aufgefasst. Dann lass es doch. Ich nehme deine Sachen, du musst dich ja um das Schwert kümmern. Später kann die Sonne sie trocknen. Willst du dein Hemd wirklich anbehalten? Als hätte er nur darauf gewartet, streifte sich Nasi das T-Shirt über den Kopf, woraufhin N'Dromeda prompt beim Anblick seiner bloßen Brust am liebsten all ihre Schwüre in den Wind geschlagen hätte. Mit hochroten Wangen verschnürte sie ihre Hose, ihren Slip und sein T-Shirt zu einem kleinen Bündel, das er ihr abnahm. Deine Pantoffeln solltest du aber anziehen, bat er. Sie bedeuten zumindest ein bisschen Schutz für deine Füße. Die Pantoffeln drohten auseinander zu fallen, als sie hineinschlüpfte, doch Nasi hatte recht, sie würden ihre armen geschundenen Füße wenigstens ein bisschen schützen. Alles in allem fühlte sie sich skandalös, wild und abenteuerlustig, als sie sich wieder in Bewegung setzten, denn die kühle Luft küsste ihre intimsten Körperteile und ihre harten Brustwarzen rieben sich an feuchter Seite. Neben ihr trottete Nasi in einer Gangart, die ihm wahrscheinlich bequem und lässig vorkam. Eine Weile sagte keiner von beiden etwas. Um sie herum wurde die Welt immer heller, wechselte von schwarz zu grau. Nass und halbnackt, noch nie hatte sich Injomeda mit irgendjemandem dermaßen wohl gefühlt. Bis er ihr einen Seitenblick zuwarf, um kurz mit einer ihrer Korkenzieher Locken zu spielen. Ich mag sie so lieber als zum Zopf geflochten. Sofort rutschte Injomeda der Magen in die Kniekehlen, ihre Locken, genau wie die ihrer Mutter. Dabei spielte es doch schon lange keine Rolle mehr, wenn man sie überall als Leylas Tochter erkannte, oder? Ihre Mutter hatte auch diese dichten braunen Locken, dieselben feinen Goldsträhnen darin, dieselben Wangenknochen. Aber wo bei Injomeda die Sommersprossen prangten, war Leylas Haut rein und klar. Außerdem war ihre Haut dunkler als die ihrer Tochter. Genauso perfekt wie ihre Haut waren auch Leylas Locken, die es nie wagen würden, ein wildes, verfilztes Durcheinander zu bilden. Leylas Haare saßen, wie sie es wollte. Sie glänzten, sie beeindruckten. Diese feinen Unterschiede machten aus der Mutter eine umwerfende Schönheit, die mehr als ein Mann heiß begehrte, während die Tochter als wesentlich gewöhnlichere Kopie galt. Injomeda hatte von frühester Kindheit angewusst, dass jeder, der sie sah, sie für ein minderwertiges Abbild ihrer Mutter halten musste. Wirklich? flüsterte sie jetzt, wobei sie sich unwillkürlich fragte, ob Nasi auch ihre Mutter und sie vergleichen würde. Meine Haare machen doch, was sie wollen, sie sind völlig außer Kontrolle. Dazu äußerte sich das wilde Wesen neben ihr nicht. Es grinste nur. Da lockerte sich das enge Band, Brust. Sie lachte und dann liefen sie weiter. Als der Morgen langsam aber stetig den Himmel rot färbte, verordnete Nasi ihnen eine längere Rast. Da oben in der Luft ist viel zu viel los und Lijuans Leute werden auch die Dörfler alarmiert haben, damit sie nach uns Ausschau halten. Dann bewegen wir uns also lieber nur nachts? Nasi nickte. Ich bin nachts anderen gegenüber im Vorteil und niemand rechnet damit, dass eine Gelehrte sich im Dunkeln zurecht findet. Es ist gut, wenn wir uns ausruhen. Ich bin ziemlich müde. Andromeda wollte ganz ehrlich sein. Das hatte sie von Galen und Deheriel gelernt, die ihr eingeschärft hatten, ihre Partner in einer Schlacht nie über ihr Befinden im Unklaren zu lassen. Was Nasi und sie gerade erlebten, ließ sich durchaus mit einer Schlacht vergleichen. Es strengt meine Flügelmuskulatur sehr an, wenn ich so lange laufe und meine Flügel dabei hochhalten muss. Nasi hatte unwillkürlich die Hand ausgestreckt, um diese Muskeln zu massieren, konnte sich aber gerade noch davon abhalten. Einen beliebigen Teil des Flügels kurz zu berühren mochte noch angehen, alles andere war viel zu intim. Eine Massage der Bögen und der wichtigen Muskulatur kam nicht in Frage, ohne dass man darum ausdrücklich gebeten wurde. Wir ruhen uns aus. Er sah sie prüfend an. Ich muss kurz etwas besorgen. Du wartest hier. Sieh zu, dass sie dich nicht fassen. Ich werde mein Bestes tun, erwiderte Injometer trocken und hielt ihr Schwert hoch. Einen Moment lang blitzten strahlend weiße Zähne auf, verzog sich makellose, zum Streicheln einladende Gesichtshaut zu einem anerkennenden Grinsen. Dann war Nasi verschwunden, als hätte es ihn nie gegeben. Die umliegenden Bäume verschluckten ihn einfach, ohne dass sich ein Blatt oder Zweig gerührt hätte. Injometer war schleierhaft, wie er das machte. Der Mann war einfach unglaublich. Raphael wusste sofort, dass es nichts Gutes bedeutete, als ihn der Ruf zu einem Kadertreffen erreichte, und zwar ausgerechnet von Titus. Ein solches Treffen war nicht geplant, irgendetwas Schlimmes musste vorgefallen sein. Sobald er Jorn ihm die Nachricht überbracht hatte, brach er die Nachtübung über dem Wasser ab, mit der er gerade beschäftigt gewesen war, und steuerte das Kommunikationszentrum des Turms an. Er flog an hell erleuchteten Hochhäusern vorbei, während es unten in den Straßen lebhaft zuging. Sirenen, hupende Autos, lautes Krachen, als ein gelbes Taxi einem anderen hinten drauf fuhr, die Nebelhörner der Schlepper auf dem Hatzen. Das alles waren vertraute Bilder und Geräusche, die bewiesen, wie sehr sich seine Stadt wieder erholt hatte. Aber der Krieg war noch lange nicht gewonnen. Elena? Sobald er auf dem Turmdach gelandet war, nahm er Kontakt zu ihr auf, denn Elena befand sich ebenfalls hier im Turm. Sie half dem jungen Isaac bei der Physiotherapie. Ich habe gleich eine Konferenzschaltung mit dem Kader. Raphael faltete die Flügel zusammen. Ich hätte gern, dass du zuhörst. Sie sollte möglichst direkt mitbekommen, wie sich das politische Klima entwickelte. Außerdem besaß seine Jägerin einen scharfen Verstand und einen ebenso scharfen Blick. Beides konnte er gut gebrauchen. Ich bin schon auf dem Weg. Er wartete nicht auf sie, denn Elena wusste auch so Bescheid und würde heimlich in den Raum schlüpfen, ungesehen von den Kameras, die ihn mit den anderen Erzengeln verbanden. Kurz bevor sich der große Bildschirm an der Wand teilte, um die Gesichter von Fawashi, Titus, Estet, Elias, Michaela, Nia und Celiane zu zeigen, nahm er aus den Augenwinkeln die leichte Armbrust wahr, die Elena sich an den rechten Schenkel gebunden hatte, und auch die Klingen an ihren Unterarmen. Sehr gut, dann konnte es ja losgehen. Auf dem Monitor fehlten lediglich Lijuan und Cherry Semnon. Lijuans Fernbleiben wunderte ihn nicht, doch Cherry Semnon hatte seit Raphaels Aufstieg kein Kadertreffen ausgelassen, ganz gleich, welche Kriege gerade geführt, welche Schlachten gerade geschlagen wurden. Wenn er sich jetzt nicht zeigte, dann untermauerte das die These, der zufolge der Erzengel des nördlichen Afrika jetzt selbst unter der schweren Krankheit litt, die er geschaffen hatte. Sollte das der Fall sein, würde er sich sicher erst nach seiner vollständigen Genesung wieder in die Öffentlichkeit wagen. Titus? Was für ein Notfall liegt denn vor? Nia hatte ihr Haar aus dem Gesicht gebürstet, im Nacken zu einem weichen Knoten zusammengefasst und sich in einen Sari aus golddurchwirkter grüner Seide gehüllt. Der Erzengel des südlichen Afrika galt allgemein als erfahren und besonnen. Er äußerte sich auf Treffen für gewöhnlich kontrolliert und gelassen, ließ seinen Gefühlen keinen Lauf. Diesmal schlug er von Anfang an lautere Töne an, man hörte deutlich, wie aufgebracht er war. Einer meiner Scouts, seine Stimme zitterte vor Wut, einer meiner Scouts ist schon seit langem mit Jeriel befreundet und wurde von ihm kürzlich zu einem längeren Besuch eingeladen. Aber als er bei Jeriel ankam, fand er dort nur Leichen. Jeriels worden. Von Jeriel selbst fand er nur noch ein Häufchen Asche und den Kopf, der oben auf diesem Häufchen saß. Titus pechschwarze Augen funkelten, als er mit schwerer Hand die vor sich stehende Urne anhob und so heftig auf die Tischplatte knallte, dass sie zerbrach und die schwarze Asche sich auf den Tisch ergoss. Seht euch das an. Bei einem gewöhnlichen Feuer sammelt von Leuten lässt den Schädel aber intakt. Ringsumfassungsloses Schweigen. Erzengel? Man ging davon aus, dass Jeriel kurz davor war, ein Erzengel zu werden, teilte Raphael seiner Gefährtin mit, vielleicht schon innerhalb der nächsten beiden Dekaden. Bist du ganz sicher? Esthets heller Spitzbart hob sich deutlich von der noch helleren Haut ab, die nie von der Sonne geküsst worden war. Wir Titus' Nasenflügel zitterten. Mein Scout schickt gleich noch Bilder, aber ich bin absolut sicher. Wenn man nach dem Zustand der übrigen sterblichen Überreste geht, hat das Ganze vor einer Woche, vielleicht vor zehn Tagen stattgefunden. Nicht lange danach wurde Injometer entführt. Elenas Denken schien eine ähnliche Richtung einschlagen zu wollen, wie das ihres Mannes. Zufall? An solche todbringenden Zufälle überliefen inzwischen die versprochenen Bilder über den Monitor. Irgendwer schnappte vernehmlich nach Luft. Jerriels halbverwester Kopf war zu sehen, die stumpf blickenden Augen mit einem weißen Film überzogen. Aufnahmen aus dem Innern seines Hauses zeigten tote Vampire und verstümmelte Engel. Alle so getötet, dass es endgültig war. Denn niemand war ganz und gar unsterblich, auch wenn viele Menschen das so sahen. Michaela sprach aus, was alle dachten, den Blick der grünen Augen unverwandt auf die von Titus mitgebrachte Asche gerichtet. Es gibt nur eine Möglichkeit, unsere Vermutung zu bestätigen. Wortlos fegte der Erzengel des südlichen Afrika die Asche zusammen und hielt sie direkt vor das Auge der auf ihn gerichteten Kamera. Jetzt gab es keine Zweifel mehr. Bei einem normalen Feuer entstandene Asche und solche, die aus einem von einem Erzengel entfachten Brand stammte, mochten sich zwar auf den ersten Blick ähneln, aber wenn man genau hinsah, erkannte man bei letzterer noch etwa ein Monat lang kleine Funken der Kraft, die das Feuer entfacht hatte. Also war es jemand aus dem Kader. Niyas Stimme klang scharf wie ein Dolch. Es war nicht misszuverstehen, wie der Erzengel von Indien dieses Massaker sah. Nur Erzengel konnten mit solcher Kraft Feuer entfachen. Dazu brauchten sie noch nicht einmal in allen Fällen Engelsfeuer einzusetzen. Aus nächster Nähe ins Visier genommen, ging ein Zielobjekt auch so in Flammen auf. Da reichte eine einfache Entladung konzentrierter Erzengel Kraft. Aber warum? Estet schüttelte sichtlich beunruhigt den Kopf. Er war doch noch kein Kader, hatte in unserer Politik nichts zu melden. Wieder musste Raphael an die entführte Gelehrte und Lijuans Pläne für Alexander denken. Vielleicht wollte sich da jemand einen Konkurrenten vom Hals schaffen, ehe dieser zu seiner vollen Reife herangewachsen war, sagte er, sorgsam darauf bedacht, nicht zu viel zu verraten. Die Allianzen im Kader befanden sich in ständigem Fluss. Vielleicht war eine der anderen Erzengel gerade eine Verbindung mit Lijuan eingegangen. Wenn das der Fall ist, solltest du auf dein Glockenblümchen aufpassen, flüsterte Nia mit seidenweicher Stimme, aus der das Gift triefte. Sonst kommen ihm auch noch Kopf und Körper abhanden. Das nehme ich erst einmal als gut gemeinten Rat. Raphael war nicht anzuhören, was er in Wirklichkeit von der Bemerkung hielt. Elias streichelte einen kleinen Puma, der gerade auf seinen Schreibtisch geklettert war, um es sich dort gemütlich zu machen. Nur eine von uns ist zu solch widerwärtigem Tun fähig. Du bist etwas voreilig, Elias, widersprach Fawashi mit leiser, stahlharter Stimme. Jeder von uns könnte sich Lijuans schlechten Ruf zunutze machen. Ein vielsagender Blick Richtung Michaela, die ihn mit kaltem Lächeln erwiderte. Jeder und jede von uns, wiederholte Fawashi. So ging die Unterhaltung noch gute zehn Minuten lang weiter, ohne dass sich die Beteiligten über mögliche Täter einig geworden wären. Immerhin beschlossen sie, die sieben über die Welt verteilten Engel zu warnen, die nach ihnen als die stärksten galten. Ilium stand nicht auf dieser Liste, hätte aber eigentlich dazugehört. Trotz Nias bissiger Bemerkung schienen sich die anderen im Kader über seine rapide wachsende Stärke nicht im Klaren zu sein. Nach der allgemeinen Konferenz unterhielt sich Raphael noch ein paar Minuten nur mit seiner Mutter, ehe er die Verbindung unterbrach. Sofort trat Elena zu ihm. Sie trug das weißblonde Haar zu einem festen Pferdeschwanz gebunden und spielte mit einer ihrer tödlich scharfen Wurfmesser, während sie zusammen mit Raphael das Bild betrachtete, das er auf dem Bildschirm eingefroren hatte. Die funkelnde Asche in Titus Hand. Verwaschi hat recht, Elena steckte ihr Messer in die dafür vorgesehene Unterarmscheide. Es hätte jeder von euch sein können, obwohl ich persönlich dich ausdrücklich von der Liste der Verdächtigen streiche. Sie stellte sich auf die Zehenspitzen und schenkte ihm einen ihrer Küsse, die mit der Wärme der Sterblichen das Eis zu schmelzen vermochte, das sich während der Konferenz in ihm eingenistet hatte. Ich würde auch Selian streichen. Deine Mutter will einfach nur mit ihren Leuten zusammen sein und in Ruhe gelassen werden. Raphael legte ihr zärtlich die Hand an die Wange und streichelte mit dem Daumen ihre Wangenknochen. Elias und ich haben in letzter Zeit fast täglich miteinander gesprochen. Die beiden Erzengel hatten beschlossen, ihre Regionen gemeinsam gegen jeden weiteren Angriff zu verteidigen. Er kann es auch nicht gewesen sein, denn er hat sein Außerdem ist er als Mann von Ehre zu einem solch feigen hinterhältigen Tun gar nicht in der Lage. Das sagt mir zumindest mein Instinkt. Elena schmiegte sich an ihn. Auch bei Estet und Nia kann ich mir nicht vorstellen, dass sie so etwas tun. Bei Estet sehe ich das ähnlich. Er hält sich gern so weit wie möglich aus allen Konflikten heraus. Der Erzengel, der die Inseln im Pazifik regierte, hatte sich der Koalition gegen den Erzengel von China erst angeschlossen, nachdem Lijuan es gewagt hatte, ihre widerwärtigen Wiedergeborenen über sein Territorium fliegen zu lassen. Und Nia, naja, sie ist ganz Königin. Sie würde es als unehrenhaft betrachten, einen jüngeren, schwächeren Engel in dessen eigenem Heim in einen Hinterhalt zu locken und zu ermorden. Michaela sah vorhin überraschend normal aus. Elena kniff die Augen zusammen. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass ihr Hörner gewachsen seien oder so etwas in der Art. So bedeckt, wie sie sich in letzter Zeit gehalten hat? Es hat sie ja niemand mehr zu Gesicht bekommen. Sie runzelte nachdenklich die Stirn. Nur sie ließ Raphael stehen, um sich dem Bildschirm zuzuwenden. Zeichnet das Ding hier eigentlich auch auf? Natürlich. Er zeigte ihr, wie sie die Aufzeichnungen abspielen konnte. Möchtest du Michaela sehen? Ja. Elena ließ sich Zeit und sah sich sämtliche Bilder zweimal an. Mist, flüsterte sie endlich entsetzt. Sieh sie dir an. Irgendwie sieht sie aus wie Beth, als sie schwanger war. So zerbrechlich. Raphael hatte nie viel Zeit mit Elenas Schwester verbracht, die sich schrecklich vor ihm fürchtete, hatte aber in seinem langen Leben genügend schwangere Sterbliche und Unsterbliche gesehen, um Vergleiche anstellen zu können. Jetzt, da Elena ihn darauf hingewiesen hatte, fiel ihm auf, wie zart Michaelas Haut geworden war. Und sie hatte während der gesamten Telefonkonferenz nicht einmal ihre körperlichen Reize spielen lassen. Im Gegenteil. Sie, die ihren Körper sonst so gern als Waffe einsetzte, hatte heute lediglich Kopf und Schultern gezeigt. Michaela könnte tatsächlich schwanger sein, überlegte er. Oh nein, Elena stieß einen Pfiff aus. Glaubst du, sie hat sozusagen das Terrain vorbereitet, als sie uns damals eine Schwangerschaft vorspielte? Damit alle glauben, sie lügt wieder, wenn es dann wirklich passiert? Raphael schüttelte den Kopf. Das glaube ich nicht. Schwangerschaften kommen bei Unsterblichen so selten vor, dass sie nicht genau geplant werden können. Ich halte etwas ganz anderes für ihr wahrscheinlich. Er hatte gerade daran denken müssen, wie er nach der Auseinandersetzung mit Uram die schwer verletzte Michaela gefunden hatte. Mit einem rot glühenden Feuerball in ihrem aufgerissenen blutenden Brustkorb, dort, wo ihr Herz hätte sein sollen. Wir wissen nicht, was Uram ihr wirklich angetan hat, aber vielleicht dringen die Folgen davon jetzt nach außen. Können wir uns Gewissheit darüber verschaffen? Elena schüttelte den Kopf. Nein, können wir nicht. Wenn sie sich versteckt, weil sie sich verletzlich fühlt, dann sollte man sie in Ruhe lassen. Elena schluckte heftig. Ich werde nie vergessen, wie sie in der Nacht in der Zuflucht ausgesehen hat, als Sam entführt wurde. Ich frage mich schon seit langem, ob nicht vielleicht der Verlust ihres Kindes sie so berechnend und herzlos werden ließ. Rafaels Herz war lange nicht so weich wie das seiner Gemahlin. Er glaubte nicht, dass das Muttersein Mikaela damals verändert hatte oder zukünftig verändern würde. Wenn sie jedoch schwanger war, dann wünschte er ihrem Kind, es möge nichts von Urams Gift in sich tragen. Sollte sie schwanger sein, könnte das ein weiteres Ereignis sein, das mit der Kaskade zusammenhängt. Er musste daran denken, wie Illium um die Kontrolle über seinen Körper rang, der viel zu schnell, viel zu stark zu werden drohte. Elena lehnte sich mit einem leisen Seufzen an seine Brust. Hast du was von Jason oder Nasie gehört? Er legte einen Flügel um sie. Ja, Jason hat Lijuans Territorium unbehelligt verlassen können. Er ist mit einer verwundeten Geisel unterwegs. Eine Frau, die lange als tot gegolten hatte. Leider noch keine Nachricht von Nasie und der Gelehrten. Elena ergriff seine Hand. Nasie kommt überall durch. Das sagte sie im Brustton der Überzeugung, konnte aber eine gewisse Besorgnis doch nicht verbergen. Raphael dachte an die schwarze Asche in Titus Hand. Sie hatte ja recht, wenn sie sich Sorgen machte. Nasie war stark, schnell und sehr intelligent, aber er befand sich zurzeit mitten in Feindesland. Und zwar im Land einer Feindin, die sich nicht an die unter Nasie war wieder einmal unterwegs. Er hatte den kaum wahrnehmbaren Duft menschlicher Nahrung in der Nase, dem er bis zu einer winzigen Siedlung am Flussufer folgte. Nur drei Häuser standen hier, jeweils in einem großzügigen Abstand zueinander, zwei davon mit einem kurzen Steg hinter dem Anwesen, an dem jeweils ein kleines Fischerboot lag. Das am weitesten von Nasie entfernt liegende Haus war eindeutig bewohnt. Aus dem Schornstein drang Rauch, der Garten war ordentlich bestellt und von hier stammten auch die Essensdüfte, denen er gefolgt war. Auf der Veranda des Hauses daneben saßen eine Frau und ein Mann und nahmen aus kleinen Schalen ihr Frühstück zu sich. Beide hatten braune, von vielen lustigen Falten durchzogene Gesichter, die schrumpeligen Walnüssen glichen und sahen so aus, als hätten sie im Leben viel zusammengelacht. Nasir lächelte. Auch er würde gern den Rest seines Lebens mit seiner Gefährtin zusammen lachen. Was war mit dem dritten Haus? Er schnupperte, konnte aber keine neuen Gerüche entdecken. Vorsichtig, damit keiner der Sterblichen ihn sah, schlich er sich hinter den bewohnten Häusern entlang bis zu dem dritten, wo er Kein Herzschlag, kein Atemzug. Die Tür öffnete sich problemlos, als er am Knauf drehte. Innen schien das Haus leer, aber sauber. Er stieß auf ein Bett und in einem Schrank sogar auf Laken. Er fand Teller und Tassen und allerhand andere Gerätschaften, jedoch keinerlei Anzeichen dafür, dass das Haus in jüngster Zeit bewohnt gewesen wäre. Nirgendwo Nahrung, auf der Leine Befegt und Kalt, als er die Hand auf die Steine legte. Wahrscheinlich wurde dieses Haus nur noch als Jagdhütte oder von Angelausflüglern genutzt. Der Tisch auf der hinteren Veranda roch schwach nach totem Tier und Fischblut. Die anderen Häuser wirkten allein schon der üppigen, blühenden Gärtenwegen bewohnt, wogegen hier in den Beeten nur Gras und Unkraut wucherte. Weiteres Stöbern förderte in einem Schuppen ein kleines Boot zutage, das so als habe es sein Besitzer schon für den Winter fertig gemacht. Ja, in diesem Haus konnten sie sich verstecken. Hier hörte er sofort, wenn sich jemand der Tür näherte und konnte entsprechende Maßnahmen treffen. Lautlos schlich er sich wieder davon, zurück zu Andromeda, die er an dem Platz, an dem er sie zurückgelassen hatte, erst nicht entdeckte, obwohl er sie riechen konnte. Wie klug sie doch war, die kleine Gelehrte. Grinsend legte er den Kopf in den Nacken, sah nach oben und entdeckte sie wie erwartet auf einem Ast. Ich habe ein Versteck für uns gefunden, rief er zu ihr hoch. Andromeda kletterte Behände vom Baum. Ich muss etwas essen, bekannte sie kleinlaut. Ich verbrauche viel mehr Energie als sonst, und ich bin zu jung, um lange ohne Nahrung auskommen zu können. Das hatte sich Nase schon gedacht. Wenn Andromeda nicht genug aß, würde sie immer schwächer werden, weil sich ihr Körper selbst verzehrte. Ich habe einen Plan, er winkte ihr, ihm zu folgen. Sei einfach mein Schatten. Für einen Schatten war sie viel zu laut, aber das spielte keine Rolle, denn als sie in dem Dörfchen ankamen, waren die Fischerboote von den Anlegestellen der bewohnten Häuser verschwunden, und alles war ruhig. Noch einmal untersuchte er allein still und leise alle drei Häuser, um ganz sicher zu sein, dass niemand im Dorf geblieben war, oder seit seinem ersten Besuch Andromeda in die Jagdhütte. Bleib hier, bat er sie, indem er ein kleines Messer einsteckte, das er auf dem Küchentisch entdeckt hatte. Ich besorge etwas zu essen. Andromeda schüttelte den Kopf. Wir dürfen diese Leute nicht bestehen, sie haben doch selbst kaum genug. Ich stehle ihnen nichts, vertrau mir. Okay, da hinten steht eine Angel. Ich könnte versuchen, uns einen Fisch zu fangen, solange du fort bist. Nein, das geht nicht. Man könnte dich sehen. Andromeda schnitt eine Grimasse, widersprach aber nicht. Pass auf dich auf. Ich halte nach dir Ausschau. Nach einer allerletzten Runde, um wirklich sicher zu sein, dass sich niemand außer ihnen in der Gegend auffielt, lief Nasie mit Höchst Geschwindigkeit los. Er brauchte gar nicht lange, um zu finden, wonach er suchte. Doch erst, als er wieder in der Tür stand, die Andromeda ihm geöffnet hatte, wurde ihm klar, dass er ihr Fleisch besorgt hatte. Er war so stolz gewesen, für ihre Nahrung sorgen zu dürfen, wie hatte er die Sache mit den Frauen und dem Fleisch vergessen können. Frauen mochten es nicht, wenn er ihnen Fleisch brachte. Damit hatte er doch nun hinreichend Leute nie leiden. Diese Tiere ernährten ihn, er war ihnen dankbar. Als Raubtier musste er jagen, musste er fressen, so hatte es die Natur eingerichtet. Allerdings jagte er keine seltenen Arten, er wollte nicht, irgendwelche Wesen vom Antlitz der Welt verschwanden. Als er nun sah, wie Andromeda das tote Kaninchen anstarrte, wurde ihm ganz mulmig. Er hätte es mit Angeln versuchen sollen, auch wenn das keine besonders wirksame Art der Nahrungsbeschaffung war, wenn man Fisch überhaupt als Nahrung bezeichnen wollte. Ehe er sich irgendwie rechtfertigen konnte, um zu verhindern, dass Andromeda anfing zu schreien, sagte sie völlig gelassen, schön, du hast etwas erwischt. Meinst du, wir können hier drinnen ein Feuer anzünden, ist das sicher? Strom scheint es ja nicht zu geben. Er folgte ihr ins Haus, wo er seine Beute auf den Küchentisch schlägte. Ich glaube, das geht, stimmte er vorsichtig zu, noch war er sich nicht sicher, ob Andromeda nicht doch wütend werden würde, weil er Fleisch gebracht hatte. Warum sollten die Soldaten da oben sich Gedanken machen, wenn hier Rauch aus einem Schornstein steigt? Nur die Nachbarn werden wissen, geschickt schichtete sie kleine Holzstücke und Scheiter aufeinander, die sie in einem Korb neben dem Ofen gefunden hatte, und entfachte ein Feuer. Da er das Ergebnis seiner Jagd bereits abgezogen, ausgeweidet und gesäubert hatte, brauchten sie es nur noch auf den Spieß zu stecken, der extra dafür im Kamin angebracht war. Nasir seufzte heimlich, als er mit ansehen musste, wie frisches, sauberes Fleisch völlig grundlos angesenkt wurde, doch er hielt sich zurück. Roh würde Injomeda das Fleisch bestimmt nicht essen wollen. Sie hatte ihre Sachen und sein Hemd neben dem Ofen zum Trocknen ausgebreitet und drehte nun gekonnt den Spieß. Du warst schnell, lobte sie ihn. Ich brauchte nicht lange zu suchen. Er hatte das Tier schon auf seinem ersten Erkundungsgang gerochen. Ich nahm den Alten ein Junges, denn das hätte das Ökosystem gestört, zu dem er selbst doch auch gehörte. Mein Dank an den Jäger und mein Dank an das Wesen, das sein Leben aufgab, damit wir leben können. Nachdenklich betrachtete Nasir das Profil der Frau, die neben ihm saß. Du bist eine Gelehrte, sagte er. Irgendwie verstand sie, worauf er hinaus wollte. Aber ich wuchs nicht als solche auf. Meine Eltern wohnen in einem sehr wilden Teil von Cherisemnons Territorium. Nasir bläckte die Zähne, als der Name des ihm verhassten Mannes fiel. Andromeda nickte nur. Du hast ja recht, er ist widerlich, ein scheußliches Zerrbild dessen, was ein Erzengel sein sollte. Andromedas Ton ließ Nasir aufhorchen. Hat er dich angefasst, als du ein Semnons Gelüste. Der Erzengel teilte bevorzugt mit Mädchen das Bett, die noch nicht voll erblüht waren. Andromeda schauderte. Nein, er hat mich nur angesehen. Ganz schrecklich. Es war ein Gefühl, als würden mir Spinnen über die Haut kriechen. Sie schüttelte sich. Wie dem auch sei, meine Eltern verwalten ein entlegenes Gebiet für ihn. Ausgedehnte, unwegsame Ländereien, voller wilder, freier Lebewesen. Wie anders sie jetzt klangen, so voller Sehnsucht nach der geliebten, weit entfernten Heimat. Als ich aufwuchs, bekam ich die Natur eigentlich immer nur in ihrer ursprünglichsten, aber auch härtesten und rücksichtslosesten Art zu sehen, fuhr sie fort. Es gab Raubtiere und deren Beute. Der Löwe jagt die Antilope, bis sie nicht mehr kann, der Gepard jagt die Gazelle. So ist die Welt nun mal, das sind die Gesetze der Natur. Nur wer jagt, ohne Nahrung zu brauchen, der bringt diese Ordnung durcheinander. Nasir, der sich wesentlich behaglicher fühlte, seit seine Hose in der Nähe des warmen Ofens zu dampfen begonnen hatte, weil sie endlich richtig trocknen konnte, genoss die Wärme auf der bloßen Brust und streckte die Beine aus. Ich bin froh, dass du keine Vegetarierin bist. Er kannte Gelehrte, die nur Grünblättriges aßen und fand sie faszinierend. Er schaffte das schon, nur von Grünzeug zu leben. Neben ihm saß eine Frau, die noch köstlicher duftete als das Fleisch, das sie über dem Feuer drehte und die die wunderschönsten, nicht zu bändigenden Haare besaß, an denen er unbedingt seine Wange reiben wollte. Diese Frau lachte gerade leise und wollte von ihm wissen, ob er Blut brauche. Nasir dachte nach. Er würde ein bisschen von dem Fleisch essen, auch wenn es gebraten war, und er hatte auf dem Weg zu Lijuans Festung ausreichend getrunken. Im Moment nicht, antwortete er daher, erlaubte sich jedoch einen Blick auf den Puls an ihrem Handgelenk. Er hüpfte wie wild. Prom trägte sich seine Erektion und wollte hart werden. Er zwang sich weg und in die Flammen zu sehen. Noch nicht und nicht von dir, erklärte er heiser, hätte er doch nichts lieber getan, als sie auf den Boden zu werfen, um Fangzähne und Erektion gleichzeitig in ihr zu versenken. Du brauchst deine Kraft. Ich finde schon jemand anderen. Dazu sagte Andromeda nichts, wirkte aber ein wenig steif in den Schultern, als sie sich über den Braten beugte, um zu schauen, wie weit er war. Es dauerte nicht mehr lange, bis sie essen konnten. Das taten sie mehr oder weniger schweigend. Obwohl er ihr die besten Stücke vorgelegt hatte, redete sie nicht so mit ihm, wie sie es vorher getan hatte. Er also beschloss er, einfach das Thema zu wechseln. Hast du deine Gelübde abgelegt, weil deine Eltern ihren Drang, sich zu Paaren nicht beherrschen konnten? Andromedas Kopf flog hoch. Sie war so blass geworden, dass sich ihre Sommersprossen lebhafter als sonst von ihrer Haut abhoben. Schweigend verzehrte sie das letzte Stück Fleisch, stand auf, reinigte Teller und Besteck, ging zum Bett, das er mit den Laken aus dem alten Schrank bezogen hatte, legte sich hin und schloss die Augen. Nasir, der ihr auf keinen Fall mit weiteren Fragen unabsichtlich wehtun wollte, aß ebenfalls schweigend auf, um sich danach ans Fenster zu stellen. Von hier aus konnte er wache halten, während sie schlief. Zum Teil ja, meldete sich ungefähr zehn Minuten später vom Bett her eine leise Stimme. Zum Teil beruht meine Entscheidung auf dem Verhalten meiner Eltern, aber nicht allein. Nasir wartete, er konnte sehr geduldig sein, wenn er wollte. Manchmal, wenn er es auf ein sehr wachsames Beutetier abgesehen hatte, regte er sich stundenlang nicht. Andromeda richtete sich auf und schlang die Arme um die Knie. Es liegt an mir, bekannte sie heiser. Sie sah ihn an. Ich werde von denselben fleischlichen Begierden getrieben wie meine Mutter. Auch du möchtest dich mit vielen verschiedenen Leuten paaren? Nasir bemühte sich sehr nicht zu knurren, obwohl er natürlich nichts lieber getan hätte. Er persönlich gedachte, seine Gefährtin ganz für sich allein zu haben. Natürlich würde er sie befriedigen, so oft sie es wollte, aber außer ihm sollte niemand sie anfassen dürfen. Andromeda schluckte. Ich fürchte, dazu wird es kommen, wenn ich diesem Drang in mir nachgebe. Du fürchtest das? Nasir hatte Mühe zu verstehen. Hast du es nicht ausprobiert? Hast du noch nie mit jemandem geschlafen? Nein. Das konnte Nasir nicht nachvollziehen, so viel war Andromeda klar. Er war ein so lebendiges, durch und durch sexuelles Wesen, in dessen Nähe die Bedürfnisse, die sie vor langer Zeit energisch verbannt hatte, mit Macht darum kämpften, wieder aufwachen zu dürfen. Ihr Körper wollte sich an Nasir reiben. Sie wollte wissen, wie er schmeckte, wollte, dass er fuhr, wie sie schmeckte. Nasirs Stirnrunzeln wich nun doch einem Knorren. Er gab seinen Posten am Fenster auf und kauerte sich vor Andromeda auf das Bett. Sofort setzte sie sich so hin, dass ihre Beine über die Bettkante baumelten, denn wenn sie nicht aufpasste, konnte ihr Nasir direkt zwischen die Beine schauen. Wo sie nackt war, denn ihr Slip hing noch am Ofen, obwohl der dünne Stoff inzwischen sicher trocken war. Tut es nicht weh, allein zu sein? Nasir legte den Kopf schräg, wie er es gern tat, und die Silberhaare folgten dieser Bewegung. Ich mag gestreichelt werden. Magst du denn nicht gestreichelt werden? Seine Ehrlichkeit verlangte eine ebenso ehrliche Antwort. Ich habe mich dazu erzogen, es nicht zu brauchen. Das war brutal gewesen, denn eigentlich war Injomeda von Natur aus dazu geschaffen, ihre Gefühle auszuleben. Deswegen habe ich angefangen, mit dem Schwert zu trainieren, um meine sexuelle Energie in beherrschte Kraft umzulenken. Doch nicht in die von ihren Eltern praktizierte perverse Art von Gewalt. Kämpfen ist ein bisschen so wie Paarung. Nasirs Augen glänzten, nicht genauso, aber das Blut gerät in Wallung. Mich törnt es an. Sofort wanderte ihr Blick nach unten, aber nicht lange, dann hatte sie sich wieder im Griff. Was ging es ihr an, ob der Mann vor ihr erregt war oder nicht? Lust Lust ist eine Droge erklärte sie ernsthaft. Man wird von ihr abhängig, bis man nicht mehr selbst über sein Leben bestimmen kann, bis Lust allein nicht mehr reicht und die Suche nach Neuem immer brutaler wird. So ist das jedenfalls bei den Mitgliedern meiner Familie. ihr. Aber deine Eltern paaren sich doch nicht nur, wandte Nazir ein, sie machen doch auch noch andere Sachen, immerhin verwalten sie ein Gebiet. Ein sehr entlegenes und nicht besonders wichtiges. Cherry Semnon mochte abartige sexuelle Gelüste haben, war aber nach wie vor ein Erzengel und beleibe kein Narr. Er wusste genau, dass weder seine Tochter noch ihr wichtige Ecke seines Territoriums geschickt. Außerdem gibt es zwei Verwaltungsfachleute, die sehr selbstständig arbeiten und das seit geraumer Zeit auch tun, fuhr Indromeda fort. Die betreffenden Zwillinge waren schon lange vor der Geburt von Indromedas Eltern dagewesen und hatten die anfallende Arbeit erledigt. Meine Eltern verfügen über ausreichend Kraft, um sich bei Bedarf an der Verteidigung des Territoriums zu beteiligen und können dann auch gefährlich werden. Ansonsten Indromeda faltete die Hände und drückte sie fest zusammen, denn sonst hätte sie womöglich doch noch eine Hand ausgestreckt, um mit Nasies Haaren zu spielen. Ansonsten sind sie zügellos und leben seit ihrer Jugend eine unglaublich brutale Sexualität aus. Da ihre Mutter aus einer prominenten Blutlinie stammte, wurde alles, was sie tat, niedergeschrieben und deshalb kannte Indromeda genügend Geschichten, die das verwerfliche Tun ihrer Eltern zeigten. Wenn sie ihre Begierden nicht im Griff haben, sind sie schwach. Nasies Blick traf Andromeda wie ein greller Blitz, der bis in ihr Innerstes hinein, All alle ihre Geheimnisse auszuleuchten und ans Licht der Öffentlichkeit zu holen schien. Aber eine Frau, die seit Hunderten von Jahren erfolgreich ihre natürlichen sexuellen Bedürfnisse unterdrückt, ist nicht schwach. Andromeda hielt die Luft an. Am liebsten hätte sie jedes seiner Worte eingefangen und an ihre Brust gedrückt. Ich muss mich ständig unter Kontrolle haben, gab sie zu. Nasie zuckte die Achseln. Und ich muss mich ständig unter Kontrolle haben, damit ich mich wie ein Mensch benehme. Bitte nicht, platzte es da aus ihr heraus. Bei mir brauchst du dich nicht zu verstellen. Er schnappte nach ihr und grinste, als sie wieder einmal kurz zusammen zuckte. Ich denke, du willst, dass ich mich halbwegs zivilisiert aufführe. Himmel, das hab ich ein einziges Mal gesagt, weil ich wütend war. Sie gab ihm einen Klaps auf die nackte, warme Schulter und er lachte laut. Och, lass das! Du erreichst noch, dass ich mich total unzivilisiert benehme. Nasies Augen leuchteten auf. Wunderbar! Er sprang auf. Ich muss wache halten. Ruh dich aus und denke über Alternativen nach. Versuch nicht, mich herum zu kommandieren, fauchte sie seinen Rücken an, als er schon wieder am Fenster stand. Ich mache, was ich will, wenn wir nicht gerade durch feindliches Gebiet schleichen. Er warf ihr über die Schulter hinweg einen belustigten Blick zu. Schlaf, sonst fällst du das nächste Mal vom Baum, wenn du dich da verstecken willst. Und das mit dem das er geschickt und mit einem fröhlichen Lachen auffing, die Krallen sichtbar ausgefahren. Wie frech er war, fast schon unverschämt, und er bereute sein Benehmen noch nicht einmal. Um Andromedas Lippen zuckte es leicht, als sie sich auf das Bett zurückfallen ließ und das Betttuch bis zum Kinn hoch zog. Sie befahl ihrem Kopf, sie in ein paar Stunden zu wecken, denn auch Nasir sollte sich ausruhen dürfen. Er war älter und stärker als sie, musste aber trotzdem von Zeit zu Zeit ruhen. Und er brauchte Blut. Als sie sich vorstellte, wie er bei einer anderen Frau trank, sank ihre Stimmung sofort wieder. Sicher war das der natürliche Lauf der Dinge. Nasir war ein sexuelles Wesen, Frauen fühlten sich zu ihm hingezogen. In seinem Leben gab es keinen Platz für eine Gelehrte, die ein Keuschheitsgelübde abgelegt hatte, ohne zu ahnen, was es hieß, sich nach jemandem zu sehnen. Jemanden zu brauchen, bei einem Blick in silberne Augen innerlich zu schmelzen und dabei in eine Zukunft zu sehen, die wesentlich spannender und außergewöhnlicher zu sein schien als die, die ihre Blutlinie für sie festgeschrieben hatte. Nach Einbruch der Nacht verließen Injomeda und Nasie die Hütte, beide hatten all ihre mittlerweile trockenen Kleidungsstücke wieder angezogen, aber da Injomedas Pantoffeln sich inzwischen vollständig aufgelöst hatten, hatte sie auf Nasies Rad hin ein Laken zerschnitten und sich die daraus gewonnenen Leinenstreifen um die Füße gewickelt. Dafür hatte sie sich das älteste Laken im Haus ausgesucht, eins, das aussah, als sei es im Schrank vergessen worden. Sie hatte gegessen, sie hatte geschlafen, ihre Füße waren so weit geschützt, dass sich nicht mehr gleich jeder Stein in ihre Sohlen bohrte. Nun würde sie wieder stundenlang laufen können. Warum hast du mich eigentlich gerettet, erkundigte sie sich irgendwann ehrlich interessiert bei Nasie. Jessamy weiß über meine Forschung Bescheid. Ich habe ihr eine Kopie meiner Arbeit zur übergeben. Silberne Augen funkelten sie wütend an. Warum beleidigst du mich? Als ihr Nasie nach dieser Bemerkung einfach den Rücken zukehrte und weiter ging, murrte sie ungehalten und stupste ihn mit der Schwertspitze zwischen den Schulterblättern an. Nicht zu kräftig, immerhin wollte sie diese wunderbare, zum Streicheln einladende Haut ja auf keinen Fall verletzen. Doch er sollte es spüren. Das war eine völlig normale und berechtigte Frage. Ich bin erst Studentin und gehöre zu keinem Hof. Das mit dem Hof war gelogen, aber sie hatte sich nun einmal entschieden, mit dieser Lüge zu leben und würde es in den letzten ihr in Freiheit verbleibenden Tagen auch weiterhin tun. Jessamy gehört genauso wenig zu einem Hof und doch zu allen Höfen. Als sie anstalten machte, ihn noch einmal die Schwertspitze fühlen zu lassen, zischte er sie an. Pass auf, wen du hier stichst, sonst beiße ich zu. Andromedas Schenkel spannten sich an, hastig versuchte sie nur noch an kalte und ganz und gar nicht sinnliche Dinge zu denken, denn anscheinend hatte sich ihre Selbstbeherrschung verabschiedet. Sie lief schneller, wollte der Begierde davonlaufen, die sich wie ein Dieb unter ihrer Haut geschlichen hatte. Aber er hielt mühelos mit ihr Schritt, schnupperte, grinste bis über beide Ohren. Ehe er etwas sagen konnte, hatte sie schon warnend das Schwert gehoben. Ein falsches Wort und ich ramm es dir in die Kehle, warnte sie. Du würdest mir wehtun? Du bist ein sechshundert Jahre alter Vampir, du erholst dich schon wieder. Er lachte, zeigte Zähne und so liefen sie weiter. Es dauerte eine halbe Ewigkeit, bis Andromeda ihren Körper wieder halbwegs im Griff hatte, wenn sie dem Zustand auch nicht traute. Sie brauchte Nasie nur zuzusehen, wie er lief, sie brauchte nur seinen Duft in die Nase zu bekommen, er brauchte nur mit dieser tiefen, leicht knurrenden Stimme etwas zu sagen, die jedes Wort wie eine raue Liebkosung klingen ließ, und schon verlangte der sinnliche Teil ihres Wesens zitternd nach Aufmerksamkeit. So ging sie immer schneller, trieb sich an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit. Drei Stunden später entdeckte Nasie ein Fahrzeug, aber Enjomedas Flügel wollten einfach nicht hineinpassen, so sehr sie sich auch abmühte. Also gingen sie zu Fuß weiter, bis erneut die Morgenröte durch die Bäume schimmerte. Diesmal rasteten sie im Schatten eines Berges, wo sie abwechselnd ruhten, während über ihnen die Sonne brannte. Die Suchtrupps am Himmel schienen sich zurückgezogen zu haben, doch Nasie und Injomedar konnten es sich nicht leisten, in ihrer Wachsamkeit nachzulassen. Die Grenze war nicht mehr weit. Wenn jetzt irgendwelche Dorfbewohner sie entdeckten, dann würden sich gleichzeitig Truppen aus der Festung und Grenztruppen auf sie stürzen, und sie säßen unter Umständen ernsthaft in der Klemme. Injomedar hielt Wache, sah Nasie beim Schlafen zu und achtete darauf, dass ihr nur ja kein Geräusch, kein Lebenszeichen Fremder entging. Irgendwann hielt sie es beim besten Willen nicht mehr aus. Sie streckte die Hand aus und berührte mit den Fingerspitzen seine Haare, die sich kühl und seidig anfühlten, noch viel weicher, als sie es für möglich gehalten hätte. Wie gern würde sie, da schoss Nasies Hand hoch und packte sie am Handgelenk. Was machst du da, Andy? Andy? Das war nun wirklich kein Name für einen Engel, aber er gefiel ihr. Ich fasse dein Haar an, gestand sie. Wie hätte sie es auch leugnen können, sie war ja auf frischer Tat ertappt worden. Laut gähnend ließ er ihr Handgelenk los. Das darfst du. Sofort schien er wieder eingeschlafen zu sein. Obwohl sie ihm das nicht ganz abnahm, streckte sie erneut die Hand aus und fuhr mit den Fingern durch die wunderbar weichen Strähnen. Nasie wachte nicht auf. Er rührte sich nicht einmal, obwohl sie die ganze Zeit über das Gefühl hatte, eins seiner Augen sei selbst im Schlaf offen. Wie bei einer großen Katze, einem Tiger. Er hatte ja sogar Streifen wie ein Tiger. Wie bitte? Andromeda kniff kopfschüttelnd die Augen zusammen. Als sie sie wieder aufmachte, sah sie immer noch Streifen auf Nasies Gesicht und den Armen. Das Muster der Zweige und Äste des Baums, unter dem sie lagen? Sie sah hoch, konnte jedoch nichts entdecken, was ihr die schattenhaften, golddurchwirkten Streifen auf seiner tiefbraunen Haut erklärt hätte. Was bist du, flüsterte sie, auch diesmal wachte Nasie nicht auf, oder falls doch, dann hatte er beschlossen, seine Geheimnisse für sich zu behalten. Sie saß noch lange da und streichelte seine Haare, denn das bereitete ihr eine bis tief in ihr Innerstes reichende Freude. Als würde sie ein wildes Tier kraulen, das Vertrauen gefasst und beschlossen hatte, einen Menschen nah an sich heranzulassen. Nein, gezähmt war Nasie nicht. Wer das annahm, machte einen entscheidenden Fehler, den er oder sie früher oder später bereuen würde, doch er hatte beschlossen, sie zu mögen. Das würde sich ändern, sobald sie gezwungenermaßen ihre Stellung an einem Hof annahm, der dem von Nasies Erzengel feindlich gegenüber stand. Das war unvermeidlich. Ihr Herz fühlte sich an, als würde es eine riesige Metallfaust zusammendrücken. In dieser Nacht musste Nasie trinken. Er ließ Enjomeda in einem dichten Waldstück in der Nähe eines Weilers zurück, schlich sich in das Dorf, suchte sich seine Beute, trank und verschwand wieder. Alles in allem hatte die ganze Aktion nicht mehr als sechs Minuten in Anspruch genommen, aber selbst die kamen ihm viel zu lang vor. Natürlich konnte Enjomeda sich verteidigen, wenn es darauf ankam, das war es nicht, und er hatte trinken müssen, sonst wäre er nicht mehr in der Lage, sie zu beschützen. Es wäre also gar nicht anders gegangen. Trotzdem hatte er kein gutes Gefühl wieder war Enjomeda nicht an der Stelle, an der er sie zurück gelassen hatte, doch es war kein Problem, ihre Spur aufzunehmen und bis zu einem schmalen Fluss ganz in der Nähe zu verfolgen. Dort stand sie, mit dem Gesicht zum Wasser, die Schultern steif, die hübschen Flügel, die an die eines Vogels erinnerten, so säuberlich zusammengefaltet, dass nicht eine Federspitze den Boden berührte. Fertig? fragte sie, ohne sich umzudrehen. Ja. Sie kam zu ihm, und so setzten sie ihre Reise Seite an Seite fort, aber er spürte, irgendetwas nicht stimmte. Nur was? Wenn nötig, streifte er sich doch jederzeit die Haut der Zivilisation über, das hatte er ihr doch ausreichend bewiesen, und so verhielt er sich auch den Frauen gegenüber, die ihn bei sich trinken ließen. Nicht eine von denen, mit denen er im Bett gewesen war, hatten ihn in einer Haut erlebt, die auch nur annähernd seine echte Haut gewesen war. Sie kannten lediglich den coolen, kultivierten Avatar, der ganz nach Belieben tiefe Ängste, Urängste in ihnen weckte, was ihre Lust nur noch steigerte. Ein Spiel, sicher. Andererseits auch kein richtiges Spiel, sondern eine Art Lüge, denn Nasir war das Verhalten, das er Frauen gegenüber inzwischen an den Tag legte, nicht in den Schoß gefallen. Es entsprach nicht seinen Instinkten. Er hatte gelernt, sich so zu verhalten, weil die Frauen ihn sonst nicht in die Nähe ihres weichen Körpers mit der zarten Haut ließen. Verstell dich nicht vor mir. Andromeda schreckte zurück, wenn er aus Spaß nach ihr schnappte, aber nicht, wenn es darauf ankam. Wenn es darauf ankam, zuckte sie nicht mit der Wimper. Sie hatte sich über das Fleisch gefreut, das er ihr gebracht hatte, er hatte sie mit ausgefahrenen Krallen berühren dürfen, sie hatte ihn nie ängstlich und voller Widerwillen angestarrt, weil er nicht so war wie andere Männer. Im Gegenteil, sie sah ihn an, als würde sie ihn gern streicheln und beißen und mit ihm spielen. Nur heute Nacht nichts. Heute sah sie ihn gar nicht an. Ich habe mir einen Mann ausgesucht, sagte Nasir. Andromeda stolperte über irgendwas auf dem Weg, hatte sich jedoch schnell wieder gefangen. Oh. Es folgte eine lange Pause. Dann Ich hätte nicht gedacht, dass du Männer auf diese Weise magst. Ihre Stimme klang dünn und gepresst, als fehle ihr die Luft, weil sie nicht richtig atmete. Nahrung ist Nahrung. Solange es nicht krank war wie das, was in den Adern von Lijuans wiedergeborenen floss, hielt ihn jeder Art von Blut am Leben. Andromeda warf ihm einen schneidenden Blick zu, den Nazi erst einmal vergnügt registrierte, bewies dieser Blick doch, dass seine Gefährtin Krallen besaß. Doch dann wurde er wütend. Wieso fuhr sie diese Krallen bei ihm aus? Er hatte doch gar nichts falsch gemacht. Ich habe die Frauen in der Zuflucht reden hören, wie sinnlich es ist, wenn du bei ihnen trinkst, sagte Andromeda. Nazi zuckte die Achseln. Wenn eine Mahlzeit kooperiert, ist es besser, als wenn sie das nicht tut. Wenn er Fleisch brauchte, ging er jagen, fing sich eine Beute. Blut trank er nur bei denen, die damit einverstanden waren. Aber die Mahlzeiten in der Glauben die denn, wie viel Blut ich trinken kann? Andromeda blieb stehen, um ihn kopfschüttelnd anzustarren. Sie hatte ihre Locken wieder in einem Zopf gebändigt, aber aus ihren Augen sprühte Wildheit. Und dann fing sie an zu lachen, wobei sie sich die Hand vor den Mund hielt, denn ihr Lachen war nicht besonders leise. Fasziniert sah er ihr dabei zu, mochte weil sie sofort wieder lachen musste. Also wartete er einfach ab, denn irgendwann musste sie ja müde werden und freute sich, weil sie sich freute. Was ist denn so witzig, erkundigte er sich, sobald sie nur noch vereinzelt kichern musste. All diese Frauen, Andromeda flüsterte, schon wieder hatten sich um ihre Augen Lachfältchen gebildet. Jede gibt damit an, dass du bei ihr das lassen sie zumindest durchblicken. Und für dich sind sie nur eine Mahlzeit. Diesmal krümmte sie sich vor Lachen, als es wieder losging und ihre Schultern zuckten heftig, weil sie sich Mühe gab, nicht allzu laut zu werden. Obwohl es gleichgültig gewesen wäre, denn außer Nasir befand sich niemand in der Nähe. Grinsend streichelte er ihre Flügel, unglaublich froh darüber, diese freche, witzige Seite an ihr entdeckt zu haben. Sie schmecken unterschiedlich. Ihr Blut, meine ich, erklärte er. Ich glaube, das liegt daran, wie sie sich ernähren. Ich mag Abwechslung. Als würde man verschiedene Restaurants besuchen, weißt du? Andromeda wälzte sich inzwischen vor Lachen auf dem Boden, Tränen in den Augen. Hör auf, keuchte sie hilflos, bevor sie ihr Schwert ablegte, um sich auf den Rücken fallen zu lassen und sich mit beiden Händen den Mund zuzuhalten. Er kniete sich über seine wilde, funkelnde, köstlich duftende Gefährtin und stützte sich über ihrem Kopf ab. Soll ich dir ein Geheimnis verraten? Sie schüttelte heftig den Kopf, immer noch sprachlos vor Lachen, aber er sah ihr die Neugier an der Nasenspitze an. Er war von diesem Mund, den er so gern geküsst hätte und den sie sich immer noch mit beiden Händen zuhielt. Wenn Dimitri mir kein zivilisiertes Benehmen beigebracht hätte, flüsterte er, hätte ich ein paar von den Frauen inzwischen wahrscheinlich aufgefressen. Andromeda riss die Augen auf, Nasi erschrak, war er zu weit gegangen? Hatte er ihr zu viel von seinem wahren Wesen gezeigt? Er wollte sich gerade schreien oder ihre Angst anders zu zeigen, was ihn sehr verletzen würde, als ihn ein kräftiger Ruck am T-Shirt noch weiter zu ihr hinunter zog. War das ein Witz? flüsterte ihm Andromeda ins Ohr. Eigentlich hätte er jetzt lügen müssen, aber er wollte einfach nicht mit jemandem zusammen sein, der von ihm ein ständiges Versteckspiel erwartete. Jean-Vier und Eschvini versteckten sich nicht voreinander. Onna kannte jedes einzelne von Dimitris Geheimnissen. Nein, sagte er leise, ich bin durchaus in der Lage, jemanden zu fressen. Aber ich müsste die betreffende Person schon sehr hassen und unglaublich hungrig sein. Sollte er ihr erzählen, was er mit dem Engel gemacht hatte, der ihn erschaffen hatte? Nein, dazu war es noch zu früh. Er wollte erst einmal abwarten, wie sie dieses Bekenntnis ertrug. Winzige Fältchen bildeten sich zwischen ihren Brauen. Wenn du an mich denkst, siehst du mich als Nahrung? Das kam fast schon gezischt. Nein, Nasi entspannte sich, rieb seine Nase an Ira. Wenn ich dich beiße, dann im Spiel. Und wenn ich dich fresse, dann deshalb, weil meine Zunge tief in Deiner Ahr. Weiter kam er nicht, denn sie hielt ihm den Mund zu. Mit wildrasendem Puls sah Injomeda hoch in die Augen des wilden, wunderschönen Wesens, das so mühelos sämtliche Barrieren niederriss, die sie um sich errichtet hatte, um ein Leben in Ehre und Selbstdisziplin führen zu können. Ein Leben, in dem sie nicht nur benutzte, sondern auch gab und erschuf. Nasi war so im Reinen mit sich, mit seinem Kern aus ursprünglicher Ehrlichkeit, zu der es sie unwiderstehlich hinzog. Nie wieder würde sie jemanden wie Nasir treffen, das wusste sie genau. Jemanden, mit dem sie liebend gern zehntausend Jahre alt werden würde. Ein Teil von ihr wollte die Einladung in seinen Augen annehmen, wollte mit ihm zusammen sein, Erinnerungen sammeln und aufbewahren. Erinnerungen, die ihr helfen würden, das Bevorstehende auszuhalten. Nach dem Abenteuer hier würde sie fünfhundert Jahre lang am Hof ihres Großvaters Dienst tun müssen, und so wie sie Cherry Semnon kannte, standen ihr fünfhundert Jahre ununterbrochener Schrecken bevor. Da durfte sie diesen Nasir doch vorher noch haben, flüsterte die Verzweiflung ihr zu. Nur kurz, nur eine kleine Weile. Und was geschieht dann, wenn du an Cherry Semnons Hof gehst? Dieser Gedanke, so kalt und nüchtern, so unausweichlich, traf sie wie ein Schlag ins Gesicht. Was, wenn Nasir sie hasste? Oder sich selbst, weil er mit ihr intim geworden war? Nein, das durfte nicht sein. Andromeda fühlte sich bei der bloßen Vorstellung wie feingesponnenes Glas, das bei der leisesten Berührung zerbricht. Sie nahm die Hand von Nasirs Mund. Denk an meinen Schwur, bat sie ihn leise, mit heiserer Stimme, in der sämtliche Gefühle mitschwang, die sie nicht ausleben durfte. Ohne Vorwarnung erstarrte seine Miene zu Eis. Wenn du zu mir gehörtest, würde ich nicht zulassen, dass du dich mit anderen paßt. War das ein Versprechen oder eine Drohung? Bevor Andromeda etwas sagen konnte, war er aufgestanden und hatte ihr die Hand hingestreckt. Sie griff zu und ließ sich hochziehen. Erzähl mir von deinem dämlichen Grimoire, grummelte er. Andromedas Magen war ein einziger Knoten. Das kannst du nicht finden. In ihren Augen brannte es. Am liebsten hätte sie geweint. Natürlich wollte sie, dass er das Unmögliche möglich machte und das Buch fand, das sie von ihrem Schwur entband. Auch wenn das letztlich an ihrer Zukunft nichts ändern würde. Ich finde alles. Bei jedem anderen hätte sie dieses Ausmaß an Selbstsicherheit arrogant gefunden. Nasi hätte sie dafür am liebsten geküsst. Wie groß ist es? Wann hat es irgendwer zuletzt gesehen? Das ist es ja, Andromeda seufzte. Es wurde in den letzten hunderttausend Jahren nicht mehr gesehen. Davor war in alten Geschichten davon die Rede, die ebenso gut Mythen sein könnten. Deswegen hatte sie das Buch ja als Schlüssel zu ihrem Schwur gewählt, um ganz sicher sein zu können, dass ihr jeder Ausweg verschlossen blieb. Nasi runzelte die Stirn. Dann existiert es real gar nicht? Doch schon. Niemand wusste, wie alt es war. Seliane lieferte den glaubwürdigsten Bericht über seine Existenz. Raphaels Mutter hat das Buch lange bevor sie zu uralten wurde nebenbei in einem Brief an einen Freund erwähnt. Dieser vor so langer Zeit, vor einem ganzen Zeitalter geschriebene Brief war aus irgendwelchen Gründen erhalten geblieben und wurde nun in einem speziellen Teil des Archivs aufbewahrt. Wo hat sie es gesehen? hakte Nasie nach. Im Hause eines Alchemisten. Zu einer Zeit, als selbst Engel an solche Dinge wie Alchemie geglaubt hatten. Der Alchemist ist schon lange tot. Die Stadt, in der er gelebt hat, existiert nicht mehr, und seit Tausenden von Jahren suchen die Gelehrten erfolglos nach dem sagenumwobenen Grimoire. Erzähl mir alles, was du über das Buch weißt, wiederholte Nasie seine anfängliche Bitte. Er schien wirklich wild entschlossen, was in Jomedar überglücklich stimmte, auch wenn sie sich gleichzeitig irgendwie dumm vorkam. Gut, wenn er unbedingt wollte. Es ist ein Buch über fantastische Wesen und geheime Dinge, angeblich von einem Engel vor so langer Zeit zu Papier gebracht, dass man heute in den Archiven nicht einmal mehr seinen Namen kennt. Es soll unglaublich schöne Illustrationen enthalten, die von der Lieblingskonkubine dieses Engels stammen, sagt man. Und was sagt man darüber, wie es aussieht? In Leder gebunden, mit einer goldenen Schnalle. Was für eine frustrierend ungenaue Beschreibung. Anscheinend hat nie jemand eine genaue Beschreibung seines Äußeren geben wollen, es ging immer nur um den Inhalt. Nasir sah sie aufmerksam an, er wollte mehr, also redete sie weiter und stellte fest, dass er ihr gern zuhörte, wenn sie von längst vergangenen Zeiten sprach. Anscheinend langweilte ihn das Geschichtswissen nicht, das sie in ihrem Kopf aufbewahrte, und er machte mehr als einmal eine Bemerkung, die sie bestimmte Dinge in einem ganz neuen Licht sehen ließ. Diesen Nasir würde sie bis zu ihrem letzten Atemzug nicht vergessen. Raphael war nicht in seinem Büro, als Elena ihn dort besuchen wollte, stattdessen traf sie Handschwinger an, der sich gerade per Videoverbindung mit Jessamy unterhielt. Die Jägerin wollte sich schon mit einer leise gemurmelten Entschuldigung zurückziehen, als Jessamy sie entdeckte. Warte, Ellie, rief die Historikerin, während Handschwinge sich umdrehte und Elena aus unheimlichen, jedoch wunderschönen Augen ansah, die bis auf einen blauen Ring um die Iris durchsichtig waren. Gemahlin, sein Gruß war tonlos, trotzdem kam es ihr so vor, als würden siebenhundertsieben und siebzig flüsternde Stimmen zu ihr sprechen. Glücklicherweise war sie inzwischen darauf gefasst. Hallo. Die Stimmen zogen sich wieder zurück, dem Himmelser Dank. Nach einem etwas häuprigen Anfang im Umgang mit der Gemahlin ihres neuen Herrn, hatte die Legion begriffen, dass Elena, anders als Raphael, nicht in der Lage war, all ihre Stimmen auf einmal im Kopf zu verarbeiten. Langsam verstanden sie auch, dass Elena sie als Individuin sah und nicht als geschlossene Einheit. Ob sie selbst das auch ein wenig so sahen, war eine noch offene Frage. Hallo, Jessamy. Elena stellte sich neben Handschwinge vor den Bildschirm. Hast du irgendwas aus Amanat gehört? In Jessamys warmen, braunen Augen schwammen Tränen des Mitleids. Kerr ist jetzt dort. Kerr ist jetzt dort. Er sagt, Suyin befinde sich in Anschara, und das sei auch das Beste so. Ihre Flügel wurden so häufig gestutzt, und ohne dass zwischen den einzelnen Verstümmelungen ausreichend Zeit zur Genesung gewesen wäre, dass es einfach zu viel für Körper und Geist gewesen ist. Elena mochte sich nur ungern ausmalen, welche grauenhaften Schmerzen Suyin ausgestanden haben musste. Keiner von Jasons Leuten hat Kontakt zu Nasi herstellen können, berichtete sie, denn sie wusste, wie sehr Jessamy den silberhaarigen Wilden der Sieben mochte. Jason selbst war in Titus Territorium geflogen, nachdem Gerüchte über zunehmende Auseinandersetzungen an der Grenze zwischen dessen Gebiet und dem Cherisemnons befürchten ließen, es könnte dort zum Krieg kommen. Der Meisterspion ging fest davon aus, dass Nasi und der Gelehrten nach der Flucht aus der Zitadelle auch die Flucht aus dem feindlichen Territorium gelungen war. Doch Elena würde erst wieder froh sein, wenn sich das nervige Tigerwesen höchstpersönlich bei irgendjemandem gemeldet hatte. Er ist ein Geschöpf aus Licht und Schatten. Ein Wesen der Heimlichkeit, dazu ist er geboren. Handschwinge hatte so eine Art, sich völlig reglos zu verhalten, oft vergaß man einfach, dass er noch da war. Wenn er jedoch den Mund auftat, hatte das, was er sagte, Hand und Fuß. Jessamy lächelte, ein bisschen zittrig zwar, aber das Lächeln kam von Herzen. Da kann ich nur zustimmen. Nasi liebt nichts mehr als unerkannt zu kommen und zu gehen. Sie deutete mit dem Kinn auf Handschwinge. Wir beide hatten gerade über Geschichte gesprochen. Ich muss wohl lieber sagen, ich sprach darüber. Unsere Erinnerungen an das, was wir in der Zeit unseres Schlafes hörten, verblassen, erklärte Handschwinge Elena. Das ist wohl eine… eine Nebenwirkung der Tatsache, dass wir jetzt wieder in der Welt leben. Und trotzdem will er mir immer noch nicht wenigstens das erzählen, was er noch weiß. Ich muss es doch aber aufzeichnen, beschwerte sich Jessamy. Manche Dinge sind nicht dazu bestimmt, dass man sich daran erinnert. Wieder schien Handschwinge nicht allein zu sprechen. Wenn alles bekannt ist, wird das Leben bedeutungslos. Das haben wir gelernt. Andererseits können wir doch anhand der Fehler der Vergangenheit lernen, sie nicht zu wiederholen, widersprach Jessamy. Jede Generation und auch jede Kaskade hat ihren eigenen Rhythmus. Im Gegensatz zu Jessamy brachte Handschwinge seine Argumente völlig leidenschaftslos vor, wodurch sie nicht weniger Gewicht erhielten. Denn an jedem Wort haftete das Gefühl, es stamme aus einem unendlich alten Mund. Und nicht nur aus einem. Man kann die Zukunft nicht vorhersagen, indem man die Vergangenheit betrachtet. Elena zog sich leise zurück und überließ die beiden ihrer Diskussion. Ihr nächster Weg führte sie hinauf in das Stockwerk, in dem die Krankenstation untergebracht war. Viele Verwundete befanden sich nicht mehr hier, und für die Unterbringung der wenigen Verbliebenen reichte ein kleiner Teil des nordöstlichen Bereichs eines Stockwerks. Sie fand das geschrumpfte Krankenhaus bis auf einen einzigen Engel leer vor. Isaac stand ohne Hemd auf zittrigen Beinen mitten im Raum und stemmte mit grimmiger Entschlossenheit ein paar Handeln. Ihm waren beim Sturz damals beide Arme zersplittert, eine harmlose Sache im Vergleich zu den Beinen, die er knapp unter den Oberschenkeln verloren hatte. Sie hatten sich zwar kürzlich vollständig erneuert, jedoch unter dauerhaften, stechenden Schmerzen. Izzy! Sofort stand Elena neben dem jungen Engel. Bist du verrückt? Das sollst du doch nur machen, wenn jemand bei dir ist und dir notfalls Hilfestellung geben kann. Der Blick, den er ihr zuwarf, zeugte ebenso von Schuldbewusstsein wie von Trotz. Ich halte es hier drin nicht mehr lange aus, Ellie. Allerdings wehrte er sich nicht, als sie ihm die Handeln aus den verkrampften Fingern löste, nachdem sie gesehen hatte, wie seine Armmuskeln zitterten. Ich dreh hier noch durch! Elenas Herz zog sich zusammen. Isaac war der jüngste Engel, der den feigen Angriff überlebt hatte, bei dem so viele New Yorker Engel aus dem Himmel gestürzt waren. Er hatte überlebt, doch um welchen Preis? Der Weg zur Genesung war jedenfalls lang, schwer und schmerzhaft gewesen. Ja, Jerry Zemnon hatte eine Menge zu verantworten und würde nicht ungeschoren davon kommen. Kriegsverbrechen dieser Art vergaßen weder Raphael noch seine Leute. Was jammerst du denn? Elena klopfte dem Jungen auf den Bauch. Sieh dir das Sixpack an, da würden die meisten Männer neidisch werden. Elena bemühte sich wie immer um einen lockeren Ton, wobei sie sich aufrichtig über die warme, gesunde Haut dort freute, wo es anfangs nur rohes, blutiges Fleisch gegeben hatte. Der Junge lief rot an und schaffte es nicht, ihren Blick zu erwidern. Ich hab mich eben mit dem Heiler unterhalten, der für dich zuständig ist, fuhr Elena fort. Er findet, du bist ein ganz erstaunlicher Patient und erholst dich viel schneller, als man es für möglich gehalten hätte. Izzy war gerade mal 117 Jahre alt, als Engel und Soldat das reinste Baby. Galen war von dem Bericht des Heilers so beeindruckt, dass er dir ganz spezielle Hausaufgaben schickt. Noch welche? Izzy wirkte so erschrocken, dass es fast schon komisch war. Endlich gab er dem Drängen seiner zitternden Beine nach und ließ sich mit hinter sich ausgebreiteten Flügeln auf das Bett fallen. Ich schaff doch schon die Übungen kaum, die er mir neulich aufgegeben hat. Elena lachte nicht, auch wenn sie das gern getan hätte. Der Junge hätte sie missverstehen können. Sie zeigte ihm das Tablet, das sie sich aus Rafaels Büro geholt hatte. Diesmal geht es um andere Hausaufgaben, und sie sind auch nicht alle von Galen. Einige sind von Jessamy. Jessamy? Genau. Sie setzte sich dicht neben ihn, sodass ihre Flügel seine überlagerten. Die Geste sprach von Intimität und Zuneigung und würde den Jungen trösten. Bei den Leuten in der Ehrenwache einer Gemahlin geht es nicht nur um Kraft und Stärke, erklärte sie. Sie, nachdem sie es irgendwie geschafft hatte, sich gegen allen inneren Widerstand eine Ehrenwache zuzulegen, gab sie sich große Mühe zu verstehen, welche Pflichten eine solche Wache eigentlich hatte. Anscheinend musst du diese ganzen höfischen Höflichkeitsfloskeln kennen, damit du nicht etwa ungewollt einen Erzengel beleidigst und soeben mal nebenbei einen Krieg vom Zaun brichst. Isaac schluckte vernehmlich. Sie klopfte ihm aufmunternd auf die Schulter. Was denn? Lass dir darüber doch keine grauen Haare wachsen. Wenn ich das Zeug lernen kann, dann schaffst du Streber das doch mit links. Um ehrlich zu sein, hatte auch Elena noch lange nicht alles gelernt, was man an einem Hof wissen musste. Aber es reichte, um nicht mehr ständig in sämtliche Fettnäpfchen zu treten. Kann ich mir das mit der Ehrenwache noch mal überlegen? Sehr witzig, Elena schnaubte. Und weil sie Isaacs schiefes, freches Lächeln so unwiderstehlich fand, küßte sie den Jungen auf die Wange. Der wurde knallrot. Was wird das hier, eine Orgie? meldete sich von der Tür her eine Männerstimme im schleppenden Tonfall der Sümpfe von Louisiana. Schatz, man hat uns anscheinend unter Vorspiegelung falscher Tatsachen hierher gelockt. Elena sah auf. In der Tür standen Janvier und Eschwini, beide in Lederjacken, beide mit einem Helm in der Hand. Eschwini trug das lange, blonde Haar offen, und die Messer, die sie sich an den Schenkel gebunden hatte, stellten unter Garantie nur den sichtbaren Teil des Waffenarsenals dar, das sie mit sich herumschleppte. Darf ich vorstellen? Deine Klassenkameraden, sagte Elena. Hey! Eschwini machte keine Anstalten, sich mit ihrem geschmeidigen, muskulösen Tänzerinnenkörper von der Tür zu entfernen, als Elena aufstand und gehen wollte. Und was ist mit dir? Ich nehme Nachhilfe in Etikette, seit ich Waffaels gemahlen wurde. Ich bin euch um Lichtjahre voraus. Ach ja? Eschwini knurrte unwillig, aber in ihren Augen blitzte es. Es gibt nichts Neues, sagte Elena leiser. Eschwini und Janvier sorgten sich ebenso um Nasie wie sie selbst. Sie waren besonders eng mit ihm befreundet. Janvier grinste etwas schief und fuhr sich mit der Hand durch das dichte, mahogonifarbene Haar. Wir sollten uns keine Sorgen machen, meinte er, schlang aber trotzdem tröstend den Arm um die Schultern seiner Liebsten. Nasie hat sich und mich mal aus einem Sumpf voller Krokodile gerettet. Mitten in der Nacht. Und ein Hurricane tobte auch gerade. Und wisst ihr was? Es hat ihm Spaß gemacht. Er schafft das schon. Elena und Eschwini starrten den Kedgen mit den moosgrünen Augen unverwandt an, bis er ihnen ein sündiges Lächeln schenkte, das besser als alle Worte erklärte, warum Nasie und er so dicke Freunde waren. Das ist eine lange Geschichte. Ich erzähl sie euch, wenn Nasie wieder hier ist. Das heißt, wir erzählen sie euch zusammen. Er sagt immer, ich würde die richtig guten Stellen auslassen. Okay. Eschwini holte Tiefluft. Ihr habt ja recht, er schafft das schon. Es ist schließlich Nasie. Leise und stark und mit dem Geruchssinn eines Tigers auf der Jagd. Obwohl Injomedas Flügel sie behinderten und ein unerwartetes Wiederauftauchen der Suchtrupps sie zwang, sich geschlagene fünf Stunden dicht an den Waldboden geduckt nicht zu rühren, erreichten Nasie und Injomeda zwei Tage später, im Dunkel der Nacht, die Wassergrenze von Lijuans Territorium. Das lag zum Teil daran, dass Nasie Injomeda schließlich erlaubt hatte, nachts zu fliegen, während er auf der Erde weiterlief. Noch nie hatte sie jemanden so anmutig laufen sehen. Von oben war er ihr vorgekommen wie ein silberner Tiger mit dunkleren Streifen. Nachdem sie die ganze Flucht überständig auf der Hut gewesen war, stellte die Ankunft an der Grenze fast schon eine Enttäuschung dar. Hier war so gut wie nichts los. Injomeda hatte mit schwer bewaffneten Truppen am Boden und in der Luft gerechnet, aber Lijuans Leute schienen abgelenkt zu sein. Die wenigen noch verbliebenen bewaffneten Kräfte drängten zu einer anderen Stelle der Grenze. War das Jason? wollte Injomeda wissen. Er oder seine Leute. Aber woher wussten sie, wann wir kommen? Das wussten sie gar nicht. Ich tippe darauf, dass es in den letzten 24 Stunden entlang dieser Küste immer wieder ärgerliche Zwischenfälle und Dramen gegeben hat. Er legte warnend den Finger auf die Lippen, als ein gestresst wirkender Wachmann an ihnen vorbeieilte, um sich in das weit entfernte Schermützel zu stürzen. Jetzt! Sobald die Wache vorbei war, streckte er die Hand aus. Injomeda griff zu und ließ sich auf einen recht ramponiert wirkenden Lastkahn führen, der laut Nasir Vampiren gehörte, die sich mit Aesthet verbündet hatten. Allem Anschein nach hatte der Erzengel der Inseln im Pazifik sich entschieden, in diesem Krieg auf Raphaels Seite zu stehen. Nasir, rief sie leise, sobald sie sicher an Bord waren. Sie stand so an Deck, dass man sie vom Ufer aus nicht sehen konnte, denn mit ihren Flügeln wäre sie unweigerlich aufgefallen. Glücklicherweise hatte niemand sie und Nasir an Bord gehen sehen. Sie würde erst wieder fliegen können, wenn sie sicher sein konnten, die Späher in der Luft hinter sich gelassen zu haben. Was ist? Das Boot legte gerade ab. Nasir ließ das Ufer nicht aus den Augen. Ich finde, wir sollten nach Ammanat reisen, eine Ausrüstung zusammenstellen und uns dann zu der Stelle aufmachen, an der Alexander meiner Meinung nach am ehesten sein könnte. Weiß Lijuan von dieser Stelle? Sie verdrehte die Augen. Natürlich nicht. Ich hab sie angelogen. Lijuans Erpressungsversuch war nach hinten losgegangen. Dass man sie gezwungen hatte, Hengs Martyrium mit anzusehen, hatte Injomedas Entschlossenheit nur noch gestärkt. Sehr überzeugend übrigens, wenn ich das mal so sagen darf. Xi treibt sich zurzeit wahrscheinlich irgendwo in der Gegend des Kilimanscharo herum. Ich wusste, dass du es drauf hast. Du kannst richtig raffiniert sein, wenn es sein muss. Nasir strahlte sie an, legte den Arm um sie und drückte sie fest an sich, schnappte spielerisch mit den Zähnen nach ihr. Sobald der Luftraum sicher ist, fliegst du nach Ammanat. Ich schlag mich zu Fuß durch. Injomedas Instinkte taten sich mit ihrem Herzen zusammen, um gemeinsam gegen diese Idee zu rebellieren. Ich lass dich hier nicht allein zurück. Wenn ich erst einmal an Land bin, komm ich allein viel schneller voran. Er zog einen schweren, goldenen Ring aus der Tasche, in den von feinen Diamanten umrandet, der Buchstabe N eingraviert war. Mit diesem Ring kommst du nach Ammanat hinein. Du wartest außerhalb des Schutzschildes, bis ein Wächter auftaucht, dem du diesen Ring zeigst. Injomedar ließ sich das Schmuckstück geben und strich nachdenklich mit dem Daumen über die Edelsteine. Und so etwas gefiel Nasir? Das schlichte Namensarmband, das er trug, passte viel besser zu ihm. Warum steckt dieser Ring in deiner Tasche und nicht an einem Finger deiner Hand? Nasirs Arm lag immer noch auf ihrer Schulter. Jetzt trieb er sein Kinn an ihrer Schläfe. Ich mag glänzende Sachen, aber nicht, um sie zu tragen. Diesen Ring hat mir Seliane geschenkt, weil ich ihr geholfen habe, ihre Stadt zu beschützen, als sie gerade aus dem Schlaf erwachte. Ich passe gut darauf auf, versprach sie, während er den Verschluss an der schlichten, goldenen Kette öffnete, die sie immer trug und die schon viele Abenteuer heil überstanden hatte. Nasir fädelte den Ring auf die Kette, schloss sie wieder und legte sie ihr wieder um den Hals, wobei seine Fingerspitzen ihre Haut streiften. Sofort richteten sich ihre Brustwarzen auf. Ein Zittern lief über ihre Haut. Eigentlich hätte Enjomeda jetzt protestieren müssen, denn Nasir nahm sich viel zu viele Freiheiten heraus. Doch von ihm berührt zu werden, konnte nicht falsch sein. Das sagte ihr ihr Gefühl. Genauso wenig war es falsch gewesen, sein Haar zu streicheln, während er schlief. Aber darüber durfte sie jetzt nicht weiter nachdenken. Es tat einfach zu weh. Soll ich in armer Nah zu jemand bestimmtem Kontakt aufnehmen, erkundigte sie sich hastig, ohne ihn anzusehen. Denn hätte sie ihn angesehen, hätte er gemerkt, was sie alles zu verbergen suchte. Isabel. Nasir zog sie erneut an seinen warmen Körper mit den festen, harten Muskeln. Ich habe während meiner Zeit dort mit ihr zusammengearbeitet. Sie war meine Partnerin. Sie hat sich jedoch entschieden, in der Stadt zu bleiben. Enjomeda schaffte es einfach nicht, sich aus der Umarmung zu lösen. Ich kenne Isabel aus der Zuflucht, wo ich sie ein paar Mal gesehen habe. Eine hochgewachsene, sehr kompetente Jägerin, die den Pfad der Askese für sich gewählt hatte. Vier Stunden später breitete Enjomeda die Flügel aus und dehnte ihre Muskeln. Gleich sollte es losgehen. Sie durfte wieder fliegen. Ich werde auf dich warten, versprach sie, denn solange er nicht bei ihr war, würde nichts richtig sein. Pass auf dich auf. Nasirs Silberhaar glänzte im Mondlicht, als er den Kopf in den Nacken legte, um sie davonfliegen zu sehen. Xie und die Frauen und Männer seiner Schwadron nutzten die erneut zwischen Titus und Cherisemnon ausgebrochenen Grenzstreitigkeiten, um unbemerkt in Titus' Territorium vorzudringen. Dort verbrachten sie mehrere Tage im Gebiet des Kilimanscharo, wo sie die schwer zu durchdringende und oft abweisende Landschaft nach Spuren von Alexander absuchten. Xie hatte alle drei Vulkankegel, die das Gebirge ausmachten, geprüft, war sogar in den erkalteten Krater des einen hineingeflogen, hatte Gletscher erkundet und Höhlen durchsucht. Er hatte nichts entdecken können. Eigentlich nichts Außergewöhnliches, falls Alexander wie Selijen unter der Erde schlief. Aber es gab auch in den umliegenden Dörfern nicht eine Legende, nicht ein Gerücht, das aufhorchen ließ. Er hatte die Bauern genau befragt und wusste, sie logen ihn nicht an. Dazu hatten sie viel zu viel Angst vor ihm. Natürlich schützte ihre Ehrlichkeit sie nicht. Er hatte sie alle umbringen müssen. In diesem Fall durfte er die schwachen, völlig unwichtigen Sterblichen nicht einfach ignorieren, wie er es sonst tat, denn sie hätten seinen Besuch hier an Titus weitermelden können. Der startete dann womöglich einen Vergeltungsangriff und diesen zu parieren, dazu war es noch zu früh. Die Dame Lijuan brauchte Zeit, sie hatte noch nicht wieder zu ihrer eigentlichen Stärke zurückgefunden. Kann sich die Gelehrte geirrt haben, erkundigte sich einer von Xis Hauptleuten nach einem weiteren Tag vergeblicher Suche. Nein. Der General musste daran denken, wie Andromeda zu Heng gegangen war und bei ihm gesessen hatte, obwohl Xis ihr gesagt hatte, wie albern er ihr Verhalten fand. Sie war dem Gefolterten nicht von der Seite gewichen. Die Gelehrte ist mutig, aber sie denkt mit dem Herzen und nicht mit dem Verstand. Sie besitzt nicht den Mut eines Kriegers. Und sie hat akzeptiert, dass unser Weg der richtige ist. Die Welt war im Chaos versunken und brauchte Lijuans jahrtausendealte Weisheit, um ihr Gleichgewicht wiederzuerlangen. Kassandras Prophezeiung war nicht misszuverstehen. Alexander stellte eine Bedrohung des zukünftigen Friedens dar. Niemand durfte seine Dame bedrohen, dafür würde Xi schon sorgen. Die Gelehrte könnte sich allerdings in Bezug auf Alexanders Verbundenheit mit seinen Leuten und seinem Sohn geirrt haben. Im Gegensatz zu Xi hatte Injomeda Alexander nicht mehr persönlich gekannt und deswegen war eine solche Fehleinschätzung durchaus möglich. Vielleicht hat die Liebe in diesem Fall selbst einen uralten Unvorsichtig werden lassen, fuhr der General fort. Er persönlich konnte das nachvollziehen. Auch ihn leitete die Liebe. Sollte er sich je zum Schlafen zurückziehen, dann trotz aller strategischen Nachteile nur in der Nähe seiner Dame. Der Hauptmann horchte auf. Dann reisen wir weiter? Ins Gebiet von Fawashi? Ja. Dorthin, wo Alexanders einziger und sehr geliebter Sohn wohnte. Zwei Männer sollen die Suche hier fortsetzen, falls die Gelehrte doch recht hat. Der Rest macht sich fertig zum Abflug. Andromeda steuerte Ammanat direkt und ohne Umwege an. Sie besaß einen ausgezeichneten Orientierungssinn, der ihr auch schon vor 325 Jahren gute Dienste geleistet und sie den Weg in die Zuflucht ohne Hilfe hatte finden lassen, obwohl sie damals noch nicht erwachsen gewesen war. Zu dieser Zeit war sie froh über jeden Flügelschlag gewesen, der sie von ihrem verhassten Zuhause trennte. Diesmal musste sie sich in jeder Sekunde zwingen, nicht umzukehren. Sie wollte zurück zu Nasir, nachsehen, ob ihm auch nichts passiert war. Sich ausgerechnet bei diesem Mann Sorgen um sein Wohlergehen zu machen, war natürlich in höchstem Maße albern, was Andromeda durchaus wusste. Nasir gehörte zu Raphaels 7, und das nicht ohne Grund. Wie stark er war und wie tödlich er sein konnte, hatte sie selbst miterlebt, als sie sich Rücken an Rücken gegen die Wiedergeborenen gewehrt hatten. Für jedes tote Monster, das auf ihr Konto ging, hatte er gleich drei niedergestreckt. Wie wunderschön er war, wenn er sich bewegte. Ganz Wildheit und Anmut. Gerade ritt sie auf einem kräftigen Seewind, konnte sich so tief fallen lassen, dass sie das Salz in der Luft roch. Unter ihr lag Wasser. Nur Wasser. In jeder Richtung. Unendlich weit. Kein Schiff in Sicht. Kein Vogel. Nur die Nacht und der weite Ozean. Tiefer Frieden lag über der ganzen Szene, wehte selbst in dem Wind, der ihr die Haare aus dem Gesicht strich und ihre Flügel trug. Ob Nasir sich so fühlte wie sie jetzt, wenn er sich keine Zügel anlegen musste und so schnell lief, wie er konnte? Sie würde ihn danach fragen, dachte sie mit einem Lächeln, das leider allzu schnell wieder verblasste. Das einzig Gute an Lijuans Wahnvorstellungen war die Tatsache, dass sie Nasi in ihr Leben gebracht hatten. So durfte sie ihre letzten Tage in Freiheit mit diesem außergewöhnlichen Mann verbringen, an dessen Seite man sich auch eine Ewigkeit lang nicht langweilen würde. Im Gegenteil, bei Nasir konnte man immer wieder mit dem Unerwarteten, mit bezaubernden Überraschungen rechnen. Andromeda tat das Herz weh. Für sie würde es keine Ewigkeit an Nasirs Seite geben, aber sie konnte ihm wenigstens noch helfen, ein äußerst heimtürkisches Verbrechen zu verhindern. Wenn es Lijuan wirklich gelang, den schlafenden Alexander zu ermorden, dann verstieß sie nicht nur gegen eins der strengsten Tabus ihrer Gattung, was schreckliche Folgen haben würde. Sie zerstörte damit auch noch tausende von Jahren Geschichte, die Alexander in seinem ganzen Körper, seinem Bewusstsein und seinen Erinnerungen bag. Lijuans Plan durfte auf keinen Fall gelingen. Wie immer musste Andromeda die Zähne zusammenbeißen, wenn sie an Lijuan dachte. Noch einmal fand sie guten Wind, der sich mühelos reiten ließ und ihr Zeit schenkte, über den Vampir mit den silbernen Haaren nachzudenken, der kein richtiger Vampir sein mochte, dafür aber bei dieser einen entscheidenden Sache ihr Partner war. Und der es immer wieder schaffte, dass sie sich hinreißend jung und wild fühlte. Diesmal wehrte sie sich nicht gegen die Bilder von sich und ihm, die ihr etwas zuflüsterten. Bilder, die von der Ewigkeit sprachen und davon, wie es sein würde, ihn mit allen Sinnen zu erkunden, mit ihm zu spielen, bei ihm zu liegen, mit ineinander verschlungenen Gliedern. Eine Ewigkeit lang. Diese eine Nacht gestattete sie sich. Während sie ganz allein über das mitternachtsdunkle Meer flog und über ihr die Sterne funkelten, konnte ihr nichts etwas anhaben. In dieser Nacht fühlte sie sich frei, gehörte sie sich allein und keiner Familie, war sie ihre eigene Blutlinie. Es gab keine Verbindung zu einem Hof, an dem man sich an Schmerzen und Brutalität ergötzte und sexuelle Handlungen ohne Liebe oder doch zumindest Zuneigung vollzogen wurden. Aber natürlich fand auch diese Nacht einmal ein Ende. So süß und geheim und nur für sie bestimmt, sie auch sein mochte. Der Morgen ließ den Himmel erröten wie nach einem Kuss. Die Morgenluft roch klar und frisch, als Andromeda über die dichten, dunklen Wälder des japanischen Kagoshima hinweg auf direktem Weg die Stadt ansteuerte, die es in dieser Gegend eigentlich gar nicht geben konnte. Hier flüsterte der Nebel, um die Baumwipfel, als gelte es Liebesschwüre, zu verteilen, und auf den Berggipfeln ruhten weiße Wolken, die aussahen, als schliefen sie, aber Andromeda war nicht im Geringsten nach Schlaf zu Mutter. Sie war aufgeregt und voller Vorfreude, wartete gespannt auf die erste Ansicht der Stadt, die versunken und wieder aufgetaucht war. Bald würde sie durch die uralten Straßen gehen und mit den Leuten sprechen können, die Selian mit sich in den Schlaf genommen hatte. Andromeda kannte jeden einzelnen Bericht über Amanat, der in den Archiven lagerte, hatte sich stundenlang die Zeichnungen angeschaut, die Besucher angefertigt hatten. Es gab keine Fotos der Stadt, denn irgendetwas dort sorgte dafür, dass keine Kamera funktionierte. Niemand wusste genau, was der Grund sein mochte. Vielleicht lag es einfach an dem leisen Summen in der Nähe der Uralten. Aber nichts hätte Andromeda auf den ersten Anblick der legendären Stadt vorbereiten können. Sie tauchte aus dem Grün auf wie eine Fata Morgana, wie ein Traum aus Stein und Blüten, geschützt durch ein Schild aus zartem, blau gefärbtem Licht, das Eindringlingen das Betreten verwehrte. Andromeda staunte und konnte ihren Augen kaum trauen. Zwar war sie durstig, aber sie schaffte es trotzdem, direkt vor dem Schild eine halbwegs passable Landung hinzulegen. Der Flug war anstrengend gewesen, immerhin hatte sie vorher tagelang die Flügel kaum bewegt. Sie brauchte nicht lange zu warten, nur wenige Sekunden nach ihrer Landung kam hinter dem Schild ein Engel mit rotbraunem Haar hervor und trat vor sie hin. Was führt dich hier? Kühle, grüne Augen, ein mindestens ebenso kühler Ton. Andromeda erkannte den Engel im ledernen Kampfanzug des Kriegers von den Berichten her, die sie gelesen hatte. Es handelte sich um Avi, einen von Seliennes engsten Vertrauten. Er war nach Seliennes Erwachen still an ihre Seite zurückgekehrt. Ich bin Andromeda, eine Gelehrte, der vor kurzem dank Jasons und Nasies Hilfe die Flucht aus Lijuans Zitadelle gelungen ist. Andromeda zog aus ihrem Ausschnitt die Kette heraus, an die Nasie seinen Ring gehängt hatte. Ich bin hier, um Isabel zu sprechen. Nasie ist nicht bei dir? Die kühle Maske war tiefer Besorgnis gewichen. Er kommt über Land. Unwillkürlich schlossen sich Andromedas Finger fest um den Ring. Für mich war es sinnvoller, zu fliegen. Avi nickte und führte sie in die Stadt, nachdem er irgendwie dafür gesorgt hatte, dass der Schild sich teilte. Vielleicht hat er auch sein Erzengel dafür gesorgt. Andromeda hätte das nicht unterscheiden können. Wie geht es zu Yin? erkundigte sie sich. Anschara. Dieser Avi schien es kurz und knapp zu mögen. Aber Andromeda wollte sich nicht abschweisen lassen, als sei sie ein Kind. Sie ließ nicht locker. Sie wird sich doch aber wieder erholen, hakte sie nach, unfähig, die tiefe Trauer in Sujins Augen zu vergessen. Avi drehte sich um und fixierte sie mit einem durchdringenden Blick aus immer noch recht kühlen, grünen Augen. Mit einer Antwort schien er sich Zeit lassen zu wollen, aber als er dann endlich den Mund aufmachte, klang seine Stimme wesentlich sanfter als zuvor. Kehr sagt, es sei das Beste für sie. Ihre körperlichen Wunden werden heilen und wenn sie erwacht, geschieht das in einer Stadt, in der sie vor ihrer Gefangenschaft oft als gern gesehener, geschätzter Gast geweiht hat. Avi streckte die Hand aus und berührte Andromedas Haar, wie ein Vater, der seinem Kind über den Kopf streicht. Hab keine Angst, junger Engel. Sujin hat Freunde, die sie beschützen und ihr helfen werden, die unsichtbaren Wunden zu heilen. Andromeda nickte, sprechen konnte sie nicht. Avi ging weiter. Sie folgte ihm, brauchte aber ein paar Minuten, bis sie ihre Gefühle wieder beherrschte und sich in Ruhe umschauen konnte. Als es soweit war, kam sie aus dem Staunen nicht mehr heraus. Für eine Historikerin war Ammanat ein zum Leben erwachter Traum. Mit jedem Schritt betrat man hier historischen Boden. Alles wollte betrachtet sein. Die Architektur, der aus kostbarem, fein bearbeitetem Stein erbauten Häuser, das Straßenpflaster aus schimmernden, mineralhaltigen Kopfsteinen, die Blumenkästen an den Fenstern, die mit ihrer überbordenden Blumenpracht üppigen Gärten glichen. Aber Andromeda konzentrierte sich erst einmal auf die Leute, die so lange mit ihrem Erzengel im Schlaf verbracht hatten. Die Frauen, die keine Kriegerinnen waren, trugen fließende Gewänder in hellen Farben. Die Männer, die keine Krieger waren, bestickte Tuniken und weite Hosen. Ein paar der Männer, allerdings nicht viele, kleideten sich auch in weite, flatternde, kaftanähnliche Gewänder. Die Krieger, so auch Avi, sahen nicht anders aus als die anderen Krieger auf der Welt. Sie wirkten auch ebenso wachsam und entschlossen. Alles in allem sahen Krieger und normale Leute nicht viel anders aus, als die Frauen und Männer an Lijuans Hof. Nur wich hier niemand Andromedas Blick aus und statt Furcht erfüllte fröhliches, ansteckendes Lachen die Stadt. Wer kein Krieger war, lächelte Andromeda freundlich zu. Die Krieger begrüßten sie mit kurzem Nicken. Und das war das Zuhause einer Erzengelfrau, die als wahnsinnig gegolten hatte, deren Gesang einst sämtliche Erwachsenen zweier blühender Städte in den Tod geschickt hatte. Die Leute waren ins Meer gegangen. Später dann waren die Strände mit aufgeblähten Leichen übersät gewesen, an denen die Vögel pickten. Und elternlose Kinder, die die Leichen entdeckt hatten, waren so schwer traumatisiert, dass sie sich zusammenrollten, um zu sterben. An einem Kummer, den Unsterblichen nie kennen werden. Das hatte Kehr so formuliert, und Jessamy, deren Herz damals ebenfalls gebrochen war, hatte es für die Archive aufgeschrieben. War es denn möglich, dass auch Lijuan eines Tages als bessere Version ihrer selbst auftauchte? Enjomeda biss sich auf die Unterlippe. Wer konnte schon in die Zukunft sehen? Selian hatte ihren Wahnsinn im Schlaf auskuriert, während es Lijuan darauf anlegte, den Iren mit der Lebenskraft ihres Volkes zu nähren. Gelehrte? Enjomeda schrak auf. Avi war vor einem Torbogen stehen geblieben. Isabel ist hier in diesem Haus. Wenn du mit ihr reden möchtest, solltest du hineingehen. Danke. Sie trat durch den Torbogen und fand sich in einem von Bäumen beschatteten und doch lichtdurchfluteten Innenhof zwischen zweistöckigen Gebäuden wieder. Im Hof lief eine Engelsfrau gerade eine Cutter. Sie war groß und auf eine bewegliche, durchtrainierte Art muskulös, trug das Haar ordentlich zu einem Zopfgeflochten und hatte weiße Flügel mit zarten, grünen Flecken auf den Handschwingen. Statt Lederkleidung trug sie schwarze Jeans, schwarze Stiefel und ein losesitzendes weißes Top mit langen, hochgekrempelten Ärmeln. Aber es ließ sich trotzdem nicht übersehen, dass es sich bei dieser Frau um eine athletische, gefährliche Kriegerin handelte. Jede ihrer Bewegungen war genau bemessen und so sparsam, dass sie in der Schlacht wenig auffallen, aber sehr zielsicher vorgehen würde. Trotz aller Müdigkeit rief Andromeda die Frau nicht an, sie wollte sie nur ungern stören. Sie wusste aus eigener Erfahrung, wie viel es einem bedeuten konnte, in dem gleichmäßigen Rhythmus fest vorgeschriebener Bewegungen Ruhe und Frieden zu finden. Isabel bereitete sich auf ihren Tag vor. Wenn man sie jetzt aus der Kater herausriss, zerstörte man damit ihr inneres Gleichgewicht. Andromeda fand selbst ein gewisses Maß an innerem Frieden, während sie dieser Frau zusah. Wenige Minuten später war die Kater beendet. Isabel blieb noch einen Augenblick lang ruhig stehen, ehe sie aufsah und Andromeda mit ruhigem, freundlichem Lächeln begrüßte. Sie hatte dunkelbraune Augen, die beinahe dunkler waren als die dunkelste Schokolade, die Andromeda kannte, und ihre Haut war gelb-braun, fast golden. Sie sah gut aus, ohne eigentlich schön zu sein, verfügte vor allem aber über eine königliche Haltung und ein Selbstbewusstsein, die man ohne weiteres das Kommando über Armeen und Höfe anvertraut hätte. Du musst Nasies Andy sein, begrüßte sie ihren Gast. Andromeda blinzelte. Woher weißt du das? Dass die andere wusste, wer sie war, konnte ja sein, aber woher kannte sie Nasies Kosenamen für sie? Nachdem du losgeflogen warst, hat sich Nasie vom Kapitän des Last Khans ein Satellitentelefon geliehen. Isabel grinste. Die Sache mit der modernen Technik ist eigentlich nicht so sein Ding, aber das eine oder andere beibringen können. Nasie ist klüger als so mancher Gelehrte. Andromeda wurde rot, hoffentlich hatte das nicht zu sehr nach Besitzer stolz geklungen. Offensichtlich doch, um Isabel's Augen bildeten sich feine Lachfältchen. Einfühlsamer auch, fügte Andromeda trotzig hinzu, warum sich jetzt noch zurückhalten? Isabel schien das genauso zu sehen, sie widersprach jedenfalls nicht. Und es stimmt, ich bin Andy. Hier durfte sie es sein, die junge, sorglos glückliche Gelehrte, unterwegs auf Abenteuern mit einem wilden, wunderbaren Mann, der auf seiner geheimen Haut Tigerstreifen trug. Hat sich Nasie seitdem noch einmal gemeldet? Der Kloß in ihrem Magen würde sich erst lösen, wenn sie ihn sehen und berühren, seinen Duft einatmen konnte. Isabel schüttelte den Kopf. Nein, aber er wird schneller in Amonat sein als jeder andere Vampir. Darauf kannst du dich verlassen. Die offene Zuneigung im Ton der Kriegerin strafte die bösen Zungen Lügen, die sie als Automaten ohne Gefühle bezeichneten. Komm, fuhr sie fort, ich zeige dir, wo du dich baden und ausruhen kannst. Injometer hätte sie gern gefragt, wie es war, so lange das sich und immer um Ruhe und Gelassenheit bemüht, brachte jedoch den Mut dazu nicht auf. Wie denn auch, da es um ihre eigene Entschlossenheit zur Zeit schlecht bestellt war. Ich muss die Ausrüstung für unsere Weiterreise zusammenstellen, sagte sie stattdessen. Na, sie erwähnte so etwas. Ruh dich erst einmal aus. Dann musst du Selian deine Aufwartung machen. Ich stelle die Ausrüstung zusammen. Injomedas Herz war kurz ins Stolpern geraten. Deswegen hatte sie den letzten Satz nur halb gehört. Was? Du bist in ihrer Stadt, sagte die Kriegerin sanft. Das gehört sich einfach so, auch wenn sie weiß, aus welcher Blutlinie du stammst. Gerade deswegen wird sie dich näher in Augenschein nehmen wollen. Injomeda fiel das Atmen zunehmend schwerer. Danke für den freundlichen Hinweis. Isabel führte sie über eine Treppe am hinteren Ende des Hofes in eine von Sonnenlicht durchflutete Wohnung im ersten Stock. Hier standen sämtliche Fenster offen und die zarten Spitzenvorhänge waren beiseite geschoben, sodass man die überbordenden Blumenkästen auf den Fensterbänken bewundern konnte. Auch auf dem kleinen Balkon, dessen Tür man ebenfalls geöffnet hatte, um Luft und Licht einzulassen, standen große Keramikkübel voller blühender Pflanzen. Eine frische Brise ließ die Spitzengardinen flattern, dass sie fast das Himmelbett mit den strahlend weißen, in einem wunderhübschen Muster handgewehten Leinentüchern berührt hätten. Der Teppich unter Enjomedas armen, geplagten Füßen fühlte sich flauschig weich an, und auf einem zierlichen Schreibtisch stand eine kleine Vase voller Wildblumen. Dieser fröhliche kleine Strauß verlieh dem eleganten Raum etwas Verspieltes. Er schien Enjomedar willkommen heißen zu wollen, so als hätte ihn jemand für sie persönlich gepflückt. Was für ein schöner Raum, vielen Dank, sagte sie zu Isabel, besonders für die Blumen. Die sind nicht von mir. Isabel lehnte mit vor der Brust verschränkten Armen in der Tür. Ich erwähnte einer Zofe gegenüber, dass wir eine Freundin Nasies erwarten und sie bot an, das Zimmer für dich herzurichten und dafür zu sorgen, dass du dich wohlfühlst. Sie tut das gern, denn Nasi ist der Liebling der Frauen. Jetzt hätte Enjomedar den blöden Strauß am liebsten aus dem Fenster gepfeffert. Sie möchte, dass ich mich wohlfühle? Ich könnte doch auch eine Konkurrentin sein. Ach, Nasi gibt sich nicht nur mit einer einzigen Frau ab, dazu ist er viel zu wild. Das haben alle akzeptiert. Isabel richtete sich auf. Ich lass dich jetzt mal allein, dann kannst du baden und dich ausruhen. Schlaf dich aus. Wenn du für den Besuch bei Seliane bereit bist, findest du mich nebenan bei mir zu Hause oder im Tempel. Sie lächelte verschmitzt. Seliane hat mich beauftragt, ihren Zofen Selbstverteidigung die Stadt gesehen hatte, manche niedlich rund, andere dünn wie Spargel, aber alle mit lieben süßen Gesichtern. Oh, sagte sie, genau. Lachend legte Isabel die Hand auf den Knauf des Schwertes, das sie sich umgebunden hatte. Kein leichter Job, aber sie sind so ernsthaft bei der Sache, ich kann ihnen einfach nie böse sein. Schon gar nicht, nachdem sie sich alle in mühevoller Kleinarbeit für das Training Kriegerkleidung genäht haben. Injomeda musste lachen, Isabel's trockener Ton war allerdings auch danach. Sie würde zu gern einmal sehen, was sich diese Zofen unter Kriegerkleidung vorstellten. Warte noch kurz, bat sie, als Isabel gehen wollte. Avi sagte, Suyin befinde sich in Anshara. Hat Keir gesagt, wann sie seiner Meinung nach wieder aufwacht? Das kann noch Wochen dauern. Isabel war sehr ernst geworden. Vielleicht sogar Monate. Sie ist sehr zerbrechlich. Sie schwieg kurz. Anscheinend können Unsterbliche an Trauer und Einsamkeit sterben, wenn sie das Gefühl haben, dass es keine Hoffnung mehr für sie gibt. Das habe ich vorher nicht gewusst. Injomeda schossen Tränen in die Augen. Suyin, sie musste sich räuspern, in ihrer Kehle hatte sich ein Kloß gebildet. Nein, sie konnte den Schmerz, den sie in Suyins Augen gesehen hatte, nicht in Worte fassen. Aber Isabel schien sie auch so zu verstehen. Sillian Sillian sagt, es sei ein Gefühl, als wolle man gar nicht mehr da sein. Es dauere lange, bis man soweit sei, aber Suyin lebt ja auch schon seit tausenden von Jahren. Wahrscheinlich wäre sie aus ihrem nächsten Schlaf nicht mehr erwacht. Mit diesen ernst gesprochenen Worten verließ sie das Zimmer und zog die Tür hinter sich zu. In Jomeda war das Herz immer schwerer geworden, der Knoten in ihrem Magen hatte sich zu einem dicken Stein ausgewachsen. Obwohl es sie eigentlich ins Bett zog, steuerte sie erst einmal das große Badezimmer an, wo sie beim Anblick des bereits eingelassenen dampfenden Wassers in der großen Wanne vor Wonne am liebsten gestöhnt hätte. Aber sie gönnte sich nur ein paar Minuten Luxus und stieg dann, um nicht einzuschlafen, schnell wieder aus ihr zerplatzten, hätte sie alles darum gegeben, wieder mit Nasir in dem eisigen Teich zu baden, seine starken Hände in ihren Haaren und auch auf den Federn zu spüren, mit ihm um die Wette zu schwimmen. Beeil dich. Sehnsüchtig streckte sie die Hand aus, als könnte sie ihn durch Zeit und Raum hindurch erreichen und an sich ziehen. Du fehlst mir so. Kurz nachdem Nasir in Japan seinen Fuß an Land gesetzt hatte, landete Jason neben ihm. Er hatte nicht mit dem Freund gerechnet, wunderte sich aber auch nicht über dessen Ankunft. Seine Reise über das Meer war gut verlaufen. Er hatte nicht die ganze Zeit auf dem Lastkahn verbracht, sondern war bald nach Enjomedas Abflug auf ein schnelleres Schiff umgestiegen, das ebenfalls unter dem Kommando Verbündeter stand. Wobei Umsteigen eigentlich kaum das richtige Wort war, denn er hatte den Lastkahn mit einem Kopfsprung verlassen und war zu dem schlanken Frachter hinüber geschwommen, der ihn weitertransportieren sollte. Beide Mannschaften, die des Lastkahns und die des Frachters, hatten das Manöver mit weit offenem Mund staunend verfolgt. Jemand hatte aufgeschrien. Hatten sie etwa gedacht, er könnte nicht schwimmen? Was ist mit Andy? erkundigte er sich jetzt bei seinem Freund, nachdem die beiden endlich auf dem geschäftigen Kai ein halbwegs ruhiges Plätzchen entdeckt hatten, wo sie sich ungestört unterhalten konnten. Laut Isabel hat sie Ammanat sicher erreicht und befindet sich jetzt in der Stadt. Jason wirkte müde, dabei sah man ihm sonst kaum jemals an, wie es ihm ging. Ich komme gerade von der Grenze zwischen Cherry Xemnon und Titus. Krieg? Der Engel mit den schwarzen Flügeln schüttelte den Kopf. Ein kleines Scharmützel. Anscheinend mochte keiner der beiden einen Flächenbrand riskieren. Lange geht das nicht mehr gut. Titus und Cherry Xemnon konnten sich schon seit Jahrhunderten nicht leiden, wenn nicht sogar seit Jahrtausenden. Und jetzt, da die ganze Welt aus den Fugen geriet, würden aus dieser Abneigung früher oder später handfeste Konfrontationen entstehen, die irgendwann zu einem Krieg führen mussten. Das sehe ich auch so. Aus Jasons Flügeln löste sich eine Feder und schwebte hinunter auf den schmutzigen, rissigen Beton. Im Moment ist die Region einigermaßen stabil und Raphael braucht sich keine Sorgen, um eine Eskalation zu machen. Nazir hatte Jason schon immer sehr gern gehabt, aber erst als Erwachsener richtig gemerkt, wie einsam der Engel mit den schwarzen Flügeln war. Vielleicht noch einsamer als Nazir selbst. Er hatte versucht, den Freund aus der Reserve zu locken, denn es konnte doch auf Dauer nicht gut sein, immer nur im eigenen Kopf zu leben. Doch Jason war stets zurückhaltend und auch distanziert geblieben. Das änderte sich erst jetzt langsam. Du solltest missen. In Jasons dunklen Augen flackerte es nur ganz kurz, was jedoch reichte, um Nazir erkennen zu lassen, wie gern der Freund sofort zu seiner Prinzessin zurückgekehrt wäre. Trotzdem schüttelte der Engel den Kopf. Andromeda und du, ihr werdet Verstärkung brauchen. Wenn es so sein sollte, sag ich sofort im Turm Bescheid. Nazir und Andromeda hatten ihren Plan sorgfältig durchdacht. Es Alexander wirklich finden. Andromedas Recherchen führten letztlich doch nur zu Vermutungen, auch wenn sie begründet erschienen, denn das Verhalten eines Erzengels ließ sich nie mit absoluter Gewissheit vorhersagen. Ein Zweierteam ist am besten, fuhr Nazir fort. Wir dürfen nicht auffallen, sonst merken Nijuans Leute noch, dass sie an der völlig falschen Stelle suchen. Jason breitete die Flügel aus, dehnte sie und faltete sie wieder zusammen. Wie du weißt, sind meine Leute überall. Ruf mich an, wenn du schnell Hilfe brauchst. Ich kaufe mir ein neues Handy, bevor ich das Land verlasse, versprach Nazir, der in einer wasserdichten Hülle in der hinteren Hosentasche eine Kreditkarte mit einem satten Guthaben verwahrte. Er hatte lange gebraucht, um sich an die Dinger zu gewöhnen, hatte seine erste Karte stundenlang Mittlerweile hatte sich sein Kopf ein Bild dazu geschaffen und sah die Karte als eine Art Maschine, mit der sich Geld von einem Ort zum anderen transportieren ließ. Wenn er damit in einem Laden einkaufte, verfrachtete die Karte Geld aus seiner eigenen Schatzkammer in die des Ladens. So sah er das jetzt. Um Nazis Vermögen kümmerten sich Illium und Dimitri. Er brauchte sich eigentlich reichlich Geldmittel verfügte. Raphael verhielt sich seinen Sieben gegenüber stets sehr großzügig und Nazir war ein Meister im Auffinden verloren geglaubter Schätze. Schätze wie dieses blöde Grimoire. Ach, ehe du fliegst, erzähl mir doch bitte, was du über ein Buch mit dem Namen Star Grimoire weißt, bat er Jason, denn sein Freund wusste einfach alles. Jasons rechte Braue ging hoch. Das ist Ziemlich begehrt bei Leuten, die so etwas sammeln. Weißt du, wo es ist? Jason kniff die Augen zusammen. Er wirkte schlagartig gar nicht mehr müde, eher neugierig. Nein, aber vor etwa zweihundert Jahren habe ich einen alten unserer Gattung kennengelernt, der von dem roten Leder einband und den goldenen Ecken des Grimoire sprach. Jason dachte nach, ganz konzentriert und vollkommen reglos, wie es Nazir noch bei keinem anderen Engel beobachtet hatte. Er hütete sich, den Freund beim Nachdenken zu stören. Jener und Sterbliche besaß weit zurückreichende Erinnerungen und bei Jason kam noch das absolute Gedächtnis hinzu. Er irrte sich fast nie. Er musste nur das richtige Stück wiederfinden. Und dieses Buch der ungelüfteten Geheimnisse hatte eine goldene Schnalle und auf dieser Schnalle war das furchterregende Bild eines kauernden Greifen. Jason sprach in einem Tonfall, der nicht sein eigener war. In Nazi regte sich etwas, ein Bild, eine Erinnerung, quälend vage, ein Hinweis, der nicht deutlich genug wurde, um sich darauf stürzen zu können. Gab es noch andere unverwechselbare Kennzeichen? Wieder verharrte Jason gut eine Minute lang reglos und still. Ja, sagte er dann. Eine Goldprägung im Leder des Deckplatz, die ein mythisches Wesen darstellte. Wieder meldete sich das flüchtige Bild aus Nasies eigener Erinnerung. Wieder bekam er es nicht zu fassen. Aber das war egal. Denn jetzt hatte sein Verstand eingegriffen und kaut an dem Problem herum. Immer eins nach dem anderen. Erst würde er Alexander finden, dann das Grimoire. Denn Andromeda war seine Gefährtin und er hatte fest vor, sie zu erobern. Sie sah das vielleicht noch anders, aber sie roch wie seine Gefährtin, sie mochte ihn in seiner eigenen Haut und sie war so wild und stürmisch, wie es seine Gefährtin sein sollte. Ihm gefiel alles an ihr, bis auf das Keuschheits Gelübde. Sobald er das Grimoire gefunden haben würde, würde er ihr ernsthaft den Hof machen. Er wollte sie verführen, zum Schmelzen bringen. Doch am meisten wollte er sie ganz einfach behalten. Andromeda wachte erstrahlte. Sie trug immer noch den Bademantel, der innen an der Badezimmertür auf sie gewartet hatte, und als sie aufstand, konnte sie feststellen, dass sich ihre Flügel erholt hatten und selbst ihre Füße nicht mehr ganz so wund zu sein schienen. Sie war bald 400 Jahre alt. Vielleicht zahlte er sich allmählich aus und sie wurde stärker. Noch halb schlafend wankte sie ins Bad, wusch sich das Gesicht mit eiskaltem Wasser und sah nach, was ihr der Kleiderschrank zu bieten hatte. Und das war einiges. Gewänder in unterschiedlichen, durchweg lebhaften Farben, drei Kombinationen aus Hose und Tunika und sogar eine Jeans mit dazu passendem Hemd. Sie entschied sich für eine schwarze Hose und eine Tunika, deren Oberteil am Hals mit einer zarten, silbernen Stickerei verziert war, wodurch es trotz der dunklen Farbe nicht allzu streng wirkte. Das Silber erinnerte sie lebhaft an Nasies Augen. Wo er jetzt sein mochte? Die Frage ging ihr nicht aus dem Kopf, während sie sich anzog und mit ihren Haaren kämpfte, die jegliche Fasson eingebüßt hatten, weil sie noch nass gewesen waren, als sie einschlief und sich nur mühsam bändigen und zu einem Zopf zusammenfassen jetzt schon die Stiefel, die in verschiedenen Größen unten im Kleiderstrang standen. Eins dieser Paare würde sie tragen, wenn Nasi und sie aus Ammanat aufbrachen. Warum war er immer noch nicht da? Ihr Schwert ließ sie zurück. Selien wäre bestimmt nicht begeistert, wenn man ihr schwer bewaffnet die schuldige Reverenz erwies. Draußen auf dem Flur hielt sie Ausschau nach Isabel, die jedoch nicht im Haus zu sein schien. Also verließ Injomeda das Anwesen und bat draußen einen der Vorübergehenden um eine Wegbeschreibung zum Tempel. Sie redete den Mann in der Sprache an, die sie auf der Straße gehört hatte, als Avi sie zum Hof von Isabel begleitet hatte. Der Mann, ein attraktiver Bürger Ammanats, dessen Haut Ebenholzfarben leuchtete, lächelte sie freundlich an, antwortete ihr in Dankte sich, meinte aber, sie würde lieber langsam gehen, um so viel von der bezaubernden Stadt wie nur möglich zu sehen. Das schien ihn sehr zu freuen. Äußerst zuvorkommend beschrieb er ihr den Weg zum Tempel. Sie dankte ihm und verabschiedete sich. Das Farbenspiel am Himmel wechselte gerade zu einer blasseren Palette, aber noch war das Licht der rechts und links des Weges stehenden hohen Bogenlampen nicht von Nöten. Mit ihrer verwitterten Eisenkonstruktion wirkten sie ebenso ehrbar gealtert wie alles andere in Ammanat. Als Injomada sie sich allerdings genauer ansah, entdeckte sie Glühbirnen darin. Die Lampen mochten alt sein, wurden aber mit Strom betrieben. Ja, Ammanat rüstete auf, richtete sich im jetzigen Jahrhundert ein. Entweder war Selian fortschrittlicher als Injomada bisher geglaubt hatte, oder sie einen entsprechenden Berater. Wahrscheinlich eher Letzteres, und wahrscheinlich handelte es sich bei dem Berater um eine Beraterin, um Arvis geliebte Jelena nämlich. Jelena war Selian ebenso treu ergeben wie ihr Gefährte, und sie interessierte sich sehr für neue Technologien. Injomada hatte sie oft ins Studium technischer Handbücher vertieft in der Bibliothek angetroffen. Injomada folgte weiterhin aufmerksam um sich schauend der Wegbeschreibung des liebenswürdigen Fremden, als ihr ein kleines schwarzes Hündchen mit glattem glänzendem Fell entgegenkam, das sich bei ihrem Anblick platt auf den Boden warf, als sei es zu Tode erschöpft. Lachend hob sie es auf. In ihren Armen wurde das Kleine umgehend wieder putzmunter und verwandelte sich in ein aufgeregtes Fellbündel, das wild entschlossen schien, ihr ununterbrochen feuchte Welpenküsse zukommen zu lassen. Injomada hielt das Hundebaby mit Vergnügen im Arm. Sein warmer Körper und der rasche Herzschlag beruhigten sie, waren etwas Vertrautes an diesem unvertrauten Ort. Ihre Kindheit war alles andere als normal gewesen und hatte tiefe Wunden hinterlassen, aber sie hatte auch freudvolle Stunden gekannt. Sie verdankte sie den vielen Tieren in ihrer Heimat, die ihre Freunde und Gefährten gewesen waren und zu denen sie sich immer hatte flüchten können. Die Tiere hatten sie nie getäuscht. Sie waren auch nicht sichtlich betrübt gewesen, als sich herausstellte, dass ihre Interessen eher auf intellektuellem Gebiet lagen. Sie hatten ihr nie das Gefühl gegeben, das falsche Kind zu sein. Nur ging sie ungemütlichen Fragen über die andere Seite ihrer Abstammung. Ob Layla Kato zum Gatten genommen hatte, weil er ihr gestattete, all ihre Gelüste grenzenlos auszuleben? Immerhin teilten die beiden ja dieselben Neigungen. Wenn du mir gehörtest, würde ich nicht zulassen, dass du dich mit anderen paarst. Enjomeda lief rot an, ihr wurde ganz heiß. Nur gut, dass sich der Welpe gerade schien wieder selbst laufen zu wollen. Sie setzte ihn auf den Boden und sah zu, wie er auf dicken kleinen Beinchen davon sauste. Ihre Gedanken jedoch waren ganz wo anders, bei einem Raubtier mit silbernen Augen. Nasir erinnerte sich an die Tiere, die sie in ihrer Kindheit vor dem Wahnsinn bewahrt hatten. Es waren ihre einzigen Freunde gewesen. Sie glaubte nicht, dass Nasir beleidigt wäre, wüsste er, dass sie ihn mit ihren alten Kameraden verglich. Was allen gemein war, war die Ehrlichkeit und Offenheit. Nasir war viel, viel besser als die meisten normalen Leute, die Injomeda in den fast 400 Jahren ihres Lebens kennengelernt hatte. Andy? Injomedas Kopf flog hoch. Isabel hatte nach ihr gerufen. Die Kriegerin stand im Eingang eines Tempels, der in einen Berg hineingebaut erschöpft wirkender Frauen, die es eilig hatten, die nahegelegenen Häuser anzusteuern. Es handelte sich um eine bunt gemischte Truppe, besonders was die Kleidung betraf. Hier eine leuchtend orangefarbene Kombination aus Hose und Tunika, die durch einen an der Seite geknoteten grellgrünen Stoffgürtel ergänzt wurde, dort ein pinkfarbenes Top zu einer weiten weißen Hose, eine strahlend blaue Tunika, die knapp die Oberschenkel bedeckte, darunter schwarze Leggings. Das waren drei der eher konservativen Outfits. Enjomeda verkniff sich ein Lachen und gesellte sich zu Isabel. Kriegerkleidung? Isabel grinste verlegen, aber voller Zuneigung. Ich glaube, ihnen gilt alles, wobei man Hosen trägt und Bein zeigt, als skandalös und kriegerisch. Anders als ihre erschöpften Schülerinnen schien Isabel keinen Tropfen Schweiß vergossen zu haben. Seliane geht gerade in den Orangenhainen am anderen Ende der Stadt spazieren. Wir fliegen zu ihr. Ein Orangenhain in diesem Klima? Aber dann fiel Enjomeda der Schutzschild wieder ein, mit dessen Hilfe Raphaels Mutter die Temperatur in ihrer Stadt bestimmte. Ach ja, der Schild. Sinkt sie ihn denn je? Seit eine ihrer Zofen an einer von Sherry Semnons ansteckenden Krankheiten starb nicht mehr. Isabels Mund war zu einem dünnen Strich geworden und Andromeda wurde leicht übel. Carla sollte die Krankheit auf andere übertragen, aber sie starb, ehe sie jemanden anstecken konnte. Es hat Seliane fast das Herz gebrochen. Das tut mir so leid. Andromeda fand es schrecklich, dass dieser Mord von einem Mitglied ihrer Familie begangen worden war. Würde Seliane sie dafür zur Rechenschaft ziehen? Du hast es doch nicht getan, Es überlegte ihr beruhigend die Hand auf die Schulter. Du bist genauso unschuldig wie Carla. Sie breitete die Flügel aus und flog los. Andromeda folgte ihr. Seliane würde ihr unter Umständen nicht so rasch vergeben, vermutete sie. Sie trafen die uralte mitten in den Orangenhäinen, wo sie spazieren ging. Statt der fließenden Gewänder, in denen sie so oft in Schriftrollen und Manuskripten dargestellt war, trug sie ausgieblich eines braunes Leder, das an den Kampfanzug von Avi erinnerte und hatte das tiefschwarze Haar genauso wie Andromeda zu einem festen Zopf geflochten. Isabel begrüßte sie die neben ihr landende Kriegerin mit sanfter reiner Stimme. Machen meine Zofen Fortschritte? Wie die Schnecken, Dame Selian. Selians Lächeln kam unerwartet, es machte sie verwirrend schön, ihre Lippen erstrahlten in einem weichen Pink, das sich lebhaft von der cremefarbenen Haut abhob. Hab Geduld mit ihnen, sie sind wie Pflanzen aus dem Gewächshaus, die plötzlich im Regen stehen. Ihr Lächeln verblasste. Ich wollte, es wäre nicht nötig, sie in deiner Kunst unterweisen zu lassen, doch die Welt verändert sich. Sie wird langsam aber sicher zu einem sehr düsteren Ort, an dem Unschuldige nicht mehr sicher sind. Isabel senkte den Kopf in einer respektvollen Geste. Ich bringe ihnen hier Nasius Freundin Enjomeda, von der ich schon berichtet habe. Ah! Zum ersten Mal fühlte Enjomeda die fast schon unerträglich durchdringenden blauen Augen auf sich gerichtet. Cherry Semnons Enkelin Jedes ihrer Worte klang scharf wie ein Dolch. Ihre Stimme hatte nichts Zartes, nichts Liebliches mehr. Aber du bist Lijuan entflohen, um Alexander retten zu helfen, was ein gewisses Maß an gutem Geschmack beweist. Dame Selian, Nein? Enjomeda verneigte sich tief. Was hätte sie auch sonst tun sollen? Bei ihr reichte ein Nicken nicht. Anders als Isabel war sie keine enge Vertraute, sondern lediglich ein junger Gast. Gibt es einen Grund, weswegen ich dich nicht hier auf der Stelle für die an meiner Stadt begangenen Verbrechen zur Rechenschaft ziehen und exekutieren sollte? Wieder glichen Selians Worte scharfen Waffen. Enjomeda rauschte das Blut in den Ohren, dennoch wagte sie es Selians Blick zu erwidern. Wenn nur das Blut uns definiert, wäre kein Kind freigeboren. Selians Flügel glühten auf, hielten den Glanz einen Herzschlag lang, bevor sie wieder ihre normale Farbe annahmen. Gute Antwort, Grünschnabel. Und schau mich nicht so ängstlich an. Es ist nicht meine Angewohnheit, Kinder für die Taten ihrer Eltern und Großeltern zu bestrafen. Während Enjomeda sich bemühte, ihr Zittern zu überwinden, wandte sich Selian an Isabel. Geh ruhig. Ich weiß, du fliegst um diese Zeit deinen Kontrollflug über die Stadt. Dame Selian, Isabel entfernte sich, nachdem sie sich noch einmal kurz verneigt hatte. Sie wacht so hingebungsvoll über meine Stadt, als wäre es ihre Eigener. Selian forderte Enjomeda mit einer Handbewegung auf, sich ihr bei ihrem Spaziergang durch die Allee anzuschließen. Ich sagte meinem Sohn bereits, dass ich versuchen werde, sie zum ständigen Bleiben zu bewegen, aber er vertraut fest auf die Loyalität seiner Leute. Sie warf Enjomeda einen Seitenblick zu. Dein wilder Freund konnte es ja kaum erwarten, an Raffaels Seite zurückzukehren. Enjomeda nahm sich einen Moment Zeit zum Nachdenken. Manche der älteren Engel waren sehr empfindlich, oft reichte ein Wort, damit sie sich beleidigt fühlten, und ihr war keineswegs danach, doch noch enthauptet zu werden. Amanat ist einmalig, begann sie schließlich mit all der ehrfürchtigen Bewunderung, die sie ja tatsächlich für Selians Stadt empfand. Ich persönlich fühle mich hier wie in einer Schatzkammer. Sie hätte wochenlang einfach nur durch die Straßen streifen und dem Sing-Sang der freundlichen Stimmen lauschen mögen. Aber Nasi ist für wildere Orte und für weniger zivilisierte Abenteuer geschaffen. Wie mein Sohn. Raphael sammelt die um sich, die wilden Herzens sind. Er ist der Erzengel im Kader, der am wenigsten alten Zeiten nachhängt, sagte Andromeda. Selbst Michaela mit ihrer Liebe zum Scheinwerferlicht unterhält einen Hof, der in vieler Beziehung so arbeitet wie vor hundert Jahren. Raphael ist da anders. Das Abendlicht ließ Selianes strahlend weiße Flügel leuchten. Andromeda war von Herzen dankbar dafür, sie nicht von innen heraus glühen zu sehen, denn wenn ein Erzengel glühte, gab es normalerweise Tote. Er ist mein Sohn, erwiderte Selian ruhig, mein Sohn und Nediels Sohn. Gemeinsam haben wir ein Kind erschaffen, das eines Tages höher fliegen wird, als wir beide es vermochten. Dazu sagte Andromeda nichts. Sie hatte ohnehin das Gefühl, Selian spreche eher zu sich selbst als zu ihr. Ich bin stolz auf ihn, aber jetzt noch stolzer, da er versucht, Alexander zu beschützen. Selians Gesicht zeigte eine gewisse Anspannung. Ich schlief zu jener Zeit, aber Jelena sagte, Alexander habe einmal vorgehabt, eine Armee gegen Raphael zusammen zu stellen. Andromeda nahm ihren ganzen Mut zusammen. Am Ende hat er es dann doch nicht getan, erwiderte sie. Ich glaube, er war müde und sah in Raphael einen jungen Eindringling und er suchte nach einem Grund, weiter in der Welt zu leben, wobei ihm als erstes Krieg in den Sinn kam. Letztlich bewies er wieder einmal, wie weise er war, als er den Jungen die Welt überließ. Selian fixierte Enjomada mit einem Blick, in dem die Macht loderte wie heiße Flammen. Prompt wurde der Gelehrten die Kehle ganz trocken und ihr Puls führte sich auf wie ein erschrecktes Kaninchen. Dieser Titel ist noch nicht beendet.